Wenn diese Terrororganisation ausgeschaltet ist und keine Raketen mehr aus dem Gazastreifen Richtung Israel fliegen, kann Israel auch keinen Luftangriff mehr rechtfertigen, wenn kein Terror aus dem Gazastreifen kommt. Nach China kommt Irak, nach Irak kommt Jordanien, danach kommen die anderen Länder. Wie viele Länder sollen denn noch als Terroristen dargestellt werden? Hör mal auf, wirklich mit deiner Fantasiewelt. Das ist keine Fantasiewelt. Willst du mir jetzt hier gerade sagen, dass die Hamas keine Terrororganisation ist? Ob sie Terror sind oder nicht, das hat mich gar nicht zu interessieren. Du musst dich klar positionieren. Ich brauche mich auf gar keiner Seite zu positionieren. Am Ende geht es hier darum, dass man einfach nur die arabische Welt übernehmen möchte. Ja, sorry Ali, ganz ehrlich, dann hast du dich für mich schon disqualifiziert, weil wenn du dich nicht klar gegen die Hamas stellst, dann, das ist eine Terrororganisation, die sind komplett widerwärtig und unmenschlich, dann hast du dich direkt schon disqualifiziert. Das ist nicht sowas von Scheißdreck, weißt du das? Ja, es geht hier einfach nur um Recht und Unrecht, was man jemandem antut und du, wenn du in Israel bist, dann würdest du ganz genau wissen, was da abgeht und wie viele Menschen vergewaltigt werden. Warst du schon in Israel, weil du sagst, wenn du in Israel bist? Warst du schon in Israel? Wenn du in Israel warst, sag ich mal. Warst du schon in Israel? Nein, ich war noch nicht in Israel, aber... Ja, also warum tust du denn sowas, wenn du hier der Allwissende bist? Weil ich das von sehr vielen Menschen gesehen habe und auch Videos gesehen habe und immer wieder erlebt habe. Ja, schnell vertraut mir, Bruder. Israelis, ja, Palästinenser, gequält haben, mit der Waffe an der Nase gewedelt haben, wie deutsche Journalisten darüber berichten, wie diese Menschen leiden. Und bitte, hör auf, hier deine Fantasien in den Menschen anders darzustellen, weil du stellst gerade eine ganz, ganz andere Welt dar. Ja, ganz ehrlich, wir haben vonseiten der Hamas, was wir wissen, die Hamas selber positioniert ihre Raketen in ziviler Infrastruktur, wie in Schulen. Die schießen da Raketen draus ab. So, dann warten die, bis eine Rakete zurückgeflogen wird, um dann die Kinder hochzuhalten. Das ist aus meiner Sicht verbrecherisch, was die Hamas da macht. Die Hamas bildet auch über die Unwahr. Du lügst hier Geschichten zusammen, du bist echt ein sehr, sehr guter und auch noch überzeugend darüber. Wow, du bist richtig gut. Wirklich sehr gut. Nein, lass mich doch mal ausgehen, wir haben Berichte darüber, dass in Überschule kleine Kinder dazu erzogen werden, Israelis zu töten. Das wissen wir, da gibt es Videos zu, da wird ein Mädchen gefragt, was würdest du mit den Juden am liebsten machen? Und die sticht mit einem Küchenmesser in der Luft rum und sagt, töten, töten, töten. Das ist leider was, was man nicht wegreden kann. Und wir müssen wissen, dass das auch unter der Hamas leider floriert ist. Deswegen ist die Frage, wie kann man es schaffen, diese Kinder... 1950, bevor die Juden aus Deutschland nach Ifrael gesiedelt worden sind, haben Juden und Muslimen und sogar Christen friedlich dort gelebt. Also was willst du mir denn erzählen? Da gab es doch keinen Krieg. Ey, das sind alles... Ihr Deutschen, ihr habt Angst davor, die Juden in euer Land zu holen, weil ihr für diese Juden kein Geld kriegt, sondern eher Geld ausgeben könnt. Das ist völliger Quatsch, du erzählst hier völligen Blödsinn. Nein, das ist kein Blödsinn, das ist die reine Realität. Ali, sag mal bitte kurz ruhig, sonst muss ich dich runterschmeißen, ganz kurz. So, Nicola, bitte. Meinst du ernsthaft? Also ich versuche jetzt, das wirklich argumentativ zu entkräften. Es wäre günstiger für Deutschland, Israels Krieg zu finanzieren, als Sozialhilfe für ein paar Juden zu zahlen? Sorry, benutzt du die Tasche noch. Ihr macht genau das, was die Amis euch sagen und die Waffenindustrien. Okay, das ist jetzt ein anderes Argument. Aber eben meintest du, dass Juden sind zu teuer, deswegen sind sie in einem anderen Land. Sind sie jetzt zu teuer oder machen sie jetzt die Amis? Ja, das ist krass, was der Ali Anther hier gesagt hat. Es hat gar nichts damit zu tun. Ihr wollt sie nur nicht in euer Land haben. Und ihr habt welche gefunden, die genau das machen in diesen asiatischen Staaten, was ihr von denen verlangt. Und genau die habt ihr gefunden. Mehr ist doch gar nicht. Aber das stimmt doch gar nicht. Guck mal, wie viele Wunder es sind. Du weißt doch gar nicht, was im Untergrund alles passiert. Hallo, wunderschönen guten Tag, Ali. Ich habe keine Frage an dich. Wie geht es denn, wie geht es den 2,2 Millionen Arabern, die in Israel leben? Und den 20 Prozent? So, ich weiß nicht, ich bin nicht da. Und wie geht es denn den 15 arabischen Abgeordneten im israelischen Parlament? Wie geht es denn den vielen ausgebildeten, gut ausgebildeten Arabischen? Sonnenschein, mein Bruder, Sonnenschein, ganz kurz. Wir müssen jetzt einmal bitte, es ist mir persönlich sehr wichtig, dass Kian auch was dazu zu sagen kann. Wer Kian unterbricht, fliegt raus. So, Kian, bitte. So, also erst einmal grüße ich alle, die zuhören. Und ich habe jetzt die Topic ein bisschen verfolgt. Es geht offenbar um den Konflikt palästinensischer Terroristen gegen den Staat Israel. Und da müssen wir uns erstmal ein paar Basisfragen stellen. Wie ist dieser Konflikt entstanden? Und seit wann hält sich dieser Konflikt am Leben? Und wenn wir zurückgehen, dann fängt das alles mit der Staatsgründung Israel an. In einer Zeit, in der es kaum Nationalstaaten gegeben hat, hat sich der kleine Staat Israel unter den Hoffnungsträgern des Zionismus eine wunderbare Bewegung, die dafür gesorgt hat, dass die Juden, dass die Hetzjagd auf die Juden durch Muslime, aber auch durch den christlichen Antisemitismus und auch durch den säkularen und weltlichen Antisemitismus endlich ein Ende findet. Und die Sehnsucht, sich zu beschützen, führte schlussendlich dazu, dass der Staat Israel 1948 gegründet worden ist. Auch unter der Tatsache, dass sechs Millionen Juden durch das Naziregime ermordet worden sind. Das war der Grund für die Nationalbildung eines jüdischen Staates. Selbstverständlich war das eines der tragenden Gründe. Aber selbstverständlich hat auch Theodor Herzl schon in den 1870er angefangen, seine Zionismuskonferenzen abzuhalten, damit er eine Heimstätte für das jüdische Volk aufbauen kann. So, der ganze Konflikt ist kein territorialer Konflikt. Es gibt kein Volk, das Palästinenser heißt oder ein Land, das Palästina heißt. Es gibt eine britische Mandatsmacht, die das Wort Palästina von den Römern um 1003 übernommen hat. Und die Römer hatten damals dieses Siedlungsgebiet der Juden, was damals Judäa hieß. Judäa ist hebräisch und bedeutet übersetzt Land der Juden. Sie haben das Land der Juden, Judäa, politisch umbenannt in Palästin, was so viel bedeutet wie die durchziehenden Völker, um die Juden von ihrem angestammten Heimatland, mit dem sie religiös, aber auch physisch verbunden waren, zu trennen. So, erst einmal so viel dazu. Das Land gehört den Juden. Der Koran verteidigt die Übernahme dieses Landes durch die Juden. Es gibt keine religiöse Rechtfertigung. Die Hamas kämpft keinen territorialen Kampf. Die Hamas kämpft einen islamischen Kampf und sie hat eine alte Rechnung offen mit den Juden. Deswegen sagt die Hamas auch in ihrer Charta, ganz besonders im ersten Abschnitt ihrer Charta, ganz oben in den ersten zehn Anfangssätzen sagt die Hamas, Israel existiert so lange, bis wir es ausgelöscht haben. Das heißt, der Hamas geht es nicht um eine Zwei-Staaten-Lösung. Der Hamas geht es um die Auslöschung des jüdischen Volkes auf jüdischem Boden. Dann kommt dazu, dass führende palästinensische Köpfe schon damals in den 60er und 70er Jahren gesagt haben, dass sie wissen, dass es so ein Volk wie ein Palästinenser überhaupt nicht gibt. Sie haben das nur genommen, damit sie dieses Gebiet, das Palästina heißt, wurde bemerkt, vergesst nicht, vor 1948, vor der Staatsgründung Israel, war dieses Gebiet. Britisches Mandatsgebiet Palästina. Und alle Menschen, die darin gelebt haben, nannte man Araber und Juden und Christen von Palästina. Es gab keine Bezeichnung Palästinenser. Es ist ein Mythos anzunehmen, dass dort ein Volk lebt, das Palästinenser heißt. Schaut euch die jordanische Flagge an und schaut euch die palästinensische Flagge an. Sie ist identisch. Moment, sie ist identisch. Der Unterschied zwischen der jordanischen und der palästinensischen Flagge ist ein kleiner, siebenzackiger Stern im roten Dreieck. Was war früher Palästina? Ja, das war Transjordanien. Die Jordanier, die eigentlich auch nicht existieren. Jordanien wurde 1948 gegründet. Davor war es einfach nur großarabischer Raum oder Transjordanien. Aber das Volk der Jordanier hat sich gegeben. Die haben auch sich nur Araber genannt. Ihr müsst einfach verstehen, dass die ganzen Völker, die in dieser Region leben, sind im Durchschnitt alle Araber. Und die Namen Jordanien, Syrien, Irak sind alles erfundene Namen. Die Namen der gesamten Golfstaaten sind erfunden. Bahrain geht auf die Familie der Bahrainis zurück. Kuwait geht auf die Familie der Kuwaitis zurück. Qatar geht auf die Familie der Kataris zurück. Saudi-Arabien geht auf die Familie Su'od zurück. Es gab keine Nationalstaaten. Und die Juden haben einfach ihre Chance genutzt und sind zu einer Region zurückgegangen, mit der sie über eine 3.500 Jahre alte Beziehung haben. Während die Araber, wahrscheinlich die sogenannten Palästinenser, wahrscheinlich im 12. Jahrhundert übers Mittelmeer gekommen sind. Wahrscheinlich von der Richtung Malta. Und sie sind eigentlich gar keine richtigen Araber. Deswegen hat man eine Untersuchung gemacht. Man hat herausgefunden, dass der Genpol von den Menschen auf Malta zum Beispiel eine unglaublich große Übereinstimmung hat mit dem Genpol der Palästinenser von heute. Und hier muss man einfach verstehen, die Juden haben ein absolutes Recht gehabt, dort hinzugehen. Sie haben mehrmals in der Geschichte die Dominanz über dieses Land gehabt. Es gibt keine Beziehung zwischen den, es gibt keine historischen Beweise für die Existenz eines palästinensischen Volkes. Es gibt keine Ausgrabung, keine Chronisten, keine Geschichtsüberlieferung. Es gibt keine Staatsform, keine politischen Entitäten, die irgendwie beweisen könnten, dass es irgendwann zu dieser Zeit mal ein Volk gegeben hat, das sich als Palästinenser definiert haben. Es ist ein Mythos. Yasser Arafat hat das erfunden. 1967 hat Yasser Arafat das erste Mal das Wort Palästinenser in den Mund genommen. Davor hat man gesagt, der arabische Widerstand. Und 1974 hat die UN das erste Mal das Wort Palästinenser in den Mund genommen und hat es in ihren Schriftsätzen aufgenommen. Davor haben palästinensische Führer wie Mohsen Soher zum Beispiel einen PLO-Funktionär, der 1979 getötet worden ist. Er hat gesagt, so etwas wie ein palästinensisches Volk gibt es nicht. Wir haben das erfunden, damit wir eine arabische Einheit herbeiführen können. Und er hat in seinem letzten Schlusssatz gesagt, wenn wir das gesamte Gebiet Palästina wieder zurückhaben, dann werden wir das sofort wieder an Jordanien anschließen. Und deswegen, die Araben, die dort leben, sind entweder Jordanier, Syrer oder in wenigen Fällen auch Ägypter. Aber in den größten Fällen sind sie so etwas, was man sagen kann, Transjordanier. Bis 1967 hat Jordanien Jerusalem verweistet. Warum haben die Palästinenser bis dahin keinen Widerstand geleistet gegen die Jordanier? Und haben gesagt, hey, gib uns unser palästinensisches Land zurück, weil sie sich als Transjordanier gefühlt haben. Warum haben sie die Ägypten nicht bis 1948 bekämpft? Ägypten hielt Westbank und Gaza unter ihrer Kontrolle. Ja, weil sie gesagt haben, das sind unsere arabischen Brüder. Ja, da gab es auch keine Widerstandsgruppen gegen Ägypter oder Jordanier. Sie haben alle sich als Araber gefühlt. Und dieses Märchen von einem Palästiner, das hat Yasser Arafat zum ersten Mal kreiert. Und dann wurde es von der linken Weltgemeinschaft übernommen. So, letzte Sache zum Problem, die Amerikaner kolonisieren alles. Der Islam ist eine Kolonisierungsreligion. Alle muslimischen Länder, die heute existieren, wurden von muslimischen Heeren kolonisiert. Afghanistan war ein buddhistisches Land. Ägypten war koptisch. Der Iran war zuatrostisch. Die sind alle von den muslimischen Kolonialherren oder von muslimischen Imperialisten, sind sie überfallen worden. Und die Ausrede, dass die Amerikaner gerade mal seit, weiß ich nicht, seit 80 oder 100 Jahren versuchen, Einfluss im Nahen Osten aufzunehmen, während der Islam permanent durch die Geschichte hindurch andere muslimische Länder kolonisiert hat. Und im Gegensatz zu den Amerikanern haben sie richtigen Imperialismus ausgeübt. Sie haben unsere Sprache geändert, sie haben unsere Namen geändert, sie haben unsere Kultur geändert. Die Amerikaner haben das nicht gemacht im Irak. Die haben das nicht gemacht im Vietnam. Sie haben das nirgendwo gemacht, wo sie eingefallen sind. Sie wollten die politische Situation ändern. Aber die muslimischen Kolonialherren, sie haben auch unsere Identität ausgelöscht. Und das ist viel schlimmer, als irgendein westlicher Kolonialismus sich das je erlaubt hat in der Vergangenheit und in der Geschichte. Und jetzt geben das die Juden alles wieder zurück, was damals mit denen gemacht worden ist. Das ist jetzt die reine Lösung. Nein, stimmt nicht. Wie kann ich das jetzt von dir verstehen? Stimmt, stimmt. Doch, du sagst ja jetzt gerade, Irak soll wieder übernommen werden, Jordanien soll übernommen werden, weil es damals ja nicht dieses Land war. Hala. Kian antwortete das auch. Sag ich nicht. Erst einmal. Wenn die Juden haben zu einer Zeit die Staatsgründung... ...Israels vorgenommen, in der alle arabischen Staaten um Israel herum gerade mal ein, zwei Jahre existierten. Frag dich doch mal, wann wurde Irak gegründet? Und was war Irak vorher? Wann wurde Syrien gegründet? Und was war Syrien früher? Was war Palästina vor 1919, als die Türken das Osmanische Reich haben zusammenbrechen lassen? Und dann ihr, dass das Osmanische Reich dann auf die Größe der Türkei geschrumpft ist. Die Türken haben das sogenannte palästinensische Siedlungsgebiet, haben sie an den Völkerbund abgegeben. Das war der Vorläufer der Vereinten Nationen. Und dann haben die Vereinten Nationen gesagt, nein, die Briten haben augenblicklich Kontrolle über dieses Gebiet. Also geben wir das der britischen Mandatsmacht. Und die Briten haben sich schleunigst hingesetzt. 1947 haben die Araber und die Juden an den Tisch geholt und haben gesagt, so bitteschön, jetzt habt ihr eine Chance. 99 Prozent aller Forderungen, die die Araber damals gestellt haben, haben die Briten auf den Tisch gelegt und ihnen angeboten. Und die Araber haben abgeschlagen und stattdessen 1947, 1948 ein Krieg gegen Israel angefangen. Fünf- oder sechsmal hat Israel Friedensverhandlungen mit den Palästinensern aufgenommen und ist ihnen immer zu einem Großteil entgegengekommen für eine Zwei-Staaten-Lösung. Zuletzt 2005 und 2020, wobei bei 2005 dieser terroristische Abschaum, die Hammer. Die wirklich nur für den Frieden sind und die Hammer vernichten möchten. Warum lässt man denn nicht die Kinder und die Frauen nach Israel flüchten, damit die geschützt sind und dann können sie mit der Hamas machen, was sie möchten? Nein, Israel möchte alle auslöschen. Ganz einfach. Kann ich dir gerne beantworten. Das sind drastische Begriffe, die du benutzt. Erst einmal, nicht einmal eure Nachbarkeit. Was bedeutet denn drastisch? Syrien, Jordanien und Ägypten wollen die Palästinenser nicht. Warum nicht? Weil niemand den schwarzen September 1970 vergessen hat. Als wo immer die Palästinenser in größeren Flüchtlingsgruppen untergekommen sind, haben sie Terror und Blutvergießen über dieses Land gebracht. In Jordanien hat der jordanische König damals gezwungen, die PLO-Bewegung in Jordanien zu zerschlagen, als sie aus Palästina geflohen sind nach dem Sechstagekrieg. Dann haben sie ein Blutbad in Jordanien hinterlassen. Dann sind die PLO nach Libanon gegangen. Dann hat die PLO dort die ganzen Schiiten im Süden drangsaliert und terrorisiert und von dort aus wieder Raketen auf Israel geschossen. Israel war gezwungen, in den Libanon reinzugehen bis nach Beirut, um die PLO dort auszuräuchern. Überall, selbst Ägypten wählt keine Palästinenser, weil die Palästinenser, wo sie hingehen, nur Probleme machen. Warum sollen Israel sich extra Probleme an den Hals hängen? Gaza, das Blutbad von Gaza geht auf die Kante von 77 Prozent der Gaza-Bevölkerung, die die Hamas gewählt haben und auf das Konto der Hamas. Nicht Israel hat den Gaza-Angegriffen und 1200 Zivilisten abgeschlachtet, sondern umgekehrt. 1000 Dschihadis sind am Morgen an einem jüdischen Feiertag über die Grenze gegangen, haben die Kibbutzer an der Grenze zum Gaza angegriffen und haben ein fürchterliches Blutbad unter naiven linken jüdischen Tänzern angerichtet. Also erzähl mir die ganzen deutschen Reporter, wenn die da sind. Ich hätte gerne, ich hätte mal das gesagt, die Israelin, mal ganz kurz leise, das ist jemand an der Grenze, bitte. Und zwar, Keir, ich meine zu wissen oder gehört zu haben, dass die Israelis auch mal die Westbank den Jordaniern angeboten haben, sie aber das nicht zurückhaben wollten. Weißt du etwas darüber? Nein, ich habe mich mit der Geschichte wirklich auseinandergesetzt. Die Westbank und der Gaza gehören traditionell eigentlich unter ägyptischer Verwaltung, aber die Ägypter haben das abgegeben. Die Ägypter haben diese Region verloren und zwar in einem der folgenden Kriege, die Israel gegen die arabischen Attacker durchführen mussten. Die Israel hat immer nur dann Land genommen, wenn die, zum Beispiel, ich nehme euch mal ein Beispiel, bis 1948 hat Ägypten den Westbank und Gaza verwaltet. Dann kam die Staatsgründung Israels, fünf arabische Staaten haben Israel den Krieg erklärt. Israel hat sich dagegen verteidigt und hat die Westbank und die Gaza im Zuge dieses Krieges übernommen. Hätte es keinen Angriffskrieg der Araber gegeben, wäre 1948 schon Westbank und Gaza faktisch in arabischer Hand gewesen. Also haben die Israelis Westbank und Gaza genommen. Nächste geht mit Jerusalem. 1967 fingen an unter jordanischer Führung 13 arabische Staaten Krieg gegen Israel zu führen. Was war das Ergebnis? Israel hat sich Jerusalem genommen und hat die Leute aus den arabischen Siedlungsgebieten vertrieben und hat diese Region übernommen. Das gleiche war mit den Golanhöhen, die heute zwar noch unter syrischer Hand sind, äh Quatsch, die früher unter syrischer Hand sind, aber heute zu Israel zwangsläufig gehören, weil von dort aus die Syrer gegen Israel Krieg geführt haben. Und dann haben die Israelis faktisch dann die Golanhöhen in den 70er Jahren in Beschlag genommen. Das heißt, wenn die Araber nicht immer ständig nur Blut, Blut, Blut und Krieg und Schahid und Schohadah Wünsche gehabt hätten, ja, Märtyrergequatsche im Kopf hätten, dann hätten sie all diese Gebiete gar nicht an Israel verloren. Und trotzdem hat Israel 2005 7000 jüdische Siedler unter Zwang aus dem Gaza geholt. Ja, mit Waffengewalt haben sie diese Siedler, die um jeden Preis im Gazastreifen leben wollten, rausgeschmissen und haben sie dieser verbrecherischen Organisation der Hamas übergeben. Und die Hamas, was hat sie gemacht seit 1987? Endlose Attentate, endlose Anschläge. 20.000 Arbeitsverträge gab es zwischen dem Gazastreifen und Israel. Es gibt eine direkte Autobahn zum Gazastreifen und ins Zentrum von Israel, damit die Palästinenser zum Arbeiten immer nach Israel reinfahren können. Selbstverständlich ist es jetzt frei. Aber Tatsache ist, die Hamas kriegt viel Unterstützung aus dem Volk. Und deswegen trägt das Volk auch ihre Schuld daran, dass Israel jetzt so darauf antworten muss, auf eine so drastische Art und Weise, weil die Hamas-Organisation ist ja keine mutige Organisation. Sie hat gezeigt, sie tötet Kinder, sie tötet Frauen, sie tötet andere Menschen, sie tötet die linke, naive, von Frieden besessene Tänzer an der israelisch-Gaza-Grenze, die das Festival unter dem Motto veranstaltet haben, Frieden und Verständigung mit Palästina. Das war der Veranstaltungsname von dieser Raver-Party, die die jungen Leute da gehalten haben. Und ihre Naivität hat 400 oder 500 Menschen da das Leben gekostet. So, hier ist nicht Israel das Problem. Das Problem ist, dass die Palästinenser seit 80 Jahren, also die Fake-Palästinenser, es gibt keine Palästinenser, historisch hat es sie nie gegeben. Es hat aber sehr wohl ein jüdisches Volk gegeben. Es hat jüdische Dynastien gegeben. Und weil wir sie auslöschen, muss man sie auslöschen? Bitte? Nochmal? Und muss man sie auslöschen? Wer muss wen auslöschen? Ich will nochmal konkretisieren. Also es werden ja mehr Kinder verbrannt im Gaza-Streifen, als man Hamas-Krieger erwischen kann, sagt man. Dann nenne ich dir mal die Antwort darauf. Die Israelis können sie besser verteidigen. Das ist der Unterschied. Nicht nur das, sondern die Hamas ist eine feige Organisation. Sie ist eine Guerilla-Organisation. Sie ist keine reguläre Armee. Die Israelis haben sowohl eine reguläre Armee als auch Spezialeinheiten, die sich speziell um die Siedlungsgebiete kümmern. Aber die Hamas ist keine reguläre Armee. Sie ist eine Guerilla-Armee. Sie operiert sozusagen aus dem Hinterhalt oder aus dem Untergrund. Das Feige an der Hamas ist, dass sie sich in den Siedlungsgebieten der Menschen, in den Wohngebieten der Menschen verstecken. Sie haben ihre Waffendepots unter Wohnhäuser, unter Krankenhäuser, unter Supermärkten, hinter Supermärkten. Sie haben ihre gesamte militärische Struktur in die Zivilgebiete verlagert. Und das macht es für Israel enorm schwierig, die Hamas gebührend auszuschalten. Und das macht auch eine Bodenoffensive notwendig, die wahrscheinlich lostreten wird. Und ich kann euch jetzt schon sagen, der Gaza geht an Israel zurück. Da könnt ihr Brief und Siegel bekommen. Das wird... Ja, 2023 sind. Wenn Israel gerne herausfinden möchte, ja, so wie Amerika unsere Kanzlerin, ich sag mal, ausspionieren kann, ja, können die auch ganz genau so die Hamas ausspionieren durch die heutige Technik. Durch die heutige Technik, ja. Und die könnten auch ganz normal in jedes Haus reingehen, in jeder, in jedem Supermarkt, in jedem Keller und ganz normal diese Menschen ausschalten, die die Menschen gerne ausschalten möchten. Aber nein, man geht davon aus, dass man Korreteralschäden einfach hinnimmt. Nein, 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 warte kurz. Nehmen Sie nicht hin. Jetzt warte kurz. Ich lasse hier kurz antworten. Okay, Israel ist gezwungen, Israel ist gezwungen, mit drastischen Mitteln die Hamas auszuwäuchern. Wie machen Sie das? Sie warnen die Leute und Sie haben eine Militärstrategie, die nennt sich Knocking on the Roof. Sie können doch nirgends wohl hirn, weil die Abkürze stellen. Sie werden nicht mal rausgelaufen. Ich erkläre dir das. Ich erkläre dir das. Sie haben eine Militärstrategie, die heißt Knocking on the Roof. Ja, auf dem Dach anklopfen. Sie werfen Mini-Raketen auf das Dach eines Hauses und erschüttern das Haus. Und die Bewohner wissen dann, dass sie aus diesem Haus gehen müssen. Israel informiert Tage davor auch die Zivilbevölkerung, dass sie dieses Gebiet verlassen soll. Und sie schmeißen Flugblätter um die Gebiete ab. Ist eine hässliche Sache. Aber das tun sie, weil sie da, genau dort, wo Menschen leben, haben die Hamas ihre Depots, ihre Schaltzentralen. Von dort haben sie ihre Abschussraketen und Abschussrampen installiert. Und deswegen muss Israel so gehen, Stück für Stück. Und die Bodenoffensive steht schon bevor. Und wenn die Bodenoffensive bevorsteht, dann gibt es auf beiden Seiten ein fürchterliches Blutbad. Dass Israel versucht, die Kollateralschäden niedrig zu halten, ist faktisch völlig irrsinnig. Weil wie kann man in einem Krieg, es ist Krieg, wie soll man dort ein proportionales Verhältnis schaffen, wenn es Krieg ist. Es ist nicht Israel schuld, dass die Hamas sich in Wohngebiete versteckt und von dort aus... Sonnenschein, du darfst sofort. Okay, ich bin fertig. Ich würde ganz gerne... Okay, gut, Kian, stumm dich mal so lange. Und Sonnenschein, dann bitte. Ich würde ganz gerne auch noch ein, zwei Punkte hinzufügen. Danke erstmal, Kian, für die wunderbare Aufklärung. Das ist immer ein absoluter Zugewinn, dir zuzuhören. Ali, du sprichst ja von einer totalen Zerstörung, ja. Aber dieses Narrativ passt doch überhaupt nicht. Die Bodenoffensive wird doch schon seit Tagen angekündigt. Also wenn ich etwas komplett zerstören will, dann starte ich die Offensive sofort. Dann gebe ich nicht der Zivilbevölkerung auch die Möglichkeit, abzuziehen, abzuwandern, sich in Sicherheit zu bringen. Genauso das Prinzip, was Kian gerade erklärt hat mit Knocking on the Roof, ist ja genau dasselbe Prinzip. Also eine herzlose militärische Operation würde da ganz anders aussehen. Ich würde dir aber gerne noch eine andere Sache sagen. Und zwar, Ali, weil du ja immer so ein bisschen auf die Quantität der Opfer eingehst. Also die Israelis verfügen ja erst seit 2005, verfügen die über das System des Iron Dome. Das heißt, diese Batterien, die auf Kurzstrecken andere Raketen abfangen können, meistens nur auf sieben Kilometer, konnten ja bei dem letzten Angriff bei mehreren tausend Raketen, konnten sie ja 90 Prozent der Raketen abfangen. So, und jetzt stellen wir uns mal vor, Israel hätte diesen Iron Dome aber nicht gehabt. Was bedeutet das, wenn tausende Raketen... Das ist doch alles egal, aber man muss doch irgendwas machen, damit man die Zivilbevölkerung aus diesem Streit raushalten kann. Moment, Moment. Ich will dir damit erklären, dass der Wille von palästinensischer Seite aus, tausende Raketen auf Israel abzufeuern, abzufeuern. Der Wille ist tatsächlich da. Dass sich jetzt Israel dagegen schützen kann, weil sie das modernste Flugabwehrsystem haben, das ist eine andere Sache. Aber du kannst hier nicht mit der Quantität sozusagen argumentieren. Verstehst du? Genau. Ich verstehe, was du meinst. Aber dann hätten damals die Amis genau die Deutschen auslöschen müssen, weil sie damals Krieg geführt haben. Was redest du? Du erzählst gerade was. Womit du alle in einen Kamm scherst. Du scherst alle unter einen Kamm. Ja, Dresden war der Wendepunkt. Als die Amis und die Briten Dresden bombardiert haben, die Zivilbevölkerung, gab es einen Wendepunkt in der deutschen Geschichte während des Zweiten Weltkrieges. Das war ein schreckliches Massaker an Deutschen, aber es läutete den militärischen und den politischen Wendepunkt der Amerikaner in Deutschland ein. Und ich verurteile das selbstverständlich, was in Dresden damals passiert ist. Aber so funktionieren nun einmal militärische Strategien gegen einen Feind, wie auch zum Beispiel das Naziregime, das sich auch in Berlin zum Beispiel in den Wohngebieten verschanzt hat, um einen Guerillakrieg gegen die anrückenden Russen, der Briten und der Amerikaner zu führen. Das ist nun mal so. Die Menschen werden vom Gaza wahrscheinlich aus entweder auf die Halbinsel Sinai vertrieben werden oder sie werden nach Ägypten vertrieben. Aber ihr seht ja, eure arabischen Nachbarn verschließen sich. Die wollen nicht mal diese aggressiven Menschen dort haben. Warum? Weil Gaza faktisch ein ganzer Zoo von wilden, religiösen Fanatikern ist, die ihre Kinder schon im Kindergarten zum Ermorden von Juden anhalten. Die Juden haben gesagt, nehmt ihr diese Menschen auf, führen wir den Krieg mit euch auf. Das ist ein absoluter Blödsinn. Es sei denn, es sei denn, und deswegen hat Israel gesagt, was soll ich die Wahrheit sagen, über was denn? Der Unterschied zwischen dir und mir ist, dass ich meine Hausaufgaben mache und dass ich alle Seiten beleuchte und dass ich Grassroot-Recherchen mache, dass ich an die Wurzel von Dingen gehe und sie mir anschaue. Und ich bin nicht besonders unparteiisch. Ich bin sehr parteiisch für Israel, weil ich genau weiß, was es bedeutet, wenn Israel heute seine Waffen niederlegt. Legt Israel heute seine Waffen nieder, sind alle Juden morgen tot. Legen die Palästinenser ihre Waffen nieder, legen sie heute ihre Waffen nieder, dann gibt es morgen Frieden. Das ist der große Unterschied. Es gibt eine islamische Ideologie, die die Juden von dieser Erde auslöschen will. Und es gibt eine israelische Denkweise, die sagt, wann immer ihr mit uns Frieden machen wollt, setzt uns an den Tisch. Und das haben auch die Friedensabkommen von 1947, von 67, von 2000, 2005 und 2020, wo die Juden sich immer, wenn die Palästinenser die Hand zum Frieden ausgesteckt haben, an den Tisch gesetzt haben. Entschuldige, Kieran, du machst deine Hausaufgaben nicht richtig, ehrlich gesagt. Na dann schieß los, wo ist der Denkwitz? Was ist mit der Arabischen Liga 2001 in Beirut? Was hältst du davon? Das Angebot an Israel, Frieden gegen Land, Frieden mit allen arabischen Ländern ohne Ausnahme. Was sagst du dazu? Oder willst du erst mal nachlesen? Nein, nein, ich höre dir zu. Ich dachte, du bist fertig. Ah, okay, ich bin nicht fertig. Es gab das Angebot von der Arabischen Liga 2001 in Beirut, ein Angebot an Israel, Frieden mit allen arabischen Ländern ohne Ausnahme. Dagegen, also mit der Zwei-Staaten-Lösung für Palästina und Israel, Grenze von 1967. Was war die Reaktion Israels? Ich bin fertig. Erstmal, das ist mein erster Kommentar. Ich habe viele, aber das ist mein erstes Beispiel. Kieran ist weg. Also, ein israelischer Terrorist hat hier auch sogar den Präsidenten, ich glaube, der hieß Ishak, aus Palästina auch getötet. Nein, nein, warten wir mal. Ich brauche nur die Antwort. Also, Kieran ist gerade in London. Er hat gerade nicht so guten Empfang. Er ist in einem Café. Wir müssen ihm das nachsehen, dass er nicht sofort da ist. Er wird gleich zurückkommen. Und dann wird er sich dazu äußern. Ich will euch nur kurz, ganz kurz was sagen. Ich kenne diesen Mann persönlich. Es ist ein sehr gebildeter Mann. Der war 30 Jahre lang Moslem. Er hat den Koran studiert. Er weiß in- und auswendig, er kann Arabisch. Und dadurch, dass er 30 Jahre lang Moslem war, weiß er ganz genau, wie das funktioniert im Islam, im Koran. Er kennt alles in- und auswendig. Also, ihm braucht er nichts erzählen, ob er sagen, weißt du das, weißt du das. Dieser Mann weiß, was den Islam angeht, so gut wie alles. Deswegen müsst ihr nicht, egal, welcher Religion er zugehört, aber wenn er für Lösungsorientierung ist, dann setzt er sich nicht auf eine Seite und macht die andere dafür schlecht. Entschuldige, er hat einige Sachen erzählt, die keine Hand und Fuß haben. Zum Beispiel der Staat. Das ist ja deine Meinung. Ja, ja, warte kurz. Lass mich bitte kurz zu Ende reden. Er hat gesagt, den Staat Palästina hat es nie gegeben oder die Region Palästina hat es nie gegeben. Ja, und er hat sie doch begründet. Er hat sie doch begründet. Warte, lass mich bitte zu Ende. Der hat behauptet, der Begriff Palästina wurde erst 1967 von Arafat vor der UN-Versammlung erwähnt, bla bla bla. Ich bitte jeden von euch, mal kurz auf YouTube zu gehen. Das erwähne ich immer wieder. Ein Video von der israelischen Ministerpräsidentin Golda Meir, wo sie sagte, es hieß alles Palästina und dass sie selber den Palästinensischen... Okay, Dziad. Okay, Dziad. Ja, lass uns kurz zu Ende. Nur kurz zu Ende. Ja, okay, mach. Okay. Das bedeutet, diesen Begriff, es ist mir egal, ob es ein Gebiet war, Territorium oder ein Landrat, gab es, zumindest den Begriff Palästina gab es, das sagt kein Mosk, die israelische Ministerpräsidentin Golda Meir. Kann man mich wieder hören? Ja. Das ist der erste Wort. Okay, gut. Also Golda Meir sagt in einem Interview mit der britischen BBC, ein Land namens Palästinenser, ein Volk namens Palästinenser, hat es nicht gegeben. Das hat sie gesagt. Und wenn sie davon spricht, sie hat selber gesagt, wir alle haben unter dem britischen Mandatsgebiet Palästina gelebt. Und sie sagte, wir waren alle entweder Araber oder Juden. Sie hat niemals gesagt, dass es dort eine Volksgemeinschaft gab, die sie schon vor der Staatsgründung Israels als ein palästinensisches Volk identifiziert hat. Bringe mir einen Beweis aus der Geschichte, eine archäologische Ausgrabung, ein Schriftdokument. Warum sagst du Araber oder Juden? Weil es nur Araber dort gelebt haben. Araber, damit wir eine Unterscheidung treffen können zwischen den... Das ist eine Nationalität und Juden ist eine Religion. Nein, die Juden sind ein Volk. Du weißt nicht mal, dass die Juden ein Volk sind. Von wem stammen denn die Juden ab? Das ist keine Religionsgemeinschaft. Die stammen von den zwölf Stämmen Israels ab. Was glaubst du, warum ihre... Als Adam und Eva zur Welt gekommen sind, gab es keine Religion. Vergess mal Adam und Eva. Ich glaube an diesen Unsinn nicht. Die Tatsache ist, dass die Juden zum Beispiel viele Nachhame haben, wie zum Beispiel Levi, weil sie vom Stamm der... Darf ich kurz auch kommentieren wieder? Warte mal, weil sie vom Stamm der Leviten abstammt. Und deswegen, jeder jüdische Stamm hat seinen spezifischen Namen. Und die Juden haben sehr oft solche Nachnamen wie Levi und Dayan und so etwas, weil das von den jüdischen Stämmen abstammt. In der Stelle ist mir das egal, ob der Staat Palästina heißt oder Israel heißt. Es geht hier darum, dass eine Zivilbevölkerung... Warum schreist du so? Lieben wir es. Warum schreist du so? Darf meine Stimme? Tut mir leid, mein... Okay. Darf ich irgendwann mal? Ja, bitte, Dschihad, bitte. Wir sollen uns alle beruhigen. So, eine Frage an Kian. Wer war vor den Juden da in dem Land? Ganz viele Besatzer, aber überwiegend waren es erst einmal die Osmanen, die über dieses Staatsgebiet mindestens 700 oder 800 Jahre... Nein, nein, Entschuldige, Entschuldige. So, dann... Kian, Entschuldige. Das ist nicht. Meine Frage richtet sich... Meine Frage richtet sich schon an die Anfangszeiten, als die Juden den Staat, sage ich mal, Palästina vor 3000 Jahren bewohnten, sage ich mal. Das Volk der Kanaan. Das Volk von Kanaan. Kanaan, Dankeschön. Ich bin ein Kanaan. Du bist kein Kanaan. Nein, bist du nicht. Bist du nicht. Bist du nicht. Bin ich definitiv. Bin ich definitiv. Guck mal, wo ich persönlich damit... Das ist eine Propagandalüge der palästinensischen Widerstandsorganisationen, um eine Beziehung, eine künstliche Beziehung zu diesem Land herzustellen. Du bist... Okay, das ist eine Lüge. Dann erzähle ich weiter. Du bist kein Palästinenser, du bist kein Philister. Du stammst nicht von den Philister ab. Die Philister haben nichts mit dem heutigen Philistinien zu tun. Das ist alles eine Propaganda. Und eure führenden palästinensischen Führungsköpfe haben das auch gesagt, dass sie eine Mythos geschaffen. Deswegen heißt es ja auch in einem Buch von 1977 die Palästinenser das erfundene Volk. Und da gehen sie auf die palästinensischen Zitate ein, die führende PLO-Köpfe gesagt haben. Wie? Muxin Soher. Den kannst du dir mal googeln. Und dann wirst du sehen, der ist ein führender PLO-Aktivist gewesen, ein Kommandant gewesen. Und er hat so gesagt, Es ist ein Fake. Wir sind entweder Transjordanier, Syrer oder wir sind Araber im Allgemeinen. Du bist kein Kanaiter. Das ist eine Lüge. Darf ich einmal was dazu sagen? Wer sich auf einer Seite stellt, der ist ein Lügner. Egal ob auf palästinensischer Seite oder auf israelischer Seite. Wer, der hier neutral redet, redet ja auch von Lösungen. Ich rede nicht neutral. Ich bin pro-israelisch, ich bin pro-zionistisch und ich bin anti-palästinensisch und ich bin anti-PLO und ich bin anti-Hammer. Bist du ein Lügner? Das ist das, was ich bin. Wenn man sich auf eure Seite schlägt, stellt man sich auf die Seite von religiösen Verrückten und Menschen. Nein, wenn du dich auch auf die andere Seite fällst, bist du auch ein Lügner. Wenn ich mich auf die Seite der Juden stelle, dann gibt es... Du bist nur ein neutraler Mensch, sagt die Wahrheit. Ich bin nicht neutral. Ich bin doch in diesem Konflikt ganz kurz, ganz kurz. Kian, Kian, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Entschuldigung. Pass auf, ich habe unten Samantha und dich, also dich habe ich auch als Moderator hinzugefügt. Du hast auch tatsächlich jetzt hier das Recht, Leute stumm zu schalten, rauszuschmeißen und hochzunehmen. Wenn du noch ein paar Minuten Zeit hast, weil ich würde mir ganz kurz was zu essen machen, wenn du ein paar Minuten Zeit hast, könntest du das so ein bisschen regeln, wenn du möchtest. Ja, gar nicht. Überhaupt kein Problem. Alles klar. Okay. Ich würde ganz gerne die Interaktion zwischen Kian und Jihad weiterhören. Ali, kannst du dich bitte stumm schalten? Du hast vorhin ziemlich viel gesagt und ich finde, dass du die Unterhaltung nicht sachlich befrucht wirst. Okay, Kian, ich bin kein Gnaid, ich bin kein Phenizia, ne? Nicht nur ein Tests. Ja, ich bin froh, ich bin es nicht. Ich komme mit dir überein bei diesem Punkt, ist mir egal, ne? Ich will mich mit dir drüber nicht streiten, über so einen Punkt, weil wir alle keine DNA-Tests gemacht haben, ne? Ist egal. Ja, das ist mir egal, ob du einen DNA-Test gemacht hast. Du wirst sicherlich nicht einer der Nachfahren der Phenizia oder der Kanaiden sein. Das ist eine totale Propaganda der Araber. Okay, du sagst, das ist Propaganda. Warum irgendwie eine Landbeziehung zu diesem Ort herzustellen. Warte, du willst mir deine Meinung aufzwingen, das gelingt dir nicht, aber ich will einfach, okay, ich lasse diesen Punkt durch, weil ich keinen Bock auf eine sinnlose Diskussion habe, okay? Gut, Mendiz, warum heißt du eigentlich Dschihad? Warum hast du dich Dschihad genannt? Ah, warte kurz. Das ist erstmal mein echter Name und man hat mir gesagt, dass du Arabisch kennst, dass du 30 Jahre Muslim warst und dass du dich bestens auskennst. Was bedeutet Dschihad? Deshalb meinte ich zu den Kollegen, irgendjemand hat es hier gesagt, ich glaube, Löwenherz, ich wollte da einen Prüfstand setzen. Ja, ja. Erzähl mal, was bedeutet Dschihad? Dschihad heißt anstrengen und bemühen auf dem Wege Gottes, wobei der Islam unterscheidet und bemühen auf dem Wege Gottes. Und dann gibt es, so, jetzt werde ich aufgezeichnet. Was heißt, du wirst aufgezeichnet? Ich höre mich doppelt. Nö, das ist... Ich höre mich doppelt. Nein, du wirst nicht... Ich habe mich doppelt. So, ich höre mich jetzt doppelt. Ich höre mich zweimal. Warte. Dschihad, stumm schalten. Wenn Kian redet, schaltet euch stumm. Warte, warte. So, Kian, bitte. So, Test, Test, Test. Ja, okay, gut, alles klar. Jemand hatte wahrscheinlich noch ein zweites Gerät auf dem... Ich höre mich trotzdem doppelt. Dann liegt das an deinem Handy. Noch mal raus und noch mal reinkommen, bitte, Kian. Wenn es nicht... Ja, Kian, geh noch mal raus. Ich nehme mich wieder hoch. Dann kann ich dir antworten, Dschihad. Ich habe ja gestern... Wir haben gestern gesprochen. Und ich hatte gesagt, der Dschihad für die Sache, also Fisab-i-Lillah, ist der heilige Krieg im Namen aller. Oh, dieses Stumm schalten und immer wieder entsperren, ist lästig. Auch Fisab-i-Lillah im Namen Gottes, heißt es immer Krieg? Krieg führen? Nein, aber Fisab-i-Lillah im Namen Allahs, beziehungsweise auf dem... So, ja, okay. Jetzt bin ich wieder da. Ja, also, er hatte gefragt, was Dschihad bedeutet. Dschihad Fisab-i-Lillah heißt sich anstrengen auf dem Wege Gottes oder für die Sache Gottes. Wobei es eine Unterscheidung gibt zwischen den sogenannten Dschihad-ul-Akbar, ja, den großen Dschihad, ja, und den Dschihad-ul-Kerfeer, also den kleinen Dschihad. Und der kleine Dschihad ist offensichtlich der Kriegs-Dschihad und der große Dschihad ist der Dschihad-ul-Nass, der Krieg gegen sein eigenes Ego, gegen Unzulänglichkeiten und seinen Charakter, in seiner Persönlichkeit und Selbsterziehung, Ahlak und Adab, gutes Benehmen, Lernen und so weiter und so fort. All diese abgedroschenen Phrasen. In Wirklichkeit ist der Dschihad aber pervertiert. In Wirklichkeit ist der Dschihad aber pervertiert. Der kleine Dschihad findet, der große Dschihad gegen sich selbst, findet kaum in der islamischen Welt statt. Und dessen haben die Muslime den Dschihad, den Krieg gegen Nicht-Muslime, gegen Christen und Juden, haben sie sich groß auf die islamische Flagge geschrieben. Das ist die Realität. So, habe ich den Islam-Test bestanden? Den hast du ganz gut erklärt, den Namen. Okay, wunderbar. Ja, da liegst du voll so richtig damit. Gut, wunderbar. Und so hast du mich gefragt, warum ich mich Dschihad genannt habe? Na, ich könnte mir vorstellen, dass in diesem jetzigen Klima zwischen Israel und Palästina mögen die Leute sich kriegerische Namen nehmen. Nö, 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 mach dir keine Sorge, das ist wirklich mein echter Name, ne? Okay, alles klar. Dann nehme ich das auch mal zu kennen. So eine Frage, bist du Perser? Nein, ich bin Kurde. Kurde? Aus welcher Region so ungefähr? Ich bin aus Iran-Kurdistan. Ja, siehst du, das habe ich irgendwie rausgehört, aufgrund der Aussprache. Okay. Also, wo sind wir stehen geblieben? Okay, dann meintest du das? Du hast mir unterstellt, dass ich einige Dinge nicht, dass einige Dinge nicht der Wahrheit entsprechen und ich möchte gerne wissen, welche Dinge sind es, die nicht der Wahrheit entsprechen? Ah, das waren einige Punkte. Du sagst, das mit Palästina gab es nicht. Es gab erst mal den Begriff Palästina 1967, obwohl die Frau, es gibt einiges an Dokumenten, ne? Gibt es nicht. Komm, 1903, 1903. Nein, gibt es nicht. Okay, wenn du das sagst. Es gibt Münzen, die tatsächlich, wo draufsteht, wo tatsächlich draufsteht Palästina. Kian. Ja, aber hast du mal die Palästina-Flagge von 1919 gesehen? Warte kurz, warte kurz. Flaggen ändern sich mehrfach. Eben, eben. Und woher kommt der Begriff? Ich rede nicht, Kian, du kannst ein bisschen unterbrechen. Du kannst mal sagen, für eine objektive Diskussion. Jihad, geh noch an die Wurzel von der Diskussion. Warte kurz, Kian, ganz kurz. Jihad, es bringt nichts, wenn wir um den heißen Brei reden. Geh doch an die Wurzel. Was, woher kommt das Wort Palästina? Historisch betrachtet. Sag nicht jetzt Transjordanier und sowas, ne? Fang damit bitte nicht an. Liegt es an meiner Verwendung oder an seiner? Nee, es liegt an seiner Verbindung. Er ist in einem Café. Ihr müsst es ihm... Aber ganz kurz, ich hörte Jihad. Kian, ganz kurz. Jihad, stumm dich mal bitte kurz. Okay. Ähm, Kian? Ja? Kian, hörst du mich? Kian, ich würde ganz gerne... Ich höre dich. ...bevor wir das weiterführen, ich würde dir ganz gerne jemanden vorstellen, dass vielleicht einmal der Nikola, das ist ein sehr, sehr guter, der auch sehr sachlich und sehr gut an die Sache rangeht, der sehr gebildet ist, den würde ich ganz gerne mal zu der Sache hören. Tatsächlich, das würde mich jetzt mal interessieren, Nikola, was du so zu dieser Diskussion jetzt die ganze Zeit sagst und wie du das so siehst, auch was Palästina angeht und ob Palästina gab oder nicht. Ja, Kian, danke nochmal für deine Ausführungen. Ich habe das hier in dem Stream noch nie so ausführlich gemacht wie du jetzt hier. Ich nenne es immer zwischendurch, immer frag mich dann zwischendurch immer, was die Leute mit der jordanischen Flagge hier eigentlich machen die ganze Zeit. Also insofern danke, danke für die Ausführung. Ich freue mich immer über Vorschläge für eine konkretere Lösung und ich habe jetzt, ich beschäftige mich sehr, sehr lange mit dem Thema, ich war auch fünf Jahre hauptberuflich in der Politik unterwegs und ich stelle diese Frage immer, 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 immer wieder und ich habe noch niemals, noch niemals in meinem Leben, vielleicht hast du ja eine bekommen, eine zufriedenstellende Antwort auf folgende Frage gehört. Wie kann alles gleichzeitig wahr sein? Wie können diese folgenden Punkte jetzt alle gleichzeitig wahr sein? Niemand interessiert sich für das sogenannte palästinensische Gebiet. Niemand guckt hin, welche Gräueltaten Israel dort verbringt. Israel ist viel stärker als die Palästinenser, als die Hamas. Israel will das ganze Land erobern. Israel will großzionistische Vorstellungen irgendwie umsetzen, das Land vergrößern. Israel will das alles machen. Die sind so stark, die anderen sind so schwach und niemand interessiert sich dafür. Warum verwandelt Israel nicht aus dem gesamten Gebiet um sich herum einen riesigen Parkplatz und macht einfach, was sie wollen? Was, was meint die Seite, die auf, mit den, mit den nordischen Flaggen, warum das nicht passiert? Was genau ist die, ich kenne die Antwort darauf, aber ich habe von der Gegenseite noch nie eine zufriedenstellende Antwort auf genau diese Frage gehört, weil es nicht alles gleichzeitig wahr sein kann. Wie geht das? Sehr gute Frage. Ja, dann sollen das der Dschihad und Ali Antar oder wie er heißt, dann sollen sie das beantworten. Ich habe auch meine Gedanken dazu, aber dann sollen wir das doch von der Gegenseite hören, die jetzt so empört hier drin ist und sagt, oh, Israel ist ein Terrorstaat, Israel ist ein Apartheidstaat. Israel ist ein Unrecht. Ich sage auch nicht, dass Palästinenser besser sind als Israelis. Hier geht es einfach nur darum, dass einfach eine Menschenart ausgelöscht wird, weil man dafür der Meinung ist, dass es diesen Staat noch nie gab. Zufällig hier im Testament hat man gesagt, Maria, Jüdin im Palästina, der Zeitenwende, Jesus wird mehrfach im Neuen Testament erwähnt. Die hat ganz kurz, ich habe für dieses Live gerade eine Beschränkung bekommen. Der Widerspruch wurde zwar genehmigt, aber die Beschränkung, das Banner ist oben immer noch da. Ich werde jetzt einmal kurz offline gehen. Es wäre super, wenn ihr alle in 30 Sekunden wieder da wärt. Also wenn ihr dann alle wieder da wärt, wenn ihr alle zurückkommt. Ich will nur, dass hier eine Beschränkung weg ist. Und dann haben wir das, was da. ...werden, die irgendetwas damit zu tun haben, dass zum Beispiel das Christentum vorangebracht hat. Weißt du, woran es dich das beruft? Auf dem Pakt von Umar damals, okay? Aber wir schweifen jetzt wieder ab ins Theologische. Wir gehen wieder zurück ins Politische. Schau, du sagst, ich bin für den Frieden. Suche 47, Vers 35 sagt, ruf nicht zum Frieden. So, jetzt kann ich natürlich dir zuhören. Und ich sage, okay, ich glaube dir, du bist ein Gentleman, ist alles in Ordnung, du bist für Frieden, so wie ich auch. Aber wir müssen ganz klar was klarstellen. Wir müssen alle mal etwas verstehen. Wenn sich irgendetwas, was ideologisch oder politisch, egal wie sich irgendwie so darstellt, und sich auf etwas beruft, was sogar über dem steht, was der Mensch selber ist, sogar etwas Göttlichen sogar, dann berufen sich die Hamas, wie die ISIS, Al-Qaida, Al-Jabaab oder wie sie alle heißen, drum und dran, die berufen sich alle immer noch auf das gleiche Wort. Das stimmt, das stimmt. Aber guck mal, jetzt haben wir beide einen vernünftigen Diskurs, was schön ist, wo andere Menschen auch zuhören können und verstehen können. Schau mal, ich bin absolut dagegen. Jeder darf seine Religion behalten. Ich sage niemals, dass es falsch ist, was richtig ist. Das ist vollkommen egal. Wir sind aus dem Theologischen komplett raus. Wir gehen ganz klar auf diesen Menschen drauf zu, die sagen, ich berufe mich auf einen Vers, ich berufe mich auf heilige Schriften. Nochmal heilig. Die meisten Menschen sprengen sich ja deswegen auch in die Luft. Jeder Mensch gibt sein Leben für Religion hin, ist alles in Ordnung. Aber schau mal, wir dürfen nicht vergessen, dass die Charta, der Hamas sich immer noch auf Sachen beruft, die zum Beispiel Sahel Muslim sind. Und du kannst mir als Muslim nicht sagen, dass Sahel Muslim nichts wert ist. Oder sich auf Verse vom Koran bezieht. Wie willst du mir helfen, wie willst du der Welt helfen damit? Bruder, du hast vielleicht aber recht, ich glaube nicht, dass alles falsch steht. Für manche, für die IS bin ich selber ein Ungläubiger, weil ich nicht daran glaube, was die glauben. Das erstens. Weil die haben einen Gedanke, dass man vielleicht jeden abschlachten soll. Ich denke, nicht so. Dann bist du aber raus aus dem Islam, Bruder. Nein, ich bin nicht raus. Ich glaube das nicht, was die sagen. Ich glaube das nicht, was die sagen sowieso. Das eine. Zweite Sache ist, in Gaza-Streifen, wo die Hamas angeblich regiert, sind da auch Christen, aber die wurden auch nicht abgeschlachtet oder vertrieben. Kannst du mir sagen, wie viele Christen gibt es denn noch in Saudi-Arabien zum Beispiel? Sagen wir, wie viele Christen gibt es denn noch? Es gibt keinen. Ich bin noch nicht fertig, Bruder. Bruder, ich bin noch nicht fertig. Bruder, ich bin noch nicht fertig. Guck mal, ich sag nicht, dass die friedlich sind, dass die Hamas friedlich sind, sind die auch nicht. Der unschuldige Menschen tötet, ist nicht friedlich. Das gebe ich auch zu. Aber es gibt immer noch palästinensische Christen, die dort leben. Verstehst du, die wurden auch nicht gezogen. Weißt du, was dein Problem ist? Dein Problem ist, ich weiß, was du nicht von einer anderen Religion zu haben. Weißt du, was dein Problem ist? Du willst das Wort Islam nicht in der ganzen Geschichte haben. Du möchtest nicht das Wort Islam in dieser ganzen Geschichte dabei haben. Du möchtest dich nicht, dass man Hamas, Al-Qaida, ISIS mit dem Islam verbindet. Das möchtest du einfach nicht. Schau mal, schau mal. Ich finde das auch nicht so. Ich sehe das nicht. Darf ich kurz was sagen? Marello und Fighter, ganz kurz. Ich finde das gut, eure Diskussion, aber ihr seid natürlich nicht alleine. Ihr seid hier natürlich nicht alleine. Sehr gut, auf jeden Fall. Sehr, sehr vernünftig gesprochen. Respektvoll. Dankeschön. Hat mir gefallen. Folgt ihr. Die anderen müssen auch noch zu Wort kommen. Kian sowieso, Giat Marvin und Coabra. Ihr müsst auch noch, also wir können ja jetzt nicht die ganze Zeit nur zwei Personen, also das ist gut, dass ihr es macht, aber das könntet ihr ewig so weiterführen. Also bitte Coabra und dann Marvin. Marvin, lass kurz Coabra, er ist rein, lass ihn kurz und dann bist du dran. As-Salaamu alaikum an meine muslimischen Brüder und hallo an die anderen. Zuerst einmal, ich sag dir mal, San Marello, das Argument mit Hamas, das hat mit Islam nichts zu tun. Ich habe ein ausführliches Video gemacht, warum der Hamas, ein Kofferstaat ist, also ein ungläubiger Staat und der hat nichts mit Islam zu tun. Zweitens, der, wer war das, Kian, hat zum Beispiel gesagt, dass die Hamas nur aus strategischen, politischen Aussagen, der Politiker, also um die Leute zu narren zu halten, irgendwas mit Frieden wollten, also gelogen haben sozusagen. Warum sagen dann israelische Politiker, der Sprecher der israelischen Armee, dass sie nicht auf Genauigkeit, sondern auf Zerstörung achten? Ich sag ja, Hamas ist ein ungläubiger Staat, aber israelischer Staat, was die machen, ist zahlenmäßig und an Grausamkeit nicht zu toppen. Das ist schon ziemlich interessant. Es ist sehr, sehr interessant, dass wir immer muslimische Apologeten haben, die immer reinkommen und sagen, hey, das ist ja nicht der echte Islam. Das hören wir auch immer von jeder kollektivistischen Ideologie. Die Kommunisten sagen auch immer, das war nicht der echte Kommunismus in Russland oder in Venezuela oder auf Kuba. Es ist interessant, die Hamas wurde von einem Gelehrten gegründet, der in den 60er Jahren schon, in den 60er Jahren, bevor 1987 die Hamas gegründet hat, in den 60er Jahren schon, ein Gelehrter in der Al-Azhar-Universität in Kairo war und von dort aus viel islamische Charité-Arbeit gemacht hat und vor allem sich religiös gebildet hat. Jeder, der ein bisschen den Lebenslauf von Sheikh Ahmed Yassin kennt, der weiß, dass er ein ausgesprochen theologischer und frommer Mensch gewesen ist und zu behaupten, die Hamas sei nicht islamisch oder sie stünde im Gegensatz zu der islamischen Doktrin. Woher nimmst du denn diese Behauptung? Also ich habe es ausführlich in meinem Video gemacht. Du kannst es, glaube ich, sehen. Nein, nein, ich will das Video nicht hören. Ich will deine Argumente jetzt hören, weil wir können uns das Video nicht ansprechen. Nenne mir zwei Gründe oder drei Gründe, warum die Hamas eine anti-islamische Bewegung ist. Was tut die Hamas, was der Prophet Mohammed oder der Islam oder muslimische Führer in der Vergangenheit oder in der Gegenwart nicht auch schon gemacht hätten? Ich brauche keine drei Argumente. Ein Argument, das schlagkräftig genug ist, ist zum Beispiel, dass sie demokratisch, sozusagen ein demokratisches Gedankengut haben und für Demokratie einstehen. Das ist ein Plätze und Glaube und Kuffer. Und das ist ein Tarutsch da. Noch eine Frage an dich, Kian. Du bist doch Ex-Muslim, oder? Ja, Entschuldigung. Ja. Ich habe nur eine Verständnisfrage an dich, weil ich habe jetzt nicht verstanden, in welchem Kontext du das mit der Demokratie meinst. Meinst du, dass sie Kuffer sind, weil sie die Demokratie nutzen und in diesen Idealen halten? Oder meinst du das Gegenteil, weil sie die Demokratie und die Volksstimme nicht haben wollen? Du sagst, Hamas wäre gegen die Scharia. Die Hamas hat kein demokratisches System im Gazastreifen. Entschuldigung, da muss ich erst mal hier Hurraba oder wie er heißt korrigieren. Die Hamas ist keine Organisation, die auf demokratischen Strukturen aufgebaut ist. Ihr Ziel ist es, eine islamische Oma aufzubauen. Die Wiedervereinigung mit der arabisch-islamischen Welt. Zweitens, es gibt neben der Hamas noch zwei politische Bewegungen innerhalb des Gazas. Und sie stehen in Konkurrenz zu Hamas. Die Tatsache aber, dass Hamas keine Wahlen abhält, sondern dass sie eine sogenannte Shura machen, mit der sie nämlich auch den koranischen Befehl haben, also dass die Muslime zur Beratung zueinander kommen sollen, ist schon mal etwa nicht so abwegig. Ja, stimmt. Es gibt viele islamische Gelehrte, die sagen, dass Wahlen, dass das Demokratiesystem ein menschengemachtes System ist und deswegen im Gegensatz zum himmlischen oder göttlichen System steht. Aber auf der anderen Seite dürfen wir nicht vergessen, die Hamas hat ein Shura-Gremium und Shura kommt mindestens 19 Mal im Koran vor. Und das hat eine beratende Funktion. Also insofern sind sie gar nicht so weit davon entfernt, eine tatsächlich islamische Struktur zu sein. Aber sie sind keine Demokratiebewegung. Das stimmt nicht. Du kannst nur bei Video gucken für weitere Argumente. Ja, also ich bin derselben Meinung wie Kain in der Hinsicht, dass sie keine Demokratie sind. Allein schon, weil es über die Moslem-Brüder mit entstanden ist, über Al-Husseini und noch über den späteren oder jetzigen Präsidenten Iraks. Wie heißt er nochmal? Ja, mein Lieber, erst mal zu schieren, nachdenken und dann kannst du... Nein, 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 ich habe, mir fällt jetzt nicht ein, aber ich weiß seinen Namen, Al-Huddin, also war das, der dementsprechend auch damit gewirkt hat. Al-Huddin war genauso in der Moslem-Brüderschaft wie Hassan. Also du brauchst mir jetzt nicht unterstellen, dass ich die Geschichte nicht kenne und das nicht weiß. Es ist mir noch nicht eingefallen. Lass uns weg, lass uns weg, schau mal. Die Sache ist die eine. Wir müssen, wir können uns stundenlang über theologischen unterhalten, und dann ganz ehrlich, wir alle, die hier gerade im Stream sind. San Marello, hab bitte Respekt zu dem, was ich sage. Ich bin hier auf dem Motto, okay? Ich habe dir verstanden, pass auf, die Sache ist nur eins, Marvin. Es geht eigentlich nur darum, wie soll denn der Krieg denn aufhören, wenn trotzdem nach all dem, was die Menschen dort tun, sich trotzdem auf heilige Schriften beziehen? Wie kann das aufhören? Das ist meine Frage. Gute Frage. Also ich denke, dass es sehr schwer ist. Ich wollte aber trotzdem auf die politische Geschichte, die jetzt in den letzten 70 Jahren gelaufen ist, hinweisen und was sie aufgrund ihrer Machtstruktur tun, wo sie über andere Köpfe hinweg entscheiden und dementsprechend über ihre Herrschaft die Menschen in Gaza kaputt gemacht werden. Also mit dieser Ideologie, die sie ja installiert haben, seit den panarabischen Strukturen, sind auch die Werkzeuge ihres Krieges entstanden. Und darüber wollte ich auch sprechen, weil einerseits kann man natürlich auf das Jahr 700 mit der Gründung zurückgehen, aber das hilft uns ja nicht unbedingt damit, wie wir in den jetzigen Strukturen, die da sind, aufklären können und wissen können, wo sind die politischen Gefahren jetzt. Richtig, das ist der Punkt, ganz genau. Das hast du ganz genau gesagt. Schau, es gibt den politischen Islam. Das ist nochmal der Fakt. Und der Islam ist einfach auch mit der politischen Agenda zusammen verbunden. Deswegen, wie sollen wir einen Frieden schaffen können, egal wie, egal wo der Islam ist, auch wenn die ganz Israel einnehmen, wann hören sie denn damit auf? Wann wird den Menschen erstmal bewusst, dass sich die Hamas und jede andere ideologische, religiöse Struktur, die sich da so bildet, egal wo im Nahen Osten, es kann auch im Bangladesch sein, wenn sie sich aber auf heiligen Büchern berufen, dann kannst du nicht sagen, dass alle in Frieden leben wollen. Es wird immer Menschen geben, die trotzdem sogar sich in die Luft sprengen, dafür, damit sie irgendwie Gott ein Werk erweisen können. So, das ist der Punkt. Wir müssen ganz klar aufklären und klarstellen können und müssen, dass es sich nicht nur um politische Agenda hier handelt, sondern es beruft sich auf immer noch, auch wenn es politisch gesehen ist, das Endlevel ist, Palästina und Israel, wie auch immer, das ist das Endlevel von allem, Tekken 5 und 6, hast du nicht gesehen, das ist das letzte Level, das man politisch überhaupt irgendwie angegangen kann. Die Sache ist nur eine, wir sehen ganz klar, dass der Koran, Mohammed und die Schriften, die Sunnah und allen drum und dran, sich darauf beruft, die Juden so lange zu bekämpfen, wie sich die Charta, Artikel 7 in der Hamas auch gerade ganz anbestrebt, dass sie alle bekämpft und getötet werden muss. Meine Frage ist, wie schaffen wir, wie schaffen wir, einen säkularen Start, ganz kurz, wie schaffen wir denn, du wiederholst dich aber, du zwingst mich quasi, das gleiche Thema auf, was du mit dem anderen besprochen hast, wo ich zum Beispiel über Houdin oder Hosenik gesprochen habe, da ging es zum Beispiel um die britische Resolution, wo sie in der Öffentlichkeit, in den Nachrichten sagen, dass Israel ein Krebsgeschwür neben ihrem Land ist. Und das sind ja auch Dinge, die in ihren Schulen an den Kindern gebracht werden, weil sie sozusagen eine politische Herrschaft haben, die gezielt die Menschen dort Gehirn wäscht. Und das ist ja auch das, was die Leute noch mehr treibt, als die religiösen Bücher alleine, ihr System. Okay, Marvin. Machen die anderen das auch anders? Dschihad, warte, Dschihad, warte. Ich habe jetzt noch einmal, ich weiß, ich weiß nicht, warum ich es gemacht habe, aber ich gebe Dschihadist noch einmal die Chance, was Qualifiziertes zu sagen, sonst sperre ich dich. Also Dschihadist, sag was Qualifiziertes oder raus. Hallo, hört ihr mich? Ja. Warum wollt ihr eigentlich immer auf den Streit aus? Ihr seid doch nicht blind, macht mal eure Augen auf. Wie kann man nicht... Was ist denn die Wahrheit deiner Meinung nach? Was ist die Wahrheit? Israel hat das mit Absicht gemacht, um einen Grund zu finden, den Falästin komplett auszulöschen, aber das werden die nicht schaffen. Dschihad, möchtest du noch eine Antwort aufmachen? Okay, ganz ehrlich, hast du recht. Dschihad, hast du recht. Ja. Also ich sage auch, ich habe auch meine Schwierigkeiten. Marello, lass Kian bitte antworten da drauf. Bitte. Okay, ich sage es ehrlich, ich finde es auch ein bisschen seltsam, aber hat da ein bisschen auch recht. Ich muss ganz ehrlich sein. Müsst du noch schon eine Wahrheit stehen. Kian, bitte. Also es gibt sehr viele Verschwörungstheorien. Wie immer, wenn es um Juden geht, dann holen sie alle ihr antisemitisches Repertoire heraus und dann fangen sie an, alle möglichen Spekulationen auf den Tisch zu werfen. Das ist eine Form von Antisemitismus aus dem Islam und auch aus der weltlichen Welt, um Juden zu unterstellen. Es kann nie so abgelaufen sein, wie es abgelaufen ist. Wenn da Juden involviert sind, dann muss immer, immer irgendetwas anderes noch mit im Spiel sein. Etwas Dubioses, Dunkles, etwas Zwielichtiges. Das ist eine Form von Antisemitismus. Deshalb bin ich auch so sehr auf der Seite von den Juden und Israel, weil das hat die Juden von einem Jahrhundert ins nächste Jahrhundert getrieben und gehetzt und gejagt, weil immer solche Kandidaten wie der Dschihadist 3 und mit ihm viele Zehntausende von toxischen Migranten, die nach Deutschland gekommen sind und den gleichen antisemitischen Müll rausschmeißen können, dass sie... Warum selten so Hass erfüllt? Also erst einmal, ja, ich fasse den Islam. Also der Islam ist abscheulich. Und gute Ideen erkennt man daran, wie sich die Anhänger einer Idee verhalten. Und wenn sich eine gute Idee nicht als gut entpuppt, im Fall der Islam ist keine gute Weltanschauung, weil so viele Anhänger von ihr so typisch und gewohnheitsmäßig gewalttätig auffallen, und gute Ideen erzeugen gute Menschen und schlechte Ideen erzeugen schlechte Menschen. Und deswegen, der Islam ist schlecht, weil er so viele schlechte Menschen produziert. Und das hört man immer wieder. Ihr seid die Einzigen. Wenn ich hier Christen habe, sie können sachlich diskutieren. Wenn ich Atheisten habe, sie können sachlich diskutieren. Kommen zwei Muslime ran, dann heißt es sofort, du Harsohn, ich ff deine Mutter und so weiter und so fort. Das ist die Realität, wenn man mit euch redet. Und deswegen, ja, der Islam macht euch zornig. Warte, lass mich kurz aussehen. Ich rede jetzt zum Israel. Ich komme jetzt zu dem Punkt. Ich komme jetzt zu dem Punkt. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Man merkt, was du von den Muslimen im Allgemeinen hältst. Absolut. Ich halte von Muslimen nicht besonders aussehen. Da kann ich kurz aussehen. Das hört es auch von mir. Egal, wie man sich anstrengt und versucht, man wird nicht akzeptiert. Das ist deine Meinung. Und die kannst du behalten und vertreten. Was erzählst du gegen den Islam? Ich komme aus dem IP-Zentrum dieser Religion. Du musst nicht erzählen, wie du redest. Und lässt andere nicht ausreden. Gestern gab es einen Offen-Anschlag. Aber ich kenne einen netten Muslim. Zu sagen, nicht alle Muslime sind Terroristen, schützen uns nicht vor denen, die Terroristen sind. Und zu sagen, der Islam ist eine Religion des Friedens, macht den Islam nicht friedlicher, mein lieber Freund. Ich bin 35 Jahre lang Muslim gewesen. Ich habe meine Hatsch gemacht, zwei Moscheen in Berlin. Ich war 17 Jahre lang der Redner und Organisator der judenfeindlichsten Demonstrationen in Berlin. Schau mal hier, du bist doch ein kleines Kind. Kannst du bitte den rausschmeißen, die ganze Zwischenrede? Habe ich rausgeschmissen. Omran ist raus. So, Dschihadist, sag jetzt was Vernünftiges. Oder du disqualifizierst dich auch. Ich habe noch gar nicht darauf geantwortet. Dschihadist hat etwas im Raum geworfen, darauf habe ich noch gar nicht geantwortet. Ich habe noch gar nicht darauf geantwortet. Dschihadist, ich habe noch gar nicht darauf geantwortet, dass Israel das beantwortet hat. Ja, okay, dann antworte ich auf eine Frage. Dann antworte ich jetzt. Dann antworte ich jetzt darauf. Warum das perverse... Was machen die Israelis seit 78 Jahren? Was machen die? Schau mal den Unterschied an, aber was... Schau mal den Unterschied zwischen Hamas und Israelis an. Wie die Israelis sind berührt von... Ich bin berührt von der Richtigkeit. Lassen Sie sich hier, lass uns was mal reden. Lassen Sie mal ans was reden. Lassen Sie mal ans was reden. Da könnt ihr flüchten. Und die haben dort voll bombardiert. Und alle sind gestorben. Aber ihr macht eure Augen zu. Islam ist dies, Islam ist das. Ihr seid hasse viele Menschen, mehr nicht. Genau. Nein, Dschihadist. Ich kann nicht antworten auf das, was ich gesagt habe. Dschihadist, machen wir wirklich unsere Augen zu. Also wenn die in Gaza die gleichen Waffen hätten, wie die in Israel, wenn sie die Panzer gehabt hätten, sie wären reingerannt. Aber Israel will, um Bürger zu schützen, die Panzer und die Botentruppe noch nicht reinlaufen lassen. Aber was hat Zivilisten mit Hamas zu tun? Wir wollen keinen dritten Weltkrieg, mein Lieber. Wir wollen keinen dritten Weltkrieg. Wir wollen keinen dritten Weltkrieg. Wir wollen keinen dritten Weltkrieg. Wir wollen lange reden. Wir sind nicht wahrstellt. Wir rezitieren nur das. Wir sind ein Dschihadist. Das heißt, du kannst dich jetzt auch 20 Mal sagen, wir sind ein Dschihadist. Das ist ein Dschihadist. Leute, ihr müsst das unterbrechen. Löwenherz, unterbrecht das mal. Dschihadist wollte doch, Dschihadist wollte doch, dass ich darauf eingehe. Er wollte sagen, Israel hat das angeblich provoziert. Warum ich so ausgeschweift bin, ist, weil immer wieder gesagt wird, das ist eine Form von Antisemitismus. Wenn man zum Beispiel sagt, die Juden tun nichts mit einer Hinterabsicht. Das ist eine Form von Antisemitismus. Das ist eine Form von Antisemitismus. Warum sollten die Juden da sitzen oder die israelische Regierung dort sitzen und wissen, dass die Hamas mit 1000 Kämpfern über die Grenze kommt und 500 junge Menschen abschlachtet und danach noch mal 600 Bewohner von den Kibbutzen, die dort an der Grenze zum Gaza angesiedelt wurden. Nur eine perverse Ideologie und eine perverse Weltanschauung denkt, dass, Leute, einer hat von euch das Mikrofon an. Kann jemand das Mikrofon bitte ausmachen? Guraba. Oder Marzena. Ihr habt noch Mikros vor den Staten. Okay, jetzt haben sie alle aus. So, die Tatsache, dass behauptet wird, dass Israel zugeguckt hat, wie 1000 Dschihadis über die Grenze kommen und junge Menschen auf einem Fest ermorden, das ist perfide. Das ist genau das, was in der islamischen Welt kursiert. Durch die Bücher, wie zum Beispiel die Weisen von Zion und von anderen anti-jüdischen Propaganda, dass Juden immer zwielichtig sind, immer etwas planen. Deswegen hat der Prophet Mohammed ja auch gesagt, esst nicht bei den Christen und schlaft nicht bei den Juden. Weil die Juden könnten euch ja in der Nacht ermäucheln. Die könnten euch ja umbringen. Das sind die antisemitischen Reflexe, die die Araber und die Muslime über 1400 Jahre adaptiert haben und mit denen sie jetzt hausieren gehen. Und deswegen sage ich, zu glauben, dass die israelische Regierung 1200 ihrer Bürger abschlachtet, damit es in den Gaza reingehen kann, ist aus vielerlei Gründen schon mal idiotisch. Israel kann jederzeit in den Gaza reingehen. Die Tatsache aber, dass 5000 Raketen auf Israel niedergegangen sind, reicht für Israel schon aus, das Krieg zu nennen. 1200 Menschen zu ermorden, ist ein Massaker, ist Krieg. Und das genügt völlig, um zu sagen, Leute, hier müssen wir militärisch vorgehen. Das ist ganz legitim. Und da ist auch keine Verschwörung. Ja, da bin ich auch deiner Meinung. Kain, falls du die Medienkanäle kennst und auch die Taktiken, die manipuliert werden, um, ähm, ähm, äh, Kinder, die am Sterben sind, wie traut ihr euch noch zu reden? Schämt ihr euch nicht? Ja, lass mal deinen emotionalen Ansatz. Darf ich? Moment. Äh, King L. Sein, was ist zu mir jetzt? Ich finde es nicht in Ordnung, wenn ich, ähm, beim Gespräch unterbrochen werde. Marvin, wir müssen einmal King L. Seins Quatsch hören, was er gerade sagt. All die Frauen, die am Sterben sind, seid ihr keine Menschen? Was seid ihr für Heuchlers, ja? Was habt ihr für ein gewissen... Kian, Kian, ein Musterbeispiel der Integration haben wir hier drin. Darf ich bitte zum Kümmern kommen an? Ähm, ich war noch vorher beim Wort, ich verstehe nicht, wieso, äh, ach, ich stumm nicht einfach. Jetzt meiß den Palliwut-Propagandist mal raus. Ähm, ich war jetzt vorher noch, ähm, am Sprechen. Ich habe davon gesprochen, ähm, was für Erfahrungen Kain mit den arabischen Medien hat, bezüglich der falschen Schuldzuweisung und wie das läuft aus seiner Erfahrung heraus. Wenn er das präsentieren kann oder erläutern kann, ob er uns das zeigen kann. Das war meine Frage an Kain. Ja, ich glaube... Ja, ich glaube... Schaut euch die Videos an, die hier rumposieren. Schaut euch die Videos an. Ich habe sehr viele Videos geteilt. Junge, 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 Junge. Von den Kindermorden, die Israel begeht. Absichtlich töten die die Menschen ein. Sie töten nicht absichtlich. Schaut euch die Videos an, dass ihr euch nicht schämen. Dass ihr euch nicht schämen. Aber da komme ich gar nicht zum Wort hier, gell? Marzena, warte kurz. Wir müssen auch eine Schuss zu lachen. Okay, okay, okay. Ihr habt gar nichts mehr mit Menschlichkeit zu tun. Ja, ganz kurz. Ich wollte euch... Lass uns mal mal reden. Wir sind nicht in der patriarchalen Gesellschaft. Wir lassen hier Frauen jetzt mal reden. Ja, natürlich. Ich wollte euch nur einmal aufzeigen, dass hier auch einfach mal jemand hochkommt, der durchgehend Müll redet, damit ihr wisst, wie diese Leute denken. So, deswegen... Das muss man halt auch einfach mal... Die Leute müssen das halt auch einfach mitkriegen. Jetzt redet er schon wieder. Geht auf meiner Seite. Schaut euch mal runter. Er kann ja wieder um viele Kinder gestorben. Ja, aber Löwenherz, was meinst du mit Müll? Du kannst ja jetzt einfach alles verallgemeinern. Löwenherz, außerdem hat es jetzt gerade nicht gepasst. Marvin, ja, auch Marvin, pass auf. Wenn du sagst Müll, guck mal, ich sage Müll, weil er hochkommt, beschuldigt uns, sagt irgendetwas, was komplett aus dem Zusammenhang... Er beschuldigt uns, wirft uns irgendwelche Sachen an den Kopf, ohne mal Höflichkeiten zu sagen, irgendwie hier, ich bin der und der. Nein, er kommt hoch und schreit rum. Das ist schon mal sehr, sehr schlechte Erziehung. Ja, aber das ist schon mal sehr unsozial. Ihr macht das jetzt auch sehr schlechte Erziehung. Das müsst ihr zugeben. Bitte? Das heißt, ihr macht das auch schlechte Erziehung. Okay, dann hast du dich auch disqualisiert. Wunderbar. So, jetzt haben wir die ganzen Quantenphysiker gehört. Jetzt spricht Martin. Ja, wunderbar. Jetzt Marzena, Marzena. Ja, ja, servus. Ich wollte euch nur sagen, ich habe da seit Jahren schon eine Meinung zu diesem Konflikt. Ich meine, das geht nicht seit 70 Jahren, die Geschichte ist viel länger. Also wir wissen, besonders in Europa, Grenzen kann man immer wieder verschieben. Es gab vor tausend Jahren in manchen Ländern gar nicht. Also da braucht man gar nicht diskutieren. Und ich finde nicht okay, dass auf beiden Seiten Mütter, Kinder Angst haben müssen um ihr Leben. Nur meine Meinung zu der ganzen Geschichte ist, wäre Israel nicht jüdisch, gäbe es da keinen Konflikt. Wo gab es Aufschrei zum Beispiel, als der Jemen von Saudi-Arabien bombardiert wurde? Da gab es keinen Aufschrei. Es geht wirklich nur darum, um die Tatsache, dass dieser Fleck auf der Erde jüdisch ist. Das ist meine persönliche Meinung. Das ist auch eine Form von Antisemitismus, Marzena. Weißt du das, ja? Das ist ja nur Unterstellung, dass die Juden einen Sonderstatus haben, weil sie Juden sind. Das ist auch wieder so eine Anspielung darauf, wobei die Juden sind, kriegen sie immer einen Extra-Bonus auf der Welt. Nein, nein, das ist kein Extra-Bonus. Nein, das ist kein Extra-Bonus. Es geht darum, dass das Land umgeben von meist muslimischen Ländern und das ist eben dieser Hass, dass quasi dieser Staat eben nicht muslimisch ist. Es ist kein islamischer Staat und deswegen wird es angegriffen. Das ist meine Meinung. Also im Prinzip geht es eher um die Religion. Also erstmal geht es um Israel oder bei den Israelis geht es grundsätzlich darum. um Palästina, ja? Wo man da diskutieren kann, ob die Palästina, die vor 2000 Jahren existiert hat, ob die Einwohner von Palästina, das waren ganz andere Menschen. Also das ist, da kann man nicht, also es geht nur darum, um diesen Konflikt bei der Palästina, geht es ähnlich darum, dass der Israel Palästina besetzt hat. Es geht darum, dass der Israel quasi kein muslimisches Land ist und das ist der Dorn im Auge von anderen Ländern. Wo gab es den Aufschrei, wo Jemen bombardiert wurde? Ein muslimisches Land hat an ein anderes angegriffen. Da gab es keine Aufstände. Muslime setzen sich ja grundsätzlich nicht für Muslime ein, wenn es gegen die Muslime geht. Es sollte kein Angriff gegen Muslime sein. Wie traut ihr euch noch zu reden an all diesen Mordvideos? Es ist aber Tatsache. Wie, wie, wie? Es ist aber Tatsache. Indem wir einfach darüber reden, King L. Wie traust ihr dich noch darüber zu reden? Da werden hier Kinder bombardiert. Jetzt kommt der NASA-Ingenieur wieder. Löwenherz, bitte den Atomphysiker bitte hier rausschmeißen. Löwenherz, warum kannst du nicht abwarten, musst du die Gespräche zwischen uns reinwerfen, wenn du weißt, die würden sowieso immer wieder stören und reinbrüllen und sich an keine Gesprächsregeln halten? Ich möchte es nur verstehen. Ja, aber ich finde es eigentlich manchmal ganz interessant, weil dann können die 226 Leute auch mal sehen, was für... Genau darum geht es mir. Mir geht es nicht darum. Ich weiß, dass diese Leute unterbrechen werden, aber ich möchte den Leuten einfach mal zeigen, dass wir, wenn wir hier sagen, dass sich viele muslimische Migranten nehmen, die offene Hose, dass wir einfach mal aufzeigen können, indem ich die Leute reinhole, dass sie sich nicht benehmen können, dass sie nur beleidigen, keine Argumente haben, dass die Leute das dann einfach mitkriegen. Und die Leute sehen das jetzt und sehen, dass wir einfach genau das, was wir gesagt haben, dass es einfach stimmt. Ja. Ja, aber lassen wir doch mal sowieso sehen. Marvin, können wir... Es ist sowieso eine Tatsache. Marvin, entschuldigung. Es ist sowieso... Ich spende viel Zeit. Marzena, du hattest ein paar Dinge in den Raum gestellt. Wir haben dich reden gelassen und ich finde, wir sollten jetzt auf die Dinge eingehen, die du gesagt hast. Die sind jetzt sehr wichtig. Ja, bitte. Wenn wir jetzt immer wieder nur über die Leute sprechen, die mal um uns herum waren, ist das eine schöne Sache, aber das hilft nicht mehr wirklich viel weiter. Ich verstehe noch nicht das Gleichnis, das du aufgestellt hast. Du hast irgendwie gesagt, Israel bekommt nur deshalb seine Aufmerksamkeit, weil Israel ein jüdischer Staat ist. Du hast jetzt... Nein, jetzt verdrehst du mir die... Nein, nein, deswegen möchte ich, dass du es nochmal klarstellst, was du damit gemeint hast. Nein, nein. Es geht darum, also es geht nicht darum, dass Israel einen Sonderstatus hat. Es geht darum, wäre Israel zum Beispiel nicht... Also wäre Israel, ich sag mal so jetzt, islamisch, ein islamischer Staat, würde keine Sau interessieren, ob der Israel Palästina angreift oder nicht. Okay, gut. Das ist das Problem. Schau, ich bin nämlich aufgewachsen. Ich komme aus Pollen. Nach dem Zweiten Weltkrieg, da haben die Pollen irgendwo am Ende des Krieges den Juden die Schuld gegeben, dass die Deutschen die Pollen angegriffen haben. Und ich bin wirklich aufgewachsen in eine Gesellschaft, wo die Juden... Das habe ich nie verstanden. Ich habe nie gewusst, wie ein Jude ausschaut. Die Juden waren schuld an allen und so weiter. Also dieser Hass gegen Juden, das wird von Generation zu Generation weitergegeben. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es ist, wenn etwas passiert. Corona wie auch immer sind immer die Juden schuld. Das ist dieser allgemeine Hass, nicht nur im Islam, bei den Christen, bei allen. Irgendwie ist der Jude immer an irgendwas schuld. Und was glaubst du, warum man ein besonderes Augenmerk auf die Juden werfen muss, wenn kein anderer religiöse Volksgruppe so durch die Geschichte gejagt worden ist, wie die Juden? Deswegen schlägt mein Herz mit den Juden. Ja, ja, ja. Das war immer so von... Schon immer. Irgendwie waren quasi die Juden die Bösen, weil sie immer die Sonderlinge waren, die Flüchtlinge. Man sollte... Also man hat ihnen irgendwas, wenn sie erfolgreich waren, hat man ihnen irgendwie was in den Schuh geschoben. Richtig. Und deswegen muss sich die Weltgemeinschaft ganz besonders über eine drangsalierte Religionsgruppe, die gleichzeitig aber auch eine Volksgruppe ist, auch besonders kümmern. Weil nämlich 2000 Jahre antijüdische, christlich-antijüdische Hetze, 1400 Jahre lang, islamische, antijüdische Hetze, haben den Juden unheimlich viele Leben gekostet. Und deswegen verstehe ich auch, warum die Juden eine Heimstätte haben wollten. Ein kleines Zuhause von dort aus, wo sie von dort aus sagen können, nie wieder. Und das ist der Slogan. Deswegen reagiert Israel auch so harsch auf die Angriffe der Hamas oder überhaupt auf terroristische Gruppen in dieser Region. Weil Israel sagt, wir lassen nie wieder zu, dass wir durch die Geschichte gejagt werden. Und vor allem, dass wir wieder Vernichtungslagern ausgesetzt werden, wo unsere Menschen wieder durch das Feuer gehen. Nur weil einige Leute Stereotype über Israelis fabriziert haben. Sonnenschein. Ganz kurz. Ja, es ist richtig so. Finde ich trotzdem nicht angemessen, wie Israel reagiert hat. Weil trotzdem auf beiden Seiten sterben Kinder, Mütter, auch die Soldaten. Also die können nichts dafür, was die Hamas und die israelische Regierung da treiben. Die können wirklich nichts dafür. Was treibt denn Israel? Ich ärgere mich, wenn falsche Phrasen benutzt werden. Was hat Israel vor dem 7. Oktober getan gegen Gaza? Außer, dass sie seit 1987 sich gegen eine terroristische Bewegung dort kümmern muss. Die Andauer seit 1987 mit der Finanzierung von Katar und Iran, mit der Hilfe von ägyptischen Schleuserbanden, Waffen und Raketen bauen können, die sie dann auf Israel abfeuern. Was tut Israel, wenn nicht seit 1987 das ich Abwehr nennen würde oder Verteidigung nennen würde? Seit 1987 muss sich Israel gegen den Terror aus dem Gaza wehren. Was ist denn, wie angemessen soll Israel denn auf diese Sache reagieren, wenn sie es mit einer feigen terroristischen Bewegung wie der Hamas zu tun haben, die aus dem Gaza-Streifen nicht etwa aus dem Kammfeld heraus ihre Raketen abschießt, sondern aus den Wohngebieten? Wie soll Israel das machen? Deswegen hat Israel sozusagen auch Strategien entwickelt, mit denen es die Leute sagt, verlass dieses Gebiet, denn dort wissen wir sind Hamas-Lager und wir werden diese Hamas-Lager auslöschen. Sie haben sofern schon zehn Hamas-Kommandeure ausgeschaltet und sie haben mehrere Headquarter. Das heißt, wie nennt man Headquarter auf Deutsch? Hauptquartier. Hauptquartier. Hauptquartier, vielen Dank. Hauptquartier haben sie ausgeschaltet und haben wichtige Strukturen der Hamas zerstört. So, wenn die sich in Wohngebieten befinden, was verlangst du von den Israelis? Dass sie schweigen dazu, wie Raketen auf ihre Bürger geschossen werden? Sunshine hat das vorhin schon erwähnt. Ohne diese Iron Dome, diese Raketen, die andere Raketen abfangen können, wäre jetzt schon die Hälfte von Jerusalem in Schutt und Asche versunken. Das ist das Problem. Israel reagiert und die einen agieren. Seit 80 Jahren, es sind die Araber, die die Füße nicht stillhalten können und die vor allem die Entscheidungen des früheren Völkerbundes nicht akzeptieren können auf eine Zwei-Staaten-Lösung. Deswegen bin ich auch nicht mehr für eine Zwei-Staaten-Lösung, sondern für eine Ein-Staaten-Lösung. Ich bin dafür, dass Israel komplett dieses ganze Gebiet übernimmt und dass die Araber dann, übrigens Westjordanland, schau dir mal das Brutto-Sozialeinkommen im Westjordanland ein. Ich sage nicht, dass die Menschen da Traum hat, gut leben, aber Westjordanland hat das höchste Brutto-Sozialeinkommen in der gesamten arabischen Welt und das unter israelischer Beobachtung. Die verwalten sich zwar selber, aber die Außengrenzen werden von Israel geschützt. und trotzdem geht es den Menschen im Westjordanland besser als irgendwo anders in der arabischen Welt und das unter angeblicher israelischer Besatzung. Hier, da will ich auch mal kurz reden. Jihadist, du darfst sofort, wenn du dich benehmen kannst, Leute, ganz kurz, ihr müsst jetzt alle bitte liken, dann kriegen wir auch mehr Zuschauer. Wir hatten heute morgen auch 6-7 Monate, also gebt Gas. Ja, Jihadist, bitte. Könnt ihr mir mal sagen, wo ich hier liken kann? Ich sehe den Like-Button. Einfach auf den Bildschirm tippen, trip mal auf das Land Israel, die ganze Zeit mit dem Finger nur drauf tippen. Da, wo auf dem Bild das Land Israel, wenn du die ganze Zeit drauf tippst, kommt der Herzen. Oh mein Gott, ich wusste das gar nicht, deswegen, ich habe den Like-Button hier 700 Jahre gesehen. Genau, das können im Sonnenschein mal wieder das alle machen. So, Jihadist, bitte. Kann ich jetzt ausreden, bitte Jihadist, das ist heute deine letzte Chance, sonst fließt du runter. Ich sage doch nichts Schlimmes, ich rede ganz normal, du hast mich vorhin unnötig rausgeschmissen. Ich will fragen, die meisten von euch sind doch Christen, oder? Wie kommst du darauf? Ja, viele von... ich bin Atheist, ich glaube nicht, also, nee. Du solltest gar nicht, ich bin K. Ich bin ein Charter, ich bin ein Charter, ein Murtad. Wieso nimmst du etwas an? Wieso nimmst du was an? Genau. Wieso nimmst du an, dass ich zum Beispiel eine Religion habe? Ich darf... Wie kommst du darauf? Das war doch nicht genau auf dich bezogen, warum so aggressive? es ist... Okay, gut, ich habe eine Frage an dich, Jihadist. Ganz kurz, ich kann doch einmal ausreden, was... Ihr seid Meinungsfreiheit, irgendwas, ihr redet, ihr redet, ihr lässt mich nicht ausreden. Es gibt in meinem Stream keine Meinungsfreiheit, hier herrscht Diktatur und ich bin der Diktator. Okay, weißt du, was ich dir dann sage, ich ficke deine Toten, du Hurensohn, ich ficke alle israelischen... wunderbar, wunderbar, es funktioniert nicht so. Jetzt hat er sich disqualifiziert, jetzt darf er auch nicht mehr hoch. So. Du hattest trotzdem viele Chancen bekommen. Genau, viel zu viele. Nein, ich mag das nicht, wenn ich schubladisiert werde. Es ist egal, ob ich jetzt religiös bin oder nicht religiös und wenn schon, dann überhaupt welche religiösen. Ich mag das überhaupt nicht und das interessiert mich nicht, wer da was hat und das mag ich überhaupt nicht, was man annimmt von meiner Person. Also ich wollte nur dann meine Meinung dazu sagen und ich bleibe bei der Meinung. Ich bin eine Pazifistin, mir wäre lieber, wenn die Leute aufhören würden mit unnötigen Kämpfen um irremische Länder. Wir werden die Erde verlassen. Uns gehört einfach nichts. Wir leben durchschnittlich 70 Jahre auf dieser Erde, da sind wir weg. Da frage ich mich, wofür? Wofür sterben die Kinder? Das Problem ist, dass sich ein kleines Völkchen, das sich auf einem Staatsgebiet, auf einem Staatsgebiet in der Größe von Hessen niedergelassen hat. Als Israel gegründet worden ist, gab es bereits 22 arabische Staaten, die meisten davon Fake-Staaten. Und ich sage es noch, warum benutze ich das Wort Fake? Weil diese Staaten haben auch vorher nicht existiert. Wieso gibt es da keine Reibereien und keine Aufstände? Warum beschwert sich Iran nicht bei Aserbaidschan und sagt, hey, wir wollen diese Gebiete wieder haben, weil historisch gehört ein Teil des Aserbaidschans zu uns? Warum gehen Sie nicht nach Afghanistan und sagen, ein Teil von Afghanistan gehört uns? Warum gehen Sie nicht hoch und sagen, ein Teil der kaukasischen Republiken, wo die Menschen in Persisch sprechen, gehören zum Iran? Das ist das Problem. Die Staatsgründung Israels erfolgte in einer Zeit, in der die meisten arabischen Staaten gerade geboren worden sind. Das war der Unterschied zu dieser Zeit. Es ist nicht so, als wenn Israel in ein Land reingeplatzt wäre, in dem es ein palästinensisches Volk mit einer nationalen und politischen Einheit gegeben hat. Hat es nicht gegeben. Die Palästinenser sind ein Fake. Und ich kann auch euch das zeigen. Soher Mohsen ist ein palästinensischer Politiker, der von 1971 bis 1979 die PLO-Kobierung Assaika anführte. 1979 fiel er einem Attentat zum Opfer. Und er sagte gegenüber einer niederländischen Zeitung, der Zeitung Truf, hatte er folgendes gesagt. Ein palästinensisches Volk existiert nicht. Die Schaffung eines Palästinenserstaates ist nur ein Mittel, um unseren Kampf gegen den Staat Israel zugunsten unserer arabischen Einheit fortzusetzen. In Wirklichkeit gibt es heute keinen Unterschied zwischen Jordaniern, Palästinensern, Syrern und Libanesen. Nur aus politischen und taktischen Gründen sprechen wir heute über die Existenz eines palästinensischen Volkes, weil arabische nationale Interessen verlangen, dass wir die Existenz eines bestehenden palästinensischen Volkes setzen, um dem Zionismus entgegenzustehen. Jetzt kommt der letzte Satz. Aus taktischen Gründen kann Jordanien, was ein souveräner Staat mit definierten Grenzen ist, nicht Ansprüche auf Haifa und Jaffa stellen. Während ich als ein Palästinenser zweifelsfrei Haifa, Jaffa, Beersheba und Jerusalem beanspruchen kann. Allerdings, jetzt kommt der wichtigste Satz, allerdings in dem Moment, in welchem wir unser Recht auf ganz Palästina reklamieren, werden wir mit der Vereinigung von Palästina und Jordanien nicht eine Minute warten. und deswegen ist die palästinensische Flagge auch identisch mit der jordanischen Flagge. Schaut, macht euch den Computer auf, geht am Handy auf Google und schaut euch an, wo ist der Unterschied zwischen der jordanischen und palästinensischen Flagge. Und ihr werdet sehen, es gibt keinen Unterschied. Jordanien und die fake palästinensische Flagge sind ein und dasselbe. Und damals hatten die Jordanier Kontrolle über dieses Gebiet, die das man heute Palästina nennt. Kein, zu den Flaggen habe ich jetzt auch eine Frage, weil ich auch etwas in Wikipedia recherchiert habe. Wieso steht in dem Wikipedia Bericht über den Panaberismus auch drin, dass es seit dem 18. Jahrhundert so mit den Scheria-Farben eigentlich geplant ist, bevor sich das zu 53 Staaten entwickelt hat. Ja, ich weiß jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht so ganz genau, was du damit meinst. Ja, also die Scheria-Farben weich, schwarz, grün, rot, das sieht man ja überall. Also die Scheria-Farben, es gibt keine Scheria-Farbe, es gibt keine Scheria-Farbe, es gibt eine Farbe, die heißt grün. Über Flaggen redet ihr, da sterben Menschen, da sterben Kinder und ihr redet mir über Flaggen? Wir reden jetzt über Flaggen, ganz genau, weil wenn wir den historischen Kontext nicht verstehen, verstehen wir auch den gegenwärtigen Kontext. Nimm mal deine Flagge erst mal zur Seite, red mal hier Klartext. Welches Land trägt am meisten Leid von da dieser Ecke? Erklär mir das. Israel. Israel trägt Leid, indem die da am Feiern sind und die ganzen Palästinenser bombardieren werden? Achso, die haben gefeiert und Israel hat zeitgleich den Gaza-Streifen bombardiert. Israel bombardiert den Gaza nicht, wenn sie nicht Angriffe aus den Gaza bekommt. Ganz einfach. Israel hat Gaza übergeben an die Hamas, damit sie diese Region kontrollieren. Und wenn die Hamas aber sich auf die Flagge schmeißt, wenn die Hamas aber den Israel mit ihrem Militär darauf, ganz einfach. Haltet die Füße still und haltet eure Hände still und Israel wird nicht eine einzige Stunde nach Gaza schauen, um dort Militäraktion durchzuführen. Ich erkläre dir eine Sache, ja. Geh mal an die Sache logisch ran. Was hat Gaza für Waffen? Erklär mir nur diese eine Sache. Was haben die für Waffen? Was verfügen die über Waffen? Also sie haben automatische Raketenwerfer, die da reingeschleust werden, über Tunnelsysteme, über Springboote, wo, achso, und du kannst mal dazwischen reden. Ja, ihr redet hier Schwachsinn. Ihr redet einen absoluten Schwachsinn. Das ist ein falsches Gleichnis. Das ist ein falsches Gleichnis. Wenn die Palästinenser die gleichen Waffen hätten wie Israel, würde es einen verdammt blutigen Krieg geben. Nur weil die Palästinenser nicht die gleichen Waffen haben, entsteht nicht eine Opfer die Verwolle. Mit mit dem bisschen was sie schon haben richten sie nicht viel . Du kannst mich abziehen und mit Steine betreffen. Das ist Krieg für dich. Was sind das für Steine? Was braucht Israel für den Eirendom, wenn die nicht so viele Waffen hätten? Wenn die nicht so viele Waffen hätten, dann müsste er auch nicht Israel ein Abwehrzentrum erfinden. Erstmal, Hamas, erkündige dich, Hamas wurde von Israel gegründet. Und eine Sache verstehe ich. Das heißt, er kündige, er kündige dich. Lass mich erst mal ausreden, dann kannst du dich weitergleichen. Dann hör ich dir auch zu. Lass mich erst mal ausreden, dann hör ich dir zu. Lass mich erst mal ausreden, dann hör ich dir zu. Jetzt guck mal, hör mir genau zu, diese Wörter, was ich dir sag. Hamas macht es absichtlich, die haben irgendeine Vereinigung mit Israel, dass sie irgendeine Silvesterraketen da rüberschießen, dass Israel... Ey, 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 was laberst du da für ein Schwachsinn? Silvesterraketen können von Milizen nicht fehlzünden und dann dementsprechend Häuser in die Luft jagen. Es sind in Gaza von den Milizen in arabischer Kleidung Häuser in die Luft gegangen. Es gibt Videos, es gibt dokumentierte Videos, wo sich die Leute dazu bekennen haben. Die haben das doch getwittert, dass sie die Krankenhäuser bombardiert haben. Was redest du hier für ein Schwachsinn? Ähm, ich hab jetzt nicht von diesem Vorfall gesprochen, den du jetzt meinst. Da, wo sie die Krankenhäuser mit erwischt haben, ist nochmal eine andere Sache. Sprichst du von dem Vorfall, wo die Kinder am Strand gespielt haben vor ein paar Jahren und da die Flugzeuge am bombardieren waren? Ey, das war vor ein paar Jahren, ähm, das war vor ein paar Jahren, das ist nicht aktuell. Das, wovon ich spreche, ist letzte Woche her. Mein Gott. Ähm, es ist jetzt leider schade, dass ich mein Screen nicht teilen kann. Ansonsten könnte ich konkret anzeigen, was ich meine. Ansonsten, ähm, bringst du immer alle Fakten durcheinander. Auf Kinder und auf Frauen und auf unschuldige Zivilisten, sogar Krankenhäuser werden nicht verschont. Nichtmals Moscheen, nichtmals Kirchen werden verschont. Angeblich sind das der Urhebzeltruter oder Krankenhäuser. Was ich überhaupt nicht verstehe, was ich überhaupt nicht verstehe, angeblich sind da Geiseln in Gaza. Warum bombardieren die den Gaza, wenn die die Geiseln befreien wollen? Oder wissen die ganz genau, wo die Geiseln sind und da bombardieren sie? Danke, Bari, danke dir. Es war ein Fehler von dir, die Geiseln zu erwähnen, weil du mit den Fakten nicht klarkommen wirst, King L. Du wirst nicht klarkommen damit. Ein Geiseln, was es gar nicht gibt, verlogen, verlogen, herzlos und menschlich. King, darf ich dir was sagen? Kein Herz, schau mal, die Videos, die ihr geteilt habt. Kian, was sagst du dazu, dass er gesagt hat, das sind Silvesterraketen? Lächerlich. Lächerlich mit den Silvesterraketen. King, darf ich dich was fragen? Moment, Moment, Kian, ganz kurz, was sagst du dazu, dass er gesagt hat, das sind Silvesterraketen? Ja, das ist eine Verniedlichung dieser terroristischen Aktivitäten der Hamas. 5000 Raketen können immensen Schaden anrichten. Wenn man sich mal anschaut, die Raketen, die in Jerusalem runtergekommen sind, die haben drei, vier Meter große Löcher in die Häuser gerissen, die haben ganze Häuser zum Brennen gebracht. Das ist eine Verniedlichung des Konfliktes. Die Tatsache ist... Kian, hast du noch Verbindungen, weil du wirst ja nicht unterbrochen? ...die Tatsache hausieren geht. Hallo, hallo? Ja, ich höre dich wieder. Jetzt höre ich dich wieder. Deshalb gehen Sie mit dieser... Hört ihr mich? Bagi macht mein Live-Ziel voll. Danke, Bagi. Ah, okay, jetzt hört ihr mich. Genau, Sie... Kian, wenn du schlechte Verbindungen hast, Kian, dann komm noch einmal raus und komm wieder rein. Also geh einmal raus und geh wieder rein. Darf ich noch kurz zum King, wenn er sich so jetzt aufregt über die Kinder? Ja, da ist er wieder, sein Freund. Hier ist er. Ja, genau. Ich hoffe, dass ich der King... So. Eine Frage noch. King, warte mal. Letzte, letzte Frage, bitte. Warte, ganz kurz, warte. Warte, ich wollte dich gerade was fragen. Hör mir nur diese Frage an und dann höre ich wirklich alles zu. Ehrlich. Ja, King, lieber. Ich habe eine Frage, eine ganz, ganz lockere Frage. Ich als Mensch, ich habe hier Kinder zu Hause, ich gehe jemanden angreifen, obwohl ich weiß, dieser Mensch bombardiert mein ganzes Haus, ja? In welchem Zusammenhang macht Hamas, schickt da irgendwelche Raketen? Seit wie vielen Jahren passiert diese Sache? Müsst ihr euch mal überlegen, ne? Überlegen. Seit wie viele Jahren versucht Hamas irgendwelche Raketen darüber zu schießen, die nichtmals ankommen? Davon abgesehen. Davon abgesehen. Wenn ich diese Rakete loslasse, kommt Israel, bombardiert mein ganzes Haus. Das hat doch irgendwo keinen Sinn, wenn man richtig nachdenkt. Also erstmal, erstmal hast du einen Denkfehler gemacht, den Palästinens, die nichts bewirken, obwohl die ganzen, ja, jetzt hör mal auf, Palästinenser sind, ihr habt, äh, Palästinenser gibt's schon mal gar nicht, als Volk existiert ihr schon mal gar nicht, das ist schon mal das Erste. Ihr wollt mir noch was erzählen. Lass dich mal, lass dich mal zur Seite, die Frau kann mir eine Frage stellen, ich versuche es zu beantworten, wenn ich noch kann. Mein Wut ist in mir am Sterben, mein Herz ist gestorben, nach diesen ganzen Videos, die ich geteilt habe und die ich jeden Tag sehe, so herzlos wie kann man sein, seit Jahren. Ja, King, King, warte mal, ich weiß, dass das, da nimmt dich mit, äh, die ganze Geschichte. Meine Frage ist, ob du genauso Mitleid hast mit anderen Kindern, die in anderen Kriegen sterben, weil wir wissen, Kriege gibt's ständig auf dieser Welt. Das ist doch keine Frage, das ist doch dumm, das ist doch ganz klar, dass ich auch das gleiche Mitleid habe. Es gibt wenige, es gibt wenige mediale Kriege, es ist das. Was würde, Kian Kermanschay ist da? Na, da wollte ich nur wissen, ob ich gleich mit den anderen. Grüß dich. Was sagst, Kian, hier geht ab, wa? Ich hab dich nicht verstanden. Ja, das ist kein Wund, dass man dich nicht versteht, du hast nämlich kein Internet, da musst du erst mal aufschlussend, mein Freund. Ich hab dich da nicht verstanden. So, Leute, äh, kurz zum Thema, um was geht es um Israel, glaub ich? Jetzt auf, ja, auf Kult zu machen, ja. Leute, irgendwie teuchzen dich ja auch, dass Palästina unter Druck steht. Da brennt dir der Schädel, oder was, Alter? Ich hab dir eben was Nettes gesagt, Alter, und du greifst mich an, was ist mit dir nicht richtig, hast du irgendeinen verbummelt, oder was? Lern mal Anstand, Alter, haben deine Eltern dir das nicht beigebracht, oder was? Mann, sag mal, ruhig, sag mal, ruhig, Alter, ganz ehrlich, entspann dich schon, Moin, pass dir am Sack, zieh ein bisschen ran, rum, dann kriegst du die Stimme auch ein bisschen besser helfen. Was ist dir denn nicht richtig in der Birne gelaufen? Siehst du, King, Bruder, mach hier nicht ein auf Haken, kannst du nur hinter der Telefon. Was heißt hier nicht ein auf Haken, Alter? Du greifst mich hier an, nachdem ich dich vernünftig begrüßt hab. Und dir gesagt hab, dass du schlechten Empfang hast, Kollege. Hast du irgendein Verbummelt, oder was, hast du nackt, oder was passiert mit dir nicht? Okay, Leute, Leute, jetzt kannst du weiter, ich hab dich nicht richtig verstanden, du kannst... So, der ist schon mal runter, wir wollen das ein bisschen. So, genau. Ihr wisst doch, dass israelische Soldaten auch israelische Bürger getötet haben, ne? Er mordet haben an dem 7. Oktober, ne? Das wurde heute berichtet im israelischen Fernsehen durch den Moderator selber, die haben eine Geisel freigelassen und die hat das erklärt im Fernsehen live. Also Israel, die, was Israel helfen, die werden so oder so alle untergehen, weil Israel kann nicht einmal die Bodenoffensive starten, weil sie Angst haben. Und Netanyahu Raku, der wird so oder so leiden, weil sein Sohn in Amerika spazieren ist und sein Volk, die israelische Armee, ist gegen Netanyahu Raku. Okay, aber was ist deine Botschaft? Darf Israel existieren, oder nicht? Wir, jeder Mensch sollte existieren. Aber die Verbrecher, die sollen nicht existieren. Und ein Krieg, jeder Krieg ist scheiße. Jeder Mensch leidet, jeder Zivilist leidet. Moment, 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 stopp, 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 Leute, stopp. Jetzt erst mal wieder Grundsatzfragen, damit wir überhaupt weiter reden können. Solche Aussagen sind immer von True Story, finde ich immer sehr interessant. Nochmal, akzeptierst du das Existenzrecht Israels? Genau sieht's aus. True Story. Eine ganz einfache Frage, gibt eine ganz einfache Antwort. Natürlich, jedes Land soll existieren. Nein, nicht von jedes Land, wir reden jetzt im Speziellen von Israel. Natürlich soll Israel existieren, aber nur in seinen Zonen, ne? Die sollen nicht andere Länder erobern versuchen zu erobern, ne? Was heißt hier in seinen Zonen? Wenn wir anfangen, über Zonen zu reden, dann müssen wir mal ganz einfach bei den Fakten bleiben. Die Fakten sehen nämlich so aus, dass in ihrer Zone... Hör mal so zu, pass auf, du kannst vielleicht noch ein bisschen was nähren. Hör zu und unterbrich bitte nicht. Wenn du über Zonen redest, dann fangen wir erstmal darüber an zu reden, was 1917 unterschrieben wurde. Nämlich die Balfour-Erklärung. In dieser wurde von England, Israel, das Land zugesprochen. Das Land gehört Israel, den Juden, um das mal ganz kurz bündig zu sagen. Und Palästina, die Palästina selbst, haben ein Bleiberecht. Palästina in dem Sinne gibt es gar nicht. Okay, jetzt eine Gegenfrage, Roy Weste. Darf Palästina ein eigenes Land haben oder nicht? Hast du eben zugehört, was ich gesagt habe? Es ist, wie es ist. Es tut mir furchtbar traurig. Es tut mir furchtbar traurig. Aber es ist, wie es ist. Bevor die Engländer das Land annektiert haben, gehörte das Land den Osmanen. So, da können wir erstmal bei den Fakten bleiben. Am Ende ist es so, dass die Palästina sich da angesiedelt haben, aus anderen Ländern entstanden sind, wenn man das mal ganz kurz bündig sagen möchte. Und sie da sich angesiedelt haben in dem Lande Israels. Und das ist nun mal so. 1917 wurde durch die Balfour-Erklärung dieses eindeutig geklärt. Das ist ein Fakt und nicht von der Hand zu weisen. Den Juden gehört Israel. Die Rothschilds haben da mit dran gearbeitet, haben das aufgesetzt. Und am Ende ist es, wie es ist. Und in dieser Balfour-Erklärung ist auch festgehalten, dass die Palästina ein Bleiberecht haben. Nicht mehr und nicht weniger. Aber das Land Israel gehört den Juden. Reu, da muss ich unterbrechen. Das Land Israel gehört heutzutage nicht mehr den Juden. Weil die Juden stehen selber auf. Das Land gehört den Zionisten. Das ist wiederum ein Unterschied. Weil die Juden dürfen laut der Tora... Islamische Propaganda. Islamische Propaganda. Am Ende. Selbst wenn du die Zionisten nimmst. Selbst wenn du die Zionisten... Warte mal ganz kurz. Warte mal. Ich hebe die mit seinen eigenen Waffen aus hier. Selbst wenn du die Zionisten nimmst, sind die Zionisten auch Juden. Was sie da selber für sich beanspruchen oder vorhaben, das ist noch ein ganz anderes Blatt Papier. Aber am Ende geht es um die Fakten. Und die Fakten sind so, wie es ist. Das Land Israel gehört den Juden. Lass mal kurz einmal bitte Kian, zerstör ihn mal bitte argumentativ. Also, was soll hier versucht werden? Es gibt die zionistische Bewegung von Theodor Herzl in den 1890er. Er hatte auf seinem ersten Zionisten-Kongress in Basel, hat er die Idee einer jüdischen Heimstätte für das Judentum vorgeschlagen. Die Muslime haben daraus eine Verschwörung gemacht. Und sie haben den Zionismus so weit vom Judentum getrennt, dass sie daraus eine mythologische, politische, korrupte, weltverschwörerische Bewegung gemacht haben. Genau. Und ich verdiene richtig gut. Kian kriegt ganze Zeit was und denkst, ja Löwe, du solltest vielleicht mal dein Mikrosturm machen. So, und dann kommt die andere Sache dazu. Dann kommt die andere Sache dazu. Sie trennen das Judentum vom Zionismus, weil sie sich auf die Worte... Ich habe heute gesagt, ihr macht mich zum Millionär. Ja, Kian, red weiter. Sie trennen das Judentum vom Zionismus, weil einige extremistische Juden nicht für die Gründung des Staates Israel sind. Sie wollen sogar unter dem Joch verschiedener anderer Nationen und Staaten bleiben, bis ihr Messias zurückkommt. Diese messianischen Juden sind... Da muss man, Kian, darf ich dich mal ganz unterbrechen. Kannst du dann den Leuten auch erstmal aufklären, was Zionisten selber sind, dass sie nach Zion wollen, was da eigentlich dieser ganze, dieser Ausdruck selbst bedeutet, weil das verstehen so viele nicht. Ja, also wenn man... Ich danke dir, Kian, dass du mich unterstützt hast bei deiner Rede. Nochmal, was? Ziyan, äh, jetzt sag ich schon Zion, Alter. Kian, mach einfach weiter. Aber erklär den Leuten als allererstes mal den Zionismus. Okay, also der Zionismus, das Kernwort des Zionismus ist Zion, ja? Richtig. Und der Tempelberg, der auf die Zeit von Salomon zurückgeht, ist sozusagen die geistige Heimstätte der Juden. Das ist das geistige Zentrum der Juden. Und die Juden haben sich auch vor 1948 immer mit den Worten gegrüßt. Das war ein sehr gängiger Gruß vor 1948, vor der Entstehung Israels. Morgen sehen wir uns wieder in Jerusalem. Wegen des Jerusalem-Tempelberges, auf dem der, der, ja, das, der Tempel von Salomon steht. Bye, bye. Und, ähm, deswegen, äh, Zionismus ist eigentlich eine nationale religiöse Bewegung, die darauf abzielt, eine jüdische Heimstätte in dem jetzigen Gebiet, das heute Israel heißt, die Araber als Palästina beanstanden, ähm, zu installieren. Das war die Grundidee des, ähm, des Zionismus. Ja, und zwar auf der Grundlage, Theodor Herzl hat das erklärt, aber auch viele andere prominente, ähm, ähm, Sprecher der Zionistischen Bewegung, ähm, David Ben-Gurion, Golda Maia und so etwas, sie haben alle, ähm, immer wieder gesagt, ähm, sie brauchen eine geistige und physische Heimstätte für die Juden, weil die Juden, ähm, außerhalb dieser geistigen und physischen Heimstätte nicht sicher sind. Und die Geschichte hat das gezeigt, dass es notwendig für die Juden war, sich aus den Gastgebergesellschaften zurückzuziehen, obwohl sie treue Bürger dieser, dieser, dieser Länder waren. Wir vergessen nicht zum Beispiel, wie, äh, Tausende von Juden zum Beispiel im Ersten Weltkrieg, ähm, ähm, Religion-Sache zu sagen, wir gehen nicht nach Religion. Kann man ja bitte ihn rausschmeißen? Ja, ich schmeiß ihn raus. Gut, schmeiß ihn mal raus. Nicht nach Religion, wir wollen hier bisschen... Nein, nein, schmeiß ihn mal bitte raus, Löwenherz. Habe ich schon gemacht, alles gut, Kian. Er hat zehnmal, er hat zehnmal, er hat zehnmal die Chance, also hochzukommen und zehnmal, also fängt er hier an mit seinem emotionalen Araberscheiß. Ja, mit diesem emotionalen Ausdruck. Ja, aber das kennen wir ja schon, Kian, ne? Ja, genau, das kennen wir. Ja, weil die Wahrheit, die Wahrheit am Ende tut immer weh. So sieht es aus. Und was ich, was ich damit sagen möchte ist, was ich damit sagen möchte ist, wenn wir nicht den historischen Kontext beachten, verstehen wir auch nicht, was da los ist. Es geht einfach darum, die Juden haben eine geistige Heimstätte und eine physische Heimstätte für sich gesucht, weil sie müde geworden sind von der Hetzjagd ihrer Gastgebervölker und dem ständigen Vorwurf, dem sie ausgesetzt waren. Sie seien vertrauensunwürdig, sie seien rassgierig, sie seien Kindermörder und so weiter und so fort. Und das alles hat nach vielen Verfolgungen, nach vielen Pogromen in Russland, in Frankreich, ja, schaut euch mal die Dreifußaffäre an in Frankreich. Was das für die Juden bedeutete, als dieser Dreifußgeneral des Verrates bezichtigt worden ist. Dann gab es Pogrome. In England gab es Pogrome gegen Juden. Schaut euch mal an, selbst Sir Arthur Conan Doyle, der die Sherlock Holmes-Geschichten geschrieben hat, selbst er thematisiert in einigen seiner Romane, ganz besonders in Bezug auf Jack the Ripper, wie die Juden damals beschuldigt worden sind, Prostituierte ermordet zu haben. Also jedes Mal gab es irgendwelche schwerwiegenden Vorwürfe gegen Juden, die immer wieder in Pogrome geendet hat. Ganz besonders, nachdem der Islam an den Start ging, dann fingen halt eben auch diese antisemitischen oder judeophobischen Attacken gegen das jüdische Volk. So, und das hat Theodor Herzl erkannt, hat gesagt, wir erleben einfach zu viele Probleme in den Ländern, in denen wir versuchen, uns zu assimilieren und aufzugehen und fertig. Dadurch wurde dann schlussendlich am 14. Mai 1948 dann die Unabhängigkeit des Staates Israel ausgerufen, in einer Zeit, in der es so gut wie keine Nationalstaaten gegeben hat oder in der alle arabischen Staaten, die dort damals irgendeinen nationalen Charakter gehabt haben, erst vor kurzem gegründet worden sind. Ich frage die ganzen Pro-Palästina-Befürworter, erklärt mir mal, was war denn Jordanien vor 1948? Was war denn Syrien bei seiner Staatsgründung in den 1930er Jahren? Was war denn Irak? Wo war denn Irak vor 1935? Nennt mir mal, wo war denn Iran? Wo waren denn all diese Anrainerstaaten und heißen sie tatsächlich Jordanien, Irak und Syrien? Pustekuchen. Sie wurden alle in der gleichen Weise geboren, wie Israel geboren wurde. Aber den Juden hatte man das nicht gegönnt, dass sie so geboren worden sind, wie sie geboren worden sind. Kieran, darf ich die kurz unterbrechen? Gerne. Ich finde übrigens, warte mal ganz kurz, Löwenherz, ich finde übrigens die Karte, die du vom Evangelisten da dir abkopiert hast, die finde ich eigentlich ziemlich maßgeblich zu dem Ganzen. Die könntest du mal kurz reinschmeißen, wenn du da mal Lust drauf hast. Weil das zeigt eigentlich, worüber... Ja, die hatte ich ja gerade... Das zeigt eigentlich, worüber man sich da eigentlich aufbringt. Ja. Ja, also... Mach nur mal ganz kurz. Also an die 500 Leute, ich hatte gerade mein Mikro nicht gestummt, ich habe zu meiner Freundin Hase gesagt, also bitte mich nicht auslachen, ne? Wunderbar. Danke. Ich wollte dich fragen, im osmanischen Recht gab es ja 850 Jahre lang, wurden damals Juden vertrieben im osmanischen Recht. Warte mal ganz kurz, ich möchte erst mal, bevor du loslegst, die Kunde mal bitte. Ich möchte nur mal darauf hinweisen, seht ihr dieses kleine Stück Erde da, mittendrinne? Mal ganz ehrlich, ganz ehrlich, worüber regt man sich eigentlich auf? Guckt euch das mal an. Umzingelt von was und trotzdem haben sie da dieses Land. Gönnt ihnen das doch einfach. Gönnt doch einfach. Wo ist das Problem? Das Problem, du verstehst das nicht, das Problem ist, dass seit Tagen Zivilisten abgeschossen werden. Da sterben Kinder, Frauen, das könnt ihr alles nachreichen, das ist überall in den Medien. Ja, die sterben aber auf beiden Seiten, weil Hamas angefangen hat. Da Bomben rüber zu schmeißen, egal wie es möglich geworden ist, hat trotzdem die Hamas angefangen, da Bomben rüber zu schmeißen. Und es sind auf beiden Seiten Kinder gestorben. Auf beiden Seiten sind Menschen gestorben. Und auf beiden Seiten gibt es auf jeden Fall Sachen, die zu verurteilen sind. Und das zu 100 Prozent. Aber am Ende ist es, wie es ist. Die Hamas hat angefangen, diesen Scheiß wieder aufleben zu lassen. Aus was für Gründen auch immer. Reurig und Trostorby. Ganz kurz, Trostorby, warte mal kurz. Warte mal kurz, weil dann kann ich Rames wieder runterschmeißen, weil ich glaube, da kommt nur irgendein Quatsch. Rames, komm, sag was. Rames. Rames. Okay, wunderbar. Das war die Worte. So, tschüss. So, ihr seid weiter ran. So, mit. Genau das versuche ich hier zu meinen, weißt du, schau. Es muss einfach eine friedliche Lösung geben, weil so geht das nicht weiter. Ich sterbe auf beiden Seiten. Mario, danke. Ja, aber das Schlimme ist, die friedliche Lösung, die war schon mal angestrebt. Die friedliche Lösung mit der Zwei-Staaten-Regelung, die war schon angestrebt. Sie war da. Und es hat nicht geklappt. Und das ist das eigentliche Problem. Und seien wir mal ganz ehrlich, wenn sie in einer Existenz zusammen miteinander leben können, weil seien wir mal ganz ehrlich, es leben genug Palästina auch auf jüdischer Seite oder auf israelischer Seite, die da wirklich kundig integriert haben. Das, was da aber ein Problem darstellt, das ist diese Terrororganisation Hamas. Und jeder Palästiner, der sich da hinterstellt, versteht nicht. Es geht nicht darum, von wem sie gegründet wurde. Es geht nicht darum, wozu sie installiert wurde. Es geht darum, was sie jetzt gerade ist. Und sie ist jetzt gerade eine Terrororganisation. Und diese Terrororganisation hat da in ihren Schriften Sachen stehen, wo man klar deutlich lesen kann, was die Hamas möchte und wann sie aufhören mit diesem Terror. Und das ist der Punkt, den ich als mehr als verwerflich ansehe. Wenn ich mir überlege, dass sie nämlich da jeden einzelnen Juden umbringen möchten, egal ob er sich hinter einem Stein oder hinter einem Baum versteckt, und dieser dann sie ja sowieso verpetzt, um das mal kurz durstlich zu sagen, ist das ein Problem. Am Ende ist es auch, wie es ist. Die Hamas hat angegriffen. Die Hamas hat ein Tunnelsystem aufgebaut und hat dafür gesorgt, die eigene Bevölkerung so in Gefahr zu bringen, dass Israel am Ende nichts übrig blieb. Was sollten sie machen? Freude strahlend zugucken. Guck dir an, wie viele Bomben beim ersten Angriff rübergeflogen sind. Wenn der Iron Dome nicht da gewesen wäre, wäre da eine ganz andere Masse geflogen. Wären alle da wirklich durchgegangen und nicht vom Iron Dome aufgehalten worden, dann hätte Israel aber mal ein ganz arges Problem. Und das wissen alle ganz genau. Also worüber redet man hier? Worüber? Roy, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber du musst dir denken, glaubst du, Israel hat nichts mit dem zu tun, was Hamas gemacht hat? Das streite ich gar nicht ab. Das streite ich gar nicht ab. Auch Israel hat verwerflich gehandelt. Israel hat gegen die Genfer Konvention verstoßen. Aber das ist am Ende ein Folgeschritt gewesen, so doof wie sich das anhört. Weil man kann leider sich nicht mehr ausdenken, wer nun eigentlich dazu Hamas gehört oder nicht. Die Hamas selber hat sich komplett in Palästina integriert. Sie hat Schulen geschaffen. Sie hat Krankenhäuser geschaffen. Sie hat den, wie sagt man so schön, den Hungernden gespeist. Und natürlich hat sich die Bevölkerung, ein großer Teil der Bevölkerung aus Palästina, den Hamas angehörig gefühlt. Haben aber nicht gemerkt, dass sie eigentlich nur benutzt wurden. Egal, ob nun die Hamas von Israel gegründet wurde im Ausgleich zur PLO, ist es am Ende trotzdem, wie es ist. Es ist eine Terrororganisation. Und diese Terrororganisation hat keine Christen inne, sondern es sind Moslime inne. Und diese haben da einen Terroranschlag verübt. Wie es dazu gekommen ist, ist nochmal ein ganz anderes Blatt Papier. Was da geopolitisch hinter steht, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber am Ende, wenn es dann um den Krieg der Religionen geht, den ihr euch alle in den Kopf schmeißen lasst, ohne zu verstehen, was geopolitisch dahinter steht, muss man dann auch, wenn man dann schon bei der Wahrheit redet, auch über die Wahrheit oder bei der Wahrheit bleiben. Und das sind nun mal die Fakten, die auf dem Tisch liegen. Und das ist so. Israel gehört den Juden. Palästina hat ein Bleiberecht. Das ist festgehalten. Sie haben das Land von England gekriegt. Die Hamas ist eine Terrororganisation. Sie hat angefangen, da zu schießen. Sie hat angefangen, Terror auszuüben. Und natürlich hat sich Israel dann auch im Nachgang nicht bei allem korrekt verhalten. Aber gerade in diesem Krieg, der daraus hin entstanden ist, muss man auch ein bisschen gucken. Weißt du eigentlich, wozu das Wasser abgeklemmt wurde und oben im Süden wieder angeklemmt wurde? Wenn man eine Bodenoffensive starten muss, ist das Wichtigste überhaupt erst, wenn man das machen möchte, die Flüchtlingsströme zu lenken, damit das militärfreien Weg hat. So fängt das als allererstes an. Natürlich ist das verwerflich anzusehen. Und dass dann Ägypten auf der anderen Seite steht und sagt, ey, passt mal auf, da möchten wir nichts mehr zu tun haben. Wir wissen gar nicht, wie wir es hier machen sollen. Wir können nicht unkontrolliert die Leute hier reinlassen. Wir wissen gar nicht, wen wir uns ins Land holen. Deutschland macht das. Wir sehen, was wir daraus gekriegt haben. Jetzt mal ehrlich, ohne Scheiß. Von daher ist das alles nachvollziehbar, was da gelaufen ist. Und es ist verwerflich, ja, auf beiden Seiten ist was passiert, was Menschenleben gekostet hat. Aber das, was da die Hamas als erstes gemacht hat, das ist nichts anderes als Terror gewesen. Und da waren wir die Scheiße wissen, wie wir auf was sie sagen. Hallo, two-story, warte mal kurz, ganz kurz. Hier, mit der Free-Palästina-Fahrer, komm, sag was und disqualifizier dich bitte. Komm, sag was. Das ist ein Bengel, nimm den raus, der ist 15 Jahre alt. Also ja, ich möchte einmal, dass er sich disqualifizieren. Ja, ist er, hat er schon. Ja, aber du kannst das nicht so zulassen, Löwenherz. Du disqualifizierst dein Live damit. Du wirst weggemeldet damit. Ja, okay. Gut, wunderbar. Da haben wir noch einen Gast. Duygo Thym, oder wie heißt bitte? Ganz kurz, Duygo. Ja, hallo. Hallo? Ja, bitte. Deine Position, bitte. Ja, ne, ich wollte nur zu den Sachen antworten eigentlich. Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt. Roger oder Ron? Roger Rabbit, genau, ist richtig. Roger Rabbit. Roger. Ja, ich finde, das ist nicht so lustig, aber ist okay. Das ist schon witzig. Roger Rabbit ist doch ein schöner Name. Ich finde es ja nicht lustig, ich finde ihn gut. Duygo, bitte komm, disqualifizier dich und dann... Er lässt mich ja gar nicht ausreden. Du kommst ja auch nicht zum Punkt, du redest ja nicht. Hä, keiner sagt was. Ja, genau, aber was soll ich jetzt genau antworten, ne? Ja, aber warum bist du hier oben? Es wurde gar keine Frage gestellt. Du sollst deine Meinung kundtun. Ja, du erwähnst ja die ganze Zeit, dass die Hamas als erst angegriffen hat und dass sie das Recht haben, jetzt in eine Bodenoffensive zu starten, ne? Aber meine andere Frage... In die Bodenoffensive startet nicht die Hamas, sondern Israel. Ja, genau. Ich meine ja Israel damit auch. Ist ja klar, ne? Aha. Ja, ja, ist klar. Ja, aber meine andere Frage ist... Ihr sagt ja, die haben ja gestartet. Meine andere Frage ist, ihr wisst ja bestimmt auch, dass Palästina seit 75 Jahren unterdrückt wird und dass auch jedes Jahr zu unseren... Hallo? Was soll ich mehr da reden, du, Igor? Dass jedes Jahr in unseren Festtagen, zum Beispiel Ramadan, kennt ihr wahrscheinlich auch, Fastenzeit, dass in den Zeiten auch immer halt die Moscheen angegriffen wurden durch die israelischen Soldaten. Das wisst ihr wahrscheinlich auch. Oh, Igor, 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 nicht nur die Moscheen, sondern die Kirchen werden auch angegriffen, ne? Vergiss das nicht. Ja, aber das... Nicht nur die Moscheen, sondern die Kirchen werden auch immer angegriffen. Also die Moscheen werden zu Ramadan immer angegriffen. Igor, Igor, geh mal schlafen, ja? Du hast doch gar keine Argumente hier. Wie geht's? Was für schlafen, ja? Geh mal schlafen, ja. Ach so, du weißt doch gar nicht, was du da labert. Lass mich doch mal... Ja, klar weiß ich das. Was ich fragen wollte. So, raus. Ich will jetzt wieder Qualität in das Gespräch bringen. So, Duigo, sag jetzt was Vernünftiges oder raus. Hä, das war was Vernünftiges? Was war mir meine Frage, was ihr davon hält? Okay, wunderbar. Oh Gott, Alter, diese Gehirn-Akrobat, jetzt fang das nicht. Ja, es ist wirklich anstrengend. So, ganz kurz, Reurig, warte kurz. Also, Kian, danke, dass du wieder da bist, dass du nochmal wiedergekommen bist. Ich bringe jetzt ein bisschen Qualität hier an. Wir haben natürlich hier den Nikola. Den kennst du, hast du ja vorhin schon gehört. Ein sehr, sehr gebildeter Mann. Löwenherz, bevor du loslegst, Löwenherz. Sag mal, Kian, hast du einen neuen Kanal? Ja. Ja, ich habe einen neuen Kanal, weil der große Kanal, der wurde mir geschlossen vor ein paar Tagen. Hast du einen Widerspruch eingelegt? Ach, den habe ich nicht zurückbekommen. Leider Gottes. Ja. Aber Kian, das ist kein Problem. Kian, tu mir mal bitte den Gefallen. Folg mir mal, ich folge dir auch zurück wieder. Ja, gerne, kann ich gerne machen. Und dann können wir gerne weitermachen. Alle Leute, die hier drin sind, folgen bitte Kian auf seinem Kanal, auf diesem Kanal. Bitte alle Kian folgen, auf diesem Account, was er jetzt da hat. Er hat 3.426 Abonnenten. Wenn wir das hier heute Abend beenden oder wenn Kian rausgeht, hat er mindestens 5.000. Also bitte folgt ihm alle. Und jetzt können wir wieder ein bisschen Qualität in das Gespräch bringen. Nikola hat die ganze Zeit nichts gesagt. Er war die ganze Zeit ruhig. Er ist auch reingekommen. Vielleicht lassen wir ihn ganz kurz reden. Und dann Kian und Reurig, ihr könnt euch ja dann abwechseln. Also bitte, Nikola. Alles klar. Alright. Ich will mal das Thema noch mal ein bisschen woanders hindenken. Bei der berechtigten Kritik bezüglich des politischen Islam, den ich ja absolut verstehe, sollten wir aber nicht vergessen, dass jede und jeder, der sich mit dem muslimischen Kulturkreis oder sich dem zugehörig fühlt und liebevoll, rücksichtsvoll, gastfreundlich, intelligent ist, bereichert jede Gemeinschaft. Und da... Ich bin noch ein Hamd-el-Muslim, du kannst nicht mehr reden. Und da jetzt zu sagen, dass diese positiven Eigenschaften nichts mit dem Islam zu tun haben, weil das theistisch, puristisch nicht so aus dem Koran abgeleitet werden kann. Warum da nicht einen inklusiveren Ansatz wählen? Warum nicht die Hand reichen und den spirituellen Teil dann trotzdem respektieren? Wenn jemand den Islam rein spirituell versteht, ohne politische oder käferische Absichten, dann sollten wir das selbe Frage stellen. Also, das ist eine wirklich sehr, sehr gute Frage. Aber weißt du was, bevor wir diese Fragen geklärt haben müssen, wir müssen uns dann erstmal, oder die Moslems müssen sich erstmal, die müssen sich erstmal untereinander unterhalten, wer jetzt eigentlich Recht hat. Weil das ist nicht von der Hand zu weisen, wenn du da von dem gemäßigten Islam sprichst. Das ist ja alles in guter Ordnung, das mag ja okay sein. Aber es gibt nun mal den radikalen Teil. Und dieser radikalen Teil, der ist an sehr vielen Ebenen zu sehen. Ich habe das vorhin erklärt. Er konnte jetzt 30 Sekunden was sagen, bitte. Ihr redet alles sehr viel, ich mag euch mal, aber bitte gib doch Nikola jetzt kurz drei, vier Minuten die Chance, das auszuführen. Ach so, ich dachte, er ist fertig. Nein, lass ihn bitte zu Ende reden. Er hat jetzt eine halbe Stunde mitgesagt. Alles gut, ich dachte, er ist fertig. Also entschuldige bitte. Ich dachte, er ist fertig. Alles gut, ich verstehe dich. Also bei dir, ich kenne dich ja die Intention, alles gut. Aber du hast mich witzigerweise im absolut besten Moment unterbrochen, weil ich wollte dich gerade persönlich ansprechen. Weißt du, diese Stereotypen und Vorurteile werden durch sowas wie, da müssen sich die Moslems irgendwie verständigen, wer da jetzt eigentlich Recht hat. Du hattest vorhin auch zu jemandem gesagt, der dann irgendwie rausgegangen ist, typisch Moslem. Und sowas ist dann für jemanden, der den Islam trott, aber einfach spirituell versteht, in dem Moment trotzdem ein Schlag ins Gesicht, auch wenn ich bei aller Emotionalität verstehen kann, wo das herkommt. Und ich würde dir jetzt unterstellen, dass wenn du wirst, also es geht gar nicht anders, wenn du in Deutschland lebst, du wirst Freunde oder Leute in deinem Umfeld haben, die sich dem muslimischen Kulturkreis zugehörig fühlen, mit denen du absolut klarkommst und die du auch als deine Freunde bezeichnen würdest. Selbstverständlich kannst du das. Definitiv. Definitiv. Ja, absolut. Aber verstehst du, deswegen meine ich, dass solche Aussagen... Ja, nein, du hast recht. Du hast recht auch mit der Aussage, die du getroffen hast. In dem Moment hätte ich mich da klar deutlicher ausdrücken müssen. Ich hätte ihn direkt angreifen müssen. Aber es ist leider an dem, wenn man sich dann damit unterhält, dann müsste ich sagen, typisch radikaler Moslem. Dann müsste ich es so sagen. Ja. Aber am Ende kann man, so doof wie es sich anhört, kann man den Leuten nicht vor dem Kopf gucken. Ich habe jetzt gedacht, dass man das versteht, dass es da in seine Richtung gelenkt war, weil ich habe kein Interesse daran, und das wiederhole ich hier mehrfach, dass ich da alle Muslime in einen Topf schmeiße. Auf gar keinen Fall. Es gibt den gemäßigten Teil, die absolut friedlebend sind, die sind eigentlich schon bald mehr Europäer als ich selbst, wenn man so möchte. Mehr Deutsch als ich selbst. Die lassen sich tätowieren, die eiern da rum, die saufen sich die Hucke voll, die huhen rum, die tun und machen und sehen sich trotzdem als Moslems. Aber dann gibt es wieder halt die Moslems, die sagen, ey, wenn du das machst, bist du kein wahrer Moslem. Und das ist so dieses eigentliche Problem. Gerade in den unterschiedlichen Ansätzen, die du da siehst, zwischen den Schiiten, Alawiten, Soniten und den letzten Ausdruck, entschuldige bitte, vergesse ich immer, ich möchte das jetzt zu dir nicht so sagen, wie ich es sonst sage. Aber Fakt ist eins, es ist nun mal, wie es ist. Und wenn du dich nur mal so als Gast in irgendeinen moslemischen Chat setzt, nur als Gast und einfach nur lauscht, wirst du was ganz Lustiges feststellen. Da wird selbst der Gemäßigte auf einmal ziemlich angepisst, wenn er zu hören kriegt, du bist kein wahrer Moslem. Absolut, absolut. Aber ich besitze genügend Eigenkritik und man hat es jetzt hier, weil ich war jetzt, ich weiß nicht, wie lange, zwei, drei Stunden so als Zuhörer nur hier drin. Das passiert, solche Gruppendynamiken passieren in allen Kreisen und auch hier im Chat. Also Löwen hat es jetzt absolut null Böse gemeint. Aber das ist auch normal, wenn man so einen Tag lang, und heute waren besonders viele Meeresbiologen unterwegs, das verstehe ich dann immer, wenn man dann so einen Tag lang mit Meeresbiologen und Raketenwissenschaftlern zu tun hat, dann sinkt natürlich die eigene Toleranz gegenüber dem Versuch, ein Gespräch friedlich zu führen. Weil wir müssen uns ja immer vor Augen halten, jeder, also alleine schon, wer in so eine Debatte reingeht, und deswegen auch Respekt vor den Leuten, die, auch wenn sie eine andere Meinung haben, aber hier sind ja auch Leute in den Kommentaren, und die versuchen wirklich gut, sachlich dagegen zu argumentieren. Und ich sage das mit der Emotionalität, die damit einhergeht, gekauft. Aber solange man hier nicht rumschreit und irgendwie Leute anbrüllt und dass man... Was soll diese Scheiße von euch eigentlich? Was soll diese Scheiße von euch? So Nikola, jetzt haben wir das perfekte Beispiel da, oder was? So Nikola, jetzt haben wir das perfekte Beispiel da, und diesen Leuten wirst du nur mit einer Sache her, nur mit einer Sache, mit dem, was sie dir entgegenbringen, zu kontern. Ihr provoziert, ihr provoziert, bis es nicht mehr geht. Seht euch nicht selbst, wir leuten provoziert. Als erstes würde ich sagen, du fühlst dich provoziert. Wenn du dich angesprochen fühlst, dann könnte man ja vielleicht glauben, dass du ein ziemlich radikales Denken hast. So, Professor Doktor Almadi, ruhig bleiben. Ich weiß, Sie sind sehr studiert, aber bitte ruhig bleiben. Ruhig bleiben. So, Rorik, bitte. Es ist auf jeden Fall sehr faszinierend, dass die Leute, die es genau in ihre Richtung nehmen, reinkommen und genau so agieren und reagieren, wie du das eben gemacht hast. Das ist der eigentliche Punkt. Wenn man da ein vernünftiges Gespräch aufbauen kann, mal ganz ehrlich, wir müssen auch mal bei der Wahrheit bleiben. Nicht alles in dem Glauben ist toll. Das ist einfach so. Wir können auch nicht den radikalen Teil, den können wir nicht verschweigen. Das geht nicht. Weil der radikale Teil, der Muslime, sorgt dafür, dass der gemäßigte Teil dann ein arges Problem hat und in Mitleidenschaft gezogen wird. Da darf man doch mal drüber reden, oder nicht? Ja, warte mal. So, darf ich mal reden? Darf ich mal sprechen? Darf ich mal mein Wort haben hier? Ja, danke mal. Wenn man jetzt die Landkarte anschaut, und da ist Israel der Punkt. Und außenrum sind doch alle diese Libyen, Ägypten, Saudi-Arabien, Irak, Syrien, Türkei, Iran, ne? So. Hab ich mal überlegt, wenn diese Länder mal richtig anfangen aufzustehen, dass dieser Israel nicht mehr existieren wird, aber die bleiben nur ruhig, wenn die wollen. Die können alle aufstehen, mit einem Spruch, wo es sein ist, und da macht es auch. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Ist das der Hammer. Ist das der Hammer. Ich danke dir für diese Aussage. Das meinte ich übrigens vorhin mit... Das sind die feuchten Träume, die sie mussten immer von Zeit zu Zeit rauskehren, wenn sie mit Konflikte konfrontiert werden. Sie kennen immer nur absolute Aussprüche, immer nur absolute Gedanken. Sie kommen nicht einmal auf die Idee, dass sie vielleicht im Unrecht sein könnten oder dass sie vielleicht selbst nur ein Produkt der islamischen Ummah sind und nicht wirklich echt existieren, zum Beispiel wie die Länder, die man da sieht. Frag dich doch mal lieber, Al-Mahdi, wie ist Libyen entstanden? Wie ist Sudan entstanden? Wie ist Ägypten entstanden? Die Türkei? Und so weiter und so fort. Schau dir mal an. Magst du mal kurz auch was sagen? Geht das? Wenn es erlaubt ist, na natürlich. Leute, Schatz, deswegen. Ich unterstütze sicher nicht die Hamas. Wisst ihr warum? Ich bin ein Hamdula-Muslim und in dieser Religion ist das so befohlen. Du darfst keinen Menschen töten. Du darfst nicht einmal ein Ameis oder eine Fliege töten. Ach so ein Blödsinn. Nein, 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 nein. Ja, aber trotzdem. Ganz kurz. Ich lasse ihn jetzt nicht. Nikola, ich kann ihn gleich wieder reinholen. Aber ich möchte jetzt bitte, bevor Siebom antwortet, und Reurik, bitte noch einmal Kian, weil ich bin wirklich froh. Ich weiß, ihr drei seid immer dabei. Jeden Tag fast. Ich bin aber froh, dass Kian ausnahmsweise mal Zeit hat und mal da ist. Deswegen möchte ich Kian tatsächlich ein bisschen mehr Redezeit einräumen, weil ich mich echt freue, dass Kian mal da ist, weil ihr seid fast jeden Tag da und danach darf Siebom. Ich höre Kian auch sehr gerne zu, vor allem, er spricht ja mit Wissen. Aber wenn, ich glaube, Kian, ich glaube, es ist leid, sich ständig Tag für Tag mit diesen Gehirn-Akrobaten auseinanderzusetzen. Ich dachte, Kian, deswegen sind wir ja draußen, Reurik. Und deswegen darf Kian ja sich jetzt mal mit Siebom unterhalten und mal gucken. Das fände ich tatsächlich ganz interessant, wenn die beiden sich mal unterhalten. Ja, gerne, gerne. Gerne. Ja, unser Kernthema ist ja Israel und Palästina. Die Ursachen des Konflikts. Wer hat Recht? Wer hat Unrecht? Haben vielleicht beide Unrecht? Ich bin nicht hier als Anwalt der israelischen Regierung. Es gibt sehr viel an der israelischen Regierung auszusetzen, auch an Netanjau. Deswegen bin ich nicht ein Sprecher von Netanjau. Ich interessiere mich für den historischen Konflikt und ich interessiere mich für das absolute Existenzrecht, Israels und den darin befindenden Juden auf eine sichere Heimstätte für sich selbst. Und der Rest ist Gegenstand von Diskussionen. Aber ich bin jetzt kein großer Befürworter israelischer Politik. Auch die machen Fehler, wie jeder andere Staat auf der Welt, also auch politische Fehler macht. Aber Israel nimmt natürlich aufgrund seiner Position eine Sonderstellung in der Welt ein. Wenn es so friedliche Nachbarn hätte, wäre Israel vielleicht nicht gezwungen, immer so militarisiert aufzutreten. Es ist eine militarisierte Gesellschaft. Aber das liegt daran, dass die Gesellschaft um sie herum oder die Gesellschaft um sie herum sie zu jeder Zeit auslöschen wollen. Und deswegen kann Israel auch nicht wie ein Zivilstaat funktionieren, sondern wird sich immer leider Gottes immer irgendwie als eine Form Militärstaat behaupten müssen. Richtig. Nicht umsonst, dass sie eine Atommacht. Netanjahu, guck mal, muss man ja auch mal ganz ehrlich sein. Das ist ja nun mal... Rolwig, ich mag dich wirklich, Rolwig. Aber lass bitte sagen. Entschuldige bitte. Ich finde das immer toll, wenn Menschen mit Wissen sprechen. Ich weiß, ich weiß. Rolwig, ich weiß. Aber bitte. Ich halte mich schon zurück. Ich halte mich zurück. Ich kann nur dazu sagen, das war so vernünftig beschrieben. Und ich sage mal, ich glaube, so 90 Prozent von dem, was Kian gesagt hat, kann man echt unterschreiben. Außer, dass die Länder drumherum die völlige Zerstörung von Israel wollen. Da war gerade in den letzten Monaten sehr oft Besuch auch von Netanjahu in die Sinder. Und man hat sogar Kooperationen langsam angestrebt. Also es war eine positive Entwicklung. Man kann jetzt natürlich sagen, durch den Terroranschlag ist alles wieder in die Brüche gegangen. Und der Almagdi, ich weiß nicht, ob er sich nicht richtig ausdrücken konnte oder so. Aber ihr müsst auch eins wirklich mal faktisch sehen. Die Türkei und der Iran, das sind echt krasse Militärmächte, die schon gefährlich sein können. Das heißt, wenn tatsächlich diese zwei Länder, die auch wissen, wenn sie einschreiten sollten, dass es einen dritten Weltkrieg gibt, sich zurückhalten, dann ist das eigentlich für den Weltfrieden ja erst mal positiv. Aber wenn diese zwei Länder mit ihrer Militärmacht da eingreifen, bin ich der Meinung, haben wir Zustände wie im Ersten Weltkrieg. Also wenn es keinen atomaren Krieg geben sollte, wäre das schon heftig. Und am Ende weiß keiner, wer dann am Ende als Sieger hervorgeht. Das ist meine Meinung dazu. Weil das sind schon krasse Mächte. Ja, also ich stimme dir teilweise zu. Natürlich hat Israel übrigens, eine der Gründungsparolen des israelischen Staates war immer, wir wollen in Frieden und Harmonie mit den umliegenden Staaten leben. Das war eines der Grundsatzerklärungen des israelischen Staates. Weil Israel hatte keinen Bock. Das Einzige, was die Juden für ein Bedürfnis hatten nach der Tatsache, dass sechs Millionen Juden in Deutschland systematisch eliminiert worden sind, war, dass sie in Frieden leben wollen. Da war das Letzte, was die Israelis gedacht haben, hey, wir wollen gleich wieder in neue Konflikte eintreten. Es waren die Araber, die diese Konflikte provozierten. Ja, aber wir müssen, ja, aber dieser Konflikt, der durch die Araber kam, ist ja auch eine logische Konsequenz dessen, dass man ihnen gesagt hat, ihr kriegt ein Großarabien und dann wird natürlich ein falsches Spiel getrieben. Also guckt euch mal die Länder an, das ist alles mit einem Lineal durchgezogen. Also die Grenzverläufe. Das heißt, da sind Fremdmächte da gewesen, die dann bestimmt haben, wer in dem Tivon lebt und wer die Schnauze zu halten hat und wer was akzeptieren soll. Ich finde es, ich glaube daran, dass viele Juden damals, die da hingegangen sind, wirklich eine Sehnsucht nach Frieden hatten und endlich mal ankommen wollten. Das bin ich sicher. Jetzt ist aber nur so, dass die Entstehung schon ein Problem mit sich hergebracht hat. Weil ihr müsst so sehen, in Palästina haben sehr, sehr viele Juden gelebt. Das waren auch semitische Juden. Und dann sind aber auf immer mehr europäische Juden hingezogen, die dann, sage ich mal, die palästinensische Gesellschaft, die nach dem Osmanischen Reich, die da entstanden ist und die eigentlich auch recht friedlich miteinander umgegangen ist, dann gestört wurde durch so einen Akt mit der Gründung. Und es ist eine UN-Resolution und es wurde Israel gegründet. Deswegen sage ich auch, dass Israel definitiv ein Existenzrecht haben muss, weil die Situation so ist, wie sie ist. Über die Entstehung Israels, da können wir uns tot diskutieren. Und die meisten Argumente gehen echt dahingehend, dass man sagt, ja, vor 3000 Jahren haben wir hier gelebt und das stimmt eigentlich gar nicht. Aber das ist mir auch egal, ganz ehrlich. Weil dann hätte ja jeder Afroamerikaner Anspruch auf den afrikanischen Staat, wenn wir das Spiel weiterspielen. Das ist dummes Zeug. Aber mir geht es um die Menschen, die nach 1948 da sich angesiedelt haben. Und mich stört in erster Linie die Unterdrückung des Palästinenser-Staates. Mich stört der Umgang mit diesen Menschen, die Siedlungspolitik und nicht das Bestreben nach Frieden. Also ich erkenne definitiv nicht vom israelischen Staat, nicht von den Menschen, sondern vom Staat, eine Friedensbestrebung. Und Europa, die sind so richtige Bittsteller. Und die kotzen einen an, weil die einfach eine Doppelmoral ausstrahlen. Ihr kennt ja diese Ansprache von von der Leyen über diesen Ukraine-Russland-Krieg, wo sie über die Infrastruktur für Zivilisten gesprochen hat. Und das hat auf einmal keine Geltung für den Gaza-Streifen. Und diese Doppelmoral bringt Menschen dazu, nicht mehr der Politik zu glauben. Gehen auf die Straße. Stiebung, ganz kurz. Weil ich muss ja, Kian muss die Chance haben, auf die Sachen zu antworten. Das andere Punkt eben auch immer. Du sagst ja ganz viele Sachen. Hinterher weiß man gar nicht mehr, was du alles gesagt hast, damit man auf alles antworten kann. Deswegen, Kian, bitte. Ja, also was stellen wir hier fest? Es hat seit 1947 mindestens sechs Versuche gegeben, jedes Mal, wenn die Araber die Hand ausgestreckt haben zu einem Friedensgespräch, hat Israel sofort eingelenkt und hat sich mit den Arabern an den Tisch gesetzt. Bei allen sechs Gesprächen, die Israel auf historischer Ebene mit den Vertretern der arabischen Widerstandsbewegung geführt haben, sei es die Fatah oder die PLO-Bewegung und so weiter und so fort, später sogar mit der Hamas, hat Israel immer zu einem großen Teil die Bedingungen erfüllt, die die Araber damals gehabt haben. Nämlich die Rückgabe der Territorien, die vor 1967 den Arabern durch den Völkerbund oder durch die UN von 1948 dann zugesprochen worden sind, die die Araber aber abgelehnt haben, weil sie nämlich von dem ganzen Kuchen haben wollten und nicht nur den halben Kuchen. Denn immerhin gibt es neben der Prämisse Palästina nämlich noch eine andere, die die Araber haben und das ist der Traum von der arabischen Einheit. Als der kleine Staat Israel in der Größe von Hessen sich gegründet hat, gab es bereits 22 arabische Staaten, die alle frisch gegründet worden waren. Wenn immer wieder Leute da auftauchen und sagen, hey, Israel ist ein Krebsgeschwür im Nahen Osten, es darf da gar nicht existieren, dann frage ich mich, wie diese 22 arabischen Staaten zustande gekommen sind, die um Israel herum in die Existenz gerufen worden sind. Bitte macht euch alle bitte klar, dass zwischen den 30er und 50er Jahren die meisten arabischen Staaten ihre Namen bekommen haben. Und davor gehörten sie entweder zu einem anderen arabischen Teil oder sie hatten nicht diesen ursprünglichen Namen. Ich habe das schon mal erwähnt, die ganzen Golfstaaten sind fake. Die ganzen Golfstaaten wurden nach den Familien der arabischen Städte gelandet. Das sind aber nicht die Gründer und diejenigen, die die Grenzen gezogen haben. Das sind Besatzungsmächte gewesen. Das sind die Besatzungsmächte. Natürlich. Darf ich darauf kurz antworten? So willkürlich hat England die Grenzen überhaupt nicht gezogen. Mal abgesehen davon, wie willkürlich hat denn England in Bezug auf Syrien und Irak die Grenzen gezogen? Schau mal, Kian. Ich will dir mal die Gesellschaft da unten ein bisschen beschreiben. Das ist Propaganda, dass die Engländer willkürlich vorgegangen sind. Na warte mal, du hattest ja deine Erklärung. Ich muss das ein bisschen verteidigen. Also, bei einem Vielvölkerstaat wie Irak, wo zieht man da eine Grenze, wenn im Irak zum Beispiel Chokmenen leben, Kurden, Araber und vielleicht noch andere ethnische Gruppen, die ich jetzt nicht aufzählen kann. Was macht man mit Syrien? Syrien war vielleicht nicht multiethnisch, aber Syrien war multireligiös. Wie zieht man dort die Grenze zwischen Drusen und Alawis und Alawis und Sunniten und Sunniten und Schiiten? Es war für die Engländer auch klar. Und die Engländer haben immerhin Tausende, Tausende von Abgesandten in den Nahen Osten geschickt, die die geschichtliche und die geografische Situation und die ethnische Situation untersuchen sollten. Und erst dann haben sie angefangen, nicht willkürlich, wie gesagt wird, Linien zu ziehen durch den Nahen Osten. Kein westliches Land der Welt wäre so vorgegangen, wie man das heute behauptet. Einfach ein Lineal auf eine Map legen und dann Striche ziehen. Das ist Quatsch. Die Engländer haben schon versucht, den Nahen Osten so aufzuteilen, dass sie die ethnischen Bedingungen dort berücksichtigen. Die konnten sie aber nicht berücksichtigen, weil einfach zu viele ethnische Gruppen innerhalb eines Siedlungsgebiets gelebt haben. Deswegen konnten sie zum Beispiel, haben sie ja zum Beispiel ja auch versucht, in der Mahabat-Erklärung zum Beispiel auch den Kurden einen Staat zu geben. Sie haben versucht, es jedem Volk dort recht zu machen. Und dadurch, dass die Menschen alle ein Teil, größtenteils ein Teil des Osmanischen Reiches waren, wo sowieso fließende Grenzen existiert haben, wo es nur ethnische Grenzen gegeben hat, aber im Grunde genommen, oder Siedlungsgrenzen gegeben hat, aber keine wirklichen Grenzen, war es für die Engländer ausgesprochen schwierig, einfach mal Nationalstaaten zu gründen und zu sagen, ab heute seid ihr Jordanier, ab heute seid ihr Tunesier. Ganz Nordafrika ist übrigens auf diese Art und Weise entstanden. Deswegen muss ich nochmal deutlich unterstreichen, dass es nicht willkürlich gelegte Grenzen waren, die die Engländer angelebt haben, sondern nach bestem Wissen und Gewissen angelegte Grenzen. Okay. Darf ich darauf antworten? Also ich kann dir da eins dazu sagen. Ich sehe das anders. Ich sehe eins in der Geschichte, dass die Engländer definitiv überfordert waren, dass Versprechen, die sie getätigt haben, nachweislich gelogen waren und schon gar nicht beabsichtigt waren, um den Nationalismus auch irgendwo dort in der Region zu platzieren. Ja, du musst dir das Osmanische Reich so vorstellen. Die Türken haben zwar da regiert, aber nachdem, sage ich mal, sie hatten auch ihre Leute im Osmanischen Reich, wie Atatürk zum Beispiel, der Jahrzehnte gegen den Osmanischen Reich seinen Beitrag dazu geleistet hat, Nationalismus in die Türkei mitzubringen und einzuimpfen. Das gab es in diesen Gebieten nicht. Das heißt, es gab ein armenisches Dorf. Daneben war ein kurdisches Dorf. Dann kam ein jesidisches Dorf. Und das war eine Mischgesellschaft, wie man sich das heute wahrscheinlich in Europa wünscht. Ja, also diese Europäische Union, diese Vision davon. Und das war damals so. Und ich finde, dass die Briten definitiv absolut überfordert waren mit der Situation. Ihr kennt ja Lawrence von Arabien, der dann gesagt hat, Leute, die Osmanen haben immer mal Aufstände niedergeschlagen. Aber wir haben bei einem Aufstand gleich das Zehnfache und Hundertfache an Menschen umgebracht. Und kurz darauf, wo er nach England zurückgefahren ist oder geflogen ist, ja, an einem Motorradunfall gestorben. Also man hat damals sehr viele Beteiligte gehabt, die Freundschaften geschlossen haben mit Beduinen, mit arabischen Stämmen, aus dem britischen Bereich, die dann auch diese Enttäuschung der Araber. Und bis heute gilt ein Hass an Lawrence von Arabien, obwohl die Absicht von ihm tatsächlich, meiner Meinung nach, so wie ich das gelesen habe, schon echt war. Und das Spiel haben aber wieder, oder die Strategen hinter den Kulissen haben aber ganz was anderes geplant. Und der Nahosten, der ist genau aus dem Grund, weil Großbritannien, weil Frankreich sich da unten das Recht genommen hat, die Staaten aufzuteilen. und da setze ich meinen König hin und da bist du, da bist du und dann habe ich aber Anspruch auf sämtliche Ressourcen. Genau aus dem Grund ist das immer ein Problem da unten. Ich verstehe das alles nicht mehr. Ganz ehrlich, mir ist das alles, dieses Ganze, was war vor 50, was war vor 100, was war vor 200, was war vor 300 Jahren. Meine Fresse, was soll diese Zinnober? Ohne Mist, es ist, wie es ist. Die Engländer haben das Land annektiert, sie haben es da aufgeteilt, es ist, wie es ist. Sie haben den Juden Israel zugesprochen, so wie sie da auch anderen Ethien ihr Land zugesprochen haben. Ob diese Grenzverläufe nun gerade, rechteckig, ziemlich schräge, sonst wohin laufen, ist am Ende rotz egal. Es ist, wie es ist. Für mich, für dich ist es egal, für mich ist es egal, weil wir hier leben, weil wir nicht die Menschen von dort unten sind, aber den Menschen ist es eben nicht egal. Und da muss man schon ein bisschen den Menschen auch mal Respekt aufweisen und sagen, okay, irgendwas ist doch da faul. Ja, aber wenn wir sagen, den Menschen ist es nicht egal, dann können wir darüber gerne noch diskutieren, aber wozu führt das alles? Am Ende müsste man ja, wenn man da dann allen Ethien gerecht werden möchte, weil zum Beispiel ist mir vorhin aufgefallen, als wir über den Irak gesprochen haben, sind die Jesiden da gar nicht so richtig bei aufgetaucht. Aber die sind bis heute noch ein politisch verfolgtes Volk. Und das ist auch absolut zu erwähnen. So, wenn wir jetzt beigehen... Ja, aber vergesst nicht, die Jesiden sind Kurden. Die Jesiden sind Kurden. Die sind nichts anderes als Kurden. Ja, ja. Die sind kein anderes Volk. Das ist, die Jesiden erzählen auch Quatsch. Das ist eine Glaubensrichtung. Das ist nur eine Glaubensrichtung. Das ist eine kulturelle und eine religiöse Glaubensrichtung. Aber es ist kein, sie sind kein anderes Volk. Sie sind Kurden. Ja, aber am Ende sind sie politisch verfolgt. Diese Minderheit wird politisch verfolgt und mit dem wird ziemliches Schindluder getrieben. So, das ist einfach so. Reden wir jetzt wieder von den Kindermorden, die Israel begeht seit Jahren. Reden wir davon. Oh, nicht der schon wieder. Reden wir von den Kindermorden und Frauenmorden und die... Diese kurze Show-Einlage immer ist sehr gut. Ja, es ist also wirklich interessant. Was ich immer sehr interessant finde an dieser Kindermord- und Frauenmord-Theorie, selbstverständlich, was soll Israel tun, wenn im Westjordanland, im Gazastreifen oder im Westbank Guerillatruppen, keine reguläre Armee aus besetzten... Wohngebieten Israel attackieren. Für Israel ist das eine ausgesprochen gefährliche Situation. Viele sagen jetzt, ah, die Israelis trauen sich nicht, in den Gaza reinzugehen, die haben nur große Schnauze. Selbstverständlich. Wenn Israel in den Gaza reingeht, dann rollen Tausende von jüdischen Köpfen. Weil dann muss man sich Haus für Haus zurückkämpfen. Dann muss man nicht nur die Leute erst mal von dort wegbekommen, sondern die Hamas wird dort einen ordentlichen Stellungskrieg führen, der Tausenden von israelischen Soldaten den Kopf kosten wird. Außerdem darf man nicht... Das Tunnelsystem. Das ist nicht mal das größte Problem. Die israelische Armee ist nicht besonders effektiv. Die meisten der israelischen Soldaten sind Reservisten. 360.000 israelische Soldaten sind Reservisten. Die haben zweieinhalb Jahre Ausbildung gemacht und sonst wissen die gar nichts über Kriegsspielen. Kein bisschen über Militär. Israel hat ein paar kleine Spezialkommandos, die ziemlich effektiv arbeiten. Aber der Rest wird wahrscheinlich in Gazastreifen richtig verbrannt werden. Und das ist für Israel ein großes Problem. Weshalb wahrscheinlich Israel, wenn es zu diesem Konflikt kommt, möglicherweise sogar Söldner, wenn nicht sogar französische Söldner oder amerikanische Soldaten zur Hilfe rufen muss, um mit diesem Konflikt im Gaza auch zurecht zu kommen. Dafür haben sie zu wenig Soldaten. Okay, eine Frage. Ja, nicht umsonst positionieren sich so viele Kriegsschiffe da im ganzen Umkreis, wenn man so möchte. Guck mal, jetzt vor kurzem gerade wieder sechs chinesische Kriegsschiffe, die sich da in Richtung Israel bewegt haben, in Richtung Rotes Meer. Das ist auch nicht von der Hand zu weisen. Dann selbst Deutschland hat Staatsräson ausgesprochen. Amerika freut sich schon, die können den Staatshaushalt sanieren. Also mal ganz ehrlich, wenn man das nicht versteht, das ist, ich finde das eigentlich, finde ich das richtig schlimm, dass diese eigenen Befindlichkeiten, die man da so hat, eigentlich zu einer solch großen Problematik führen und man dabei gar nicht sieht, was da im Hintergrund eigentlich wirklich passiert. Das finde ich so schlimm. Es sind nicht die Menschen, es sind nicht die Menschen, es sind die Regierungen, die sich da bekriegen. Diese Regierungen, die sich da bekriegen, machen das aus einem Interesse heraus. Dieses Interesse ist in erster Linie Gas, Öl, Währung, sprich Geld, dann, wie sich die neue Weltordnung orientiert. Das ist, also mal ganz ehrlich, so global zu sehen und der Krieg der Religion, der wird vorgeschoben und alle vorgeschoben und alle fallen drauf rein. Ich finde das so schlimm. Wir leben im Jahr 2023 und müssen uns über Sonne Scheiße unterhalten. Ja, und deswegen fördert das auch wenig, wenn wir hergehen und zwei Milliarden Muslime, die sich dann angesprochen fühlen, dann jedes Mal diese Islamisten-Debatte. Leute, der Judenhass in Deutschland, der hat nicht anders angefangen. Da ging es darum, dass man erzählt hat, hey, die, die haben das Geld, die bestimmen alles, da ist das, weißt du, diese Debatten, die ihr führt oder diese Kundgebungen, die ihr gegen den Islam veranstaltet, die sind nicht fördernd. Natürlich gibt es da genügend Leute, wo man denkt, Alter, was ist das für ein Idiot? Andersrum sieht es aber genauso aus. Moment, 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 wenn wir bei, immerhin bin ich BPE-Vorstandsmitglied und habe viele Kundgebungen mitgemacht, wo es ganz besonders, was um die Präsenz der islamischen Religion in den westlichen Breitengraden geht und wenn wir nicht Beweise dafür hätten, dass zum Beispiel durch die Prävenz von muslimischen Einwanderern aus islamischen Diktaturen, ja, und ich sage deshalb aus islamischen Diktaturen, weil die nicht aus tollen Staaten kommen, sondern die kommen aus dysfunktionalen Staaten, aus Staaten, in denen es keine Zivilordnung gibt, keine vernünftige Rechtsprechung, in denen es auch kein Recht gibt, keine Presse und Meinungsfreiheit, wo nichts, aber auch nichts funktioniert. Und sie kommen aus diesen zivillosen Staaten in eine zivile Gemeinschaft und sie bringen diverse Probleme mit sich. Und jetzt haben wir ja gesehen, was ein Konflikt, wie mit Israel, zum Beispiel in den Köpfen vieler muslimischer Einwanderer ausgelöst hat. Was wir hier beobachtet haben, ist nicht, dass zehn oder hunderttausende Palästinenser auf die Straße gegangen sind, sondern auf die Straße in der westlichen Welt sind Afghanen, Syrer, Afghanen, Araber, Türken, Kurden, Menschen aus anderen, Deutsche, so viele Menschen sind auf die Straße gegangen und haben sich für den sogenannten palästinensischen Widerstand positioniert. Und die Tatsache, dass viele Araber ihren angestammten Judenhass oder ihren angelernten Judenhass mit in die europäischen Breitenlade gebracht haben, reicht völlig aus, um solche Kundgebungen zu machen und auf das Problem aufmerksam zu machen. Denn der Fakt ist, die muslimischen Einwanderer haben unsere westlichen Gesellschaften nicht besser gemacht. Sie haben sie schlechter gemacht. Und das mit Abstand. Moment. Nennt mir eine westliche Gesellschaft, die durch muslimische Migration besser geworden ist und nicht schlechter. Guten Abend. Kian, darf ich darauf antworten? Warte Sekunde. Nein, Sekunde bitte, bevor du antwortest. Ich möchte darauf eingehen, was Kian da eben gesagt hat und zwar noch was nachschieben. Es ist ja auch an dem, dass wir, wenn ich mich nur in Deutschland umgucke, wir auf jeden Fall den Fakt haben, dass 140 Moscheen vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Wir haben auch den Fakt, dass es mittlerweile genug Berichte gibt, weil sich Leute in Moscheen mit eingezeckt haben und da heimliche Videoaufnahmen gemacht haben, was da drinnen so abgeht, was der Iman da so predigt, was der da den Leuten an den Kopf ballert, die Jugend selber auch indoktriniert. Das ist der absolute Wahnsinn. Wenn ich mir anhöre, was da passiert und mittlerweile, das kann man sich nicht ausdenken, ja, aber es ist wirklich so, selbst ARD und ZDF berichten sogar schon darüber. Das ist kein Spaß. Ich habe letztens gerade einen Bericht gesehen, ach, übriges Löwenherz, mein Widerspruch ist durchgegangen, das Video ist wieder oben. Ich will dem Kian antworten. Kian, hast du das gehört, warte ganz kurz, Kian, hast du das gehört, was in Bad Kreuznach passiert ist? Mit Flüchtlingen gehalten, die dieser Moschee beigetreten sind. Und was dabei rumgekommen ist, das ist der absolute Wahnsinn. Da geht es wirklich darum, dass man alle Kuffars zu verachten hat, dass man sie auch im Notfall sogar töten könne. Das würde ja im Namen Allahs passieren. Das wäre völlig legitim. Und noch ganz andere lustige Sachen, Alter, das kannst du dir nicht ausdenken. Ich habe auch... Ist die jetzt weg? Nein, nein, aber ist ja egal. Ach so, okay. Also ja, ich will nur im Kian mal gerade antworten, seine Beschreibung. Die Frage kam ja, es zeigt mir eine Gesellschaft, wo Muslime eingewandert sind, die dann die Gesellschaft besser gemacht haben. Ich stimme dir da nur zum Teil zu, weil es gab ja auch genug Muslime, sage ich mal, 60er, 70er, 80er Jahre, wo jetzt mittlerweile Generation, also die zweite, dritte Generation absolut integriert ist in der Gesellschaft. Die gibt es. Nur das waren keine Asylanten damals, das waren Gastarbeiter. Und eins von den Gastarbeiterkindern bin ich natürlich. Aber ich glaube nicht, dass ich der Gesellschaft schade. Im Gegenteil, ich glaube, ich zahle genug Steuern, um auch, ob es deutsche oder ausländische Familien sind, die dann durch meine Steuergelder auch mit versorgt werden. Also ich trage was zur Gesellschaft bei. Nur sehe ich das so, dass wenn du Menschen aus einer anderen Zivilisation, so wie Helmut Schmidt das so gut beschrieben hat, in eine Gesellschaft mit reinbringst, die gesellschaftlich überhaupt nicht da reinpassen. Und das in der Form, wie Merkel und die ganzen Politiker das gemacht haben. Dagegen bin ich auch. Überforderst du eine Gesellschaft bis zum geht nicht mehr. Und damals schon, wo die Gastarbeiter hergekommen sind, sind schon genug Fehler passiert. Nur jetzt sind nach 30 Jahren, sage ich mal, ist es immer noch human, was die Kinder aus sich gemacht haben. Aber es ist ein gesellschaftliches Problem. Es ist nicht das Problem, weil jemand Moslem ist, weil jemand ein Christ ist oder ein Jude ist. Wenn du einen Menschen von mir aus christlichen Glaubens aus Afrika holst, der wird gesellschaftlich auch hier Probleme machen oder Probleme haben, weil er Probleme hat, in die Gesellschaft reinzukommen. Nein, nein, nein. Okay, welche Meinung hast du? Du hast doch Helmut Schmidt gerade zitiert. Und was hat Helmut Schmidt gesagt? Eines seiner wichtigsten Endquotes, also eine der letzten Sätze, die er gesagt hat. Eine Million, wenn du eine Million auf diese Bevölkerung zulässt, dann ist das der politische Tod, könnte man bald sagen. Das mag sein. Aber er hat noch etwas ganz anderes gesagt. Und ich knüpfe an dieser Sache an, weil ich der festen Überzeugung bin, weil das ist der Schlüssel, zur Lösung. Er hat gesagt, Menschen aus Italien, aus Südeuropa, kein Problem, hat er gesagt. Menschen aus der Türkei, problematisch, hat er gesagt. Menschen aus Afghanistan, sehr problematisch. Und dann hat er gesagt, dann hat er die Erklärung gebracht, weil sonst hätte man ihm leicht Rassismus unterstellen können. Er hat gesagt, nicht aufgrund ihrer Gene, sind sie problematisch, sondern aufgrund dessen, wie sie sozialisiert, aufgewachsen, ausgebildet und kultiviert worden sind. Und deswegen stimme ich dir auch mit der, in der Feststellung zu, dass selbst wenn Afrikaner, die den gleichen Glauben hätten, wie die meisten Deutschen, dass sie evangelisch oder katholisch sind, und sie würden aufgrund ihrer verschiedenartiger Sozialisierung sicherlich trotzdem diverse Probleme reinbringen. Und deswegen hat er, hat Helmut Schmidt noch, ist er noch weitergegangen, deswegen hat er gesagt, artverwandte Kulturen, kein Problem. Das unterschreibe ich. Artverwandte Kulturen? Ja, dann gibt es Spannungsfelder. Und genau das erleben wir. Wir laden jetzt Menschen aus einer anderen Zivilisation zu uns nach Deutschland ein, die ein anderes Gewaltverständnis haben, die ein anderes Verständnis bezüglich dem Umgang mit Frauen haben, die einen allgemein gut gepflegten Judenhass haben. Das sehen wir unter vielen durchschnittlichen Muslimen, nicht nur unter den Extremisten, sondern unter ganz normalen, banalen Muslime, dass sie einfach, du Jude, ist ein Schimpfwort unter Muslime. Hier in Deutschland auch. Hier in Deutschland. Gerade in Deutschland. Ja, bitte. Ja, mein Freund, ganz kurz. Ich wollte dich nur fragen, das Hintergrundbild, passt dir das oder soll ich wieder die Karte machen oder passt das zum Thema? Die Karte ist gut. Das ist schon ganz gut. Wichtig ist auch, dass du nicht vergisst, dass du möglichst dunkle Bilder nimmst und können viele Leute die Kommentare nicht lesen. Kian. Okay, sehr gut. Dann lassen wir das. Okay. Kian, dazu wollte ich noch mal was sagen. Und zwar, du musst dir das mal so vorstellen. Also mir geht es ja nur darum, dass man nicht den Islam als das Problem ansieht, sondern die gesellschaftliche und kulturelle Problematik, das was thematisiert sein muss. Weil, du musst dir so vorstellen, aktuell sind sehr, sehr viele Flüchtlinge in der Türkei aus Syrien und Afghanistan. Alter, da habe ich Rassismus-Szenen gesehen von Türken. Da habe ich auch erst mal gezuckt, wo ich gedacht habe, wo du ja sagst, die sind sich, sage ich mal, ähnlich. Nein. Da gibt es so gesellschaftliche, gut, die Türkei ist ja schon recht westlich, also ist ein Riesenland, aber schon viel westlicher wie Afghanistan oder Syrien. und die Menschen, die jetzt in der Türkei als Flüchtlinge leben, die bringen auch mega gesellschaftliche Probleme mit sich. Da werden teilweise arabische Schriften auf so, also die Geschäfte sind mit arabischen Schriften beschriftet und so, das haben verschiedene Gemeinden dann abgehängt und dann dachte ich mir, hier, in Deutschland wird es sowas nie geben, dass da mal, keine Ahnung, was Türkisches über ein Restaurant steht und dass das dann abgehangen wird. Genau. Sowas wird es hier nicht geben, aber ich will dir nur das sagen, auch da gibt es extreme Kluften zwischen den Menschen, die sind nicht artenähnlich oder so, ja, aber umso östlicher du gehst, umso zerbombter das Land ist und umso, keine Ahnung, hinterwäldlerisch das Land ist, umso mehr Probleme bringen diese Menschen natürlich hier ins Land. Aber jetzt fokussieren wir uns, das hatten wir gestern, immer wieder auf diese Menschen, die nun mal aus einer anderen Zivilisation kommen und auch nicht weniger oder mehr wert sind, aber warum lassen unsere deutschen Politiker das zu? Und wenn die Gesellschaft und das Feindbild, was sie schaffen, sind genau diese Menschen, Syrah hat einen abgestochen, der hat das gemacht, aber die Menschen, die es zugelassen haben, die gehen noch nicht mal mit einem blauen Auge davon, weil ihr euch immer fokussiert auf das Fremde und auf die Angst, dass diese fremden Menschen... So, Siebom, 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 ich habe jetzt eine ganze Weile zugehört und ganz ehrlich, ich werde ein bisschen furchtig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil, ja, unsere Politiker kannst du auf jeden Fall anprangen, aber ich möchte dich erst mal darauf hinweisen, wer hat sie gewählt? Das ist erst mal der springende Punkt. Und wenn sie da gewählt wurden, geht es auch darum, dass man den Leuten eben nicht das nötige Wissen mitteilte, was sie brauchen, um sachlich über eine Sache entscheiden zu können, zum Beispiel darüber, wen sie da ihre Stimme geben. Das ist ein absoluter Fakt. Das, was ich hier eben gerade als Bild übrigens reingeworfen habe, das ist dieser Punkt, den auch Helmut Schmidt gesagt hat. Und in diesem ist es einfach so, dass der Islam und das Christentum einfach so kontrovers zueinander sind, dass sie nicht aufeinander passen. Und in dieser Aussage, die Helmut Schmidt getroffen hat, und auch diese hat Helmut Schmidt getroffen, dass, wenn du eine Höchstzahl von, oder eine hohe Zahl von Muslimen ins Land lässt, gefährdest du damit die innere Sicherheit. Und das ist einfach so. Ich möchte das aus seinem Mund hören. Nicht auf einem Bild, sondern ich will das aus seinem Mund hören. Ich bin ein großer Fan von Helmut Schmidt. Dann musst du beigehen, das ist gar kein Problem. Such einfach die Aussage, du wirst sie finden. Du wirst auch andere Aussagen von Helmut Schmidt finden, wo er zum Beispiel mit Helmut Schmidt, äh, mit, Helmut Schmidt da schon mit Helmut Kohl zusammen an einem Tisch sitzt, mit Strauß an einem Tisch sitzt, wo sie sich auch zum Beispiel über diesen, äh, Israeli-Konflikt unterhalten, weil dieser existiert ja schon recht lange. Und auch er sagt da als Staatsmann, in dem ist es einfach so, dass wir viele Freunde auch in Afghanistan, Ägypten und sonst wo haben und das so problematisch ist, dass wir uns eigentlich raushalten sollen. Am Ende hat aber 2008 eine Angelika Merkel schon dafür gesorgt, dass man sich da klar, deutlich zu Israel positioniert und jetzt hat es, äh, Olaf Scholz direkt aufgegriffen und hat diese Staatsräson ausgesprochen, die da 2008 eine Merkel schon angekündigt hat, dass wenn es soweit ist, man diese da diesem Land geben müsste. so, diese Aussage, die ich dir da eben gegeben habe, die hat Helmut Schmidt eins zu eins so wiedergegeben. Du kannst auch auf meine Seite gehen, ich hab das irgendwo, hab ich das hochgepostet. Da siehst du auch, wann er es gesagt hat, wo er es gesagt hat, auch den Tag sogar. Okay. Ich hab das jetzt leider, leider hab ich das jetzt, äh, ich müsste jetzt komplett rausgehen. Ich hab das nicht als Screenshot, ich hab das als Bild selber. Von daher, äh, kann ich dir das jetzt so nicht direkt sagen. Ich hab das eben versucht, äh, Löwenherz hat mich groß gemacht, aber es passt nicht auf den Bildschirm rauf. Okay, dann interpretiere ich das aber für mich so. Warte mal, Marvin. Ganz kurz. Keine Ahnung, wo. Ich frag ihr nochmal, ich schreib ihr nochmal kurz per WhatsApp. Ich schreib, ich frag ihr mal kurz, was los ist. Okay. Roy, was ich dich fragen wollte, damit du es darstellen kannst, hast du ein zweites Handy, wo du gleichzeitig diesen selben Account benutzen kannst? Weil dann wäre es möglich, dass du von einem Handy, das anzeigst. Ich weiß, ja, ich will das schon seit Ewigkeiten machen, aber ich hab's bis heute noch nicht auf die Kette gekriegt. Also ich interpretiere das so für mich, ja. Er hat nicht den Islam genannt, er hat die Muslime genannt. Und die Länder, von denen ich spreche, die zerbombt sind, die in der, äh, sag ich mal, äh, total, weiß ich nicht, erobert wurden, den Krieg verloren haben, äh, Besatzungsmächte hinter sich haben, die einfach von der Gesellschaft, und über die AfD unterhalten. Das ist genau das Gleiche. Es geht dabei, der Islam, ja, aber warte, du darfst da nicht so spitzfindig sein. Der Islam ist nur ein Oberbegriff, so doof sich das anhört. Guck mal, wir sehen das auch bei der AfD. Die AfD sagt ja, der Islam passt nicht zu Deutschland. Es geht aber dabei nicht um den Islam speziell, sondern um die voranschreitende Islamisierung, die der Islam mit sich bringt. Deswegen, der Islam passt nicht zu Deutschland. In dem ist es auch genauso mit dieser Aussage, dass man da sagt, die Moslems, und ja, am Ende, guck mal, aus welcher, was sind die Moslems, woher kommen Moslems? Aus dem Islam. Das ist einfach so. Das ist so deutsche Sprache. Das ist so ein bisschen spitz, finde ich auch, weiß, dass man das so in diese Richtung ausdrückt. Genau so war das, nochmal, das war genau die Rhetorik. So, Sibum, ich muss kurz unterbrechen, ich habe kurz von Kian Rückmeldung bekommen. Kian wurde gesperrt. Ich weiß bei bestem Willen nicht warum. Er hat kaum was gesagt. Ja, Reurig, warte kurz. Er hat keinen anderen Account. Er bedankt sich für den heutigen Abend. Er fand, das war zwischenzeitlich eine sehr, sehr, sehr gute Diskussion. Er konnte seinen Standpunkt gut klar machen. Natürlich hatten wir zwischendurch ein paar Bademeister drin, die das ein bisschen runtergezogen haben, das Niveau. Aber an sich war das ganz in Ordnung. So, Reurig, du bist dran. Ja, ich finde das erstmal ganz traurig an die Leute, die so sehr ein Problem damit haben, einfach die Wahrheit zu hören. Er hat nichts gesagt, was falsch ist. Er hat nichts beleidigt. Er hat ganz human ruhig gesprochen. Aber eine Masse an Meldungen sorgen einfach für eine Sperrung. Von daher, tu mir bitte einen Gefallen, Löwenherz. Schreib Kian mal bitte. Widerspruch unbedingt einlegen. Und er soll anklicken, dass er nicht gegen die Community-Richtlinien verstoßen hat. Ganz wichtig. Dann kann es sein, dass er in fünf Minuten schon wieder frei ist. Ich sag's ihm. Okay. Okay. Nochmal zu dem Thema. Ich bin der Meinung, dass... Hallo, darf ich dazu kurz was sagen? Ganz wichtig jetzt. Ich habe vorhin einen Kommentar gemeldet. Mike, ja. Ich habe vorhin einen Kommentar gemeldet hier im Chat. Da stand Tod Israel. Und das wurde nicht gesperrt. Wofür wurde Kian jetzt gesperrt? Das möchte ich echt gerne mal wissen. Dann schreibt TikTok an. Das passt doch jetzt gar nicht hier rein. Ja, ich habe auch Widerspruch eingelegt, hat nichts gebracht. Mikey Boy, das passt jetzt hier aber wirklich überhaupt nicht rein. Warum? Wie? Sie haben doch gerade über Schwerung geredet, für nichts. Und hier können wir uns Ihnen sagen, was Sie wollen. Sie können tun... Mikey Boy, das passt jetzt wirklich nicht. Ich wollte euch nur sagen, dass TikTok, glaube ich, langsam wirklich pro-islamisch ist. Sage ich euch ganz ehrlich. Ich kann nicht kurz zu Wort kommen, bezüglich TikTok. Ich sehe das halt als Problem. Das Gleiche ist ja mit Facebook ja auch passiert, dass die Leute, die sich mit Speeren beschäftigen und wie man es macht, ihre eigenen Announcen finden, um die in den Riegel reinzuschieben. Verstehst du, was ich meine? Das hat nichts mit der Aussage oder den Kommentaren zu tun, wofür man gesperrt wird nach den Community-Richtlinien, weil es überall in jedem System fluggeräuert wird. Das erkennt der Algorithmus. Hör mal auf damit, bitte. Lass das Thema einfach vom Tisch fallen. Auch wenn du recht haben magst, aber lass es einfach vom Tisch fallen. Der Algorithmus erkennt diese Worte und das sorgt einfach nur zur Einschränkung von nichts anderes. Kian ist im Chat. Kian ist im Chat. Er hatte geschrieben, sorry, Freunde, wurde gesperrt. Leute, lasst im Chat mal Liebe da. Wenn ich irgendeinen sehe, der Kian beleidigt, der wird gesperrt. Kian, wenn du das hören kannst, unbedingt Widerspruch einlegen. Wenn du die Möglichkeit hast, dich schriftlich zu äußern, schreib ganz einfach nur, habe nicht gegen die Community-Richtlinien verstoßen. Wenn du den Anklick-Button hast, dann klick rauf bei nicht gegen die Community-Richtlinien verstoßen. Macht den Einspruch bitte sofort. Hat er geschrieben, hat er gemacht. Sehr gut, sehr gut. So, alle Liebe für Kian, Herzen für Kian. Ja, ich glaube, Kian wird, weil Kian hat nichts Falsches gesagt, das wird vielleicht fünf bis zehn Minuten dauern, dann ist der Account wieder frei. Ich habe eine Frage. Was bedeutet das ganze Zeit nur Terrorismus vom Namen des Allahs? Ihr provoziert ganze Zeit. Ich weiß nicht, was... Was ist das denn jetzt schon wieder? Vernünftige Fragen, vernünftiges Gespräch anfangen. Aber so fangen wir kein Gespräch an. Also, ich bitte dich, ich mische dich nicht an. Okay, ich kenne dich, ich weiß, was du bist. Und was hast du eben gesagt? Hast du eben gerade den Ruf gesagt, er soll sich nicht einlöschen? Raus mit dir! Ist die Demokratie bei euch? Ihr redet Demokratie, jeder hat das Recht, etwas zu sagen. Und wenn er etwas sagt, sagt er es nicht. Demokratie heißt Meinungsfreiheit, mein Lieber. Wir dürfen ja alle sagen. Ich habe es gerade schon mal gesagt. Mikey, wir hören uns wegen dir alle doppelt. Ja, bei mir herrscht Diktatur. Ich bin der oberste Herrscher in meinem Chat und es geht nach meinen Regeln. Es gibt keine Demokratie bei mir. Wunderbar, weitermachen. Und wenn Islam, wenn du jetzt nochmal hochkommen möchtest zum Mitreden, dann haust du erstmal ein Geschenk rein mit mindestens 500 Kreuz. Bitteschön. Alter, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist ja richtig schnoren. Nee, das ist kein schnoren, das ist eine Ansage. Also, eine ganz einfache Ansage. Ich will nochmal auf die Diskussion, wir reden seit zwei Minuten. Nochmal zu dem Thema. Will ich nochmal Grund aufsagen. Was jetzt immer wieder auf die Muslime, immer wieder dieses Thema. So hat der Judenhass begonnen, meine Leute. Das war so. Und das wisst ihr auch. Und trotzdem wird diese Leier weitergelebt. Ich kann es nicht nachvollziehen. Mikey. Entschuldigung. Wir hören uns alle doppelt wegen dir, bitte. Und deswegen empfindlicher oder also viele Menschen, auch ich, sehe das als Provokation. Ich kann mit euch ordentlich reden. Aber Siebum, guck mal, wir haben jetzt wirklich das Unbekannte. Weißt du, was die Wahrheit ist, Roy? Okay, okay, okay. Roy, dann gehe ich, bitte, bitte, bitte. Ganz kurz, ganz kurz. Dann bleiben wir bei der Wahrheit, dass ich euch sage, dass die, dass 90 Prozent der Medienlandschaft in Amerika in zionistischer Hand ist. Soll ich jetzt alle Juden deswegen hassen, oder was? Das ist aber eine Tatsache. Das ist nicht erfüllt. Ganz wichtig. Wenn wir jetzt hier über Deutschland reden, gerade was diese Problematik hier angeht, dann würde ich dich wirklich darum bitten, auch in Deutschland zu bleiben. Am Ende ist es, wie es ist. Wir haben jetzt wirklich, wir haben über Jahrzehnte jetzt wirklich, und jetzt sei mal ganz ehrlich, wir haben gerade das deutsche Volk brav die Schnauze gehalten. Wir haben uns sogar an Bahnhöfe gestellt, wir haben mit dem Teddybär gewunken und haben alles uns Denkliche mögliche getan, um den Leuten da zu helfen, ihnen ein Dach zu geben, ihnen, wenn möglich, vielleicht sogar Arbeit zu geben, ihnen eine Zukunft zu geben. Und wir wurden, so doof wie es sich anhört, hart enttäuscht. Wenn wir jetzt weiter beigehen und die Wahrheit, die nun mal auf dem Tisch liegt, und sie liegt auf dem Tisch, du kannst es sehen, du brauchst nur ins Bundeskriminalamt, in die Statistiken gehen, da siehst du die einzelnen Straftaten. Wenn ich mir überlege, das ist vor 2015, hatten wir gar keine Problematik, zum Beispiel mit Massenvergewaltigungen. Diese Massenvergewaltigungen. Du hast es nicht verstanden. Ich weiß schon, wie du das meinst. Doch, ich weiß, wie du das meinst. Aber es ist jetzt an dem, dass wir so lange brav die Backen gehalten haben, dass es jetzt nicht mehr hilft. Ja, dann wendet euch aber bei den Politikern, die das zugelassen haben. Nein, das ist der Grund. Schafft euch keinen Feind. Guck mal, und das ist der Punkt. Der Feind, wenn du ihn als Feind betiteln magst, dann ist es so, dass der Feind, den du da so sagst, der lebt schon auf deutschen Straßen. Nein, weißt du, wer sich provoziert fühlt? Der Radikale. Ich kenne genug Muslime, die es genauso sehen wie ich, die genauso sagen, dass sie sich von diesen Gehirn-Akrobaten distanzieren. Guck dir das an. Wir haben doch, wir haben gerade das beste Beispiel. Selbst hier auf TikTok haben wir das beste Beispiel gehabt. ein ach so gemäßigter Moslem wie Barrello, der da offen zu Gewalt hat. nicht hör doch auf. Dieser Typ hat eine immense Reichweite. Als er diese Aussage getätigt hat, haben 50.000 Leute seinen Live besucht. 50.000 Leute haben das gehört. Hat er diese Aussage getätigt, weil er Moslem ist oder weil er minderbemittelt ist? Er hat sie getroffen, weil er sich als Moslem sieht. Er hat für die Moslems gesprochen. Tja, dann tut mir leid, dann guck dir das Video an. Er hat es eindeutig so gesagt. Wir Moslems müssen zusammen auf die Straße gehen. Wir Moslems müssen zusammen irgendwelche Läden kaputt kloppen. Er hat für die Moslems gesprochen. Und er hat genügend Zuspruch gefunden. Er hat doch gar nicht das Recht. Ja, aber ob er das Recht hat oder nicht, hat er sich das Recht genommen. Und es gibt nun mal genug Leute und gerade Leute, die nicht so sattelfest in ihrem Glauben sind, aber denken sie sind es, die da dann auf einmal denken, oh, wenn der das sagt, dann wird da schon was dran sein. Wenn da ein Yassin Abou-Chaka daneben sitzt und da auch noch feiert und noch los schreit, oh ja, mach das! Und noch ein anderer ihm Zuspruch verteilt, dann ist das eine Problematik. Doch, auch das kannst du als Beispiel sehen. Es gibt so viele von den Beispielen. Nein, ich lasse es nicht mehr zu, das in irgendeiner Art und Weise zu verharmlosen. Man darf es nicht verharmlosen, wenn es einfach nur nach Zahlen geht. Stopp, 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 stopp. Kian ist da. Kian ist da. Kian ist wieder da. Er hat auch noch ganz andere Beispiele gebracht mit den 120 Moscheen, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden und so weiter. Also so langsam reizt, T-Boom, ernsthaft. So langsam, hör auf mit deiner Relativierung und auch zu sagen, was auch, das muss ich jetzt mal sagen, bitte einen Satz noch. Was willst du denn? Lass mich jetzt mal bitte ausreden. Was willst du denn? Du sagst, nein, bitte, ey. So, bin ich wieder drinnen, Leute. Ja, er vergleicht heute die Zeit. So, bitte. Kian ist jetzt wieder da. Ich möchte ihm die Chance geben. Nicht, keine Streit, Tim. Ich bin froh, dass Kian überhaupt wieder da ist und ich möchte das gerne ausnutzen, wenn er da ist, dass er auch zu Wort kommt. Bitte. Habe ich gewusst, Kian, dass du wieder freikommst. Wunderbar. Aber ich wusste auch gar nicht, warum. Also ich habe doch gar nichts gesagt. Du hast, nein, Kian, da können wir uns bei den netten Herren hier bedanken, die einfach dich nicht mögen, weil sie dich als Hetzer sehen und nicht verstehen, was du da eigentlich mitteilst. Und das muss ich dir mal ganz ehrlich sagen hier, T-Boom. Jetzt mal ohne Scheiß. Du kannst sagen zu dem allem, was du sagen willst. Der radikale Teil ist nicht mehr wegzuschweigen. und schon ist gar nicht in Deutschland. Der radikale Teil, der sorgt dafür, dass eigentlich der gemäßigte Moslem sich gegen den radikalen Teil stellen müsste. Warum müssen wir das machen? Nein, du hast recht. Guck mal, Nikola, darf ich ganz kurz, ich gebe dir da an dem Punkt recht, aber ich sage dir nur, guck mal, ich bin kein religiöser Mensch, der jetzt seine Religion auslebt, fünfmal am Tag betet oder so, aber ich identifiziere mich mit dem Islam, ich bin Moslem und ich versuche halt, ein guter Mensch zu sein und alles zu tun, was halt okay ist. So wie ihr jetzt als Christen ist leider nicht das Denken, dein Denken ist leider nicht das Denken und wenn du diese Sache verteidigst, deswegen ärgert mich das so. Nein, Sibum, ich möchte dich gar nicht mehr ausreden lassen, weil es mich fruchtig macht. Nein, nicht doch, nicht doch. Nein, siehst du, ich habe es genau gewusst. So langsam kommt nämlich dein Bild raus, weil man nimmt, du redest die ganze Zeit ohne Punkt und Komma und sagst zu mir Monolog, mal ganz ehrlich, du bist nur am Sappeln und versuchst hier absolut nur Takiyah zu vertreiben und stellst die Moslems als ach so friedlebend dar. Sie sind aber nicht friedlebend, sie sind alles andere als friedlebend, eher im Gegenteil. Sie sorgen dafür, dass hier einige Leute ein arges Problem haben. In eurer Glaubensform sieht es ganz einfach so aus, dass das Menschenrecht an sich schon gefährdet ist. Wenn ich mir das angucke, was da zum Beispiel mit dem Recht der Frau passiert, was da auf jeden Fall auch eine große Rolle spielt, wenn ich mir angucke, was in den Moscheen da gepredigt wird von euren Iman, wenn ich mir anhöre, was da alles passiert, wenn ich sehe, was für Straftaten auf Grundlage dessen getan werden, dann ist das für mich ein arges Problem. Und zwar 100 Prozent. Wenn ich mir anschaue, dass hier in Deutschland sogar schon Friedensrichter Rechts sprechen, ist das für mich ein arges Problem. Wenn ich mir anschaue, dass Frauen verstummelt werden auf Grundlage dieses Glaubens hinaus, dann ist das für mich ein sehr großes Problem. Und wenn du das lustig findest, mal ganz ehrlich, weißt du was? Dann bock drauf, Alter. Du betreibst die Takia, nichts anderes machst du. Ich weiß gar nicht, was das bedeutet. Ich wollte dir nur sagen, dass ich als gemäßigter Moslem mich auch von sowas provoziert fühle, wenn ich sowas lese. Nur das wollte ich sagen. Meinst du sowas wie Terror in Allas Namen? Ja, diese Kundgebungen und... Also man darf keine Wahrheit anzupfen oder was? Darf man nicht? Doch, du darfst es, aber... Aber warum prangerst du es dann an? In der Form. Was für die Form? Die Wahrheit ist die Wahrheit, bleibt die Wahrheit. Okay. Was für Terroranschläge hatten wir in der letzten Zeit im Namen Allas? Und welche hatten wir durch Rechtsradikale? Ich erinnere dich an Hanau. So, pass mal auf, mein lieber Freund. Hanau ist ein Einzeltat eines geistig gestörten Typen gewesen, was nicht über die Glaubensrichtung zu sehen ist. Wenn du dann zum Beispiel über rechtsradikale Anschläge redest, weißt du eigentlich, dass Antisemitismus, wenn zum Beispiel ein Moslem einen Juden angreift oder irgendwas anderes in die Richtung macht, dass dieses dann zum Beispiel auch in die rechtsradikale Schiene gedrückt wird und da der Statistik da auftaucht, weil es nämlich als Antisemitismus zählt, ist dir das eigentlich bewusst? Wenn du hier Scheiße sammeln willst, ganz ehrlich, dann geh dich bilden. Glaub mir, ich bin sehr gebildet. Dein armer Kardiologe, Mann. Dein armer Kardiologe. Die Rechnung wird riesig. Also, ich kann es nicht mehr hören. Ihr habt uns so eine Scheiße. Okay, Freunde, Freunde. Man darf die Wahrheit nicht ansprechen, weil sich ein gemäßigter Moslem, der dann da so eine Ausdrucksweisen tätigt und dann in dem Moment sein wahres Gesicht zeigt, wie er wirklich denkt. Und sich am Ende nur Fingern hinter ihm steckt und sich des Nordens freut, weil wir immer schön brav die Schnauze halten. Am Arsch, nicht mehr mit mir. Leute, Leute. So, ganz kurz. Reurig, du kannst gleich wieder hoch, das ist nichts gegen dich. Aber ich möchte Kian die Chance geben, dass das hier vernünftig ist. Du kannst gleich, Kian, bitte. Okay, also. Eben gerade wurde erwähnt, Hanau wahrscheinlich kommt als nächstes wieder Christchurch. Und das sind alles immer so die Dinge, die gerne aufgeführt werden, um zu sagen, aber was ist denn mit diesen, immer mit dem Finger auf andere zeigen, um die Probleme aus dem eigenen Lager zu ignorieren. Folgendes. Siboum ist kein gemäßigter Muslim. Er distanziert sich halt eben von der Schrift. Das macht ihn zu einem besseren Menschen. So wie jeder Muslim, der nicht wirklich Scharia und Koran treu ist, einfach besser ist als Mohammed und besser als Allah ist, weil er sich von diesen unmoralischen Texten innerhalb dieser Schriften distanziert. Beheurig, bitte. Bitte, bisschen ruhiger, bitte. Die andere Sache geht jetzt in eine andere Richtung. Wir wissen, dass die Faser an der rechtsradikalen Statistik herumspielt. Sie erwähnt zum Beispiel die Statistik, die aufgeführt wird, die angeblich von einer Häufung von rechtsradikalen Übergriffen auf Migranten oder auf Juden und so weiter antisemitische Ausfälle berichten, sind nicht akkurat. Wir wissen, und da gebe ich auch dem Reurig auch recht, sie sind manipulativ erstellt worden. Wenn zum Beispiel ein Araber mit einem deutschen Pass eine Hauswand schreibt, Juden ins G, dann wird das erfasst als eine rechtsradikale Straftat zum Beispiel. Wenn ein Araber wie damals in Berlin oder ich glaube zwar in Berlin mit einem Gürtel auf einen Juden losgeht und haut ihn da zusammen, dann geht das in die rechtsradikalen Statistik. Das ist Absicht, um die rechtsradikalen Statistik einfach am Leben zu erhalten und hoch zu pushen. Das ist die Realität. Die andere Sache ist, Hanau ist Einfall eines irren Einzelfalltäters, während wir zum Beispiel in Deutschland eine Pandemie haben von Messerattacken. 85 Prozent aller Messerattacken in Deutschland gehen auf das Konto von spezifischen Migrantengruppen, die einer spezifischen religiösen Weltanschauung angehören. Wir haben 704 Gruppenvergewaltigungen im letzten Jahr gehabt. Von diesen 704 Gruppenvergewaltigungen, übrigens ein Phänomen, das es so noch gar nicht in der deutschen Geschichte gegeben hat. 704 Gruppenvergewaltigungen, von denen drei Gruppen maßgeblich beteiligt waren. Iraker, Syrer und Afghanen. Und das ist so häufig passiert. Zwei Gruppenvergewaltigungen am Tag, 60 im Monat. Woher hast du diese Quelle? Du kannst zum Beispiel zum Bundeskriminalamt gehen. Die haben eine Untersuchung auf den Markt geworfen 2022. Der Titel dieser Untersuchung heißt Kriminalität im Kontext der Zuwanderung. Da kannst du googeln und dann findest du das. Die listen das übrigens von 21 bis 23 auf. Und dann zeigen die 20.000 Messer... Nein, 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 Moment. Okay. Die 20.000 Messerattacken, die 20.000 Messerattacken haben... Die kommt ebenfalls vom Bundeskriminalamt. Und das kann man zum Beispiel in der Welt nachlesen, auch im Fokus. Und diverse andere Mainstream-Presseorgane haben über das Phänomen in sexuelle Belästigung und Gruppenvergewaltigung gesprochen. Genauso wie... Machen Sie mich mal groß. Was für ein Zufall... Darf ich dich was fragen, Kian? Warte mal, sieben, komm, sag mal leise. Löwenherz, mach mich mal groß. Was für ein Zufall. Ich habe die Tabelle, ich habe die Tabelle vom Bundeskriminalamt nur vom Jahre 21 zu 22. So, und jetzt schau es dir an. Da hast du deine Quelle. Ich schwatze mal dazwischen. Ich möchte gerne mit Kian mich unterhalten, weil er einen ruhigen Tod... Ja, dann musst du dir in das Zimmer nehmen, mal ganz ehrlich, Alter. Du bist hier nicht Einzelunterhalter. Ja, aber du bist das auch nicht. Okay. Lass uns alle reden, aber... So, und ich habe jetzt gerade genau auf das, was Kian eben gerade gesagt hat. Und du, du sogar gefragt hast, wo steht das, habe ich glorreicherweise die Tabelle gerade hier zur Hand. Und genau da ist es auch mit aufgeführt. Und da wird es sogar nur oberspezifisch. Da werden nämlich Sexualstraftaten nur aufgeführt. Und du solltest mal drüber nachdenken, was du erzählst. Weißt du eigentlich, wie das aussieht? Prozentual sieht es so aus, dass diese Straftaten von 21 zu 22 in 36 Prozent gestiegen sind. Vom Vor zum Zujahr. Reurig und Sibum. Das geht so nicht. Ich habe euch gerade beide runtergenommen. Ich mag euch beide wirklich. Und ihr macht gut. Ich verstehe das, Reurig. Du bist auch impulsiv. Ich schätze das auch sehr. Aber ich weiß ganz genau, dass Kian es wirklich ruhig, sachliche Diskussionen möchte. Rumgeschreie bringt nichts. Es ist sehr anstrengend. Bitte, ihr seid alle erwachsen. Probiert es jetzt bitte vernünftig. Bitte. Ja. Danke kurz. Komme ich jetzt zu Wort? Nein, du bist noch nicht dran. In dem Moment sind die Uhr auf, wenn Kian etwas sagt. Kian jetzt bitte was sagen. Lasst Kian jetzt bitte was sagen. Bitte. Hier ist das Bundes... Könnt ihr sehen, was ich einblende? Oder kann man das nicht gut sehen? Nee, gerade nicht. Okay. Hast du den Screen noch nicht geteilt, Kian? Aber versuchst du die Anstrengung zu machen. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich mach das mal. Warte mal. Ich muss erst mal wieder... Wie gehe ich denn hier noch? Achso. Ich glaube, das mache ich hier. Ich glaube, unten auf die drei Punkte. Genau. Ja, Kamera drehen. Auf die Kamera drehen. Moment. Sorry. Hier. Ah ja, okay. Könnt ihr das sehen? Auf Speichern drücken nicht vergessen, Kian. Keine Ahnung. Auf Speichern drücken, während du in dem Screen selbst bist. Wenn du auf dein Bildschirm klickst, dann kannst du die Einstellungen machen, Kamera zeigen und dann musst du in diesem selben Fenster auf Speichern gehen, damit die Einstellung so beibehalten ist. Ah, okay. Aber ihr könnt jetzt sehen, was ich eingeblendet habe. Nein, wir können gar nicht sehen. Wir sehen nur dein Profilbild. Gleich. Also du musst noch mal auf dein Profilbild klicken und dann gehst du in den Bildeinstellungen, mit diesem weißen Kamera-Symbol und dann drückst du beim roten Knopf auf Speichern, bevor du zurück zum anderen Bildschirm gehst und bevor du X drückst, nachdem du die Einstellung geändert hast. Okay, dann warte mal. Jetzt. Warte mal. Okay. Okay, Moment. Moment. Könnt ihr jetzt sehen? Kian, du siehst es selbe. Wenn du dein Bild siehst, sehen wir genau das gleiche wie du. Okay, aber ihr könnt jetzt nichts mehr sehen, richtig? Richtig. Okay, gut. Jetzt sehen wir dich. Ja, aber das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. So, ich bin jetzt kurz wieder weg. Bitte zivilisiert. Sonst nehme ich alle runter, außer Kian und Nikola. Darf ich aber was fragen, endlich? Also, Entschuldigung, warte mal. Eine Sekunde, eine Sekunde. Ja, wenn Kian sagt, okay, und dann sind wir noch. Okay, wie mache ich jetzt dieses verdammte Bild hier wieder weg? Das verstehe ich nicht. Wie mache ich das? Kian, pass auf. Folgen wir mal. Kannst du die Kamera umdrehen oder willst du nur das Bild einschalten? Nein, warte mal ganz kurz. Warte mal ganz kurz. Ich will das Bild wieder ausmachen. Kian, pass auf. Hör jetzt zu. Kian, hör jetzt zu. Pass auf. Du gehst jetzt als allererstes auf dein Profilbild im Live. So. Okay. Jetzt ist neben der Kamera, oben links, ganz oben links, ist eine Kamera, die du anschaltest. Und rechts oben ist das Mikro, was du anschaltest. Du drückst auf die Kamera. Hab ich. Jetzt hat sich ein Push-Up-Fenster aufgemacht. Jetzt sehe ich, wie meine Kamera... Möchtest du jetzt deinen Bildschirm zeigen oder ein Bild zeigen? Ich möchte meinen Bildschirm zeigen. Dann drückst du jetzt neben der Kamera, geht, wenn du auf die Kamera andrückst, ein kleines Feld, geht daneben auf. Da drückst du rauf. Das ist Kamera drehen. Gut, habe ich. Aber ihr seht meine Tastatur jetzt zum Beispiel gar nicht, richtig? Nein, wir sehen erst mal noch gar nichts, weil du noch nicht auf Speichern gedrückt hast. Okay, gut. Weil dann lassen wir das. Ich will einfach nur wieder raus. Ich will einfach nur raus. Ich will einfach nur, dass das Bild hier wieder verschwindet. Und ich weiß nicht, wie ich das jetzt machen soll. Das war so ein großer Fehler von mir. Warte mal. Ich gehe mal ganz rauf. Technik ist schon so eine Sache. Ja, das stimmt. Also deswegen wollte ich mir ein Handy-System auf dem Mac emulieren und dann über Stream-Splitter das machen, weil das total anstrengend ist in TikTok, dass man nicht direkt sein Desktop zeigen kann oder Handy-Screen, sondern nur die Kamera. Droid, du wolltest doch vorhin die Tabelle zeigen. Vielleicht können wir es jetzt machen, weil ja Ruhe eingekehrt ist. Ich bin gerade dabei, Kian hochzuholen. Warte mal kurz. Okay. Kian, du musst eine neue Anfrage stellen. So. Da bist du wieder. Alles klar. Okay, gut. Es hat nicht funktioniert. Ich kenne mich damit noch nicht so gut aus. Ich habe jetzt gerade den Forschungsbericht des Bundeskriminalamtes vor mir und der Titel ist Gemeinschaftlich begangene Vergewaltigung. Und das ist eine Untersuchung zentraler wissenschaftlicher Dienst Matthias Weber, Johanna Wörl und Sabine Spalding von 2019. Es gibt aber aktuellere von 2021, 2022. Und jeder, der in diese Forschungsberichte reingeht, der wird feststellen, dass es in Deutschland ein Phänomen gibt, das nennt sich Gruppenvergewaltigung. Ein Phänomen, das es so in der deutschen Geschichte noch nicht gegeben hat. Und das ist ein Phänomen, der durch die Zuwanderung aus dem muslimischen Raum erst Wirklichkeit geworden ist. Und zwar ein Phänomen ausschließlich bestimmter spezifischer Migrantengruppen. Es ist kein Phänomen unter Tschechen, kein Phänomen unter Inder, Chinesen, Japaner, Kroaten, Serben und all den anderen europäischen und nicht-europäischen Völker. Es ist ein Phänomen, das ausschließlich auf Menschen zurückgeht, die aus dem islamischen Kulturraum sind. Und die überwiegend Träger einer spezifischen Weltanschauung sind nämlich der Religion des Friedens. Und die haben dazu geführt, dass wir ein völlig neues Phänomen in diesem Land haben. Und das sind die Gruppenvergewaltigung. Okay, Kian, darf ich dich jetzt fragen? Warte mal ganz kurz, Sekunde bitte. Ich möchte noch was schnell mit dazu anhängen, Kian. Und zwar ist es auch so, dass dieses Phänomen sogar einen direkten Zeitrahmen hat. Und zwar ab 2015 findest du überhaupt nur diese Statistiken. Vor 2015 war es kein Problem. Wer weiß, was 2015 passiert ist. Da wurde die unkontrollierte Zuwanderung zugelassen, dass man sich über geltendes Recht hinweggesetzt hat. Darf ich jetzt endlich mal was fragen? Ja, okay, okay, alles klar. Okay, dann eine Frage. Vor 2015 haben Millionen Muslime hier gelebt und das war kein Massenphänomen, weil es auch Angehörige des Islams sind, haben die aber sowas nicht getan. Und was ich euch endlich erklären möchte, ist, dass das ein Zivilisationsproblem ist und dass die Menschen das teilweise auch in ihren Ländern machen oder auch in anderen islamischen Ländern, wenn sie dahin auswandern. Gibt es auch viele Fälle in der Türkei, wo das aufgekocht ist. Und ich möchte endlich, dass ihr versteht, das passiert nicht, weil sie Muslime sind. Das passiert, weil sie einfach Neandertaler sind. Und wenn ihr das endlich mal verstanden habt, das ist nicht falsch, das ist Fakt. Doch, dann erklär mir, warum es vor 2015 ist. Damit beschäftige ich mich seit 2017. Okay, Kian, vor 2015, warum kam dieses Phänomen nicht? Da haben doch auch Muslime hier gelebt. Ganz einfach zu erklären. Okay, erklär es mir. Ganz einfach zu erklären. Dann bin ich gespannt. Weil die Gastarbeiter, die da gekommen sind, das schon in den 60ern etwas verstanden haben. Und das hast du ab 2015 eben nicht mehr gesehen. Sie haben sich bestmöglichst mit den Begebenheiten, die sie da haben, sich versucht zu integrieren. Die Leute, die feiern sogar Weihnachten, Mann. Ohne Scheiß. Und sie haben sich auf jeden Fall für dieses Land entschieden. Sie haben dann aber, als sie gekommen sind, aber auch in erster Linie gar nicht daran gedacht, im ersten Moment, dass sie überhaupt bleiben, weil es ihnen so gut gefallen hat. Die Leute, die ab 2015 gekommen sind, die sind mit einer ganz anderen Intention gekommen. Dann geht es auch so darum, dass der Wandel der Zeit da auch eine große Rolle mitspielt. Dass nämlich überhaupt das alles möglich geworden ist. Das ist eine Verzerrung. Okay, erzähl mal erst mal Kian seine Erklärung. Es gibt ganz andere Erklärungsmuster dafür. Okay. Um es nochmal anders zu sagen. Vor 2015 waren überwiegend türkische Muslime in diesem Land. Aus einer laizistischen und säkularen Gesellschaft. Diese Leute sind teilweise in der dritten oder in der vierten Generation in Deutschland. Und haben ein anderes Gesellschaftsbild geprägt bekommen, als die Zuwanderer, die 2015 gekommen sind. Jetzt muss man sich anschauen, wer ist 2015 gekommen? Es sind Menschen aus aktiven Kriegszonen. Jetzt sind wir in dem Thema. Genau. Jetzt, die aus aktiven Kriegszonen nach Deutschland gekommen sind. So sieht es aus. Wir wissen nicht, wir wissen nicht, wir wissen nicht. Ich benenne auch die Beziehung zwischen Islam und Frauenverachtung und bezüglich auch der Gruppenvergewaltigung. Die Menschen kommen aus Kriegsgebiete, aus Verroten, von Krieg überzogenen Gesellschaften. Und sie sind nach Deutschland gekommen und wir wissen nicht, wer sie sind. Es können Dschihadis sein, es können Leute sein, die während der Kriegstumulte in Syrien, Irak zum Beispiel aus den Gefängnissen entlassen worden sind. Wir haben muslimische Extremisten und so weiter und so fort. Wir können beobachten, dass unter den Vergewaltigern, schau dir die Statistik des Bundeskriminalamts an, da wird nämlich nicht nur nach Ethnie aufgelistet, sondern auch nach religiöser Herkunft. Es finden sich keine arabischen Christen darunter. Arabische Christen haben eine andere Sozialisierung als arabische Muslime. Und es ist eine Frage der Sozialisierung. Und das führt dazu, dass die Menschen, wenn Menschen mit einem Bild daherkommen, Frauen, die sich kleiden wollen, wie sie sich kleiden wollen, sind Prostituierte oder S-C-H-L-A-M-P-E-N, dann passiert, was passieren muss. Wenn Menschen mit einer allgemeinen Frauenverachtung oder mit einem Zweiklassen-Gedanke nach Deutschland kommen und Frauen als Freiwildtier betrachten, weil sie in ihrem Kulturkreis beigebracht bekommen haben, dass Frauen, die sich anziehen, wie sie sich anziehen wollen, einfach billig sind, dann ist die Hemmung, diesen Frauen körperlich nahe zu kommen, viel größer. Die arabischen Christen kennen keine Bedeckung bei sich. Und wenn du in den christlichen Teil von Beirut gehst zum Beispiel oder in den christlichen Teil von Libanon gehst, dann wirst du sehen, dass Männer und Frauen in Libanon einen sehr ungezwungenen Umgang miteinander haben. Muslime auch? Im Libanon? Nein, Muslime nicht. Doch, ich habe libanesische Freunde. Ich weiß, dass es in Beirut abgeht. Mein Freund, als Schiite bin ich öfters nach Beirut gefahren, weil ich damals meinen Großgelehrten Sayyid Mohammed Hossein Fadullah besucht habe. Aber die Araber laufen auch so hoch, also muslimische Araber. Und in dem südlichen Teil von Beirut, wo die Schiiten zum Beispiel ansässig sind, da laufen sie alle mit Hijab rum. Und da gibt es diese Körperfeindlichkeit zwischen Männern und Frauen, weil der Islam stimuliert diese Körperfeindlichkeit. Ein Mann darf mit einer Frau nicht alleine sein, sonst ist der Schaitan der Dritte oder der Teufel der Dritte. Und dann gibt es diese Körperfeindlichkeit, die Ausstrahlung einer Frau, die Aura einer Frau kann die Gesellschaft korrumpieren. Deswegen muss sie sich bedecken, damit die Männer nicht zu wilden Tiere werden und so weiter und so fort. Wenn man mit solchen religiösen Formeln aufwächst, dann ist es kein Wunder, dass Männer, die aus solchen stockkonservativen Gesellschaften kommen, plötzlich in Gesellschaften kommen, in der Frauen sich anziehen wollen, wie sie möchten, wo Frauen eine ungezwungene Beziehung zu Männern halten können, die auch mit den Männern schlafen können, wenn ein einvernehmlicher Beschluss da ist, dass man zusammen den Beischlaf hat, dann ist das völlig in Ordnung. Aber für diese Menschen ist das ein Anlass zu sagen, dass diese Frauen billig und einfach zu bekommen sind. Und deswegen werden die Signale solcher Frauen falsch gelesen. Das ist das Problem. Aber Christen lesen das nicht so, weil Christen haben grundsätzlich keine Frauen, in den arabischen Raum, die mal warte, Christen haben grundsätzlich in ihrer arabischen Kultur keine Frauen, die sich streng bedecken müssen. Die können sich auch mal attraktiv anziehen und die Männer haben kein Problem damit. Und diese Wahrnehmung ist die kulturelle Unterscheidung, die dieses Land schlechter und nicht besser gemacht hat, seit es diese große muslimische Zuwanderung aus den islamischen Diktaturen gibt. Okay, also ich muss dir zustimmen, das sind echt gesellschaftliche Probleme, was die da haben. Ja, sehe ich ein. Und ich frage mich aber, aus welchem Hintergrund hat man so eine Überheblichkeit, dass man sagt, die sind frauenverachtend und du hast es auch gut beschrieben, alles gut. Und Zwangsprostitution und eine rote Meile gibt es aber hier in einem christlichen Land Dutzende, aber gibt es in der islamischen Welt nicht. Was ich dir damit einfach nur sagen möchte ist, warum? Lieber Sibum, da muss ich dich korrigieren, Entschuldigung. Wenn etwas nicht richtig ist, dann stimmt das nicht. Dann korrigier es. Es gibt im Untergrund, gibt es Prostitution. Im Iran gibt es tausend von Frauen, die sich jetzt über die Zeitehe prostituieren. Eine legale islamische Form der temporären Ehe, die viele Frauen benutzen. Ja, die Mutter, die viele iranische Frauen jetzt benutzen, um jedes Mal mit einem Mann schnellen Sex zu haben, um ihren Unterhalt zu verdienen und dann gleich wieder zum nächsten Mann zu gehen. Diese Prostitution ist da. Übrigens, in der islamischen Welt gibt es Prostitution. Sie ist nicht legal, aber sie besteht von Pakistan bis Saudi-Arabien, von Saudi-Arabien bis in die Türkei hin. Überall gibt es einen Schwarzmarkt an dem, was du hier öffentlich siehst. Aber Kian, warum gehst du jetzt gerade nur auf die gesellschaftlichen Probleme von dort ein? Warum müssen wir uns als etwas Besseres sehen, wenn wir sagen, dort gibt es das? Aber wir, wir sind nicht Frauenverachtend. Und dabei ist unsere Gesellschaft in vielen Punkten auch nicht besser. Kann ich antworten darauf. Hier in Deutschland hat man wenigstens in Bezug auf die Prostitution, hat man versucht, Regelungen zu finden. Man hat gesagt, ich bin übrigens ein großer Gegner von Prostitution. Ich finde, es ist für eine Frau absolut würdelos, dass 20 Männer am Tag über eine Frau herrutschen. Und ich finde, jeder Mensch hat ein würdevolles Leben verdient. Und ich finde, dass ganz besonders Frauen es nicht verdient haben, weil Frauen einfach von ihrer Physis und auch von ihrer Psyche nicht gemacht sind, dass sie ständig Männer bedienen müssen. Ich finde, wir müssen generell das Problem bezüglich der Prostitution in Deutschland mal aus einer anderen Perspektive diskutieren. Aber, aber, selbst hier... Aber Kian, warte mal, Kian, da muss ich mal zwischenhaken. Nee, Kian, da muss ich mal zwischenhaken. Weil es ist gerade in der Prostitution erst mal eins zu unterscheiden, und zwar Freiwilligkeit und Zwang. Es ist einfach so, dass zum Beispiel eine Prostituierte hier in Deutschland, das ein anerkannter Beruf ist. Es ist ein Beruf, die Zahlen dafür steuern. Und da muss man unterscheiden. Aber ich unterscheide auch nicht zwischen einer Frau, die es gerne macht, und einer Frau, die daraus einen Zweck gemacht hat. Ich finde, es gehört sich nicht. Ich finde, der ganze Prostitutionsmarkt, ob legal oder illegal, den sollte man zumindest staatlich nicht fördern. Wenn die Frauen das nebenbei tun, dann kann man es offenbar in so einer Gesellschaft nicht unterbinden, weil du kannst keiner Frau sagen, dass sie ihren Körper nicht mehr als einem Mann anbieten können. Das ist mir klar. Aber nichtsdestotrotz, ich betrachte das aus der Perspektive der Würde, und ich finde, es ist würdelos für eine Frau, und da spielt es auch keine Rolle, ob der Staat das legitimiert hat oder daraus einen Beruf gemacht hat. Was ich damit sagen will, ist, dass selbst dieser Staat hier versucht hat, die Prostitution wenigstens so zu legalisieren und so zu, in Anführungsstrichen, zu humanisieren, dass Frauen einigermaßen würdevoll aus dieser ganzen Prostitution herauskommen können. Wobei ich immer wieder betonen muss, ich selbst bin überhaupt kein Freund der Prostitution, auch nicht der legalen Prostitution, der abgesegneten staatlichen Prostitution. Aber dann müsste doch in einer christlichen Gesellschaft sowas nicht existieren. Deutschland ist keine christliche Gesellschaft. Was ist die nicht? Deutschland. Deutschland ist eindeutig zu trennen. Wir in Deutschland trennen Religion und Glaube vom Staat selbst, doch zu 100%. Deutschland ist keine christliche Gesellschaft. Kian, Kian, da muss ich dir widersprechen. Wir sind ein christlich geprägtes, wo das Wort auf geprägt liegt. Wir sind ein christlich geprägtes Land. Selbst unsere Grundgesetze sind an die zehn Gebote gelehnt. Es sind nicht die zehn Gebote, sie sind daran gelehnt. Und wir sind ein christlich geprägtes Land. Ja, aber diese Kirchensteuer, auch das ist ein Blödsinn. Pass auf, wenn du Kirchensteuer zahlst, hast du das als Freiwilligkeit. Das heißt, wenn du keine Kirchensteuer zahlen möchtest, dann meldest du dich da ab und dann war es das. Und du brauchst dafür nicht austreten. Du zahlst einfach nur keine Steuern mehr. Nicht mehr und nicht weniger. Man kann das Ganze einfach zusammenfassen. Es gibt einige Fakten, die du wissen musst über die gegenwärtige Situation in Deutschland und das hier vorhandene Christentum. Erstens, in Deutschland können Menschen ihren Glauben frei praktizieren. Unabhängig davon, welcher Religion sie angehören. Aber Religion und Staat sind getrennt. Richtig. Ja, das ist sehr wichtig. Der deutsche Staat hat sich in seiner Verfassung verpflichtet, Religion und Weltanschauung neutral zu begegnen. Der Staat selbst darf sich mit keinem religiösen oder weltanschaulichen Bekenntnis identifizieren. Deswegen wirst du nichts in der Verfassung finden, das irgendeinen Bezug zu irgendeiner Religion hat, die in Deutschland Wurzeln geschlagen hat. Ja, aber warum ist dann in staatlichen Einrichtungen dann zum Beispiel in einem Klassenzimmer ein Kreuz? Das wird es ja nicht für keinen nicht geben, zum Beispiel, weil es laizistisch ist. Laizismus ist auch etwas anderes als das, was wir hier haben. Gerade eben neutral bedeutet für den deutschen Staat aber nicht, dass der Staat Religion ablehnen oder gleichgültig gegenübersteht. Ja, es ist ein politischer Konsens in Deutschland, dass Religionen zum Zusammenhalt der Gesellschaft beitragen. Das ist der politische Konsens, den alle politischen Parteien im Grunde genommen vor Augen haben. Ja, und das Bundesverfassungsgericht, mein Lieber, hat dem Staat daher eine fördernde Neutralität gegenüber Religion und Weltanschauung nahegelegt. Das heißt, sie sollen möglichst Religionsneutralität fördern. Das bedeutet aber nicht, dass unbedingt ein Kreuz aus der Klasse verschwinden muss, wenn zum Beispiel in der Schule durch den Direktor und durch die Lehrkörper ein Einverständnis besteht, zum Beispiel bei einer katholischen Schule, dass das Kreuz dort hängen darf. Ja, das ist der Unterschied. Das ist ein extremer Widerspruch in der Gesellschaft. Nein, das ist kein Widerspruch. Stell dir vor, weil der deutsche Staat nur die Neutralität fördern soll. Kian, warte mal ganz kurz, bitte. Ich versuche, ihm das mal anders zu erklären. Wir haben in unserem Schulsystem unterschiedliche Formen der Schulen. Zum Beispiel, wie Kian das eben gesagt hat, wir haben katholische Schulen, wir haben evangelische Schulen, wir haben Allgemeinschulen, wir haben auch Waldorfschulen. Also wir haben wirklich sehr, sehr viele unterschiedliche Schulsysteme, die da sind. Am ersten ist es, ja, wenn es jetzt aber so ist, wenn du zum Beispiel eine Allgemeinschule nimmst, da wirst du was feststellen. Auf so eine bin ich zum Beispiel gegangen. Ich komme aus einer Stadt, ich komme aus einer Schulstadt. Wir haben in einem gewissen Stadtteil haben wir geballt sechs Schulen, wo auch Behindertenschulen da sind, Blindenschulen sind da, zwei Gymnasien sind da, dann zwei Gesamtschulen sind da. Von daher, also ich kann dir da wirklich aus Erfahrung sprechen. Aus welcher Stadt kommst du eigentlich? Ich komme aus dem Norden. Die Stadt selber ist aber egal, obwohl es auch egal ist, Wismar. So, pass auf. Weltkulturerbe, nur mal so nebenbei. So, und wir haben, so, wir haben auch was Schulen angeht, haben wir da, also wirklich ein ganz, sind wir sehr, sehr stark vertreten. So, dann kommt aber mit dazu, dass du in diesen Schulen keine Kreuze oder irgendwelche religiösen Zeichen an der Wand oder an den Eingängen oder sonst wo kleben siehst. Absolut nicht. Unsere Schulen sind, wie man so schön sagt, neutral. Und das ist ganz, ganz wichtig. Diese Neutralität, die findest du auf vielerlei Ebenen. Du findest sie in Schulen, du findest sie in Gerichten. Und das ist auch gut so. Und das muss so sein. Und das soll so bleiben. Aus dem ganz einfachen Grunde heraus. Wenn du zum Beispiel ein Kind nimmst und in eine Schule steckst, wo eine Lehrerin ankommt und mit Kopftuch unterrichtet, nennt man das indirekte Beeinflussung des Kindes. Weil das Kind setzt sich auf einmal, ein Kind zum Beispiel ist sehr, sehr leicht gestrickt, ganz einfach gestrickt. Das sieht die Lehrerin, die Lehrerin mag man, die ist total toll, die macht super Unterricht, das ist alles toll. Aber nun fragt man diese Lehrerin, sag mal, warum trägst du eigentlich ein Kopftuch? Und die Lehrerin fängt an, von dem Glauben zu erzählen. Und dann sagt das Kind indirekt, so wie man zum Beispiel eine Krankenschwester total toll findet, oh, ich will später mal Krankenschwester werden, könnte es auch sein, dass man da dem Kind so ein bisschen indirekt den Glauben reinhaut und sagt, ich möchte später mal Muslime werden. Und man gibt den Kindern die Möglichkeit, frei zu entscheiden. Und diese freie Entscheidung, die ist bei uns sehr, sehr wichtig. Und die wollen wir halten, die müssen wir halten. Wir haben, der Unterschied zur Türkei und zu Frankreich ist, dass in Frankreich gibt es eine strikte Trennung von Religion und Staat. Das ist Laizität. Und der Laizismus, es gibt keinen Laizismus in Deutschland. Wir haben keine vereinbarte strikte Trennung von Staat und Religion. Sonst hätten wir zum Beispiel auch nicht in Berlin diese Beurteilung gehabt, dass Frauen doch mit Kopftuch ins Lehreramt eintreten dürfen. Deswegen, wir haben keinen Laizismus. Das ist der große Unterschied. Aber jetzt will ich mal ganz kurz was anderes fragen, damit wir wieder zum Thema zurückkommen. Ich hätte gerne die Erika, die jetzt hier im Chat sagt, ich bin Deutscher, aber wer zu den Zionisten steht, der ist für mich ein Mörder. Erika, komm hoch und erkläre deine Position. Das ist eine sehr drastische Aussage und ich würde gerne wissen, wie du zu dem Punkt kommst, dass Zionismus irgendetwas mit Mördertum zu tun hat. Bitte erkläre dich. Wie heißt sie, Kilian, Erika? Erika, Erika. Ja, Erika, dann musst du eine Anfrage stellen, ansonsten kann ich dich nicht hochmähen. Genau, sie soll eine Anfrage stellen und dann soll sie uns erklären, was Zionismus ist und wie sie darauf kommt, dass Zionismus auf irgendeine Art und Weise eine Form von Mördern... Kian, was ist denn Zionismus für dich? Hat er doch vorhin ausgiebig erklärt. Da warst du doch dabei. Doch, da warst du bei, Zibu. Da warst du bei. War ich wirklich nicht dabei. Ja, ich habe sogar nämlich extra nochmal, als Kian da eingangs was erklären wollte, habe ich ihm gesagt, dass er, als er über Zionisten gesprochen hat, habe ich gesagt, tu mir bitte den Gefallen und erkläre den Anwesenden mal, was Zionismus überhaupt ist. Und ich glaube, ich bin danach erst gekommen. Ja, dann muss das Kian gleich entscheiden, ob er sich nochmal wiederholen möchte. Ja, wenn nett, dann ja auch nicht schlimm. Also ich hätte das gerne, ich hätte das gerne gehört. Wir führen augenblicklich gerade ein Gespräch so in unserer Bubble und es wäre nett, wenn wir wieder vielleicht ein paar Muslime hochholen könnten und solche, die zum Beispiel Befürworter der Hamas sind oder Befürworter zum Beispiel des Palästinienischen. Kein Moslem ist Befürworter von Hamas. Für die kontroverse Unterhaltung würde mir schon ein Moslem reichen, der für die Scharia ist. Das würde mir schon reichen. 77% der Leute vom Gaza haben die Hamas gewählt. Also 77% aller Gazianer sind für die Hamas. Hier hat einer geschrieben, Sibum raus. Warum? Wenn er mir einen plausiblen Grund gibt, gehe ich raus. Okay Leute, ich mache mal. Also, Sibum hat hier unlängst klargestellt, dass er ja offensichtlich ein guter Mensch ist. Er distanziert sich von den meisten Sachen von, nein, das meine ich, pass auf, das meine ich überhaupt nicht ironisch. Und ich meine es wirklich ernst. Du bist ja, du und deine Auslegung, deines Glaubens ist doch offensichtlich nicht das diskutierte Problem. Wir reden von offensichtlich, von ganz was anderem. Und aber ihm jetzt abzusprechen, und das passiert ja hier, Sibum, markiert ihr den Tag jetzt rot im Kalender, ich springe dir jetzt zur Seite. Ihm jetzt aber abzusprechen, ja, deine Anschauung und alles, was du machst und deine Identität, für die du dich entschieden hast, wie du deinen Glauben auslegen willst, das hat alles nichts mehr mit dem Koran zu tun, weil, theistisch, puristisch, interpretiert, ist das, was du machst, nicht richtig. Das ist doch, das ist doch schon auch taktisch unklug. Was meint ihr denn, und mit ihr meine ich jetzt die anderen, was meint ihr denn, wie der Aufklärungsprozess des Islam ablaufen soll? Wenn man den Islam so sehr verteufelt, dass man nicht mal mehr die aufgeklärte, spirituelle Version davon, von diesem Glauben, dass man nicht mal mehr darauf Lust hat, weil alles an die Wand gestellt wird. Wenn man einfach gar nicht mehr unterscheidet zwischen, und dann nur noch solche Sachen sagt, So fühle ich mich, ja. Und hier war vorhin einer im Chat, ich habe den Namen, ich glaube das war A Punkt oder sowas, der hat hier im Chat geschrieben, wir Muslime müssen Frauen respektieren. Und wo darin, ja bla, stimmt nicht, hier in Sure bla bla steht dies, in Sure da da steht das und so. Dann kommt man wieder mit so einem theistisch-puristischen Ansatz. Anstatt zu sagen, danke, bitte, hilf der Welt dabei, dass der Rest der Welt den Islam genauso sieht wie du. Und das meine ich mit diesem Ultra-Ultra-Fall, also das ist keine Relativierung, wir müssen trotzdem, und das gehört, das ist die andere Seite, Sibun, die Aufklärung, die notwendig ist, muss aus den eigenen Reihen erfolgen. Und muss, und ich glaube auch, dass der Nahostkonflikt in absehbarer Zeit nicht zu lösen ist, wenn sich der Rest der, Zitat, islamischen Welt da auf der Ecke nicht mit an die Seite von Israel stellt. Und da können wir lange drauf warten, weil ohne eine Glaubensberuhigung da unten wird da gar nichts was. Weil dann die Hamas jetzt wegzubomben, wird Israel nur Zeit kaufen, aber nicht Frieden. Weil dann kommt das Nächste, weil der Judenhass ist dann immer noch nicht weg. Und da ist das Problem. Aber das meine ich, wenn man Muslimen nicht so weit die Hand reicht, dass Leute, die auf der Kante stehen, aufgeklärt zu sein und das rein spirituell zu sehen, wenn man denen nicht die Hand reicht, zu sagen, ja, mach das so und es ist alles cool. Aber Nikola, Nikola, weißt du, was da das größte Problem ist? Das, was wirklich das allergrößte Problem ist, das werden wir Christen sowieso nicht schaffen. Das muss, so doof wie sich das anhört, der gemäßigte Moslem dem radikalen Moslem erklären und ihm da zur Mäßigkeit ermahnen. Das ist das eigentliche Problem. Und das eben, und das ist jetzt ganz kurios, und das habe ich schon so oft festgestellt, das wirst du nie erleben. Wenn sich Moslems untereinander unterhalten und sich in ihrer Bubble, sagen wir mal, separat bewegen, dann kriegen sie sich da ganz dicke das Streiten und sagen, du hast nicht recht, du hast nicht recht, du hast nicht recht. Schick aber jetzt einen einzigen Christen rein, einen einzigen, das reicht aus. Dann wirst du etwas ganz Kurioses feststellen. Dann sind sie sich in dem Moment alle einig, auf den Christen zu ballern, wenn der auch nur ein Wort gegen irgendeinen aus der Runde sagt, der beispielsweise in seinem Glauben recht radikale Ansichten hat. Und das stellst du wirklich immer und immer wieder fest. Das wird mir genauso passieren, wenn ich bei einer AfD-Kundgebung als Ausländer auftrete und irgendwas gegen die Ideologie von der AfD oder NPD sage. Da würden sich auch alle gegen mich stürzen. Und auch wenn einer nicht extrem rechts ist, wird er sich auch angegriffen fühlen. Das ist, ich weiß nicht, man fühlt sich auch schnell angegriffen. Das ist echt nicht so. Dann frage ich mich, ihr müsst vielleicht mal das Thema auch mal noch ein bisschen sensibler angehen. Oder vielleicht ist das nur meine Ansicht. Oder ich weiß nicht, ob ich für so viele Menschen spreche. Ja, aber Simon, guck mal, ich verstehe ja, was du sagst. Aber das Problem ist, seien wir doch mal ganz ehrlich. Wir haben diese Problematiken jetzt wirklich schon seit ein paar Jahren. Und seien wir doch mal wirklich ehrlich. Also wir haben uns wirklich, gerade wir Deutsche, ob mit oder ohne Migrationshintergrund, auch diesen Leuten gegenüber immer und immer wieder vernünftig gegenüber verhalten. Wir haben alles gegeben, was sie da brauchten. Sie haben alles gekriegt. Und am Ende ist es aber so, dass sie das, was sie hier bekommen haben, was aber eine Grundlage hat, damit das überhaupt möglich ist, denen das zu geben, das möchten sie mit ihrer Art und Weise, ob bewusst oder unbewusst, das sei ja jetzt mal dahingestellt, verdrängen. Dadurch, dass sie das verdrängen, was uns ausmacht, geht unsere eigene Kultur, unser eigenes Selbst, das, was aber so reizvoll für die Leute, die gekommen sind, überhaupt da ist, das geht dabei verloren. Und das sehe ich als arges Problem. Von daher bin ich es, und ich muss es wirklich so sagen, Sivum, ich bin es wirklich leid. Ich rede ja jetzt nicht dich als einzelne Person an. Du als einzelne Person, du hast ja vernünftige Ansicht. Man kann sich vernünftig mit dir unterhalten. Da ist alles toll. Den Grundsatz hast du auch verstanden. Aber ich weiß nicht, wie es jetzt ist, wenn wir uns in einer Thematik unterhalten, wo ich den Glauben selbst anpredige, den der radikale Moslem, aber da so lebt. Und da seid ihr euch alle einig, weil ihr lebt alle nach dem im Glauben, nach einem Buch. Das ist nun mal an dem. Und da seid ihr euch dann wieder ganz schnell einig. Da unterscheidet ihr untereinander nicht, ob radikal oder liberal oder gemäßigt. Da unterscheidet ihr nicht. Ihr seht, da seid ihr euch alle einig, weil da geht es um das Buch, da geht es um den Glauben. Dann würde ich ja jetzt sagen, Hamas ist toll. Würde ich niemals tun. Ich verurteile die Taten definitiv. Ich bin ja dann mit dir auf einer Seite... Du hast das nicht verstanden, wie ich das meinte. Ich meine das jetzt noch nicht mal auf die Hamas gemünzt. Ich meine das wirklich an sich. Wenn ich jetzt wirklich hier in Deutschland mich umschaue, da geht es wirklich um die Glaubensform selbst. Ich habe zum Beispiel hier Kian und Stürzenberger, auch ein Ehe von Pezi, ein Ex-Muslim. Ganz ehrlich, ich stelle da immer fest, sie erzählen ja nicht irgendeinen Scheiß. Sie erzählen einfach das, was da ist. Sie sprechen die Probleme an. Am Ende sagen sie, pass mal auf, hier ist eine Apfelkiste. Obendrauf sagt der Muslim, liegen die ganzen tollen Äpfel. Und diese Leute sprechen darauf an, aber was ist denn unter den hübschen Äpfel? Kann das manchmal sein, dass da faulige Äpfel liegen? Das gibt es noch in jeder Gesellschaftsgruppe. Das ist wirklich verteufeln von einer Volksgruppe, von einer Religion. Das ist, weißt du, das ist so minimal, der Anteil. Das wird so hochgekocht jedes Mal. Das kann ich nicht nachvollziehen. Wirklich. Ich schwanke immer zwischen euch beiden her. Also bei einerseits finde ich, es ist nicht minimal. Andererseits... Kian, du musst eine neue Anfrage stellen. Du springst irgendwie immer raus. Irgendwas stimmt bei dir nicht. Prozentual jetzt mal uns angucken. Ja, Kian, du musst eine neue Anfrage stellen. Irgendwas stimmt da nicht. Ja, ich bin wieder drin. Alles klar, sehr gut. Prozentual einmal betrachtet. Also ich verteufle auch die Menschen, die Corona hier uns eingesperrt haben deswegen. Und wenn ich die Wahrscheinlichkeit gesehen habe, was die Möglichkeit wäre, an Corona zu sterben, habe ich dann gesagt, okay, ich bin halt ein Logiker und ich gucke auch nach prozentualen Anteilen. Und die sind wirklich niedrig. Okay. Wir haben den Hallgurt hier. Der wollte um jeden Preis hoch. Bitteschön. Ja, ich wollte nur dazu, zu diesem Thema sagen. Ich bin zum Beispiel auch Muslime. Ich bin schon über 20 Jahre in Deutschland. Und früher, ich war in einer Moschee, ich habe Koran und so weiter studiert. Aber mit der Zeit, ich habe mich entschieden, an kein Glaube, ich meine, ob Muslim oder Christ und so weiter, glauben, weil ich habe sehr viel gelesen und so weiter. Aber ich glaube an einen Gott. Und zum Thema, ich habe zum Beispiel meine Kinder auch keine Religion, ohne Religion gemacht. Ich habe gelassen, dass die selber sich entscheiden. selber sich informieren. Ist mir egal, ob die Christen werden oder Muslime werden. Aus welchem Land kommst du, Haltgurt? Ich bin Kurde aus Irak. Ja, und die stecken dich alle, obwohl du kein Moslem bist, auch alle in diesen Tropfen. Ja, ich meine mit Ausländerbeordiner, immer wenn ich meine Aufenthalte verlangere, zum Beispiel, wenn dich genauso in diese Ecke schieben. Da spielt es keine Rolle, ob du, wo hast du bist. In welcher Ecke? Ja, ja, das ist das Problem. Das ist das Problem mit Beordiner auch. Zum Beispiel die sehen, dass meine Kinder sind halb deutsch, halb kurdisch. Und ich habe auch, die haben keine Religion und so weiter. Jahrelang hin und her, ich habe sehr viele Probleme gehabt mit Ausländerbeordiner, aus Grund, deswegen, weil ich bin damals in Deutschland gekommen bin, es wird gefragt, welche Schule hast du gemacht und so weiter. Ich war fast eine E-Mann, aber damals in Kurdistan sogar, ich habe mich entschieden, das war nicht meine Richtung. Ich habe andere Richtungen genommen und so weiter. Und hier ist auch so weiter gekommen. Aber weil ich das gesagt habe, ich habe in einer Mosche, ich werde immer gefragt, verstehen Sie, was ich meine, was ich damit sage und so weiter. Also, ich bin eigentlich das Opfer. Und es wurde immer Probleme gegeben und so weiter. Bis ich bin, in einem Sonntag, ich bin in eine Kirche gekommen, das ist auch in Zeitung rausgekommen, ja. Aber das wurde nicht die Wahrheit in Zeitung geschrieben, sondern die haben geschrieben, eine Muslime mit Messer ist in die Kirche gekommen, aber es gab keine Zeuge und so weiter. Und dann, ich wurde vorgerichtet, habe ich gesagt, seit Jahren schreien Sie sehen, dass ich meine Kinder, habe ich sogar nicht einmal die Religion angegeben, weil ich wollte nicht, dass die das erleben, was ich erlebt habe. Und vor mich selber, ich glaube an einen Gott, und ich glaube, dass Gott gehört uns alle, egal ob Muslime, Christen, was weiß ich und so weiter. Und vor mich sind alle, haben seine eigene Freiheit. Jeder kann selber entscheiden und so weiter, aber das ist meine Entscheidung. Und das bleibt auch so. Und dann, ich habe gesagt, ich bin seit Jahren, ich schreibe schriftlich und persönlich und so weiter. Ich bin gekommen zur Kirche, ich bin zu eurem Gott gekommen, sozusagen. Dann wurden alle meine Papiere, meine Aufenthalte und so weiter, als richtig wieder gemacht. Und was sagen Sie zu solchen Themen und zu solchen Menschen, was die hier in Deutschland leben? Es gibt wirklich viele davon, ja, ob die, auf denen ihr passt oder die haben muslimischen Hintergrund. Aber die sind halt so, die halten sich nicht an festen Glauben. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, grüß dich, schönes Herz. Ja, alles klar. Wir haben deinen Standpunkt verstanden. Ich begrüße erst mal deine Distanz von der Religion und dass du deinen Kindern eine Möglichkeit gibst, zu entscheiden, als Nichtgläubige oder als Gläubige groß zu werden. Das ist sehr wichtig. Ich habe Gott sei Dank es geschafft, meine beiden Söhne aus dem Islam herauszubringen. Die haben beide, wie ich, gebetet, gefastet und so weiter und so fort und haben die Religion sehr ernst genommen. Und ich bin froh, dass ich beide zu Kaffel gemacht habe. Und dass beide jetzt glückliche Menschen im Leben sind, die sich nicht mehr an einem Sky-Daddy da klammern, der ihnen sagt, sie sich den Hintern abwischen sollen. Okay, ich wusste das nicht, dass du Moslem warst. Kian, eine Frage. Zum Beispiel, du erwartest ja diese Toleranz. Und wenn du sagst, du hast das gemacht und fühlst dich wohl dabei, dann finde ich das ja gut und bin ja froh, dass ein Mensch sich selbst frei entwickeln kann und so. Aber warum lässt du das nicht andersrum auch zu, oder respektierst du das nicht, wenn einer überhaupt nicht politisch, sondern einfach seine Religion auslebt? Moment, Moment, Moment. Schau mal, Simum. Ich merke immer wieder in Diskussionen, dass Leute immer Dinge sagen, die ich nie in den Mund genommen habe. Ja, ja, ich habe nichts Falsches zu sagen, sorry. Eben, eben, das ist wichtig. Okay, ja, bitte. Nee, nee, das Wort hast du. Nein, Kian, ganz ehrlich, das führ mal unbedingt aus, weil das ist wichtig. Weil es wird dir jetzt schon wieder was, oder es wird was interpretiert, was einfach nicht da ist. Und das finde ich auch, ist ein ganz, ganz großes Problem. Das ist wirklich immens. Richtig, richtig, Roy. Und wir müssen, ich will hier einen klaren Standpunkt einnehmen. Mir ist völlig egal, an was jemand glaubt. Ob er an der Spaghetti-Monster, an die fliegende Kaffee-Untersatz glaubt, oder er glaubt an Vishnu, Krishna, Haruman, oder an Shintoismus oder Jaina-Religion. Es ist mir völlig egal. Es ist mir egal. Ja, mich interessiert nur der Effekt, den eine Religion auf die Menschen hat und auf die Gemeinschaft um sie herum. Und ich sehe, dass da zum Beispiel der Islam durchaus eine andere Methode hat, Probleme in einer Gesellschaft zu schaffen als andere Religionen zum Beispiel. Und wenn ich sage, ich habe meine Söhne davon abgebracht, dann habe ich meine Söhne argumentativ von dieser Religion weggebracht. Sie haben selber nachgedacht, sie sind erwachsen, sie haben selber nachgedacht, sie haben gesagt, gut, das stimmt, Papa, was du gesagt hast, eigentlich ist es totaler Quatsch. Und dann haben sich beide von der Religion befreit. Mich stört es überhaupt nicht, wenn irgendjemand Muslim ist. Nur dann, wenn ich merke, dass im Zusammenhang mit dieser Religion plötzlich eine weltanschauliche Vorstellung existieren, die die Existenz von anderen Menschen bedrohen. Wie zum Beispiel, ich sage immer, es gibt nur zwei Arten von Muslime. Devote und nicht-devote Muslime. Es gibt keine Grauzone. Es gibt entweder Muslime, die sich von der Schrift distanzieren, oder es gibt Muslime, die im Einklang mit der Schrift gehen. Und ich sage, dass jeder Muslim, der den Islam praktiziert, ist ein religiöses Monster. Weil, und jetzt kommt meine Erklärung dazu, weil er muss erstens die Apostasie, also die Abtrünnigkeit vom Islam, muss er befürworten, da muss er die Todesstrafe für Apostasie befürworten. Er muss auch den Ehebruch eines Mannes oder einer Frau entweder mit der Steinigung oder mit der... Wie in der Bibel. Wie in der Bibel. Bitte, nochmal? Wie in der Bibel. Ehebruch soll ja auch mit... Ja, aber das ist Whataboutism. Wir reden ja jetzt über den Islam. Jetzt weißt du aus. Nein, das ist Whataboutism. Schau mal, schau mal. Nein, nein, nein. Wenn du sagst, schau mal, Siebum, lass mich das erklären. Wenn du sagst, wenn du sagst, wenn du sagst, wie in der Bibel, dann gibst du, erstens schwächst du dein eigenes Argument ab und du schwächst deine eigene Verteidigung deiner Religion ab, indem du sagst, wir haben zwar auch so ein Problem, dass Menschen bestraft werden, die Ehebruch begehen, aber die machen das auch. Damit sagst du im Grunde genommen, dass es ein Problem in dem Islam gibt, aber du hast auch ein Problem in einer anderen Religion entdeckt. Das ist Whataboutism. Nein, ich weiß nicht. Weißt du, diese Wörter sollen Menschen einfach nur... Ja, nein, warte mal, aber um mal diese ganzen Wörter weg, um das mal einfacher... Warte mal ganz kurz, Kian. Um das mal einfacher... Kreativierung von eigenen Problemen. Kian, warte mal ganz kurz, bitte. Ich hab so eine Weltanschauung nicht. Ich bin kein... Siebom, Siebom, warte mal ganz kurz. Siebom, warte mal bitte ganz kurz. Siebom, warte mal bitte ganz kurz. Siebom, Siebom, pass mal auf. Pass mal auf, Siebom, man muss bei alledem... Siebom, warte mal ganz kurz. Es geht bei alledem um Folgendes, was Kian eben sehr versucht, ausführlich darzustellen, kann man eigentlich ganz einfach erklären. Es ist in Deutschland so, dass wir Religion vom Staat trennen. Da fängt es an. Wenn man dann zum Beispiel etwas nimmt, als Beispiel, wo wir ein Problem mit haben, ein ganz einfaches Beispiel. Zum Beispiel nehmen wir eine Moschee. Die Moschee wird gebaut, okay, da sind wir noch bei. Wenn diese Moschee da ihre Gebete innerhalb so ausführt, wie sie es möchte, okay, da sind wir dabei. Wenn die Moschee aber anfängt, den Muezzinruf auszusprechen, da hört es auf. Aus dem ganz einfachen Grunde. Wir sind so konservativ eingestellt. Wenn ich den Muezzinruf höre, weißt du, was ich dazu sage? Ruhestörung. Geh mir nicht auf den Sack damit. Das Problem ist... Wenn du jetzt aber... Warte, warte, war ich noch nicht fertig. Warte ganz kurz. Wenn du mir jetzt um die Ecken kommst und sagst... Lassen wir mal... Jessica war nicht damit einverstanden, was ich gesagt habe. Bitteschön, Jessica. Was war daran falsch, dass ich als Atheist nicht über das Christentum sprechen möchte, wenn ich auf dem islamischen Territorium bleiben möchte? Ich bin Ex-Muslim. Ich bin nicht Ex-Christ. Ich möchte nur über den Sack sprechen. Stopp, stopp, stopp. Nein, nein. Das habe ich so auch gar nicht gemeint. Nur finde ich das... Wie soll ich mal sagen? Feuchlerisch. Wenn man eine Religion hat, dieselbe Auflage ursprünglich wie die andere Religion. Man spricht es aber dann auf einmal der Religion wie jetzt zum Beispiel Christentum ab, obwohl das dort auch ausgesprochen wird. Aber Jessica, da musst du auch unterscheiden. Da gibt es das Alte und das Neue Testament. Und am Ende hat sich der Glaube hat sich reformiert. Das siehst du... Da wird keiner mehr getötet für Ehebruch. Das gibt es doch gar nicht mehr im Neuen Testament. So sieht es aus. Wann hast du denn die letzte Steinigung im Christen gesehen? Wer hat das Neue Testament gemacht? Im Islam existiert die. Im Islam existiert sie in der Form von der Scharia. Und sie wird praktiziert dort. Es gibt 13 islamische Staaten auf der Welt. Und dort wird die... In Indonesien wird der Ehebruch oder das Ausscheren innerhalb der Ehe oder die außereheliche Beziehung wird im Islam bestraft. Und die Scharia ist lebendig. Aber wann hast du das letzte Mal gesehen, dass es ein christliches, göttliches Gericht gegeben hat, das zwei christliche Eheleute bestraft hat dafür, dass sie zum Beispiel Ehebruch begangen haben oder zwei Christen, die außerhalb der Ehe eine sexuelle Beziehung geführt haben? Das ist ja deswegen so, weil der Staat von der Religion getätigt ist. Wobei, also ich bin jetzt auch Atheist. Ja, natürlich. Suda, du hast ganz schlechten Empfang. Du musst noch mal runtergehen. Irgendwas stimmt bei dir nicht. Du hast stellenweise nur einen Balken. Also ich bin vorher, wo ich freigekommen bin, habe ich eigentlich was anderes sagen möchte. Ja, gerne. Dann sag doch. Ihr seid jetzt aber schon von dem Thema, seid ja total abgegriffen. Ist egal. Sag mal, wir sind ja froh, wenn mal eine Frau da ist. Ich finde es ja gut, wenn eine Frau mal da ist. Ich finde es halt immer schön. Ich höre zum Beispiel wahnsinnig gern Dialoge von allen drei Weltreligionen, wo zum Beispiel der Pfarrer, ein Scher und ein Rabbiner zusammensetzt und miteinander redet. Und es gibt ein Rabbiner, Yusuf, wie heißt der, Israel nochmals, der hat letztens auch mal ein Gespräch geführt in der Schweiz mit Muslimen zusammen über die Situation und wie geht ihr über Muslime und zum Beispiel Jude. Und er hat gesagt gehabt, er hat berichtet, weil er geht öfters in muslimische Länder und er hat gesagt, er findet es faszinierend, wie herzlich er empfangen wird und die Muslime, dass die immer ganz freundlich auf ihn zugehen. Also er hätte noch nie Hass empfangen, wenn er zum Beispiel nach Marokko gegangen ist oder in den Irak oder Iran ist er immer herzlich empfangen worden. Wie höre ich mich denn jetzt an? Bitte? Besser. Aber Jessica, was du eben als Beispiel bringst, guck mal, diese Person, die stehen in ihrem Glauben oder auch in ihrem Ansehen, möchte ich bald vielmehr sagen, natürlich wesentlich höher. Diese werden da nicht auf den, ich sag mal, ich drücke mich jetzt mal ganz salopp aus, auf den 0815-Moslem losgelassen oder auf die Gesellschaft in dem Sinne losgelassen, wie sie gerade da sind. Sie treffen sich mit anderen, wirklich hoch angesehenen Personen und sie sind da sehr kultiviert in ihren Sachen und wissen sich auszudrücken, wissen sich miteinander zu benehmen und wissen genau, worum es geht. Eine Form des Respekts ist es dann auch so, dann miteinander umzugehen und dann auch eine vernünftige Diskussion, eine vernünftige Debatte damit zu führen. In dem Moment, wo du aber da auch eine Debatte miteinander führst, auch auf höherer Ebene, sieht es so aus, dass sie sich trotzdem in ihrer Sache wohl nicht so 100% eins sind. Ansonsten würden sie sich ja nicht in eine Debatte begeben. Von daher muss man da wirklich sagen, im Vordergrund mag das so wirken. Wie das dann aber in der Realität aussieht, ist da ein ganz anderes Blatt Papier und da muss man wirklich drüber reden, Jessica. Das ist einfach so. Was ja halt auch ansprungen, in muslimischen Ländern schon mal gewesen, sagen wir, also jetzt mal Hand auf Herz, jetzt aber nicht einfach so sagen, sondern... Ja, auch in anderen Ländern. Ich war auch in hinduistischen Ländern und ich bin... In welchen Ländern zum Beispiel? Nur, dass ich verstehe, welche kulturellen du da so mitbekommen hast, damit du es in dein Mindset kennst. Also pass auf, ein muslimisches Land habe ich zum Beispiel in Neukölln besucht. Ja, ein muslimisches Land. Moment, Moment. Das artet jetzt aus. Das war jetzt nur... Das war jetzt natürlich... Das war jetzt natürlich... Darf ich mal was dazu sagen? Aber ganz ehrlich, ein bisschen lachen muss auch mal sein. Jetzt mal ganz ehrlich, das ist ein ernsthaftes Thema. Ein kleiner Joke kann da auch mal reinpassen. Obwohl dieser Joke natürlich, gerade wenn man sich das anguckt, dass wir hier mehrere Parallelgesellschaften haben, dieser Joke noch nicht mal so weit weg ist. Aber ich war... Darf ich mal was dazu sagen? Ich war zum Beispiel... Thailand, Bali, Prag, Ähm... Ägypten... Ägypten ist kein Land. Es geht dann für den NDR. Darum geht es nicht. Es geht darum... Nein, ich habe das als Beispielsländer genannt. Ich war eben gerade bei Ägypten... Ja, ja, aber es schweigt aber trotzdem von dem Thema ab. Wenn du jetzt, was weiß ich, tausend Kulturen kennst, spielt das immer noch keine Rolle. Ja, das ist doch das, was ich damit aus... Gut, dann lass mich doch das alles wieder ein bisschen... Lass mich das alles noch ein bisschen in Harmonie bringen. Jessica hat gesagt, sie findet es schön, wenn ein Rabbiner, ein Scheich und ein Jude, äh, und ein Christ zusammen sitzen und kuschelig... Ich will das eigentlich in keine Harmonie bringen, sondern... kuschelig nicht. Ich rede von sachlichen Diskussionen und auch so sein. Also wenn ein Christ... Entschuldigung, Jessica. Kian, 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 ganz kurz. Weißt du, ich habe persönliche Einschätzung. Entschuldigung. Was denn? Entschuldigung. Ich wollte zu dem Tore mal etwas ganz kurz sagen. Dann möchte ich jetzt die Kontrolle über dieses ganze Ding hier übernehmen. Ja. Kian entscheidet das jetzt. So, ich übernehme jetzt... Achso, du bist ja da. Ich dachte, du bist verschwunden. Deswegen habe ich... Ich bin da, aber du kannst das jetzt entscheiden. Okay, ich wollte jetzt nicht hier den Boss spielen. Ich wollte nur ein bisschen Struktur in die Gespräche... So, da habe ich dir gegeben. Bitteschön, dein Live, bitte. Okay, so, vielen Dank. Also Jessica, Jessica, du sagst jetzt, was du zu sagen hast und du benennst deinen nächsten Ansprechpartner. Wenn du mir was sagen willst, sage ich dir was. Wenn du mit jemand anderem, Messibum oder Reurig, die nächste Feststellung richten möchtest, dann kannst du das machen. Okay? Das ist überhaupt kein Problem. Aber jetzt sagst du etwas... Ich wollte doch nur mal einen Satz bilden, okay? Ja, ja, das machen wir. So, Suda. Das ist mir zu doof. Suda, warte mal jetzt. Warte mal. Das ist zu durcheinander. Suda, du musst eine neue Anfrage stellen. Der Host hat hier eben gerade was gesagt. Ich möchte jetzt noch mal ganz kurz dafür plädieren, noch mal das Wort eindeutig Kian zu erteilen. Wir freuen uns darüber, dass Kian heute da ist. Es ist auf jeden Fall uns ein Bedürfnis, Kian zu hören, weil er trägt mehr Wissen in sich als so viele andere von uns. Und da ist es mir wichtig, dass wir mit ihm vernünftig in den Dialog kommen. Wenn hier jemand noch mal unterbricht, so was wie da eben passiert ist, dann wird er einfach rausgeschmissen. Du kannst gerne noch mal eine Anfrage stellen, aber lass sonst Scheiß. Okay. So, Suda hat das jetzt gemacht. Jetzt wieder habe ich ihn reingeholt. Ich möchte jetzt, dass Jessica etwas sagt. Und Jessica, am Ende sagst du dann, das war nicht Kian, das war nicht Sibum, das war nicht Reurig, damit was los ist. Und dann, wenn Reurig, derjenige, der angesprochen worden ist von dir, der soll dann möglichst sagen, okay, das würde ich gerne von Kian oder von Reurig oder von wem auch immer dann hören. Okay? Nur so können wir ein strukturiertes Gespräch aufbauen. So, bitte, Jessica. Wie ich halt vorher gesagt habe, ich finde es schade, dass, also ich meine, ich sehe es jetzt vor allem in den letzten Jahren, der aufkommende Hass, Religionen von einer Religion zur anderen. Und ich sehe halt, auch wenn alle anderen so, ständig von Hass und alles reden, ich weiß nicht, wie andere leben, aber ich lebe das nicht aus. Tut mir leid. Ich hasse nicht und ich würde mich im Lebtag nicht in Stelle ohne Jute anspucken oder ein Christanspruch oder sowas, weil ich mich, von meinem Glaube her, würde ich mich in Grund und Boden schämen, wenn ich einen anderen religiösen Menschen derart defamieren würde in der Öffentlichkeit. So wie ich mein Glaube einschätze, würde ich denken, dass ich später eine Strafe kriege für das, dass ich einer der Glauben, von dem Glauben der Bücher derart behandle. Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Ja, eine Sekunde, bitte, eine Sekunde. Wir haben jetzt eine Struktur reingebracht. Suda, eine Sekunde. Jessica, ich hatte dir ja gesagt, wenn du fertig bist, das war eine Feststellung. Bist du Christin? Bist du Muslimin? Bist du Jüdin? Ich bin Muslima. Du bist Muslima, alles klar. Und so bin ich, so habe ich meinen Islam gelernt. So wie ich es gerade immer weitergegeben habe. Okay. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum ich so zufrieden bin mit dem Glaube. Darf ich eine Frage stellen? Nein, nein, nein. Niemand stellt jetzt bitte eine Frage. Niemand sagt etwas, weil ich habe Jessica gesagt, wenn Jessica fertig ist, dann soll sie einfach mal kurz sagen, okay, pass mal auf. Kian, darf ich mal ganz kurz? Ja. Heinrich, bist du noch ganz dicht? Wenn ich jetzt sowas sage, wie kann man sowas schreiben? Vor allem, wo hier in Deutschland sowas, hast du schon mal in Sommer? Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Hast du schon mal Ding gesehen? Hast du das mal angesprochen? Jessica, Jessica, was hat er gesagt? Darf ich mal reden? Ich behaupte, dass alle Jute, also jetzt reicht es. Also, hallo, ich war dort, ich habe das Zähne, die Berge von Schuhe. Jessica, deswegen bin ich wütend, was mit Palästina passiert. Jessica, warte mal, das ist mein Life. Ich möchte wissen, was er gesagt hat, dann wird er gesperrt. Wenn er dir etwas vorgeworfen hat, was nicht stimmt, schmeißt ihn raus. Deswegen frage ich dich, was hat er gesagt? Guck doch in den Chat. Ich hätte behauptet, dass ich möchte, dass alle Jute sterben. Ich will, dass Matti kommt, aber das bedeutet, dass alle Jute sterben. Sperr mal bitte. Sperr mal bitte, Heinrich. Das ist der Vogel. Ja, mach ich gleich. Sekunde bitte, ich gehe gleich bei. Und lasst euch jetzt nicht wegen so einem Affen das Gespräch kaputt machen. Ja, Heinrich ist da. Heinrich, bitte kurz sperren. Kian hat das, Kian ist wieder, Kian dein Life. Okay, alles klar. So, Jessica. Zunächst einmal finde ich es gut, du bist eine Konvertitin, du stellst dich hier hin und verteidigst deine Religion. Du bist jetzt in die Arena eingestiegen und du musst natürlich auch rechnen damit, wenn du die Arena betrittst, dass es da Leute gibt, die sagen, damit sind wir nicht einverstanden. Was hat jemand für interessiert, was sie hier macht? Darf ich mal ganz kurz hier was sagen? Ich habe eben gerade gesagt, sie ist gerade eben in diese TikTok-Arena gestiegen und sie repräsentiert sich als eine praktizierende Muslima. Sie hat ein Hijab, sie praktiziert sich, sie ärgert sich über das, was jetzt zwischen Palästinenser und Israelis passiert und sie sagt, dass sie sich in ihrer Religion wohlfühlt. Das sind alles Statements. Und jetzt können wir auf diese Statements... Jetzt frage ich dir gerade mal ganz kurz, ganz kurz rein, nur kurz. Du hast gesagt, es stimmt wirklich, mich stört das, was darunter passiert. Erstens stört mich, dass Jude umgebracht wäre. Zweitens stört mich, dass Muslime umgebracht werden. Drittens stört mich, dass Christen umgebracht wurden. Und uralte Denkmäler, uralte Kirchen werden zerstört. Das stört mich. Und es hätte mich in Syrien gestört und es stört mich auf der ganzen Welt, wenn sowas passiert. Egal, was für eine Religion es betrifft. Egal, was für Menschen es betrifft. Weil wir sind alle vielleicht anders, denken anders, der andere Glaube, aber wir sind eins in der Menschheit. Das dürfen wir nie vergessen. Leute, Leute, es war hier richtig durcheinander gerade eben. Also Jessica, nenn mal, schmeiß mal, schmeiß mal was in den Raum, womit wir jetzt arbeiten können, Jessica. Was ist jetzt dein konkretes Statement? Mein konkretes Statement. Wir alle, Atheisten, Jude, Christ, Muslim. Wir mögen vielleicht Bruder und Schwester im Glauben sein, aber was uns keiner nehmen kann, ist, wir sind Bruder und Schwester in der Menschheit. Das bedeutet, jeder kann glauben, was er will, aber muss den anderen mit Respekt behandeln. Das ist meine Auffassung. Und da ist mir auch egal, was für Geschlecht der andere hat oder so was, oder was er liebt oder was. Wenn er mir auf Augenhöhe begegnet, achte ich nicht auf das, sondern wie er sich mir gegenüber verhaltet. Gut. Also ich denke, ich denke, dass du... Kian, darf ich mal ganz kurz das Gespräch unterbrechen? Ja. Ich habe da nämlich schnell ein Anliegen in privater Sache und Sandra ist gerade da. Ich muss die Chance da gerade mal nutzen. Sandra, hör mal zu, das ist zu viel zum Schreiben, deswegen ganz kurz mal ganz schnell. Ich habe am Freitag um 20 Uhr, ich bin hier bei so einem Riesen-Streamer reingerutscht. Da werden Streamer untereinander messen sich da. Und ich bin da reingerutscht und bin ins Finale gekommen. Ich habe heute den zweiten Platz belegt und bin somit ins Finale gekommen und am Freitag möchte ich gerne gewinnen. Hör auf, Sandra, das, was du jetzt machst, das brauche ich Freitag. Ich möchte da unbedingt rein. Das ist ein Live, der aus 4, 5, 6.000 Leuten... Das ist ein Live, der aus 4, 5.000, 6.000 Leuten besteht. Und da möchte ich unbedingt Präsenz zeigen. Und ich möchte da auf keinen Fall ablosen. Deswegen brauche ich meine komplette Community am Freitag um 20 Uhr bei Abbott. Gut, das war es schon. Okay. Dann brauche ich auch, dass wir jetzt hier an du bist dran. Ja, Entschuldigung. Gut, also Jessica, du hast einige Dinge in den Raum geworfen. Du hast zum Beispiel gesagt, also dich persönlich interessiert das nicht, was jemand glaubt, soll er seinen Frieden finden in dem, was er glaubt. Das ist löblich, aber das ist nicht die islamische Position. Du weißt schon... Die islamische Position gibst du her. Die islamische Position... Kian, ich sage dir jetzt mal eins. Wahnsinn. Es gibt... Entschuldigung, jetzt bin ich wieder ins Wort gefallen. Es tut mir wirklich leid, aber das ist meiner Ersten. Und das ist bestimmt auch nicht... Also löblich, wenn man so ist, aber jetzt bin ich halt. Okay. Ja, okay. Jeder Mensch lebt sein Leben und jeder, wenn man sagt, man glaubt, kein Mensch ist hundertprozentig, macht er alles richtig. Und ich stehe später vor Gott und Gott richtet mich allein. Und die Fehler, die ich gemacht habe, für die stehe ich gerade fertig. Okay. Ich finde es bemerkenswert, Kian, dass du als jemand, der dann zum Atheist geworden ist, eine Stellung des Islams beschreibst. Du bist gar nicht mehr in der Situation, das zu tun, weil du das für dich interpretiert hast und hast für dich festgestellt, dass es nicht deins ist. Und dann bist du raus aus der Religion. Also erst einmal, erst einmal Zibum. Erst einmal Zibum. Das ist sehr anmaßend. Sehr, sehr anmaßend. Gut. Zibum. Erst einmal, erst einmal, frag Löwenherz. Er kennt meine Bilder. Ich habe jahrelang in einer islamischen, theologischen Schule gelernt, in der Türkei und im Iran. Ich habe eine richtige theologische Ausbildung. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich war über 35 Jahre lang aktiv. Ich war kein Freitagsmuslim und kein Cafeteriamuslim. Ich war richtig devot in dieser Religion. Ich war der Gründer von zwei Moscheen. Ich habe viele islamische Demonstrationen in Deutschland geleitet und habe auch sonst viel, viel gearbeitet für die islamische Gemeinschaft in Deutschland. Deswegen kennt man mich in Deutschland. Auch eigentlich jetzt vielleicht nicht mehr, ist zu lange her, aber damals kannte man mich. Ich kenne dich heute noch, Kian. Ah, okay, super. Die Sache, die ich habe, ist, wenn ich etwas sage, dann ist das nicht mein Standpunkt. Das ist immer der Unterschied zwischen vielen Muslimen und mir. Wenn ich rede, dann erkläre ich den islamischen Standpunkt, weil der Islam erklärt sich selbst. Viele Muslime fabulieren... Moment, Sibum. Sibum, lass ihn ausreden. Sibum, lass ihn kurz ausreden. Viele Muslime erklären den Islam aus ihren eigenen persönlichen Empfindungen heraus. Davon habe ich mich längst verabschiedet. Als Aufklärer, als Ex-Muslim, ganz besonders jemand, der in die Öffentlichkeit geht, seit sechs Jahren, der auch schon die erste Ex-Muslim-Konferenz 2019 in Berlin organisiert hat, mit hochkarätigen Ex-Muslimen, der einen YouTube-Channel hat und auch viel, viel Aufklärungsarbeit da draußen macht. Ich sage dir mal Folgendes. Wenn ich einen Standpunkt im Islam beschreibe, ist das nicht mein emotionaler Standpunkt zu diesem Thema. Es ist so, wie der Islam sich selbst erklärt. Der Islam kann objektiv studiert werden. Und ich wollte gerade zu Jessica sagen, Jessica, du bist natürlich, du findest das gut, dass man mit Juden und Christen einen netten Aufflausch hat und eine nette Beziehung hat. Aber du betest fünfmal am Tag. Richtig, Jessica? Ja. Genau. Wie viele Alpha-Tiha betest du in den fünfmaligen Gebeten? Musst du nicht wissen. Ich frage nur, wie viel mal betest du? Wenn du jetzt gebetet hast, wie hast du gebetet? Ja, ja. Wenn du dein... Mittag und Nachmittag mache ich zusammen. Okay, du machst das zusammen. Bist du Schiitin? Bist du Schia? Ja, genau. Du bist Schia. Deswegen betest du die Gebete zusammen. Alles klar. Okay, so. Du hast fünf Gebete, du betest aber drei Gebete und ziehst dann faktisch Mittags- und Nachmittagsgebete und Abend- und Nachtgebet zusammen. So wie die Schiiten das machen. Ich bin Ex-Shiite. Ich war 35 Jahre lang aktiv in der schiitischen Gemeinschaft. So, die andere Sache ist die, du betest 17 Mal am Tag. Ja, wenn du die fünfmaligen Gebete machst, dann betest du 17 Mal am Tag die Sura al-Fatihah. Die Sura al-Fatihah kannst du sowohl in Arabisch, ich denke auch, dass du auch die Übersetzung von der Sura al-Fatihah kennst. So, wenn du Vers 6 und Vers 7 liest, dann wirst du feststellen, dass du im Grunde genommen jeden Tag fünfmal am Tag oder beziehungsweise, ja, du betest fünfmal am Tag und 17 Mal am Tag, dass Allah dich davor beschützen soll, behüten soll, dass du nicht wie die Juden und nicht wie die Christen werden sollst. Vers 6 und Vers 7 ist genau so eine Anspielung darauf. Das heißt aber nicht, dass ich sie bekriege soll. Das ist eine andere Stufe, andere Eskalationsstufe in dieser Diskussion. Aber du hast die Tatsache. Ich habe die Tatsache gesagt. Also du interpretierst das als Anspielung. Nein, wenn du auf das Tafsir von Ebenen Kassir gehst und du musst nicht nur auf Ebenen Kassir gehen. Entschuldigung, Ebenen Kassir ist ein sunnitischer Koranexegese. Aber sie ist Schiitin und als Schiitin, denke ich mal, wird sie dann wahrscheinlich ihre islamischen Kleriker nehmen. Und da findet sie dann auch irgendwelche Großgelehrten wie Abdelhakim zum Beispiel, Aytola Shirazi und so weiter und so fort. All diese großen Gelehrten. Machst du bei irgendeinem Schiiten gerade Tathlit? Also folgst du gerade einem schiitischen Merger? Ja. Wem folgst du da? Das will ich nicht sagen. Das tut ja nichts zur Sache. Ah, okay. Aber da ich die meisten Rechtsgelehrten kenne und ich war ja der Betreiber der juristischen Webseite von Großayatollah Sayyid Mohammed Hussein Fadullah. Das war mein Lehrer und davor war mein Lehrer Imam Khomeini. Und ich bin aber zu Aytola Fadullah gewechselt, bevor ich den Islam verlassen habe. Und ich würde es gerne wissen, weil ich kenne die Rechtsgelehrten und dann wüsste ich nämlich auch, was diese Rechtsgelehrten bezüglich ihrer Beziehung zu den Juden und den Christen sagen. Das ist der einzige Grund, warum ich dich gefragt habe. Die Tatsache aber ist, das ist die Tatsache, in Sura al-Fatihah, in Vers 6 und 7, liest du, und ich warte mal, ich rufe mal kurz die Sura al-Fatihah auf, damit du sehen kannst. Du Kian, solange du das aufsuchst, Kian, solange du das aufsuchst. Bin schon da, bin schon da. Warte mal, Kian, ich möchte... Jetzt kannst du doch frei sagen. Kian, warte mal ganz kurz, ich habe noch eine Frage, ich habe noch eine Frage speziell an dich, das interessiert mich wirklich brennend. Und so doof wie es sich das anhört, ich glaube, ich musste mir das von der Backe schmieren, dass mir das ein Moslem sagt, ich glaube, ich brauche dafür einen Ex-Moslem. Und ich glaube, du bist da einer der Richtigen. Ich wollte das letztens auch schon an mir fragen, aber jetzt bist du halt da. Von daher, du sag mal, du weißt ja, dass es diese unterschiedlichen Glaubensrichtungen gibt, die du ja gerade eben schon angesprochen hast. Du warst Schiite, dann gibt es die Alawiten, die Sunniten und die andere Form, die habe ich jetzt vergessen, ehrlich gesagt. So, innerhalb dieses Glaubens sieht es ja so aus, dass jeder seine Glaubensausrichtung anders auslebt. Aber alle laufen nach dem gleichen Buch, um das mal so zu sagen. Jetzt meine Frage, wer von diesen vier Glaubensrichtungen ist jetzt ganz salopp gesagt der richtige Moslem? Ja, also, das ist ja, das ist ja das, das sind die Schiiten. Das ist das intellektuelle Dilemma in der islamischen Welt. Jeder sagt, ich bin der Hüter und der Träger der Wahrheit. Die Schiiten unterteilen sich gewalttätig von den Sunniten. Sie lesen beide den gleichen Koran, aber sie lesen nicht einen Koranvers so wie die andere Richtung. Dann gibt es zwei Hauptrichtungen, die Sunniten und die Schiiten. Die Sunniten und die Schiiten unterteilen sich nochmal in Untersekten. Das heißt, die Schiiten haben sich gespalten in andere Sekten. Die Sunniten haben sich gespalten in anderen Sekten. Es gibt ungefähr 400 sektierische Gruppen im Islam, die alle von sich aus behaupten, wir haben die richtige Auffassung von Aber alle leben doch nach einem Buch. Ich verstehe das nicht, Kian. Alle leben nach einem Buch. Ich kann dir sagen, woran das Leben ist. Sind das die, die immer an der Haustür klingeln? Und mit Krawatte und so? Nein, nein. Schau mal, der Untertisch ist für die Jehova. Hört mal bitte auf, ganz ehrlich, das interessiert mich. Ich bin da wirklich sehr interessiert dran. Und bitte unterbrecht Kian jetzt mal, bitte nicht. Der Unterschied ist der, Räumeck. Die Palästinenser werden seit 100 Jahren unterdrückt und ihr redet irgendetwas von Moral. Was bist du denn jetzt für ein Bademeister? Ja, ich habe ihn rausgeschmissen. Weg, Alter, was ist da denn los? Ja, schau mal, schau mal, worum geht es? Seit hunderten von Jahren werden sie unterdrückt. Das ist ja auch schon ein Clown. Schau dir mal an, wie das funktioniert. Allah muss einen sehr schlechten Tag gehabt haben, als er den Koran offenbart hat. Schau mal, wenn du eine Mikrowelle kaufst und in dieser Mikrowelle ist eine Beschreibung, wie du die Mikrowelle benutzen kannst, dann gibt es keine Zweifel, wenn du nach dieser Mikrowellenbeschreibung gehst, dass du, du sollst den roten Knopf drücken, dreh den Hebel 360 Grad nach links, drück auf 5 und dann kannst du dein Fleisch garen. Wenn du nach rechts drehst, drei Stufen nach rechts, dann entfrostest du dein Essen und so weiter und so fort. Der Koran ist leider nicht so aufgebaut. Der Koran ist sehr zweideutig. Er lässt nicht immer zu, aber sagt es selbst im Koran. Wir haben eindeutige und mehrdeutige Verse offenbart und das Wissen um diese mehrdeutigen Verse liegt bei uns, also bei Allah und deswegen wissen viele islamische Gelehrte nicht, was ist damit gemeint. So, das ist der Problem, mit dem wir in dieser Zeit konfrontiert sind. Allah hat ein Buch herabgesandt, das frei zur Interpretation ist. Er hat nicht eben wie der Mikrowellenhersteller gesagt, so ist es und da gibt es nichts mehr dran zu rütteln. Und deswegen streiten sich alle darüber und sagen, nein, du musst nach links drehen, nein, du musst nach rechts drehen, weil Allah so trickreich war und nämlich nicht klar gemacht hat, in welche Richtung man drehen muss, damit man zum Beispiel in sein Essen gegart. Aber Kian, wenn ich das jetzt richtig verstehe, Kian, wenn ich das jetzt richtig verstehe, und das hört sich jetzt voll bescheuert an, aber so verstehe ich das, alle haben recht, aber irgendwie doch keine. So sieht das aus. Und deswegen gab es, das hat Mohammed schon gesehen, deswegen hatte Mohammed in einem Hadith auch gesagt, meine Weltgemeinschaft wird sich in 73 Sekten spalten und 72 davon werden in die Hölle gehen. Er hat schon selber gewusst, dass er da Quatsch fabriziert hat und dann hat er hier seine Religion auf den Markt geworfen und dann ist es eskaliert. Das ist der Grund, warum heute es einen blutigen Konflikt zwischen Schiiten und Sunniten gibt. Und deswegen wollte ich sagen, die Vorstellung, Jessica kommt aus einer religiösen Sekte, die zumindest eine andere Beziehung gegenüber Juden und Christen hat, als die sunnitische Mehrheit. Die Schiiten kommen mit den Christen und den Juden besser aus, als die Sunniten mit den Juden und den Christen auskommen. Trotzdem liest Jessica die Surah Al-Fatihah. Und die letzte, 6 und 7 ist, leite uns den geraden Weg, ist der 6. Vers. Warte mal, Kian, und ich habe noch mal eine spezielle Frage. Und zwar, und da teilen sich auch die Meinungen, der eine Moslem sagt so zu mir, der nächste sagt so zu mir, ich kann selber nur die Übersetzung lesen, ich kann kein Arabisch oder irgendeine andere Sprache, von da habe ich da ein arges Problem mit. Mir wurde von einer Seite gesagt, als Moslem darfst du keine Christen als Freunde haben, dann bist du raus aus dem Glauben. Dann wird die andere Richtung sagt mir, das ist Quatsch, natürlich darfst du als Moslem auch Christen als Freunde haben. Wer von beiden hat da recht? Der Koran hat recht. Also die Frage ist, also ich könnte das beantworten. Sekunde, nein, Sekunde, bitte, Sekunde, bitte, Sekunde. Ja, aber der fragt noch eine Frage. Ja, ja, gleich. Nidal, du kommst gleich dran. Sude 5, Vers 51. Ihr, die ihr glaubt, nehmt euch die Juden und Christen nicht zu Freunden. Sie sind einander Freunde. Wer von euch sich ihnen anschließt, der gehört zu ihnen. Wir, Gott, leitet die Fräfler nicht recht. Wenn man sich dann das nicht fährt. Okay, aber der Koran ist ja nicht gestern. Moment, da könnt ihr antworten. Ne, man muss die da runter schicken, da sind ja Leute unterwegs, die müssen sofort rausgehauen werden. Ey, ehrlich. Ja, aber was denn? Kann man sich nicht die Menschen unterhalten? Nein, also, stopp. Ganz kurz, ich muss mich jetzt kurz einmischen. Mein Live, Moment. Ich habe Kian gesagt, er leitet diesen Live. Hier wird keiner rausgeschmissen, außer Kian oder ich macht es. Wenn Leute im Chat sind, Roy kann den Chat mitlesen, der ist auch Moderator, der kann auch Leute rausschmeißen. Sandra, ich glaube, ne, ich habe dich als Moderator weggemacht, weil du wolltest das ja nicht. Ja doch, ich will schon. Ich habe nur gefragt, ob du dir das gut überlegt hast, weil ich haue wirklich Menschen raus. Aber du bist Moderator. So, das heißt, du kannst Leute stumm schalten. Ach so, immer noch. Immer noch. Ich dachte, das geht nur für dieses Live. Das wusste ich nicht. Nein, nein, du kannst Leute stumm schalten. Ah ja, okay, alles gut. Sonnenschein, ich habe dich nur rausgeschmissen, damit ich kurz anderen Leuten die Möglichkeit gebe, reinzukommen. Du bist gleich wieder drin. So, Kian ist jetzt dran und Kian liegt ein Reihenfolge fest. Okay. So, also bezogen auf den Koranvers, Sude 5, Vers 51, haben die islamischen Juristen gesagt, also diejenigen, die das tafsiert, die Erläuterung zu diesem Vers machen. Sie sagen, du kannst normale Beziehungen zu Christen haben und Juden. Du kannst mit ihnen arbeiten, du kannst mit ihnen Handel treiben und so weiter und so fort. Aber wenn es zu einer wirklichen freundschaftlichen Beziehung kommt, ist die freundschaftliche Beziehung zu Juden und Christen im Islam verboten. Und das ist die Regelung. Schaut euch den Pakt von Omar an. Ja, Omar ibn Khattab, der zweite Khalifa. Er hat den sogenannten, er hat die sogenannte Verordnung herausgegeben, wie Muslime mit Juden und Christen zu verfahren haben. In einem anderen Hadith von Abu Hurayra überliefert, sagt Abu Hurayra, dass der Prophet Mohammed gesagt hat, grüßt die Christen und die Juden nicht, bevor sie euch zuerst grüßen. Das heißt, Herrenmenschentum. Lasst die Juden und Christen sie erstmal grüßen. So ein Quatsch. Juden und Christen. Okay, Moment, Moment. Vielleicht bei Schiiten, aber bei Schmiten gibt es sowas nicht. Moment, Moment, Moment. Und da geht das schon wieder los. Jetzt geht es hier los vielleicht bei Schiiten, ich möchte wissen, was in den Versen steht. Rolri, Kian kann sich verteidigen. Moment, Moment. Aber Löwenherr hat das ja einen Grund, warum keine Koranversen, das sind Hadithe. Moment, ja, ja. Jetzt kommen sie wieder mit, die Hadithe haben keine Gültigkeit. Kian macht das schon. Kian ist erfahren damit. Also, eine Sekunde. Ich sage genau die Quelle und dann sagt ihr, dann könnt ihr das sagen. Moment, ich bin gerade dabei. Der Kian erinnert mich an Samuel L. Jackson bei dem Film Django. Aber Löwenherz wird ja seine Gründe haben, warum er ihn hier mit dazu geholt hat. Bitte was? Alter. Du wirst ja deine Gründe haben, warum du ihn mit dazu geholt hast, oder? Okay. Ja, wie hieß er, Kilian? Okay, den Kian. Ja, ja, Kian, ich kenne Kian persönlich. Deswegen kann ich das so sagen. Wir sind Freunde, ich kenne ihn. Ich kenne ihn auch privat. Und wie stehst du persönlich zu irgendwelcher Situation? Darf ich mal schnell nachfragen? Ich weiß, ich bin jetzt gerade gar nicht so drin, weil IKian doch den Live leitet. Und was meinst du denn? Sandra, frag mich. Deine Meinung. Deine Meinung für dich. Zu dem Thema jetzt? Nee, allgemein für dich persönlich. Ja, auch weiches Thema. Ich brauche eigentlich, du musst mir was sagen. Ich weiß nicht, was du wissen willst. Worauf du stehst, was du magst. Ich bin zum Beispiel für die AfD, sage ich jetzt so, wie es ist. Ach so, das meinst du. Ja, bin ich auch. Bin ich auch. Ich vertrete tatsächlich viele Positionen der AfD. Ja, gut. Viele Positionen, aber du bist nicht hauptsächlich drin, weil deswegen hast du wahrscheinlich auch Kian an der Hand und den kennst du wahrscheinlich von woanders. Ich bin Kian. Kian. Ich bin Kian, entschuldige. Aber Sandra, ich verstehe gerade nicht, was du von mir möchtest, tatsächlich. Nein, das war jetzt nur rein informatisch. Also, ich habe es halt nur gerade nicht verstanden, wie das hier alles so... Ach so, ich sage dir warum. Ich sage dir, warum ich Kian drin, ich sage dir warum. Ich habe Kian drin, weil ich auch am Anfang gesagt habe, weil Kian sehr, sehr viel Wissen darüber besitzt, nicht so viel wie ich. Der besitzt überhaupt gar kein Wissen. Der besitzt überhaupt kein Wissen. Okay, Nidal, noch einmal, da fliehst du raus. Hör dir mal auf jetzt. Weil ich ihn sehr schätze. Deswegen freue ich mich, dass er hier im Live ist. Ich kann natürlich die ganze Zeit reden, weil ich habe auch die letzten drei Tage sehr, sehr viel geredet. Aber ich möchte Kian heute die Chance geben, weil seine Accounts leider gesperrt sind, dass er hier live gehen kann. Ja, so gut. Und damit er das nutzen kann für seine Arbeit. Und das finde ich sehr wichtig. Ja, sehr gut. Okay. Wie gesagt, also hört mal auf jetzt gegen ihn zu schießen. Also wie gesagt, bei Löwenherz bin ich ja auch gerne drin. Und das muss ja einen Grund haben, warum er ihn dazu geholt hat. Also er muss ja vielleicht irgendwo eine vernünftige Meinung geäußert haben. Man ist vielleicht nicht immer konform, aber irgendwas muss er lassen. Genau. Ich schätze ihn sehr und er darf das jetzt gerne weitermachen. Ich kenne ihn und ich schätze seine Arbeit und ich schätze das. Könntest du bitte den Screenshot, den ich jetzt... Also quasi so wie bei mir und Roy. Genau, Sandra. Okay. Aber wir müssen uns auch die Chance geben, darauf zu antworten. Sonst steht das alles im Meer und im Raum. Letztlich gleich antworten. Nieder, du musst etwas... Sekunde, lass mich doch mal sprechen kurz. Hallo? Nein. In der Diktatur hier oder was? Ja. Okay. Also folgendes. Erik, ich habe dir jetzt erst mal den Screenshot geschickt von der Hadith-Aussage, dass Abu Huraira überliefert hat, dass der Gesandte Gottes gesagt hat... Ja, ich kann ihn reinmachen, aber ich kann dir jetzt schon sagen, ich kriege den nicht komplett rein, weil das immer... Der ist an der Seite ein bisschen abgeschnitten. Soll ich ihn trotzdem mal reinmachen? Versuch mal, dass wenigstens die Quelle drin steht. Okay. Warte. So, also das ist nun mal Fakt. Es gibt... Okay, 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 so machst du das. Alles klar. Kian, darf ich dich trotzdem fragen, wo du dich hinbeziehst? Direkt so? Politisch. Ja. Auch im Privat. Ich bin rechtskonservativ, Atheist, AfD-Wähler, Unterstützer. Ich habe in meinem YouTube-Channel unheimlich viele AfD-Politiker interviewt. Ich werde wahrscheinlich dieses Jahr noch Alice Weidel und Björn Höcke interviewen. Und ich mache viel. Ich bin ein absoluter Patriot. Also du bist so ein bisschen hier moderatormäßig unterwegs. Löwenherz hat mir freundlicherweise ein Privileg eingeräumt hier. Ein bisschen mehr zu tun, als einfach nur Gast zu sein. Nein, ich meine es interviewmäßig so. Das machst du so ein bisschen privat oder hauptberuflich? Nein, nein, das mache ich privat. Aber das ist meine Leidenschaft. Ich gehe auch mit Michael Stürzenberger auf Kundgebung und Straßenkundgebung mit der Bürgerbewegung Pax Europa. Mache islamkritische Konferenzen und Podiumsdiskussionen und challenge die Muslime natürlich mir zu erklären. Sandra, er ist sowas wie Irfan Pizzi in Besser. Ja, nee, das ist ja gut. Das ist ja manchmal so Hintergrundwissen, was man halt, was an ihm vorbeigeht. Das ist ja gut zu wissen, sowas, weißt du? Ja, Sandra, und ich muss gerade sagen, das hat sich tatsächlich gerade für mich wie ein Angriff angefühlt auf mich, weil ich gerade nicht genau wusste, was du von mir möchtest. Aber jetzt habe ich es verstanden. Darf ich euch ganz kurz mal sagen? Ich wollte euch ganz kurz mal vielleicht... Ich habe es gesagt. Nein, war nicht böse, nein, ganz böse. Darf ich mal bitte ganz kurz was sagen? Darf ich mal bitte was sagen? Und zwar ist es mir wichtig, das jetzt mal kurz zu sagen. Es ist ziemlich anstrengend, diesem Gesprächverlauf zu folgen und wahrscheinlich auch von den Zuschauern. Schaut mal, vor zehn Minuten war Kieran gerade dabei, einen Vers vorzulesen. Da ging es um den Vers, den Jessica 17 Mal am Tag betet. Daraufhin hat das Gespräch komplett umgeschwenkt. Da ging es dann darum, welche der Glaubensrichtung oder Konfession ist in die richtige Richtung. Jetzt geht es wieder in Richtung. Das heißt, es ist ständig eine Zick-Zack-Linie und es ist ziemlich schwierig, diesem ganzen Verlauf zu folgen. Also ich würde euch alle bitten, lasst mal diesen Gedankenverlauf, den Kieran hat, zu Ende führen, dass man dem ersten folgen kann. Das war auch nicht böse gemeint. Nein, nein, das ist ja okay. Wir haben es jetzt geklärt. Ich habe dir ja meine Haltung sozusagen. Löwenherz hat es geschafft, dass der Hadith deutlich zu sehen ist. Und da steht, Abu Hurayra überliefert von dem Propheten Mohammed, dass dieser gesagt hat, grüßt nicht die Juden, und ich übersetze das jetzt mal ein bisschen salopp, bevor sie euch grüßen. Und wenn ihr sie trefft, also auf der Straße trefft, dann zwingt sie in die Ecke der Straße, während ihr an ihnen vorbeigeht. Nicht nur, dass ihr, nicht nur, dass Muslime in ihrer Arroganz, ihrem Herrenmenschentum, die Juden und die Christen zwingen, sie zuerst zu grüßen, sondern sie sollen die Christen und die Juden auch von der Straße abdrängen und ihnen auch ein Unwohlseinsgefühl geben, indem sie sie einkornern irgendwo und ihnen wirklich zeigen, wir sind der Herr hier. Und solche Überlieferungen gibt es... Ich will mich verabschieden. Darf ich noch ein Schlusswort haben zu dem Thema? Also, Kian, ganz kurz. Kian, das, was du hier abziehst, also ich schätze dein Intellekt und deine Sprachgewandtheit und so und dein Wissen, aber das grenzt extrem an Volksverhetzung, was du machst. Weil ich ein Hadith total... Ich bin gleich... Das ist sagenhaft. Lasst Kian sich verteidigen, er kann das. Ja, ja, genau. Ich lasse dich zu Wort kommen. Aber nochmal, weil ich bin so groß geworden, mir hat immer meine Mutter beigebracht, jeden zu grüßen und dass das ein Gesetz Gottes ist, dass man jeden Menschen, der an einem vorbeiläuft, grüßt. Und das, was du... Ja, dann danke an deine Mutter, aber er redet doch jetzt von dem, was da steht. Es geht doch gar nicht darum, was deine Mutter dir beigebracht hat. Deine Mutter ist nicht der Islam. Wir machen das, wir haben das alle gelernt. Ja, aber trotzdem ist das Volksverhetzung. Deine Mutter hat dir gute Spiegelen. Deine Mutter ist besser als der Islam. Und deswegen hat sie dir Dinge beigebracht, die besser sind als der Islam. Nein. Aber was ich dir jetzt gerade zeige... Sandra, bitte mal stumm machen, das ist echt schwierig. Das, was ich dir jetzt gerade zeige, ist die islamische Doktrin. Das ist genau der Unterschied, den ich immer setze, zwischen das, was Muslime sagen und das, was die islamische Doktrin sagt. Und deswegen sage ich immer da draußen, Leute, was der Islam über Nichtgläubige denkt, sind keine guten Nachrichten für die Menschen da draußen. Deine Mutter ist ein guter, gutherziger Mensch. Und deswegen hat sie dir Gutes aus der Welt mitgegeben. Aber der Islam... Aber mich wundert es nicht, dass deine Accounts gesperrt sind jetzt. Okay. Jetzt verstehe ich es. Erik, kannst du bitte den nächsten Screenshot bitte reinsetzen? Ja, mach ich. Ist wieder eine wunderbare... Ich muss schlafen. Okay, Sibo, auf Wiedersehen. Also, wir brauchen jetzt nicht mehr, dass Kian jetzt irgendwie angegriffen wird. Er hat jetzt seinen Standpunkt klar gemacht, alles klar, okay, gut. So, nächsten Screenshot, ja, mach ich. Mach mal bitte den nächsten Screenshot. Ja, schick mal. Das ist das, habe ich dir schon auf WhatsApp geschickt. Okay, guck. Ja, und dann könnt ihr, liebe Freunde da draußen, die sich jetzt das hier alle mal anschauen. So, schaut euch mal an, was so in der Sekundarliteratur des Islam drin steht. Das ist sunnitische Quellen. Da steht drin, und ich lese es euch vor. Ja. Abu Musa reportet, also überliefert, das Allahs Gesandter gesagt hat. When it will be the day of resurrection, also wenn der Tag der Auferstehung kommt, Allah wird jedem Muslim einen Juden und einen Christen geben und sagen, das ist eure Rettung aus dem Höllenfeuer. So, das heißt, am jüngsten Tag, wenn ein Muslim besonders viel Scheiße gebaut hat, während seiner Zeit, die er in seiner irdischen Existenz gelebt hat, und er mit einem riesigen Paket von Sünden vor Gott steht, dann wird Allah sagen, hey, don't worry, kein Problem, ich gebe dir einen Juden und Christen und den schmeiße ich anstelle von dir in die Hölle. Das ist es, was seit 1400 Jahren in der Überlieferung, also eigentlich seit 1100 Jahren, in der Sekundarliteratur des Islam steht. Und das lernen Muslime. Und deswegen schauen Muslime auf Juden und Christen auch so erbärmlich herab. Ich habe immer gesagt, da draußen, was glaubt ihr, warum viele Muslime da draußen euch immer sagen, du Opfer, du Opfer, du Opfer. Ja? Sie sehen euch als Opfer. Mir stellt sich ja die Frage, warum müssen wir uns überhaupt damit beschäftigen? Also mal ganz ehrlich. Weil wir Millionen von Menschen in unser Land bekommen haben, Millionen von Menschen in dieses Land bekommen haben, die dieses Land nicht nur... Das muss ich aber nicht akzeptieren. Ich muss das nicht akzeptieren. Sandra, Sandra, diese Menschen leben diese Religion. Der Islam, der Islam ist keine Kammerreligion. Ja, ich bin da aber nicht so... Also es tut mir leid, ob wir bitte... Sandra, warte mal ganz kurz, was die Kian gerade sagen möchte, ist einfach das, dass es den politischen Islam auch hier auf deutschen Straßen gibt, der politische Islam dazu führt, dass wir da ein arges Problem hier in Deutschland haben. Der politische Islam sieht auch so aus, dass zum Beispiel deswegen die AfD so verhasst ist von dieser Menschengruppe selbst. Weil diese nämlich da in der Politik, die die AfD fährt, ein arges Problem haben. Das ist der eigentlich springende Punkt. Und ich möchte mal ganz ehrlich mal noch was ganz anderes dazu sagen. Und das geht direkt an Kian. Kian, ganz ehrlich, das, was du machst, ist in keinster Weise Hetze. Eher im Gegenteil. Es ist bemerkenswert, dass es Menschen wie dich gibt, die da wirklich mit Ihnen sprechen, die Aufklärungsarbeit leisten und den Leuten das eigentliche Wissen vermitteln, obwohl sie in der... Darf ich bitte nur 30 Sekunden... und nicht in der... Leute, darf ich bitte nur 30 Sekunden sprechen? Ist das in Ordnung? Wieso unser... Ja, okay, 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 alles klar. Schau mal, was der Kian gerade die ganze Zeit von sich gibt, ist nur Lüge. Ich kann das auch erklären. Ganz kurz. Erklär mal. So, er sagt, ja, die Araber, die Muslime, denken, sie wären Herrenmenschen. Ich sag euch was. Wir Araber sind von Gott aus erwählt worden und haben das aktuelle... Das reicht schon. Lass mich doch... Lass mich doch weiterreden. Lass mich doch weiterreden. Lass ihn ausreden. Lass ihn ausreden. Lass ihn sich gerade selbst. Lass ihn ausreden. Lass ihn sich selbst verlegen. So, wir haben den Koran erhalten. Da, was... Alles, was wir heute... Okay. So, wir haben den Koran erhalten, das ist unserer Meinung nach das aktuelle Testament. So. Was haben wir denn jetzt der Menschheit gegeben? Alles. Ganz kurz. Alle Wissenschaften, die es in Deutschland gibt oder auf der ganzen Welt, sind islamischen Ursprungs. Alle Bücher, die in Latein geschrieben worden sind, sind aus dem Arabischen übersetzt. So, warte. Die preußischen Könige haben sich bei ihren Sozialgesetzen... Weil die Präzungsforschung dahin, wo du hergekommen bist, ehrlich, ey, das kann man sicher nicht... Guck mal, das Ding ist, er lässt mich gar nicht aussprechen, ne? Walu, scheiße, euer Standpunkt und euer... Freunde, 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 wir wollen jedem... Bitte. Wir wollen jedem eine Plattform geben. Stopp, Kian. Kian. Bitte, lasst bitte den Niederl aussprechen. Guck mal, zwei Punkte. Nein, er erzählt vom Koran. Was Christen... Schau mal, ganz kurz, ey, was ist das denn? Guck mal, zwei Punkte. Ihr sagt, er hat Christen erwähnt. So, die Christen, die ersten Muslime sind doch nach Ostafrika gegangen und haben dann bei den abasidischen Herrschern nach Schutz gesucht vom Auftrag von Mohammed, a.s. und der König hat ihnen Schutz gegeben. Und aufgrund dessen wurden auch gesetzlich, islamrechtlich, alle Christen durften ihre Religion frei leben und nach ihren eigenen Gesetzen leben. Das dürfen Muslime heute in Deutschland z.B. oder auf der ganzen Welt nicht. Beispiel. Ich hole euch gleich alle wieder hoch und lasst nur Niederl kurz mit Kian sprechen. Niederl, bitte. So, das, was das Thema Christen angeht. Christenverfolgung gab es nie im Islam. Es gibt so viele arabische Christen, frag die doch. Und das Christentum ist ja eh im Nahen Osten bei uns entstanden. Dann fragt auch die Leute, die da leben. Und nicht die Leute von der katholischen Kirche oder andere. So, was haben wir denn jetzt der Welt gegeben? Ich sage, wir sind Araber und wir sind auserwählt worden und haben das aktuelle Testament. Aber es ist nicht nur für uns, sondern für die ganze Menschheit. Und genau diesen Job haben wir auch getan. Alle Bücher, die man in Europa kennt, die in lateinischer Schrift verfasst worden sind, die sind alle übersetzt worden vom Arabischen. Vom Medizin, Mathematik, Chemie, alles. Alles. So, und das ist der Auftrag, den wir hatten und den haben wir getan. Jetzt hat der Kian durchgehend und sagt, ja, hast du nicht gesehen, der Christ soll zuerst grüßen, totaler Bullshit. Entschuldigung, hast du nicht diese Überlieferung gerade gesehen? Ist die von mir oder ist die aus den sechs Büchern der Sunniten, die anerkannt sind als vertrauenswürdig? Ich habe dir doch gerade erklärt, wo die ersten Muslime waren. Dann passt das doch gar nicht. Entschuldigung. Hör mal zu, du hast du nicht gesehen. Nein, Nidal, Nidal, du hast geredet. Jetzt lass ihn antworten. Bitte. Nidal, du hast geredet. Lass ihn antworten. Nidal, erst mal konfrontieren. Erst mal, wenn ich mit jemandem spreche, möchte ich erst mal grundsätzlich sehen, ob wir überhaupt erst mal über die Grundsätze uns einig sind. Akzeptierst du neben dem Koran die Sekundarquelle, die sechs Bücher der Sunniten, die Hadith al-Sitna oder Kitab al-Sitna, akzeptierst du sie als die zweitwichtigste Quelle im Islam? Definitiv. Gut. Warum akzeptierst du dann nicht die Überlieferung, die ich dir jetzt gerade eben eingeblendet habe? Weil du und ich nicht islamische Rechtswissenschaften studiert haben und diese Hadithe nicht vernünftig einordnen können. Ja, warte doch, hör mal zu. Ich habe dich aussprechen lassen, dann musst du mich auch aussprechen lassen. Ja, komm mir nicht mit diesem Bullshit, dass du kannst den Islam, du kannst den Islam objektiv studieren. Ich brauche keinen islamischen Juristen, um zu verstehen, was dieser Hadith sagt. Klar, reicht, wenn du in diesem Hadithbuch gehst, das aufschlägst und dann nimmst du einer von den 30 Interpreteuren dieser Hadithe und du bist in meinem Herzen und hast keinen Charakter. Okay, Nida, du hast dich damit selbst disqualifiziert. Schmeiß sie bitte nicht raus, Löwen. Nein, nein, mach ich nicht. Nein, mach ich nicht. Nida, erst einmal. Ich gehe es aber freiwillig raus, das ist unter meiner Hürde, mich mit so jemandem zu unterhalten, ehrlich. Wie gesagt, ihr habt alles dem Islam zu verdanken, alle Wissenschaften. Überhaupt nicht. Das ist die Wahrheit. Die Wissenschaft hat immer geprüft, wenn der Islam in der islamischen Welt abwesend war. Jedes Mal, wenn der Islam die islamische Welt beherrscht hat, gab es überhaupt keinen Fortschritt in der Wissenschaft. Was für ein Wunsch. Jetzt erzählst du eine Wunsch. All diese großen islamischen Denker in der islamischen Welt waren in Augen der meisten Kleriker ihrer Zeit waren sie, waren Heretiker. Sie haben die Religion beleidigt. Schau dir mal den Lebenslauf von Ibn Rost an und von Ibn Sina, der immer wieder erwähnt wird als der Doktor der Medizin. Er hat gelacht. Omar Khayyam hat gelacht über den Islam und trotzdem war er ein großer Wissenschaftler seiner Zeit. Die meisten, die Abwesenheit des Islam hat einen Boom in der arabisch-islamischen Welt hervorgebracht. Aber wenn der Islam dominant war, dann hat die Wissenschaft stagniert im Islam, in der islamischen Welt. Und das ist, ich habe mehrere Artikel auf meinem Blog, ihr, Kehrens, Ex-Muslim-Blog, kannst du alles nachlesen mit Quellen. Da habe ich jetzt gezeigt, wie viele eurer sogenannte islamische Wissenschaftler Wenn man sich dann stummgewaltig nicht durchsetzen kann oder nicht mit der Stumm-Taste schnell genug ist oder das Gespräch nicht vernünftig lenken kann, dann ist das ein Problem. Dann wird übereinander gesprochen und keiner versteht was. Euch ist eben zum Beispiel nicht aufgefallen, dass in dem Moment, wo Kian über Wissen gesprochen hat und ihn erst mal eine Grundfrage gestellt hat, die ihn erst mal zum Antworten bewegt hat, wo er darauf eingehen musste, und dann er argumentiert hat, dass Kian kein Gelehrter ist oder nicht Religionswissenschaften studiert hat. Kian dann gesagt hat, doch habe ich. In dem Moment ist Hans Strauchel gekommen. Genau in dem Moment. Und deswegen ist er rausgegangen. An dem Moment ist es so, dass genau da der Moment genutzt werden muss, den Leuten wirklich so sehr übers Maul zu fahren, dass wir mit mehr Stimmgewalt die Wahrheit ans Licht bringen und nicht irgendein Geschwubbel. Und Kian, dein Mikro ist einfach zu leise. Ja, Roy, jetzt ganz kurz, ich möchte Roy kurz darauf antworten. Roy, es ging ja jetzt nicht persönlich mit dir, sondern ich habe ja alle rausgetan. Nicht, du hast mich ja jetzt gesagt, das war kein Angriff, das Lügen hat es verschieden sein. ich will das jetzt nur kurz sagen. Weiß ich doch, entspanne dich doch, du weißt, was ich meine. Entspann dich, Eric, Entschuldigung, Eric, ich habe dir auf WhatsApp ein Bild geschickt, kannst du das bitte auch kurz einblenden, bitte? Ja, mache ich, mache ich. Okay. Ich muss auch dazu sagen, dass ich hier tatsache nur eine Privatperson bin, also ich äußere hier nur das, was ich selber denke, okay, und nicht das, was mir vorgegeben wird, das ist wirklich so. So, das ist für Jessica, leider ist sie schon draußen, aber das bin ich zum Beispiel als Islamstudent. Da habe ich in einer islamischen Theologieschule gelernt. Mit Haare. Da war ich mit Haare und da war ich mit Haare, ganz genau, da war ich jung, da war ich 20 und da war ich bereits schon in einer islamischen Universität und das war meine Zeit. Ich habe den Islam von Anfang an sehr ernst genommen. Kian, also mir brauchst du das nicht erklären. Ich habe dich in deinen diversen Lives beobachtet, dir immer sehr, sehr gespannt gelauscht. Ich habe etliche Kundgebungen von dir mitbeobachtet, wie zum Beispiel auch die, die du mit Stürzenberger zusammen gemacht hast. Ich habe dich sehr oft reden hören. Das Einzige, was ich wirklich anprangern muss, Kian, du bist zu leise. Ich weiß nicht, was ich noch dazu sage. Aber es gibt ja, es gibt ja Tatsache, Kian, du bist ein ganz lieber Mensch, also das muss ich jetzt mal ganz ehrlich feststellen, ja. Und das, was du da gemacht hast, das ist auch alles gut und schön. Also das muss ich jetzt für mich selber jetzt mal so sagen, ja. Du bist eine offenehrliche Person und ich denke, du bist auch ein Mensch, der mal nach rechts und links schauen kann und nicht nur diesen Tunnelblick hat, ja. Und das fehlt aber hier einfach, weil viele hierher kommen und denken, die können auf die Kacke hauen, die haben hier alles verdient und die können jetzt hier alles ummuscheln und das funktioniert einfach nicht. Weißt du? Okay, ich habe jetzt mal meine Kopfhörer rausgenommen. Ich danke dir natürlich für die Einschätzung meiner Person. Wie gesagt, wir haben ja nichts gegen Ausländer, nur gegen Kriminelle. Also jedes Life ist das Gleiche, das ist furchtbar. Okay, ist es jetzt ein bisschen lauter? Ist es jetzt ein bisschen lauter? Ja, es geht. Also ich höre dich gut. Okay, alles klar. So, ich schade, dass Nidal rausgegangen ist. Wenn man versucht, ein Gespräch aufzubauen, dann muss man erstmal einen Konsens über bestimmte Dinge schaffen und dazu zählt, akzeptiert er die Hadith-Literatur. Er plappert, frei Schnauze, plappert er über alles. Aber sobald ich darauf bestehe, dass ein überlieferter Text existiert in der eigenen Instanz, was gibt es überhaupt zu interpretieren, wenn der Prophet Mohammed sagt, das ist eine klare Anweisung, am Tag des jüngsten Gerichts bekommt ein Muslim, ein Jude, ein Christ an seiner Stelle und der wird in die Hölle geschmissen. Oder was verstehen Muslime falsch? Welchen Interpretateur braucht man eigentlich, um zu verstehen, dass der Prophet gesagt hat, grüßt die Christen und die Juden nicht zuerst, zwingt sie euch zuerst grüßen und drängt sie von der Straße ab und tornert sie in der engsten Stelle von der Straße. Welche Erklärung, wie doof muss man sein, um überhaupt noch die Werken zu befragen zu diesen Dingen? Sandra, du hast ganz schlecht empfangen. Stumm dich mal bitte kurz. Du hast nur einen Balken. Du schnarrst und rauscht, das ist der Wahnsinn. Danke, Sandra. Du, Kian, am Ende weißt du doch genau, worauf es hinausläuft. Du hast diese Unterhaltung hundertfach geführt. Am Ende sieht es so aus. Gehst du in ein vernünftiges Gespräch und gehst von deiner Gesprächskultur und von deinem Wissen aus, kannst du ja natürlich, weißt du ganz genau, dass dein Gegenüber meistens dir, so doof, wie es sich anhört, dir unterlegen ist. In dem Moment, wo sie das merken, sprichst du die Wahrheit an und die Wahrheit will da nicht gehört werden. Das heißt, wir haben das ganz oft schon erlebt, wie denn man die Wahrheit ausspricht, dass man dann ganz schnell in eine beleidigende Form geht oder vor dem Gespräch flüchtet. Irgendwie in diese Richtung passiert es immer. Immer. Du kannst machen, was du willst. Das Schlimme an der ganzen Sache ist ja, du weißt das, ich weiß das, man hat sich das ja nicht ausgedacht. Du sprichst ja einfach nur über die Wahrheit, so wie es ist. Du kommst mit Belegen um die Ecke und die Wahrheit in dem Moment, in dem ihren Augen, tut dann weh, weil sie auf einmal merken, scheiße, wenn das jetzt stimmt, dann bin ich hier gerade im Unrecht. Danke, Sandra. Danke, danke. Und darum geht es am Ende eigentlich nur. Ich weiß nicht, ob das so ein Ego-Problem ist oder ob das einfach die Unwissenheit der einzelnen Personen ist oder einfach auch das Nichterlangen von Wissen, was sie da gar nicht haben wollen, weil sie fest auf ihren Teilwissen festsitzen und festhalten möchten und sich mit der eigentlichen Sache nicht auseinandersetzen. Guck mal, du selber hast dir etwas gesagt. Wie lange warst du gläubiger Moslem? 35, 30 Jahre? 35 Jahre. 35 Jahre hast du gebraucht, um zu verstehen, scheiße, hier läuft was falsch. Ja. Das ist ja einfach so. Und das ist dann für die Leute, guck mal, die werden von ihren Eltern, ich erkläre das immer mit so einer Apfelkiste. Weißt, da gibt es einen Marktschreier, der preist seine Äpfel an. In Apfelkisten. Guckt mal hier, ich habe die besten Äpfel, guckt mal hier, wie lecker die sind. Ich habe die aller, allerbesten Äpfel. Guckt rein, guckt auf die Kiste. Ihr könnt sehen, das sind die aller, allerbesten Äpfel. Die schmecken so geil. So. Und dann kommst du um die Ecke und sagst, heb doch mal die erste Schicht Äpfel hoch. Was ist denn da unter? Die sind ja alle verfault, die Äpfel da drunter. Das ist es eigentlich. Nichts anderes. Ja. Wir haben übrigens auch neue Leute wieder hier im Chat. Vielleicht wollen die ja was sagen. Werner, danke. Ja. Achai oder so ähnlich. Akai, Achai, keine Ahnung. Tina Bo oder Achai, genau. Möchtet ihr was sagen? Ja, ich wollte mich eigentlich nur bei Kian einmal bedanken, weil ich gucke ja schon länger jetzt auch mit den Kundgebungen, mit Stürzi und so. Und was du machst, ist einfach grandios. Danke dir. Ich bin dir so dankbar, das kann ich gar nicht sagen, kann ich gar nicht mit Worten ausdrücken. Sandra, ich werde gleich rot. Jetzt hör auf. Mann, weißt du. Das war diesmal Tina. Das war ich. Das meinte ich. Ich wollte mich nur bedanken, weil Sandra übersteckt. Och Sandra, Mann. Tina, das ist auch sehr, sehr lieb von dir. Ja, weil ich finde das einfach total wichtig und das ist so mutig auch. Die meisten Deutschen halten den Mund, halten die Klappe, weil sie sich nicht trauen, weil sie Angst haben, ihren Job zu verlieren und dies und jenes. Tina, das ist gar nicht das größte Problem. Weißt du eigentlich, was das größte Problem ist, gerade in dieser Richtung, wenn man da die Wahrheit spricht? Sag mal, Kian, wie viele Morddrohungen hast du schon gekriegt? Meine Postbox sind überall in den Social Media voll. Überall. Ja, ja. Und diese sind nicht nur auf Postwegen da. Du musst mir das so vorstellen, Tina. Auf diesen Kundgebungen, da stellen sich wirklich kleine Jungs hin, kleine Mädchen. Zwölf, 13, 14 Jahre. Und die schreien da die Leute an, die einfach nur die Wahrheit sprechen, kommen mit um die Ecke und ich bring dich um die Ecke, so ungefähr, heißt. Ja, ich kann dir mal eine Story erzählen. Ich war mal bei einer Kundgebung vom Stürzenberger, da war der Kian noch nicht dabei. Das ist schon, ich weiß nicht, drei Jahre her oder noch länger, weiß ich jetzt gar nicht. Das war hier im Ruhrgebiet auch. Und ich habe gedacht, fährst du mal da hin. Ich habe mir das sonst immer nur angeguckt auf YouTube. Ich denke, das ist nicht weit weg, jetzt fährst du da mal hin. Und da habe ich eine Story erlebt, das kannst du überhaupt gar keinem erzählen. Wir standen dann da, da habe ich dann welche getroffen, wir haben uns dann auch unterhalten, haben dann zugehört, da war der Kundgebung. Und vor mir stand so eine... Da haben wir uns jetzt beim Boden zu spätten. Da hat da so ein junges Mädchen stand halt. Wie alt war die? Also ich habe die auf maximal 13, 14 geschätzt, obwohl die muss älter gewesen sein. Die war halt sehr klein und auch sehr schmal. Und die waren da mit mehreren jungen Mädchen auch. Dann auch so eine Blonde dabei. Und ich habe mir da noch nichts bei gedacht. Und dann habe ich mich mit einer älteren Frau unterhalten, die neben mir stand. Und dann sagte das eine Mädchen, die dreht sich plötzlich um und war am meckern. Ich sage, ja, ich sage, kannst du ja machen, was du willst. Ich sage, ich habe keinen Bock hier in 10 oder 20 Jahren mit einer Burka rumzulaufen. Da ist die so ausgerastet. Da hat die echt... Da wollte die auf mich einschlagen. Ich denke, was ist denn jetzt hier kaputt? Und dann war das so ungefähr... Dann war die eine, die neben mir stand. Die ging dann auch, weil die war mit ihrem Sohn dann da und hat dann mit ihrem Sohn geredet, weil dann auch eine Info stand und alles. Und auf einmal kommt die Polizei zu mir und sagt, ja, da sind zwei junge Mädchen. Die haben gesagt, sie haben die geschlagen. Ich sage, was? Die haben echt gesagt, die haben echt gehofft, ich hätte die geschlagen. Und Gott sei Dank war die Frau, die war die ganze Zeit neben mir. Die haben wohl gedacht, die wäre weg. Und ich hätte keinen Zeugen oder sonst was. Die war aber Gott sei Dank noch da. Und die hat das dann richtig gestellt. Aber bei Lina, so link sind die dann auch noch. Als wenn ich hingehen würde und irgendwelche Mädchen schlagen würde. Tina, ganz kurz. Ich glaube dir das tatsächlich. Und das ist tatsächlich unmöglich. Aber wir müssen ein bisschen beim Thema bleiben, Tina. Wir dürfen jetzt nicht zu weit weg. Ja, ja. Alles gut, Tina. Und Sandra, Sandra, vielen, vielen lieben Dank. Reicht jetzt aber auch, ne, Sandra? Sonst, was soll ich sonst machen? Ich bin ein bisschen verlegen, sonst es reicht jetzt. Danke dir. Ja, ich verabschiede mich auch nicht. Ich brauche dich am Freitag. Der Bengel braucht hier heute nichts mehr. Der hat genug gekriegt. Der Eurig brauche dich am Freitag nicht. Ich bin da, Sandra. Wunderbar. Du kriegst sowieso 30 Prozent von mir. Nun hör auf rumzuheulen da oben. Verdient. Tina, bitte. Ja, aber jetzt ganz ehrlich, jetzt bei allem Spaß. Ich würde mich freuen, ganz ehrlich, weil es ist jetzt auch schon gleich halb eins. Ich würde mich freuen, weil wir untereinander, so doof wie sich das anhört, wir sind uns eh einig. Und in so einer belebten Diskussion braucht man am Ende auch den Gegenpart. Von daher, wenn sich da jemand noch mit Kian auf Augenhöhe unterhalten möchte, und ich betone auf Augenhöhe, dann würde ich mich freuen, wenn ihr da noch eine Anfrage stellt, hochkommt und das Gespräch sucht, weil ich denke, nur so können wir zueinander kommen. Und ganz ehrlich, ihr müsst auch immer daran denken, niemand will euch was Böses. Es geht einfach nur um das Gespräch selbst. Ich würde noch kurz für zwei Minuten was sagen, wenn ihr mir die Zeit gebt. Ich würde gerne noch, wo Lange Roy drin ist. Darf ich noch ganz kurz? Ja, Sandra, genau. Also ich bin quasi genauso veranlagt, solange es so richtig harmonisch läuft, das ist nicht richtig. Ich brauche schon so einen kleinen Gegenpart, der ein bisschen stänkert, wo ich mal ein bisschen ausrasten kann, ja. Aber Roy, ganz ehrlich, Freitag bin ich da und du wirst gewinnen. Also ich gebe alle Punkte raus, die ich habe, 100 Punkte. So, Sandra, ich gehe mit den größten TikTokern überhaupt hier ins Live. Also da matchen acht Leute gleichzeitig. TikToker, hör auf. Für mich bist du einer der größten Roy. Ja, du, der veranstaltert, der hat... Roy, also willst du die arme Sandra arm machen? Nein, mach da nicht. Ich mache das gerne für ihn. Da geht es, du, ganz ehrlich, darum geht es gar nicht, Löwenherz. Es geht darum, die Reichweite, die du damit regenerierst. Und der Veranstalter, der Veranstalter selbst hat 1,6 Millionen Follower. Das ist eine richtige Größe hier, weißt du? Du bist eine richtige Größe hier. Okay, also für Kian. Wer für Kian bitte noch jemand reinkommt, den Kian noch argumentativ auseinandernehmen kann. Wer möchte? Ich habe noch mehrere an der Hand, die kommen noch dazu. Ist alles gut, das schaffst du. Also Leute, stellt eine Anfrage. Wenn Kian Quatsch erzählt, ihr dürft alle hoch. Heute können alle hoch und können sich selbst kaputt machen. Und jetzt haben wir oben noch einen. Achay, der darf noch was sagen, bitte. Ja, guten Abend erst mal. Zu dem Hadith, was Kian heißt, glaube ich, was er auf Bildschirm gestellt hatte. Dazu würde ich gerne noch mal kurz was sagen. Kian, hast du dich mal damit auseinandergesetzt, sozusagen die Geschichte, warum dieser Hadith so gebracht wurde und sozusagen die Vorgeschichte von diesem Hadith? Darf ich mich kurz verabschieden? Ich würde jetzt runtergehen. Ja, Sandra, vielen Dank. Tschüss, Sandra. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und euch noch einen schönen Abend. Dann noch mal, liebe Dankeschön. Ciao. Ist es tatsächlich notwendig, die Vorgeschichte von so einem Hadith zu hören, wenn man hört, dass der Prophet Mohammed gesagt hat, grüßt die Juden nicht, bevor sie euch grüßen? Welche logische Erklärung, welche vernunftsorientierte Erklärung willst du mir geben, damit das noch als vernünftig ist? Die Vorgeschichte, also warum überhaupt das gesagt wurde, ist halt, es kam eine Gruppe von Juden damals bei der Zeit vom Propheten zu ihm zu Besuch, sozusagen. Weshalb auch immer, weiß ich jetzt nicht. Und die sind in das Haus eingetreten und die haben gesagt, Assam Aleikum. Das heißt, auf Arabisch gibt es ein Wort, Assam. Also wenn du Arabisch kannst, wirst du das ja wahrscheinlich kennen. Das ist sozusagen, man verflucht jemanden, Assam. Das hört sich aber an wie Assalam. Assam heißt in Arabisch Gift. Gift. Also das Wort Assam. Assam Aleikum bedeutet das Gift auf dich. Deswegen hat der Prophet Mohammed gesagt, grüßt nicht die Juden und die Christen, weil sie wünschen euch dabei dann nicht das, was wir wünschen. Aber die Tatsache ist, und da muss ich dich gleich... Genau, und so haben die ja so, also die sind ja zu ihm reingekommen und haben ihn so gegrüßt, quasi Gift auf dich oder sowas in der Art. Also nicht Friede sei mit dir, sondern Gift oder Fluch sei mit dir so in der Art. Gut, aber das ist nicht der wirkliche... Und er hat dann, er hat dann, wie hat er geantwortet? Er hat nicht gesagt, wa alaikum salam, sozusagen Friede sei mit euch. Er hat gesagt, auch mit euch sozusagen, wa alaikum, genau, auch mit euch sozusagen. Wenn ihr mir sozusagen Gift oder Fluch wünscht, dasselbe soll, also soll auch mit euch sein, sozusagen. Und dann hat er gesagt, grüßt diese Leute nicht zuerst, bis die euch grüßen und bis ihr sicher geht, dass die euch wirklich den Frieden wünschen und nicht sozusagen den Fluch oder das Gift. Verstehst du? Nennst du mir bitte die Quelle von das, weil ich... Ja, warte mal, aber Kian, ich habe mal, bevor er die Quelle rauspoolt, ich habe mal eine ganz, ich habe mal eine ganz andere Frage dabei. Schau mal, ich will nur klarstellen, dass ich jetzt kein... Es ist wichtig, dass er jetzt... Es ist wichtig, dass er dabei bleibt, weil... Ich bin, ich will nur mal klarstellen, dass ich kein Profi bin in Hadith oder im Koran, also ich bin jetzt kein Student oder Gelehrter oder sowas. Nein, nein, deswegen, ist ja auch alles gut und ich will unbedingt beim Thema bleiben, das ist mir auch persönlich ganz doll wichtig. Wenn du sagst, dass du den Hadith nicht hast, ist das gar kein Problem. Ich denke mal, Kian ist da findig genug, um das dann selber rauszupolen. Den Hadith, den habe ich ja, aber der hat die... Pass auf, aber ich frage, es geht ja darum, wie der Hadith entstanden ist, das ist ja deine Kernaussage gewesen. Deine Kernaussage, wie der Hadith entstanden ist, sieht so aus... Hör mal zu, hör mal zu, pass mal auf. Roy, der Hadith, der da entstanden ist, der ist entstanden. Roy, Kian wollte... Roy, bitte. Der ist echt zu leise, Kian, das ist kacke, ich hör dich nicht. Roy, jetzt lass mal bitte Kian einmal ganz kurz. Ja, ich bin doch schon ruhig, ich habe ihn nicht gehört, Mann. Okay, Roy, also folgendes, folgendes. Ich muss, du bist nett, ich weiß nicht, wie ich dich ansprechen soll. Achai, wie spricht man dich an? Akka. Ja, sag einfach Akka, ist egal. Akka, okay, so, pass mal auf. Ich muss dich leider in diesem Fall korrigieren. Bedauerlicherweise bringst du da einige Dinge durcheinander. Dieser Hadith geht nicht auf diesen Vorfall zurück, denn es wurde den Juden unterstellt, es waren nur die Juden, nicht die Christen. Die Juden wurden unterstellt, dass sie den Propheten Mohammed nicht mit Assalamu alaikum gegrüßt haben, sondern mit Assamu alaikum. Das Gift möge auch nicht sein oder in dich eindringen. Und dann hat der Prophet gesagt, dass der Gruß der Juden und der Christen nicht erlaubt ist. Dieser Hadith, den ich vorgelesen habe, bezieht sich gar nicht auf Assalamu alaikum wa alaikum salam. Er bezieht sich auf den normalen Gruß. Also grüßt sie nicht, sagt nicht Hallo, zwingt sie, dass sie euch zuerst grüßen. Und da spielt es keine Rolle, welche Art von Gruß du gibst. Jetzt frage ich dich, und ich frage das, weil ich einfach sehen möchte, wie gut du bewandert bist in dieser Materie. Darf man einen Juden und Christen oder einen Nicht-Muslim oder einen Hindu, einen Mushrik, darf man ihm Assalamu alaikum sagen? Nein, darf man nicht, weil er kein Muslim ist. Richtig. Und worauf geht das zurück? Naja, ich denke mal auf diese Geschichte. Also kann ich jetzt nicht genau sagen. Wie gesagt, ich bin jetzt kein Profi in den Sachen, aber wenn es so ist, dann ist es so. Also ich meine, ich versuche jetzt hier nicht irgendwas zu rechtfertigen oder so. Wenn es irgendetwas im Koran oder in der Sunna irgendwas ist, was wirklich so überliefert wurde, habe ich kein Problem damit, das zu sagen, ja, es ist so und fertig aus. Aber dieser Hadith, was du vorhin gebracht hast, da ich halt die Geschichte schon davor auch mal gelesen habe, wollte ich einfach mal nur dir, ne? Ja, also ich kenne alle Facetten dieser Sache. Die Aufforderung, die Aufforderung, Muslime und Christen nicht zu grüßen, hat einen tiefen theologischen Grund. Der tiefe theologische Grund ist, dass Musa, also der Prophet Moses, als er dem Pharao gegenüberstand, hat er dem Pharao begrüßt und er hat gesagt, As-Salam allamanit tabau hudda, ja, Friede auf dem, der der Rechtleitung folgt. So, dieser Gruß war absichtlich so gestellt worden. Im Islam darf man nur den Muslimen den Friedensgruß geben, weil alle anderen außerhalb nicht den Frieden verdienen, den Muslime untereinander verdienen. Deswegen ist der Islam auch keine Religion des Friedens für andere. Er ist nur eine Religion des Friedens für sich selbst, für seine eigene Gemeinschaft. Aber Moses sagt in, ich glaube es war Sura al-Bakara, da sagt er in Sura al-Bakara ist die zweite Sura 2, glaube ich, Vers 165. Da grüßt er tatsächlich den Pharao, aber ich bin mir nicht sicher, ob es Vers 165 ist, deswegen ich müsste das nochmal nachschauen. Tatsache ist, er sagt, Friede auf dem, der der Rechtleitung folgt. Was bedeutet das, wenn jemand nicht der Rechtleitung folgt? Was ist sozusagen die Konsequenz daraus, wenn man nicht der Rechtleitung folgt? Das ist eine gute Frage. Also ich denke mal, dieser Friedensgruß, er ist ja islamisch. Wenn du jetzt zum Beispiel kein Muslim bist, dann grüße ich dich auf einer Sprache, wo es halt bei dir, sage ich mal, angebracht ist, sage ich mal. Weil wenn ich dich jetzt als Muslim jetzt auf der Straße sehe, und du bist jetzt, sagen wir mal, Christ, und ich grüße dich jetzt mit dem quasi Friedensgruß, Salamu alaikum, das kommt dir doch auch irgendwie komisch vor. Ich meine, du willst doch auch jetzt nicht, dass alle Muslime dich mit Salamu alaikum grüßen, weil das kommt dir doch auch fremd vor. Da hast du doch besser, wenn ich jetzt sage, guten Tag, keine Ahnung, irgendwas, weißt du, was ich meine? Gut, aber ich will jetzt noch... Ich meine, ich tue dich ja sozusagen damit nicht demütigen oder so. Du bist ja nicht mein Feind. Ich will dich ja nicht vernichten oder runtermachen. Ich meine, ich bin jetzt über 30 Jahre alt. Okay. Also du erzählst jetzt sozusagen irgendwas vom Hass und so, aber ich habe noch nie sozusagen in meinem Leben der Koran, den ich gelesen habe und der Islam, den ich kenne, er hat mich nicht gelehrt, um andere Leute zu hassen. Im Gegenteil. Wenn ich mich jetzt irgendwo in Deutschland oder in einem christlichen Land befinde oder egal, vor allem, auch wenn ich jetzt in einem muslimischen Land bin, also tut mir leid, aber ich kenne jetzt nicht, es gibt auf der Welt über 40 Millionen beziehungsweise Araber. Ich kenne, also da gibt es doch gar keine Probleme unter den Arabern, ob die jetzt Christen sind oder Muslime sind. Und diese Probleme, denke ich, werden eher von den Leuten geschaffen, so weißt du, was ich meine. Okay. Weil man, ich will, ich will nicht verleugnen. Es gibt Leute, die übertreiben. Es gibt die, selbst ich als Muslim kenne solche Leute. Aber du kannst doch nicht jetzt wegen ein paar Leuten, die sich quasi, die sozusagen diesen Islam am Bissen falsch verstanden haben und sich falsch verhalten, kannst du doch eine Region dafür schuldig machen. Verstehst du, was ich meine? Gut. Wenn ich dich jetzt als Christ nehme, meinst du, ich hätte jetzt keine Beispiele bringen können, was jetzt in der Bibel steht oder allgemein irgendwelche Beispiele, Vorfälle aus dem Lieben, aber ich kann doch nicht dafür alle Deutschen oder Christen dafür irgendwie in eine Schublade stecken. Verstehst du, was ich meine? Gut. Gut, okay. Hast du dein Argument und dein, ja, hast du dein Argument? Also ich bin fertig, ne? Also ich wollte jetzt nur quasi das dazu beitragen. Aber ansonsten, ich habe nichts mehr zu sagen. Okay, gut. Na, ich kann eigentlich rausgehen. Ja, ja, aber bevor du rausgehst, lass mich, denn es kann sein, dass ich dich nochmal diesbezüglich etwas frage, wenn du möchtest. Wenn ich etwas weiß, kann ich dir antworten, kein Problem. Okay, so, also folgendes, folgendes, wenn Moses zum Pharao kommt und sagt, Friede auf dem, der der Rechtleitung folgt, dann bedeutet das im Umkehrschluss, kein Friede für dem, der der Rechtleitung nicht folgt. So, wer, was ist die Rechtleitung? Das ist der Sirat al-Mustakhim, also der gerade Weg im Islam. Das heißt, du folgst dem Islam. Genau, genau, das ist ein Gott und kein anderer Gott außer einem Gott. So sieht es aus. Und das ist die Rechtleitung. So, wenn also jemand, der Rechtleitung nicht folgt, richtig, dann verdient er auch keinen Frieden. Das ist der einzige Status. Und deswegen erlaubt der Islam auch Nicht-Muslime, Juden und Christen und Götzenanbeter und so weiter und so fort, nicht mit dem Assalamu alaikum, also Frieden auf dich zu grüßen, weil es keinen Frieden für Menschen gibt, die nicht der islamischen Rechtleitung folgen. Und das ist der große Unterschied. Und deswegen hat Mohammed auch gesagt, grüßt die Juden nicht. Ihr könnt die Juden mit Salam grüßen. Es gibt mehrere Überlieferungen, wo der es sagt. Aber nicht Assalamu alaikum, der Friede sei auf dir, weil der Friede ist noch lange nicht mit dir, solange du nicht der Rechtleitung folgst. Der Umkehrschluss von Nicht-Friede bedeutet auch, wir stehen in einem Konflikt mit dir. Und wenn du nicht zu unserer Ummer gehörst, dann verdienst du auch nicht den islamischen Frieden, also das Wort Salam oder Tasliyat. Das Layat, also das Wort Ergebung und Frieden innerhalb der Ummer. Und deswegen haben die Juristen später auch aufgeteilt in Darul Islam und in Darul Hab, im Haus des Krieges und Haus des Islam. Und da haben sie ihre juristischen Rechtfertigungen genommen, um dann zum Beispiel zu sagen, hey, in diesem Fall dürft ihr den Muslime keinen Frieden wünschen, weil sie in einem gesellschaftlichen Konstrukt leben, das im Gegensatz zu unserem islamischen Modell steht. Und deswegen dürft ihr ihnen keinen Frieden wünschen. Frieden gibt es nur mit unserer Religion. Und das finde ich schon ziemlich skandalös in einer Religion, dass der Islam nicht einmal, nicht einmal so etwas Simples wie, hey, ich wünsche dir Frieden, gegenüber Trägern anderer Religion nicht anwenden kann. Also, Kian, schau mal, heutzutage grüßt sich sowieso keiner mit diesem Gruß. Also ich meine, es ist nur bei den Muslimen. Ansonsten gibt es das gar nicht. Verstehst du, was ich meine? Und von daher ist es doch gar kein Problem. Ich meine, okay, es ist für mich, wie gesagt, es... Okay, warte mal, warte mal. Wir müssen zurück zu einem Dialog. Erstens, ich spreche von den islamischen Quellen. Und die islamischen Quellen sagen, dass ich selber habe das 35 Jahre lang praktiziert. Ich habe niemanden, es gab da draußen so viele nette Menschen, die immer gekommen sind, aus Höflichkeit zu mir gesagt haben, hey, Kian, Salam Aleikum. Und ich habe gesagt, wa'alaik, weil ich mich an die Tradition meines Propheten gehalten habe, an die Anordnung, nicht-Muslime nicht mit Salam Aleikum zu grüßen, weil ich im Hinterkopf hatte, hey, der verdient eigentlich gar kein Friede, denn der ist kein Muslim. Das ist die ganze Botschaft dahinter. Er ist kein Muslim, also verdient er auch nicht den Friedensgruß. Weil Salam jemanden Frieden bedeuten heißt, hey, du bist in Sicherheit. Aber jemanden den Friedensgruß zu verweigern heißt, du bist theoretisch nicht in Sicherheit, weil du nicht dem islamischen Club angehörst. Und das war die Rechtfertigung, dass Mohammed innerhalb von 23 Jahren während seiner Regentenschaft als Prophet die Juden und die Christen von der arabischen Halbinsel ausgelöscht hat. Wusstest du, dass die Juden und die Christen vier oder 500 Jahre erfolgreich mit den vorislamischen Araber zusammengelebt haben? Und dass der Prophet Mohammed diese vier, 500-jährige Geschichte in 23 Jahren beendet hat? Heute ist Mekka der einzige Staat, also Mekka und Medina, die einzigen Orte, die Nicht-Muslime nicht betreten dürfen? Und Juden und Christen gibt es auch nicht mehr in Mekka und Medina, obwohl Mekka sehr viele Christen gelebt haben und Medina war nahezu eine jüdische Stadt? Das ist der Unterschied. Wenn man der muslimischen Mehrheit lehrt, grüßt die Christen nicht, esst nicht bei den Christen, schlaft nicht bei den Juden. Wenn man in dem Koran die Juden enthumanisiert, indem man in Sura 5, Vers 60 und Sura 5, Vers 66 sagt, sie sind verächtliche Affen oder sie sind zu Affen und Schweine mutiert. Dann enthumanisiert man ganze Religionsgruppen aufgrund der Theologie. Und das ist das Problem, warum Christen und Juden nicht so gut wegkommen. Und du kennst sicherlich auch das Prinzip der Jizya, richtig? Die Schutzsteuer, die Kopfsteuer für Christen und die Juden. Befürwortest du das? Ich meine, steht es oft im Koran. Guck mal, ich befürworte alles, was im Koran steht. Wunderbar, dann befürworte ich das so. Gut, dann befürwortest du die Jizya. Bleiben wir jetzt erstmal bei dem Thema mit dem Gruß. Und wie du sagst, selbst wenn Moses das zu dem Pharao gesagt hat, dann hat er das nicht einfach so gesagt. Das hat der islamische Moses gesagt. Ja, mehr habe ich jetzt dazu auch nicht zu sagen. Wie gesagt, ich kam jetzt nur rein, um einfach mal die Erklärung für diesen Haddits zu sagen. Alles klar. Also ich gehe da raus, ja? Ciao, ciao. Ja. Roy, jetzt darfst du wieder Roy. Nee, das ist gar kein Problem, Löwenherz. Ich musste aber selber so ein bisschen aufpassen, um dir das mal zu erklären. Ich habe mindestens genauso viele Heter wie Follower. Das ist ganz wichtig. Deine Intention, die verstehe ich, die kann ich nachvollziehen. Das ist völlig legitim. Du musst das aber nach außen kundtun. Dann musst du sagen, ich nehme jetzt mal alle runter, weil ich jetzt das Gespräch da mit den beiden nicht unterbrochen haben möchte. Oder du sagst, jetzt stummt euch alle, sonst muss ich euch runternehmen. Das ist ganz wichtig, dass die Leute gerade meine Heter hören. Ja, okay. Ich sage dir aber auch, ich habe dich runtergenommen. Ich hätte das genauso gemacht, wie du jetzt gesagt hast. Aber da Kian gerade im Gespräch war und das sehr, sehr wichtig war und ich Kian ja kenne und ich weiß, dass er das überhaupt nicht mag, wenn er im Gespräch unterbrochen wird, habe ich dich einfach runtergenommen, damit ich eben nicht sage, so, ich nehme jetzt Reurig mal kurz runter. Sondern das hat mir persönlich, du kennst mich ja, wir waren jetzt schon oft live, mit dir gar nichts zu tun. Ich weiß, ich weiß, nein, ich will dir das nur sagen, ich weiß nur, dass Kian das nicht mag, deswegen habe ich einfach nicht runtergenommen. Erik, das, was ich jetzt eben gesagt habe, das ging eigentlich noch nicht mal so richtig an dich, das ging vielmehr an meine Heter, weißt, um denen zu sagen, hier Leute, passt mal auf, der Löwenherz, der hat mich gerade runtergenommen, nicht weil er Matt nicht mag, nicht weil er mich nicht reden hören möchte, sondern ganz einfach, weil er das Gespräch nicht unterbrechen wollte, zwischen Kian und dem Gast eben. Übrigens, Kian, hast du gemerkt, was da eben in dem Gespräch passiert ist? Nein. Also ich habe schon so ein leichtes Gefühl von Takia gehabt. Naja, er hat irgendwo was aufgegriffen und er hat dann gesagt, okay, ich erkläre euch das, aber in Wirklichkeit ist keine Erklärung, ist es keine Erklärung, wird die unmenschliche Beziehung zwischen dem Gruß und den Menschen, die dir einen normalen Gruß geben, nicht aufheben. Die Tatsache, dass der Islam sagt, grüßt die Juden und die Christen nicht auf die Weise, wie ihr Muslime grüßt, ist schon wieder eine Trennung, ist schon so etwas wie eine innerreligiöse Apartheid. Auf jeden Fall, aber ich wollte noch einen ganz anderen Aspekt mit reinbringen, weil auch wenn man auf diesen Hadif eine Grundlage hat, sieht es ja so aus, dass dieser Hadif am Ende entstanden ist, weil eine Person mit einer anderen Person Beef hatte und es als absolut gesehen hat, es zu einem Hadif zu machen und sich danach das komplette muslimische Volk nachrichtet. Naja, die Überlieferungsliteratur, da haben die Menschen recht früh damit angefangen. Es wurde halt eben gesammelt durch andere islamische Persönlichkeiten, wie Bukhari zum Beispiel, der dann auch sich hingesetzt hat über einen langen Zeitraum und geschaut hat, was man dem Propheten zutrauen könnte und was nicht. Ich weiß gar nicht, welche Kriterien er da überhaupt angewendet hat, wenn er so weit Distanz zum Propheten Mohammed gehabt hat. Du sag mal, Kian, kennst du, kennst du, das frage ich dich, sicherlich wirst du das kennen. Ich drücke das immer ganz salopp aus. Du weißt ja sicherlich, wie der Verschleierungsvers entstanden ist, ne? Ja. Und ich finde das ehrlich gesagt schon richtig amüsant. In meinen saloppen Worten drücke ich das mal so aus. Da geht eine Frau am Dorfrand kacken, ein anderer Typ fühlt sich davon gestört, geht zum Propheten, meckert mit dem rum und der sagt, weißt du was, alles klar, das ist gar kein Ding, die alte Hüllen war ein. Dann brauchst du beim Kacken nicht zugucken. Also der, der, Sekunde, ähm, kann euch jetzt mal, ich kann euch jetzt mal Folgendes sagen. Ähm, der, der, die Offenbarung, die sogenannte Offenbarung, ähm, für, für den Hijab ist viel skandalöser als das, was du jetzt gesagt hast. Ja, die Überlieferung gibt es auch, das Oma Ebn Khadab. Die Männer waren damals in der arabischen Gesellschaft offenbar so korrumpiert, dass sie die Frauen sogar beim, ähm, beim Stuhlgang oder beim, beim Toilette gehen. Die Toiletten gab es damals nicht, weder im Haus noch direkt am Haus. Ja, ich wollte jetzt nicht wegbücken sagen, ich wollte mich noch vernünftig ausdrücken. Ja, aber die Frauen mussten tatsächlich aus dem Haus, dann mussten sie wahrscheinlich aufs Feld und dann gab es wahrscheinlich so eine, so eine Lehm, so eine kleine Lehmmauer und da konnten sie sich dann, ähm, ihrer Notdurft, äh, entrichten. Und die Männer waren aber so sexuell, ähm, überreizt, dass sie sogar diesen Frauen bei ihrem Stuhlgang hinterhergegangen sind. Also ganz eindeutig bei ihrer Notdurft haben sie, äh, diese Frauen, äh, belästigt. Und, äh, die, es gibt zwei verschiedene Versionen darüber, wie der Hijab entstanden ist. Wobei ich aber sage, dass der Hijab im Grunde genommen, und das wissen viele Frauen nicht, das hätte ich gerne die Jessica gefragt, die ja, ähm, 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 ja auch mit Kopftuch hier reingekommen ist. Aber leider Gottes ist sie irgendwann mal rausgekommen. Ich hätte sehr gerne eine Diskussion mit ihr aufgebaut, denn der Hijab wäre mein nächster, wäre mein nächster Schritt gewesen, um zu zeigen, dass der Hijab im Grunde genommen eine sehr korrupte Vorgeschichte hat. Und das wissen viele Hijabi-Frauen da gar nicht. Sehr viele muslimische Frauen wissen gar nicht, warum sie wirklich den Hijab tragen. Ja, und da hätte ich ganz gerne mal, ähm, hätte ich mich ganz gerne mal... Weißt du, was ich, Kian, weißt du, was ich da richtig kurios finde? Im Iran, ne, da kämpfen sie dafür, das Kopftuch ablegen oder abzulegen oder selbst entscheiden zu können, halt, ob sie das Kopftuch überhaupt tragen oder nicht. Und in Deutschland kämpfen sie dafür, das Kopftuch tragen zu können. Das kapiere ich überhaupt nicht. Ja, das liegt daran, dass der Hijab ein identitätsstiftendes Symbol ist. Das ist der Grund, warum viele junge Frauen in der Fremde wieder zum Islam finden. Es findet gerade so in europäischen Ländern eine Renaissance, eine Wiederbelebung des islamischen Denkens statt. Deswegen erleben wir immer mehr Frauen, die sich bedecken. Aber wissen diese Frauen auch, dass laut Surah 33, Vers 59 der Hijab als eine Unterscheidung zwischen Sklavenfrauen und Freienfrauen gekommen ist? Das wissen viele nicht. Ja, ich glaube, da gibt es auch so ein nettes Bild, wo da die muslimische Familie abgebildet ist. Und am Rande steht eine Frau ohne Kopftuch, die da eigentlich die Sklaven darstellt. Also ich kann dir das kurz erklären. Und zwar folgendes. Der Koranvers, O Prophet, sagt deinen Gattinnen und deinen Töchtern und den Frauen der Gläubigen, sie sollen etwas von ihrem Überwurf über sich herunterziehen. Das ist eher geeignet, dass sie erkannt und so nicht belästigt werden. So, die vorislamischen Araber, angeblich, sollen die Frauen oft sexuell belästigt haben, weil es in dieser Gesellschaft sehr viele Sklaveninnen gab. Und Sklaveninnen waren Freiwild. Die mussten sich auch in der islamischen Doktrin nicht besonders keuch anziehen. Die sollten teilweise sogar halbnackt sein. Und in dieser Zeit wurden Sklaveninnen andauernd belästigt. Und als es diesen Koranvers, Surah 33, Vers 59, noch nicht gegeben hat, wurden auch sehr viele muslimische Frauen belästigt, weil es damals noch kein Kopftuch gab. Also nicht diese Ganzkörperbedeckung, das sogenannte Rima. Und die muslimischen Frauen haben sich dann bei ihren Ehemännern beschwert. Die Ehemänner sind dann zum Propheten gegangen und haben gesagt, Mohammed, so geht das nicht. Unsere Frauen werden andauernd belästigt. Und dann hat der Prophet Mohammed angeblich Surah 33, Vers 59 offenbart bekommen. Und so haben die Frauen dann einen Teil ihres Umhanges, diese muslimischen Frauen, einen Teil ihres Umhanges über den Kopf geworfen. Und dann wurden sie erkannt als Andersgläubige, als freie Frauen und wurden dann von den freien arabischen Männern nicht mehr belästigt. Der Koranvers hat faktisch nur die privilegierten muslimischen Frauen befreit, hat aber gleichzeitig mit diesem Koranvers die Belästigung für Sklaveninnen wieder fort... Kian, warte mal, ich muss dich mal ganz kurz unterbrechen, weil hier kommt, wenn dieses Thema kommt, deswegen muss ich dich leider unterbrechen. Und im Chat ist diese Sache gerade wieder aufgetaucht, kommt immer die gleiche Aussage. Wieso ziehen Nonnen Kopftuch an dann? Übrigens grammatisch versagt, aber ich weiß ja, was du sagen willst. Am Ende ist es so, eine Nonne trägt ihr Gewand, das, was sie da trägt, auch die Kopferdeckung, was sie da trägt, trägt sie aus einer Freiwilligkeit heraus. Da ist der wesentliche Unterschied zu sehen. Weil seien wir mal ganz ehrlich, das Kopftuch ist von der Sache her, auch wenn viele Frauen es so sehen und denken, ist keine Freiwilligkeit. Es ist ein Muss. Okay, Eurig, jetzt muss ich dich auch einmal unterbrechen. Ich möchte tatsächlich ganz gerne, wir haben es schon relativ spät, aber ich mache noch ein bisschen mit Kian, noch ein bisschen Energie, machen wir noch ein bisschen. Hier ist Hamoudi drin und ich würde ganz gerne wissen, wie Hamoudi jetzt über die Sache denkt und dass Hamoudi dann ein Gespräch mit Kian führt. Das könnte sehr interessant sein. Hamoudi, bitte. Ja, bitte. Deine Meinung, Hamoudi. Du bist hier reinkommen. Was sagst du? Ich bin hier gerade reinkommen und nochmal, ich will noch ein bisschen schauen, was es geht, weil ich bin erst vor ein paar Minuten reinkommen und ich bin noch ein bisschen, bei welcher Sache die sind. Ja, Kian kann mit dir reden, alles gut. Alles da, also lass mich mal auf das Thema Kopftuch und Nonnentracht bitte gehen, weil islamische Apologeten versuchen nämlich häufig, das islamische Kopftuch, also den Hijab oder Chima, mit dem Tragen der religiösen Tracht christlicher Nonnen zu vergleichen oder damit zu rechtfertigen, dass es im Islam auch so etwas wie eine Körperbedeckung gibt. Genau. Dieser Vergleich ist aber wirklich grundlegend falsch und eines von den zahlreichen schlechten Argumenten zur Verteidigung des Islams. Ja, und ich werde jetzt mal ein paar Argumente aufzählen, weil es immer sehr wichtig ist. Viele Muslime, so wie auch viele Nicht-Muslime, wenn es euch aufgefallen ist, scheinen den Hijab mit der Nonnentracht der Christen zu verwechseln. Ja, das hat den islamischen Apologeten ermöglicht, Stroman-Argumente zu entwickeln, ja, die ein Kleidungsstück verteidigen, welches also viele gesellschaftliche Probleme verursacht. Ja, der Vergleich zwischen dem Hijab und der Nonnentracht birgt sehr viele Fehler, einschließlich einer falschen Equivalence. Ja, abgesehen davon, dass es sich um ein Tuquo-Argument handelt, ist denjenigen, die auf die Bedeckung der Nonne verweisen, um den Hijab zu verteidigen, ja, jetzt kommt's, auch ein logischer Fehlschluss unterlaufen. Denn im Gegensatz zum obligatorischen Tragen des Hijab, der Hijab ist Pflicht, ja, wie es muslimische Frauen praktizieren, ist es nicht erforderlich, dass christliche Frauen eine Nonnentracht tragen oder dass von ihnen erwartet wird, dass sie eine Bedeckung zu tragen haben, ja. Und selbstverständlich bezieht sich die Nonnentracht nur auf die Nonnenkaste, ja. Ich bin mir absolut sicher, dass es für viele christliche Frauen sehr verstörend wirken würde, wenn sie glauben würden, sie müssten eine Nonnentracht tragen, um gute Christen zu sein oder zum Christentum zu gehören. Ein weiteres Argument gegen die Gleichstellung von Hijab und Nonnentracht ist die freie Wahl versus der islamische Zwang zur Bedeckung, ja. Indem eine Christin sich entscheidet, eine Nonne zu werden, wählt ein wirklich winziger Teil, ein wirklich winziger Teil dieser christlichen Frauen freiwillig und aus freien Stücken das Tragen einer Nonnentracht. Auf der anderen Seite werden jedoch zahlreiche muslimische Frauen von ihrer Religion, von ihrer Familie, wie auch von der muslimischen Gesellschaft, siehe Iran, dazu gedrängt, ja, oder gezwungen, irgendeine Form des Hijabs anzulegen, ja. Was aber nicht zur Debatte steht, ist die Tatsache, dass der Hijab auch verpflichtend ist. Frag irgendeinen Muslim da draußen, er wird sagen, ja, der Hijab ist Wajib, er ist Pflicht. Und zwar oder Fardul ein, individuelle Pflicht. Also eine religiöse Pflicht für jede Frau, weil es ein Befehl aus dem Koran ist. Der Hijab kann auch als eine Form des Kindesmissbrauchs betrachtet werden, weil schon immer häufiger Mädchen im Vorschulalter von ihren Eltern verschleiert werden. Christliche Mädchen hingegen werden von ihren Eltern und ihrer Gemeinschaft nicht unter Druck gesetzt, Nonnen zu werden, beziehungsweise sich zu verhüllen. Ein weiteres Argument, warum Nonnentracht und Hijab zum Beispiel überhaupt nicht zusammenpassen. Die meisten, jetzt kommt ein weiterer interessanter Punkt. Warte mal, Kian, eine Frage noch schnell mittendrin. Unter der Scharia ist die Verhüllung Pflicht. Selbstverständlich. Frauen können nicht wählen, ob sie das Kopftuch anlegen wollen oder warum nicht. Dann gibt es ein weiteres Argument. Die meisten christlichen Orden verlangen sogar, dass Frauen mindestens 18 Jahre alt sein müssen, bevor sie einer Nonnengemeinschaft beitreten dürfen. Und selbst dann gibt es, ich erinnere mich, gibt es sogar eine sogenannte Induktionszeit von meist vier bis fünf Jahren, bevor sie vollwertige Nonnen werden. Auf der anderen Seite werden viele muslimische Mädchen von klein auf unter Druck gesetzt oder gezwungen, den Hijab zu tragen und werden regelrecht konditioniert, das als eine normale religiöse Norm zu akzeptieren. Dann gibt es einen weiteren Unterschied. Die Gewaltanwendung beim Ablegen des Hijabs ist ein weiterer Unterschied zwischen beiden Religionen. Wenn eine Nonne ihre Kopfbedeckung im Gegensatz zu einer muslimischen Frau, auch wenn es sich um ein christlich geprägtes Land handelt, entfernen würde, liefe sie nicht Gefahr, von ihren Glaubensgenossen eingeschüchtert, geächtet oder gar getötet zu werden. Tatsächlich werden Christen, die sich nicht verschleiern, viel häufiger von Muslime als von Christen angegriffen. Die meisten Kritiker des Hijabs haben insbesondere ein Problem mit dem vollen Hijab. Das hören wir ja auch sehr oft. Zum Beispiel der Burka, welcher, ihr wisst, Frauen unkenntlich macht. Einige Nonnen, und jetzt kommt ein anderer Punkt, einige Nonnen tragen nicht einmal einen Kopfschmuck. Es gibt Nonnen, die nicht einmal diese Kopfbedeckung tragen. Sie haben auch keine Scheu, mit ihrem männlichen Gegenpart in Kontakt zu treten. Was mich hier zum nächsten Punkt bringt. Ein weiterer Punkt ist nämlich die gleiche, die ungleiche Kleiderordnungsbestimmung zwischen den Geschlechtern. Nonnen haben einen männlichen Gegenpart, nämlich den Mönch oder den Bruder. Das heißt, diese haben auch ihre eigenen religiösen Uniformen, die den Körper bedecken und eine Kapuze enthalten. Aber was ist mit dem Gegenstück zum muslimischen Hijab? Während die Frau sich von Kopf bis Fuß bedecken muss, und sie darf nur ihre Hände, Gesicht und ihre Füße zeigen, kann der Mann wie Tarzan rumlaufen. Nur zwischen Bauchnabel und Knie braucht er sich bedecken. Dann ist er nach der Scharia korrekt bedeckt. Das heißt, der kann an den Strand gehen und kann mit einer Badehose baden gehen, während die Frau mit einem gesamten Hijab ins Wasser springen muss, weil alles an ihrem Körper ist Aura, ist Ausstrahlung. Außerdem, eine Nonne hat ebenfalls die Wahl, die Nonntracht zu tragen oder eben nicht. Sie kann immer und zu jeder Zeit ihren Orden verlassen und immer noch eine gläubige Christin bleiben. Umgekehrt kann eine muslimische Frau ihren Hijab nicht so einfach ablegen, denn sie muss erstens erwarten, dass der Koran sie dafür verdammt. Sie wird ein Fafak, eine Sündige. Sie kann so viele Sünden anhäufen, wenn sie den Hijab nicht wieder anlegt, dass sie dafür sogar in die physische Hölle kommt. Und die zweite Sache ist, wenn sie den Hijab ablegt, verliert sie in den Augen vieler muslimischer Männer die Stellung glaubensfromme Muslimen. Und das ist der Unterschied zwischen der Nonnentracht und dem Hijab. Und deswegen ist es ein Skandal, wenn Muslime immer sagen, aber im Christentum gibt es ja auch die Kopfbedeckung. Nein, es ist eine kleine Gruppe von Menschen, die sich entschieden haben, diesen Sonderweg zu gehen. Aber das Christentum selbst erwartet nicht, dass eine Frau sich so bedecken soll, wie eine muslimische Frau sich bedecken muss. Und deswegen das Gequatsche von vielen muslimischen Frauen, dass sie immer sagen, hey, ich habe freiwillig den Hijab angelegt. Nein, du hast nicht freiwillig den Hijab angelegt. Dein Gott hat dir gesagt, wenn du es nicht tust, dann wirst du in der Hölle gebraten, wie ein nettes Barbecue-Chicken. Und deswegen musst du den Hijab anlegen. Wenn du zum Beispiel den Hijab nicht in jungen Jahren anlegst oder erst mit 30, dann hast du tatsächlich mit dem Alter der Reife das hinausgezögert bis zu diesem Punkt. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass du keine Wahl hast, den Hijab anzulegen. Du bist verpflichtet, den Hijab zu tragen. Und das ist der große Unterschied zwischen Christentum und der Nonnentracht und dem Islam, der den Frauen auferlegt. Oh Prophet, sag den Frauen und den Gläubigen, sag ihnen, dass sie einen Teil ihres Gewandes über den Kopf werfen sollen, damit sie als gläubige Frauen erkannt und nicht belästigt werden. Punkt. Und weißt du, was ich noch sehe, Kian? Das ist doch auch verdammt heiß unter den Dingern, oder nicht? Ich weiß es nicht, aber ich erinnere mich an meine Ex-Frau damals und sie hat immer höllig geschwitzt im Sommer. Es ist nicht angenehm, überhaupt nicht. Das wollte ich nur mal so als kleinen Jog noch mitten reinschmeißen, weil wenn ich mir überlege, in den Ländern, wo es da so hauptsächlich getragen wird, da sind die Sommer ja schon sehr, 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 sehr heiß. Und wenn ich mir dann überlege... Ja, kann ich kurz mal dazwischen springen? Velio sagt, und was juckt dich das, ob ich das trage oder nicht? Velio, komm doch mal hoch und dann unterhalten wir uns darüber. Mich interessiert überhaupt nicht, ob du den Hijab trägst. Mich interessieren nur die Motive, warum du den Hijab trägst. Und ich bin mir sicher, du weißt nicht einmal die Motive, die richtigen Motive, warum du deinen Hijab trägst. Du trägst eine Königsbedeckung. Du trägst eine privilegierte Bedeckung, damit du dich unterscheidest von den Sklaven, die man damals, von den weiblichen Sklaven, die man damals weiterhin belästigen durfte. Was für ein komischer Gott, der einen Teil der Frauen befreit und einen anderen Teil der sexuellen Ausbeutung und Belästigung weiter ausliefert. Das ist das Skandalöse an dieser Religion. Wunderschönen guten Abend, meine Freunde. Wie geht's euch? Ich hoffe gut, ja? Ja. Und zwar, ich bin nur ein bisschen reingestolpert in dieser Gruppe, um ehrlich zu sein. Und was ich alles nur raushöre, nur raushöre ist nur Hass, Spaltungen. Die Frage ist nur Kian, du bist halt einfach nicht für Worte für nichts. Du müsstest rein theoretisch überlegen, du warst Ex-Muslim, versuch mal die Zusammenhänge, bedeutet die Verbindungen zu suchen, statt die Spaltungen. Ja, das ist das Problem. Okay, genau du bist das Übel in der Wurzel. Du bist derjenige, der quasi Spalte, du bist derjenige, der Hass verbreitet. Aber als Mann ist das leicht zu sagen in dem Glauben, das so zu behaupten. Wir Christen und Muslime sollten zusammenhalten und auch Juden. Aber als Mann, warte mal ganz kurz, guck mal, als allererstes, ich finde das ein bisschen doof, dass du so in die Gesprächsform reinmarschierst, dass du sagst, du bist gerade erst da. Warte mal ganz kurz, warte mal ganz kurz. Du kommst hier gerade rein, du sagst sogar selbst, dass du gerade erst kurz reingekommen bist. Dann auf einmal sagst, dass er ein Problem ist für Spalte und Hetze. Ich höre da Befindlichkeiten raus. In dem, was bis jetzt Kian gesagt hat, hat er nicht eine Unwahrheit auf den Tisch gelegt. Er im Gegenteil. Er klärt einfach nur darüber auf, wie es ist. Du als Mann hast da ein leichtes Spiel. Du kannst dich gar nicht in die Position einer Frau bewegen, um darüber urteilen zu können. Von daher finde ich es ziemlich anlassend. Soll ich mal eine Frau fragen? Die liegt gerade im Bett. Soll ich sie mal kurz fragen? Du, wenn du deine Frau jetzt wecken möchtest und die jetzt im Bett liegt, dann ist das dein Ding. Fakt ist auf jeden Fall eins. Deine Frau kann auch nicht für alle Frauen sprechen. Auch da geht es weiter. Genau das ist es ja. Ich möchte zu gerne hören, dass Kian ihn argumentativ auseinandernimmt. Kian, bitte. Okay, Simi, folgendes. Wenn du von Hetze und von Polemik sprichst, wie viele Koranverse beschäftigen sich mit dem Christen und dem Judentum? Sagst du mir, sagst du mir bitte. Ich habe ja nicht gehofft, dass ich Theologe bin, ne? Nein, nein, schau mal. Ich will auf etwas anderes heraus. Ich will dich nicht vorführen und ich will dich auch nicht als ungebildet dastehen lassen, wenn ich dir diese Frage stelle. Ich wollte dir diese Frage stellen, weil der Koran ziemlich häufig die Juden und die Christen nicht respektiert im Koran. Es gibt die Juden, also die Christen kommen etwas besser weg als die Juden, aber die Tatsache, dass der Koran mit der Spaltung anfängt, lässt mich ein kleines Lächeln auf meine Lippen bringen, wenn du sagst, wir Christen, die Juden und die Christen, wir sollten alle irgendwie miteinander leben. Innerhalb von 23 Jahren hat der Prophet das Christen- und Judentum von der arabischen Halbinsel ausgelöscht. Als er der Prophet von Mekka wurde und Medina dann seine Prophetenstadt wurde, gab es keine Juden und keine Christen mehr. Punkt, fertig, aus. Das ist die Realität. Und von da ab hat es nur Angriffe auf die christlich-jüdische Welt gegeben durch die islamischen Eroberer. Dann ist der Koran und die Hadith, also die Aussprüche des Propheten Mohammed, sind so etwas von spaltend. Und du störst dich daran, wenn ich diese Hadithe finde, wenn ich diese Koran-Verse finde und sie einfach den Zuschauern hier repräsentiere. Der einzige Spalter ist dein Gott, ist dein Prophet und der Koran. Ich tue nichts weiter, als dass ich diese Texte entlarve und sie dem Publikum vorlege. Mehr tue ich nicht. Deswegen verstehe ich nicht also die Behauptung, ich würde hier hetzen. Dein Koran hetzt, wenn er sagt, nehmt euch die Juden und die Christen nicht zu Freunde. Das bin nicht ich. Ich als Atheist habe überhaupt keine Probleme mit Juden und Christen in Freundschaft zu leben. Warum? Weil es mich überhaupt nicht kümmert. Die Menschlichkeit steht im Vordergrund statt seiner Religion. Aber für den Islam heißt es, nehmt die Juden und die Christen nicht zu Freunde. Der Prophet Mohammed hat gesagt, schlaft nicht bei den Juden und esst nicht bei den Christen. Warum nicht? Weil die Christen kennen das Koscher-Schlachten nicht, also das Halal-Schlachten nicht. Und die Juden sind heimtückisch, die konnten dich in der Nacht ermorden. So hat er diesen Hadiths erklärt. Und das bin nicht ich, der Stereotype schafft, sondern das ist der Islam. Und deswegen kann ich in keinster Weise als Hetzer auftreten, wenn es doch der Islam selbst ist, der so skandalöse Texte bereitgestellt hat, damit einige Muslime zu dem Schluss kommen, ja, Christen und Juden, denen sollte man nicht vertrauen. Ich habe erst vor kurzem auf TikTok einen dieser berühmten deutschen Prediger da gesehen. So einer mit langen Bart, der immer aussieht wie ein Saudi. Der gefragt wurde, der immer Fragen von Zuschauern beantwortet. Dürfen wir die Juden und Christen zu Freunde nehmen? Und er hat auf Deutsch gesagt, ja, ihr dürft Arbeitskollegen sein, ihr dürft nett sein, ihr dürft mit ihnen zusammenarbeiten, aber so richtig Freundschaft, Herz zu Herz, das dürft ihr mit denen nicht machen. Das ist Hetze. Denn wenn du mich gefragt hättest, hätte ich gesagt, hey, Christen und Juden, herzlich willkommen. Jeder ist herzlich willkommen in meinem Haus. Und ich sollte dich in der Weltbild mal ein bisschen verwirren. Ich bin Muslim, aber ich habe jüdische Freunde, christliche Freunde, buddhistische Freunde. Aber was tört dich denn dieser muslimische Glaube zum Beispiel? Ich praktiziere das ja nur für mich. Dann bist du aber aus dem Glauben eigentlich raus, wenn es an dem ist. Ich brauche keine Befürworter. Ich brauche keine Befürworter. Nein, dein Befürworter, dein Richtwert ist am Ende der Koran. Und wenn du dann das so sagst, und gerade mal ganz ehrlich, gerade wenn du hinduistische Freunde hast, noch viel problematischer, aber nur alleine christliche Freunde, wenn man da ganz genau nach den Schriften geht, ist es an dem, dass wenn, nein, du verstehst das nicht. Du verstehst das nicht. Du beziehst, du bist in der Befindlichkeit. Du beziehst das auf dich selbst. Ich finde es auch toll, dass du das so lebst. Ich finde es toll, dass du als Muslim sagst, weißt du was, ich stimme für mich alleine, wenn ich Freunde nehme. Und das ist sehr, sehr gut. Aber am Ende geht es um die Realität. Die Realität, nachdem sich da halt einige Muslime richten und sie nach den Büchern oder nach diesem Buch gehen. Und da ist es nun mal an dem, dass du dir keine Christen als Freundin nehmen darfst. Wenn du dir einen Christ als Freund nimmst, bist du raus aus dem Glauben. Die Tatsache, dass der Koran... Bedeutet, dass jeder Muslim irgendwie einen Christ oder einen Juden oder wem auch immer als Feind sieht? Ja, Kian antwortet ihr darauf. Kian, ich weiß es. Ich weiß, Kian ist wirklich ein sehr guter Mensch, oder beziehungsweise ein sehr wissender Mensch. Absolut. Ich bestreite das auch nicht. Nur es geht um das Zwischenmenschliche, wo man quasi die Gemeinsamkeiten finden sollte, nicht das trennen. Und ich weiß, dass die, sagen wir mal, Medien und alles drum und dran, wie gesagt, so ein Angelpunkt ist, sobald es zum Hetze geht. Bedeutet, Spaltungen, Hassreaktionen, das bringt doch gar nichts. Ich bin hier eigentlich nur um die Frieden so ein bisschen zu... Aber Simi, weißt du, was ich so ein bisschen vermisse? Weißt du, was ich so ein bisschen vermisse, Simi? Ich vermisse... Frage stellen, Simi. Bist du ein praktizierender Muslim? Ja, Alhamdulillah. Okay, du machst deinen Salat, du fastest, du wirst irgendwann mal vielleicht zu Hatsch gehen oder bist zu Hatsch gegangen. Du achtest auf Halal und Haram und so weiter und so fort. Richtig? Ja, so gut es geht. Also Halal, Haram ist sehr, sehr schwierig, aufgrund, weil wir halt nicht, ja, wie soll man sagen, nicht immer die Möglichkeiten haben, aufgrund der finanziellen Belastung. Okay, gut. Also ich habe als Muslim 35 Jahre darauf geachtet, dass ich Halal und Haram auseinander halte, dass ich Halalfleisch esse. Und ich habe mich auch nicht mit den Nicht-Muslimen nicht gemischt, weil ich Gott das so wollte. Surah 5, Vers 51 sagt Allah, O ihr, die ihr glaubt, nehmt euch die Juden und Christen nicht zu Freunden, denn sie sind einander Freunde. Wer von euch sich ihnen anschließt, der gehört zu ihnen. Siehe Gott leitet nicht die Frevler recht. Das ist eine klare Ansage von Gott, dass du deine christlichen Freunde, und ich lobe mir, dass du sie trotzdem hast, ich finde es gut, wenn du gegen Gott rebellierst, aber die Aussage von Allah ist klar. Keine zu Recht freundschaftliche, vertrauensvolle oder intime Beziehung mit Christen und der Juden eingehen. Das ist der Befehl Gottes. Wenn du ein Devoter, praktizierender, gläubiger Muslim bist, dann hast du den Befehl, den Hukum, der Anweisung von Allah, Folge zu leisten. Und das bedeutet, die Juden und Christen verstehen sich nur untereinander gut, aber mit euch wollen sie eigentlich nichts zu tun haben. Wer spaltet jetzt hier? Bin ich es oder ist es der Koran, der spaltet? Das sind die Menschen, die spalten immer noch. Nein, das ist der Koran, der spaltet. Bitte, Simi, ich bin aufrichtig. Und ich verlange von dir genau die gleiche Aufrichtigkeit. Du scheinst ein netter Kerl zu sein. Aber ich habe dir den Koranvers vorgelesen. Du musst ihn nicht von mir hören. Du kannst auch sagen, der spinnt vielleicht. Aber lest ihn doch selber. Ihr, die ihr glaubt, nehmt euch die Juden und Christen nicht zu Freunden. Sie sind einander Freunde. Wer von euch sich ihnen anschließt, der gehört zu ihnen. Und da gibt es auch eine Überlieferung dazu aus den Hadithen, wo gesagt wird, wenn man sich mit den Juden und den Christen zu sehr abgibt, dann wird man am jüngsten Tag mit einem dieser beiden Gruppen auferstehen. Das heißt, man wird getrennt von der muslimischen Gruppe und dann wird man auch gerichtet wie ein Jude und ein Christ. Und das wird bedeuten, dass man dann de facto in die Hölle geht, weil wer nicht sagt, la ilaha illallah, muhammad rasulullah, der geht in die Hölle. Und das ist nun mal Fakt. Ich kann nichts dafür. Es ist nicht meine Rede, die Menschen voneinander trennt. Es ist die koranische Rede, die dich davon trennt oder deine gläubigen Muslime da draußen trennt, aufrichtige, ganz normale, entspannte Beziehungen zu Menschen anderer Religionen aufzunehmen. Damit habe ich nichts zu tun. Also deswegen bitte ich dich, das zurückzunehmen mit dieser Hetze und das alles. Weil ich hetze hier nicht. Ich weiß nicht, woher die Aussage kam. Wo ist der Unterschied zwischen einem? Ach stimmt, hier, Pierre Vogel. Genau, der hat doch ein tolles Beispiel genannt. Manche Leute, also der Glaube zwingt sozusagen die Frauen ein Kopftuch. Aber die Regierung zwingt es, ihn abzulegen. Wo ist jetzt der Unterschied? Also erst einmal zwingt niemand in Deutschland einer Frau das Kopftuch abzulegen. Sie kann damit zur Schule gehen. Leider, leider. Ich erkläre es dir. Sie kann damit zur Schule gehen. Sie kann damit an ihrem Arbeitsplatz arbeiten. Sie darf sogar jetzt leeren sein, laut einem neuesten Beschlusses, und der Aufhebung des Neutralitätsgesetzes. Das Einzige, was passiert, ist, dass Frankreich hat eine laizistische Ausrichtung. Die Türkei hat eine laizistische Ausrichtung. Und da wird gesagt, dass bei Behörden, nur bei Behörden oder bei der Polizei oder bei den Gerichten, müssen die Frauen ihre religiösen Bedeckungen ablegen. Aber nicht nur die muslimischen Frauen, sondern es dürfen auch keine Kreuze oder keine Kippa bei den Juden getragen werden. Aber wenn ein Regierungschef eine Kippa trägt wegen einer patriotischen, wie nennt man das hier, Solidarisierung eines Landes, ist das auch verwerflich? Das ist freiwillig und hat nichts mit dem... Aber der hat doch Verantwortung über... Simi, das erkläre ich dir ganz schnell. Simi, das erkläre ich dir gerade ganz schnell, weil da bin ich sehr, sehr interessiert dran. Die Kippa, die wird als allererstes gerade in dieser Form aus Respekt und Solidarität getragen. Es heißt nicht, dass man dann diesem Glauben angehört. Wenn man dieses da trägt, dann ist es auch leider mit der Altschuld zu verbinden, die wir Deutschen da haben, uns selber auflasten. Obwohl ich finde, dass das nicht richtig ist. Wir sollten uns mal dieses Laster mal ablegen von der Altschuld, bitte. Ja, ich weiß, aber es wird uns... Was ist das Schlimme? Ich bin da voll bei dir. Ich sehe das vollkommen genauso. Weil ich sage dir ganz ehrlich, du wirst es nicht glauben, aber ich war das nicht. Ich habe damit nichts zu tun. Ich bin kein Nationalsozialist oder irgend so ein Affe. Ich habe mit dem ganzen Scheiß nichts zu kriegen. Aber leider wird uns diese Altlast aufgelegt. Und es ist an dem, dass diese Altlast so immens ist, dass man sie uns ganz schnell mit ganz vielen Kleinigkeiten wieder auferlegen kann. Und das ist sehr, sehr schlimm. Ich finde das auch schlimm. Ein Björn Höcke hat das mal sehr, sehr passend gesagt. Wir haben uns auch ein Denkmal der Schande errichtet. Das macht kein anderes Land. Wir haben es gemacht. Ich finde auch, wir haben langsam genug Buße getan, obwohl ich gar nicht weiß, ob man da genug Buße tun kann. Aber in der Form, wie wir es versucht haben, haben wir es getan. Aber diese Altschuld verpflichtet uns nun mal als Land, uns da eindeutig zu positionieren, um da Buße zu tun. Ich finde es nicht richtig, aber es ist, wie es ist. Kann ich noch mal kurz ergänzend hinzufügen, dass niemand in der westlichen Welt gezwungen wird, seinen Hijab abzulegen. Keine Frau in der westlichen Welt wird gezwungen. Du lebst in einer Traumwelt. In Frankreich wird es verboten. Außer in Frankreich nur, wenn sie Schulen oder Behörden betreten, weil der Laizismus dort Religionsneutralität verlangt. Ansonsten können Muslime ihre Religion über alle Maße praktizieren. Das ist das Einzige. Der Laizismus, und das liegt auch an der französischen Vergangenheit, besteht darauf, dass sich Religion nie wieder in Staatsangelegenheiten einmischt. Was ich sehr begrüße. Der Laizismus rettet eine Gesellschaft, während eine Gesellschaft, die auf einer bestimmten Religion aufgebaut wird, nur Konflikte schafft, weil eine Religion über die andere dominiert. Jetzt müssen Juden und Christen im Iran unter der islamischen Herrschaft leben und sie sind benachteiligt. Aber in einer laizistischen Republik wären alle Religionen gleichberechtigt. Aber Kian, du hast vorhin noch was gesagt, und das ist so ein bisschen untergegangen. Da möchte ich noch mal drauf eingehen. Du sagtest, auf Grundlage dessen, dass das Neutralitätsgesetz da ausgehebelt wurde, ist es überhaupt möglich geworden, dass das Kopftuch da jetzt auch an Schulen getragen werden kann von Lehrkräften. Und da möchte ich ganz speziell auf das Wort Neutralität zurückkommen. Diese Neutralität, die auf jeden Fall gegeben sein sollte, Ich finde, dass das ein sehr, sehr großer Fehler war, was da unsere Regierung gemacht hat. Diese Neutralität an Schulen aufzuheben, sorgt am Ende für noch mehr, ich sag mal, Parallelgesellschaften, um das mal so auszudrücken. Weil dieser Lehrermangel, den wir da haben, der, denke ich mal, wird mitunter dazu geführt haben. Wenn man da aber sieht, dass diese Neutralität da aufgehoben wurde, dann frage ich mich, was ist als nächstes dran? Wenn ich mir überlege, ist es als nächstes so, dass eine Richterin vor Gericht dann da auch mit Kopftuch sitzen darf? Was machen wir dann? Aber eine kurze Frage hätte ich. Wo ist denn der Unterschied von dem Wissensstand, einer der Kopftuch trägt, und einer, die nicht Kopftuch trägt? Nein, nein, da geht es nicht um den Wissensstand, da bin ich voll bei dir. Der Wissensstand, der ist an der Person selbst zu messen. Das hat nichts mit der Religion zu tun. Die Neutralität, um die geht es. Du musst dir das so vorstellen. Pass auf, ich bin Vater, meine Kinder gehen zur Schule, und ich möchte mein Kind im Glauben freierziehen. Das heißt, mein Kind darf frei entscheiden, ohne dass ich es beeinflusse, oder es von außen beeinflusst wird, wie sie sich zu welchem, oder er sich zu welchem Glauben entscheidet. Wenn mein Kind jetzt in die Schule geht, und da eine Lehrkraft hat, diese Lehrkraft sehr, sehr gerne mag, du kennst das ja auch in der Schule, den Sportlehrer oder die Sportlehrerin mag es total gerne, oder auch den Mathelehrer, Mathelehrerin mag es total gerne, und Kinder richten sich da ganz schnell nach. Das heißt, man nimmt sie sich als Vorbildfunktion. Nach den Eltern sind meistens die Lehrer eine Vorbildfunktion. Wenn sie dann auf einmal einen Lehrer oder eine Lehrerin vor sich stehen haben, die ein Kopftuch trägt, ist die Neugier des Kindes natürlich auch groß. Da fragt man, oder fragt das Kind zum Beispiel die Lehrerin, sag mal, Frau Müller, weiß ich, wie auch immer, wie sieht das eigentlich aus, warum tragen Sie hier Kopftuch? Die fängt dann an, ja, pass auf, ich trage das aus meinem Glauben heraus, und mein Glaube, der möchte, dass ich dieses Kopftuch trage. So, nur so als kleine saloppe Aussage. Nun kommt mein Kind mit diesem Gedanken nach Hause. Ich bin gezwungen, mein Kind dann über diese Sache zu informieren und meine Ansicht kundzutun. Die mag gut sein, die mag schlecht sein, oder die mag auch neutral sein, aber das Kind wird auf jeden Fall durch äußere Einflüsse beeinflusst und kann sich nicht frei entfalten. Diese Neutralität, gerade in der Erziehung, was den Glauben betrifft, ist sehr, sehr wichtig. Ich möchte auf jeden Fall, dass wenn mein Kind sich mit Glauben auseinandersetzt, dann im Religionsunterricht das stattfindet. Dieser Religionsunterricht, selbst der wird von den Eltern mitentschieden. Das heißt, die Eltern kriegen einen Brief nach Hause, da gibt es Religionsunterricht, darf ihr Kind daran teilnehmen, ja, nein. Dann rede ich mir beim Kind darüber, sag mal, möchtest du das, hast du Bock da drauf, der sagt zu mir entweder ja oder nein. Und wenn es dann das nicht möchte, an diesem Religionsunterricht teilnehmen, dann kriegt mein Kind da einen Auswahl, einen Auswahlunterricht. Ich glaube, bei meinem Bengel war es, glaube ich, debattieren oder sowas. Irgendwie in die Richtung. Ich wüsste jetzt gar nicht mehr, wie das Fach hieß. So, auf jeden Fall ist die freie Entscheidung da. Und diese freie Entscheidung, die wird da so ein bisschen beeinflusst, durch genau diese Sache, dass die Neutralität an Schulen durch diese Sache aufgehoben wird. Aber man muss das auch weitersehen. Es ist ja am Ende auch eine öffentliche Einrichtung, sowas wie auch ein Gericht es ist. Stell dir vor, du hast auf einmal als nächstes einen Richter vor dir sitzen oder eine Richterin, um da genau zu sein. Und die trägt da ein Kopftuch. Nun sitzt auf der einen Seite ein Moslem, der hat Scheiße gebaut. Und da auf der anderen Seite sitzt ein Christ, der hat Scheiße gebaut. Und nun soll die Person, die da auf dem Richterstuhl sitzt, mit Kopftuch über beide entscheiden. Da könnte man ganz schnell aus christlicher Sicht her sagen, Moment, ich sehe da Befangenheit. Oh, dann haben wir hier aber ein Problem. Deswegen tragen Richter und Richterinnen zum Beispiel vor Gericht Roben und in Ernst, manche sogar in Extremfällen Perücken, um sich da klar, deutlich von allem zu distanzieren. Sie stellen sich auch nach außen als neutrale Person dar. Verstehst du, wie ich das meine? So, ganz kurz. Jetzt muss ich, ich muss jetzt einmal kurz einbrechen. Einen Dings. Wir haben ja jetzt schon tatsächlich nach eins. Und ich möchte jetzt, jetzt werde ich das ankündigen, was ich vorhin gesagt habe, was Reurig gesagt hat. Ich möchte jetzt bitte nur noch kurz einmal Kian und Simi drin haben, damit Kian und Simi sich einmal austauschen, weil Kian wahrscheinlich nicht mehr so lange da ist. Und da ich mit Reurig jeden Abend das Vergnügen habe, mit Kian aber nicht, würde ich das jetzt ganz gerne einmal so haben, dass einmal nur Kian drin ist, der sich mit Simi einmal austauschen könnte. Reurig, wenn das für dich okay wäre. Kein Ding, Löwenherz. Ich danke dir vielmals. Und Thomas, wenn das für dich auch noch ist. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. War auf jeden Fall eine richtig geile Unterhaltung. Hat richtig Spaß gemacht. Kian, Alter, immer wieder schön dir zuzuhören. Ich finde das toll, wenn ein Mann mit so viel Wissen spricht und ganz ehrlich neutral dabei ist und einfach nur über Fakten spricht. Und das ist keine Hetze, eher im Gegenteil. Das nennt man Aufklärung. Ich danke dir für deine Arbeit und mache auf jeden Fall weiter so und lasse dich nicht von Leuten als Hetzer betiteln. Alles klar. Danke, dass du da warst, mein Lieber. Wir hören uns. Ja. Ja. Also deswegen ist es... Also Kian, für dich. Vielen Dank, Löwenherz. Danke dir. Deswegen, also erst einmal Dank an alle, die oben waren, auch der Reue und so weiter und so fort. Das ist wirklich super gelaufen. Kannte ihn vorher noch nicht. Finde es aber gut, dass ich mich dann hier auch wieder so mit ein paar Leuten vernetzen konnte. War richtig gut. Simi, Du siehst doch ein, dass die Quelle für manche Konflikte nicht zwingend bei dem Kritiker liegen. Wenn ein Kritiker eine bestimmte Sache anspricht, die er für problematisch in einer Gesellschaft empfindet, dann ist doch nicht mit dem Finger auf dem Kritiker zu zeigen, der diese unangenehme Sache anspricht, sondern die unangenehme Sache ist es, auf die man sein Augenmerk richten muss. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle sagen, der Hijab stört niemanden hier in Deutschland in Bezug auf die vorgegebene Religionsfreiheit. Das müssen wir akzeptieren, auch wenn ich den Hijab verachte, als sexistisch und frauenerniedrigend. Aber die vom Grundgesetz festgeschriebenen Rechte und Pflichten, die jemand hat, erlaubt auch einer muslimischen Frau hier, denen das Kopftuch zu tragen. Das respektiere ich. Aber warum sollte ich die Idee dahinter respektieren? Oder den Islam respektieren? Oder den Propheten Mohammed respektieren? Ist dir klar, dass zum Beispiel Ideologien keine Rechte haben? Menschen haben Rechte. Ideologien kann man zerpflücken. Kann man lieben, kann man hassen, kann man mögen, kann man ablehnen. Es ist nur eine Idee. Der Islam ist nur eine Idee. Völlig überbewertet. Und ich weiß gar nicht, warum manche Menschen kommen und sagen, oh, wir müssen alle Religionen respektieren. Einen Scheißdreck muss ich. Die Tatsache ist, dass man nur dann eine Idee respektieren kann, wenn diese Idee in einer sozialen Gesellschaft Positives fördert. Aber wenn eine Idee zur Zerrüttelung führt und Spaltung und zu Grabenkämpfe, intellektuelle sowie auch glaubenstechnische Grabenkämpfe führt, dann muss man diese Ideologie anprangern. Und das ist mein Job als Ex-Muslim, der ein Leben lang in dieser Religion gelebt hat. Und ich sage es noch einmal, ich war kein laxer Muslim. Ich war wirklich ein praktizierender Muslim. Und deswegen sehe ich viele Probleme in diesem Islam. Und wenn du möchtest, kann ich dir gleich das nächste Problem im Islam abliefern. Sura 65, Vers 4. Und dann bin ich gespannt, wie du das siehst. Das ist nur das, was ich dazu sagen wollte. Hast du da was dazu sagen, Simi? Ja, also vielen Dank erstmal, dass ich noch zu Wort kommen darf. Und ich, wie gesagt, ich bin Diplomat vom Verhalten her. Meine Eltern haben mich als Diplomat irgendwie aufgezogen, Gott sei Dank. Ich sehe Respekt, Toleranz und Akzeptanz als Nährboden von einem Zusammenkommen. Und wenn man da nicht, sagen wir mal, auf einer Welle ist, ich bin auch dankbar für dein Wissen. Also ich nehme alles an, ich akzeptiere auch fast alles, nur es muss auf einen gegenseitigen Respekt führen. Bedeutet, ich werde nicht deine Aussagen hier entkräftigen oder bekräftigen. Ich höre mir das gerne zu. Und meine Meinung, sage ich dir ehrlich, interessiert ja mittlerweile eh keinen, weil ich bin auch nur ein kleines Individuum. Nur was meine Aufgabe ist, eines Menschen, der mit einem Menschen spricht, ist der Friede, der zusammenkommen soll. Und mehr vereinbaren als spalten. Und gerne, also wie gesagt, Löwenherz, ich muss sogar so weiter, um ehrlich zu sein, ich muss gleich unbedingt los. Aber Kian, ich lasse dich auf jeden Fall die Zurufe 25 mal vorlesen. Und ich höre mir auch gerne an, was du zu sagen hast. Und wie gesagt, ich bin kein Feind von niemandem. Ich halte das so aus und vor. Wie gesagt, Respekt, Toleranz, Akzeptanz ist Nährboden für Frieden. Alles klar. Ich meine, es ist ein Statement, mit dem ich leben kann. Es ist völlig in Ordnung. Okay, Simi, ganz kurz, ich antworte dir kurz darauf. Auf jeden Fall sage ich dann schon mal danke, dass du da warst, dass du mit Kian das Gespräch gesucht hast. Hier schreiben natürlich Leute, darf ich rein, darf ich rein. Also, ich habe jetzt Roy und den anderen rausgetan. Wenn ihr an einer Diskussion mit Kian interessiert seid und wenn Kian sich bereit erklärt, das noch ein paar Minuten zu machen und sagt, er hat noch ein bisschen Zeit, dann kann ich gerne jemanden reinholen, der mit Kian redet. Dann muss Kian was zu sagen. Kein Problem, mach mal. Okay, Simi, wenn du dann raus bist gleich, kannst du da noch was sagen, dann hole ich jemanden rein. Ich danke dir jetzt erstmal für das Hochholen und ich wünsche euch allen nochmal einen schönen Abend und einen schönen Start in den Tag. Ich wünsche mir die auch. Passt auf euch auf, ihr Lieben. Vielen Dank. Vielen Dank, Simi. Danke, danke. Ciao, ciao. Ciao. Kian, dann hole ich dir noch einen hoch. Moment. Wir haben hier einmal Beast You, sagt die ganze Zeit, er will mitdiskutieren. Dann bitte. So. Hey Leute, guten Tag. Vielen Dank für das Gespräch. Ich fand das sehr interessant. Ich habe gerade erst zugeschaltet und wie ich mitbekommen habe, geht es hier darum, wie der Islam sozusagen mit den ganzen Schandtaten der Terrororganisationen oder Milizen in Verbindung gebracht werden kann. Und so wie ich es verstanden habe, hat der Kian dazu eine Suche vorgelesen? Da war ich leider noch nicht anwesend. Oder wie war das? Nein, ich habe keine Sode vorgelesen, was die Schandtaten der Hamas betrifft. Das habe ich nicht gemacht. Es ist möglich, aber nicht, ob die Schandtaten ich recht für... Ich sage natürlich, die Hamas ist nicht unislamisch. Sie tut, was sie von dem Prophet Mohammed gelernt hat. Allein die Tatsache, dass sie im Morgengrauen angegriffen haben, geht auf verschiedene Hadithe zurück, wo muslimische Kämpfer feindliche Stämme im Morgengrauen angegriffen haben. Das ist eine Kriegstaktik im Islam. Ja, abgesehen davon, der Tag, an dem sie Israel angegriffen haben, das war auch übrigens der höchste Feiertag des Judentums, und zwar Yom Kippur. Das ist quasi der Tag, wo Israel wirklich so quasi unter Sparmodus läuft, wenn man so will. Es war auch nicht unabsichtlich, dass genau dieser Tag gewählt wurde. Es hatte nämlich auch eine Symbolik. Es hatte eine gewisse, wie soll ich es sagen, eine gewisse Arroganz-Provokation vielleicht, wenn man so will. Also es war definitiv nicht ungewollt, abgesehen davon, dass dieser Tag absichtlich gewählt wurde, liegt jetzt vielleicht nicht unbedingt nur daran, dass auch im Koran nächtlich angegriffen wurde, sondern es zeigt einfach nur, dass diese Attacke geplant war, und zwar seit geraumer Zeit, mehr als ein Jahr, mehr als zwei Jahre. Also ich höre ständig, tut mir leid, falls ich vielleicht etwas abschweife, ich würde kurz einen Denkansatz rauswerfen. Ich höre ständig hier auf TikTok, dass den Palästinensern das Essen ausgeht, das Trinken ausgeht, die Versorgung ausgeht, Israel zuschraubt. Aber was mich wirklich stark wundert, ist, dass alles ausgeht, außer die Raketen, die fliegen ständig weiter, außer das Öl für die Raketen, die ständig weiter fliegen, aber eigentlich Krankenhäuser betreiben könnten, eigentlich Strom und Notversorgung betreiben könnten. Mich wundert es, warum die ganzen Spendengelder weltweit, auch von Katar mehrere Milliarden US-Dollar, nicht in Nahrung und Infrastruktur oder in 5G-Netz oder sonst irgendwas investiert wird, sondern in unterirdische Tunnel und Waffensysteme. Und wenn mir jetzt irgendjemand irgendwas davon labern möchte, dass Israel irgendwelche Kinder attackiert oder Genozide begeht, da möchte ich auch kurz mal aufräumen. Was ist überhaupt ein Genozid? Ein Genozid ist die systematische Ermordung einer Ethnie. Ein kleines Beispiel dessen, der Holocaust. Es gab die Wannsee-Konferenz, dort wurde nach langer Absprache, wurde dann beschlossen, die Entlösung der Judenfrage, ja, also das Scharren der Juden, das Zusammenscharren, die Deportation, die KZs, das Vergasen, das ist ein Genozid, das ist systematische Ermordung. Und keiner kann mir erzählen, dass Israel in jeglicher Art und Weise in der Geschichte des gesamten Volkes Israels gezielt jemals auf ein Kind schießen würde oder gezielt Kinder töten würde. Israel ist die einzige Demokratie im Nahen Osten, das einzige Land im Nahen Osten, wo Meinungsfreiheit herrscht, wo Pressefreiheit herrscht. Meats you, meats for you. Ich will dir wirklich nicht ins Wort fahren. Du sagst alles, was du sagst, hast du recht. Alles, von dem du sprichst, bin ich völlig deiner Meinung. Ich hätte tatsächlich ganz gerne, solange wie Kian noch drin ist, jemanden tatsächlich, der nicht Kians Meinung ist, damit Kian ein bisschen quasi, weißt du, so ein Streitgespräch führen kann. Weil das, was du sagst, hat alles von dem Fuß und ich unterschreibe das zu 100%. Du kannst auch gerne drinbleiben und zuhören. Aber ich hätte tatsächlich gerne jemanden, der nicht Kians Meinung ist, gerade mal, damit Kian sich quasi seinen Standpunkt mehr klar machen kann. Weißt du, weil bestätigen gegenseitig können wir uns ja alle und du hast vollkommen recht. Aber wir brauchen, ich möchte tatsächlich gerade jemanden drin haben, der nicht der Meinung ist. Wenn das in Ordnung für dich ist. Nur wenn das in Ordnung für dich ist. Ich frage nur nach. Sehr gerne. Okay, dann haben wir Blerim, Blerim drin. Bitte. Deine Meinung. Ich möchte noch etwas hinzufügen zum Beat. Also ein Genozid ist gleichzeitig, es gibt verschiedene Arten von Genozid. Also man kann jemanden jetzt quasi erschießen oder vertreiben, das ist ja was jetzt gerade passiert, oder was jetzt in Israel seit Jahrzehnten passiert. Oder man kann jemanden arm halten und zwingen zu assimilieren. Das heißt, in dem Fall lehnt er das Alte ab und widmet sich einem Neuen, was man so mehr oder weniger im Westjordanland ja gemacht hat. Das ist alles Genozid. Das heißt, die Generationen, die danach kommen, die, natürlich haben wir hier ein sehr weit fortschrittlich entwickeltes Land. Ja, und das ist ja auch nichts Neues. Das gehört, diese Eroberung ist so alt wie der Europäer selbst. Also immer, wenn der Europäer irgendwo auf anderen Kontinenten war, hat er erstmal mit Kanonenkugeln Hallo gesagt. Anschließend ist man aufs andere Ufer und hat die anderen unterworfen durch Kriege. Sei es jetzt, nennen wir die Ureinwohner aus Amerika. Bledim, ganz kurz, ich möchte nur deinen Standpunkt verstehen, weil wir so ein bisschen abschweifen. Was ist denn dein Standpunkt tatsächlich jetzt erstmal zu diesem Nahostkonflikt von mir aus und politischer Islam? Wie stehst du dazu, damit Kian quasi auf diese Sachen die Antwort hat? Ich kenne Kian aus Klapphaus, von früher. Wir haben schon viele Debatten gehabt. Gut, Kian hat natürlich seine eigene Geschichte. Mein Standpunkt zum politischen Islam ist genau gleich wie zum politischen Judentum oder politischem Christentum. Wie an der bist du dran? Also Opium fürs Volk, würde ich sagen. Der politische Islam ist für mich anders gefährlich wie jetzt der christliche Politik. Also ich meine, es kommt auch darauf an, wo man jetzt wohnt. Europa ist natürlich christlich, keine Frage. Also christlich-jüdisch. Der Islam kam relativ spät nach Europa. Ich glaube, wann war es denn mal? 14. Jahrhundert oder 9. Jahrhundert, als die Seltschuken quasi Konstantinopel erobert haben. Das war 9. Jahrhundert, meine ich. Und mit den Seltschuken und den sogenannten Osmanen, die daraus entstanden sind, kam der Islam in Europa. Das ist der eine Teil. Und der andere kam dann über Spanien. Den hat man wieder zurückgeschlagen. Ja, wenn man sich mit diesen Menschen unterhält, die diesen Vereinen angehören, ist ja jeder dieser Vereine so für die Gläubigen, der von Gott auserwählte und der einzig Richtige. Blering, noch mal ganz kurz. Ich will euch alle nichts gönnen, aber habt ihr bestimmte Fragen an Kian? Gibt es irgendetwas, was ihr Kian sagen möchtet? Seid ihr nicht seiner Meinung? Das ist jetzt tatsächlich wichtig, weil sonst dauert das hier sehr, sehr lange. Und wenn wir jetzt, du weißt, was ich meine, wir brauchen, dann drehen wir bis 6 Uhr. Zu der Außen, der noch was gefragt hat, zu der Israel-Krise gerade. Tatsächlich finde ich, verurteile ich das Ganze, was die Hamas gemacht hat und so. Aber Israel begeht im Moment Völkermord. Okay, guck mal, das ist doch jetzt eine Aussage. Da kann Kian jetzt drauf antworten. Kian, bitte. Ja, soweit ich verstanden habe, das, was jetzt gerade passiert, Israel mit den Palästinensern, ist eine Form von Völkermord. Richtig? Genau. Okay. Seit Jahrzehnten. Okay, gut. Also wir haben ja hier gesprochen von einem Genozid. Genau. Genozid bedeutet, dass es außerhalb eines Krieges eine gewalttätige Anstrengung gibt, eine bestimmte Ethnie oder eine bestimmte religiöse Gruppe auszulöschen. Ein Genozid war die Angriffe auf das Judentum oder die Angriffe auf die Juden in Europa. Was jetzt passiert ist Krieg, ist simplerweise Krieg. Und die Verhältnismäßigkeit oder die Unverhältnismäßigkeit in der Form, wie viele Menschen auf beiden Seiten sterben, liegt einfach darin, dass Israel es mit einer nicht konventionellen Armee zu tun hat. Das heißt, wenn sich zwei Armeen bekämpfen, zum Beispiel wie die Armenier hier auf dem Berg Karabach mit den Aserbaidschanern gekämpft haben, dann kämpfen zwei reguläre Armeen miteinander. Aber hier kämpfen nicht zwei reguläre Armeen miteinander. Hier kämpft ein Staat mit einer regulären Armee gegen eine nicht reguläre Armee, nämlich mit einer Guerillatruppe. Und diese Guerillatruppe kann sich ja nun nicht in den Bergen verstecken, auch nicht in den Tälern. Das gibt es nicht, weil Palästina, diese Region, ist ein Flachland. Und Wüste halt. Bitte? Wüste halt. Sie verstecken sich in den Häusern. Und Genozid kann natürlich auch, es gibt auch einen anderen Genozid durch die Assimilation. Ja, es gibt ja verschiedene Armee. Das ist jetzt nicht der Punkt, Blärem. Also der Punkt ist der, dass du von einem Völkermord in Bezug auf die Palästinenser gesprochen hast. Und ich sage, das ist kein Völkermord, weil eine reguläre Armee sich gegen eine Guerilla-Armee auseinandersetzen muss. Ja, also der hat ja auch anders funktioniert. Durch die Jahrzehnte davor hat man Hunderttausende von Palästinensern dann in den Nachbarländern vertrieben. Hunderttausende. Wenn man Genozid quasi ein bisschen breiter gefächert nimmt, dann kann das auch ein Genozid für die Region sein, oder? Weil auf einmal hast du jetzt lauter Europäer, die sich dann, die das Land erobert haben, also die meisten haben ja europäische Wurzel, die permanent expandieren. Sie haben die Palästinenser zurückgedrängt und vertrieben in andere Staaten. Falsch. Das ist auch ein Genozid für die Region. Alles falsch. Wann haben die Araber ihre Gebiete verloren? Wann haben sie Gaza verloren? Nachdem das Osmanische Reich zerbrochen ist? Wann haben sie Jerusalem? Nachdem das Osmanische Reich zerbrochen ist? Blärem. Ich bin Blärem. Blärem. Genau. Wenn man über solche Sachen spricht, muss man bei allem erstmal über die Fundamente des Konflikts sprechen. Wenn du sagst, die Palästinenser sind zurückgedrängt worden, dann frage ich dich, wann passierte es, dass Israel Jerusalem genommen hat? Wann passierte es, dass Israel Gaza und die Westbank und Westjordaland im Beschlag genommen hat? Wann passierte diese Landübernahme? Wann gingen die Israelis in den Libanon rein und besetzten sogar eine Zeit lang Beirut oder den Süden von Libanon? Wann war es, dass Israel die Golanhöhen in Syrien genommen hat? Die Frage ist sehr wichtig. Ich habe jetzt meine Archive nicht offen, damit ich jetzt unbedingt auf alle Jahreszeiten, Uhrzeiten darauf reagieren kann. Das mit den Golanhöhen, das müsste in den 60er Jahren gewesen sein. Alles andere habe ich jetzt dafür auch keine. Ich weiß nicht, wann Israel Libanon eingenommen hat. Das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Tatsächlich ist es so, dass es bevor es die Europäer besiedelt haben, es Teil des Osmanischen Reiches war. Es ist zerbrochen gewesen, dann hatten es die Engländer und dann Procterat und Theodor Herzl hat Ende 18. Jahrhundert... Blärem, du weißt, Blärem, schau mal, es tut mir leid, dass ich das wieder unterbrechen muss. Meine Frage war ganz gezielt. Ich habe die Jahreszeiten nicht im Kopf, Kian. Nein, nein, ich rede nicht um die, ich rede nicht wegen der Zeit. Ich weiß, das ist halt, bevor es, bevor, also es gab natürlich, natürlich historisch gesehen, religiös ist Israel das Land der Juden. Nein, nein, Blärem, auch das meine ich nicht. Wir reden von der Neuzeit. Von der Neuzeit, wenn wir jetzt Ende 18. Jahrhundert ausgehen und so weiter, gab es jüdische Siedlungen in Israel. Anschließend gab es eine Völkerwanderung der Juden. Nein, auch das meine ich nicht, mein Lieber. Ich gehe auf eine direkte Aussage von dir ein. Warte mal, ich möchte es doch mal ausbrechen. Blärem, du machst einen riesigen Fehler, Blärem. Blärem, du machst einen riesigen Fehler, Blärem. Und man konnte sehen, dass diese jüdischen Gebiete dort sehr klein waren. Und von diesen kleinen Gebieten hat man jetzt ein Riesenland, das nennt man Eroberung. Blärem, wir unterhalten uns über eine spezifische Aussage von dir. Über welche? Ich unterhalte mich überhaupt nicht über meine Aussagen. Du hast etwas in den Raum gestellt und ich möchte jetzt darauf antworten. Du hast gesagt, dass Israel im Zuge seiner Geschichte immer wieder Land genommen hat von den Palästinensern. Und du hast den Eindruck erweckt. Also ein Teil, also früher hat man auch ein bisschen was verkauft. Blärem, ich muss jetzt kurz einhacken. Lass Kian bitte aussprechen. Er will dir doch darauf antworten, bitte. Das funktioniert sonst nicht. Kian, bitte. Ist seine Antwort nicht realistisch, weißt du? Das ist ja in Ordnung, aber er muss trotzdem antworten. Du kennst doch meine Antwort noch gar nicht. Wie kannst du denn etwas als sehr unrealistisch betrachten? Nein, du weißt gar nicht, du weißt gar nicht. Solltest du dich echt schieben, aber gut. Lerim, schau mal, ich frage dich etwas und du antwortest darauf. Und dann reagiere ich auf deine Feststellungen. Und dann fängst du an, einen riesigen Bogen zu schlagen bis zum zweiten Tempel von Salomon. Komm zu Landung. Du bist zurück in die hellenistisch-persische Zeit. Nein, komm zu Landung, Jan. Komm zu Landung. Also mach Landung. So, ich sage dir jetzt Folgendes. Ich bin direkt auf eine Behauptung von dir eingegangen. Du hast gesagt, die Juden haben im Zuge des Konfliktes immer mehr Land von den Palästinensern gestohlen. Und ich habe dich daraufhin gefragt, mit welchen Gründen haben die Palästinenser die Syrer die Golanhöhen verloren oder die Palästinenser die Westbank oder den Westjordanland oder den Gazastreifen. Und da hast du weiten Bogen geschlagen. Ich habe gesagt, jedes Mal, wenn die Araber Israel angegriffen haben, haben die Araber wegen dieses Angriffes ein Stück von ihrem Boden verloren. Die Golanhöhen wurden 1967, als nämlich die Syrer sich den restlichen arabischen Staaten angeschlossen hat, um Israel anzugreifen, hat Israel im Zuge des Sechstagekriegs die Golanhöhen besetzt. Genauso wie Jerusalem im Sechstagekrieg besetzt wurde und den Jordanien entrissen worden ist. Und so fiel auch zum Beispiel der Gazastreifen an die Juden. Das heißt, hätten die Araber sich damals nicht für Krieg gegen Israel entschlossen, hätten sie auch schon damals nicht den Westjordanland oder das Westjordanland und Gazastreifen und Westbank verloren. Das heißt, Israel hat sich immer nur dann ausgedehnt, wenn ein Krieg mit den Arabern stattgefunden hat und die Israelis dann gesagt haben, gut, dann besetzen wir diese Region. Richtig. Da müsste ich kurz aber antworten. Nein, warte mal, warte mal. Und jetzt frage ich dich, in wessen Hand befindet sich jetzt heute das Westjordanland? Ja, unter, 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 unter israelischer... Nein, stimmt nicht. Die Fatah-Bewegung unter Mahmoud Abbas hält das Westjordanland unter Kontrolle. Die verwalten sich dort selbst. Deswegen heißt es ja auch Autonomiegebiet Westjordanland. Ach nein, das stimmt. Moment, die sind doch so gebunden am System. Das ist einfach einmal eins der Geschichte. Nein, nein, das ist nicht einfach einmal eins, Kian. Das ist, wenn es so einfach wäre, dann... Es ist folgendes, die sind natürlich gebunden am System, die haben die gleiche Währung. Die Interim-Regierung im Westjordanland. Bitte? Wer sitzt da? Sitz da die israelische Regierung im Westjordanland oder ist das Mahmoud Abbas und seine Fatah-Bewegung, die dort sitzen? Die Abhängigkeiten von Israel sind immens groß. Nein, du kannst die einfachsten Fragen nicht vernünftig beantworten. Nein, 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 das ist nicht so einfach gesagt. Also zu dem Punkt, wo du gesagt hast, dass die nach jedem Krieg, nach jedem Krieg Land erobert haben und expandiert haben, das stimmt. Also tatsächlich wäre es wahrscheinlich einfacher für die Araber gewesen, sie hätten die Europäer, also die jüdischen Europäer quasi willkommen geheißen und hätten sich von Anfang an unterwerfen sollen. Blehren, du weichst wieder meiner Frage aus. Nein, was die Araber jetzt, was die Araber nicht gemacht haben. Ich frage dich eben gerade, wer verwaltet den Westjordanland? Und da gibt es eine Autonomiebehörde... Blehren, wenn ich dich stumm schalte, dann bleibst du bitte stumm, dass er antworten kann, sonst musst du rausgehen. So funktioniert das nicht. Du redest ihm die ganze Zeit da zwischen... Aber ich kann mich da nicht verteidigen, richtig. Doch, er lässt sich ausreden, aber wenn er dir eine Antwort geben möchte, redest du immer dazwischen, wenn er eine Antwort gibt. Er muss auch zum Punkt kommen, aber ich stunde schon. Ja, komm jetzt einfach zum Punkt. Weil du die Techniken eines Disputs nicht beherrschst. Das ist dein Problem. Ich sage dir, und ich bitte dich jetzt, wo du stillschweigend hier sitzt, schau dir an, wer verwaltet das Westjordanland? Google das einfach, während du mir zuhörst. Und du wirst sehen, dass die Autonomiebehörde von Mahmoud Abbas unter der Fatah-Bewegung die Autonomiebehörde Westjordanland verwaltet. Wer verwaltet den Gazastreifen? Das ist die Hamas. Und die Hamas hat seit 2005 die komplette Kontrolle über den Gazastreifen bekommen. Jetzt frag dich, wer kontrolliert die Westbank? Und dann wirst du sehen, dass Israel die Gebiete außer den Golanhöhen und außer Jerusalem wieder an die Palästinenser zurückgegeben hat. Und zwar im Deal Land gegen Frieden. Und wenn sie mit Assad gut stehen würden, hätte Assad auch schon wieder die Golanhöhen bekommen. Aber die hat er im Zuge des Sechstageskriegs, also damals die Ba'ath-Partei von Syrien, hat diese im Zuge des Sechstageskriegs verloren. Und das gleiche mit Jerusalem. Jerusalem war unter jordanischer Verwaltung und im Sechstagekrieg, als Jordanien nämlich ein Teil der Kriegsmaschinerie war gegen Israel, hat Jordanien Jerusalem verloren. Und deswegen haben die Araber Land verloren. Alles, was ich sagen wollte, ist, ich habe hiermit widerlegt, dass die Israelis aus eigenen Motiven heraus den Arabern Land gestohlen haben. Sondern es war Krieg. Sie haben die Region besetzt und sie haben weite Teile dieser Region wieder zurückgegeben, bis auf Jerusalem und die Golanhöhen. Und die geben sie nur dann nicht, deshalb nur nicht zurück, weil erstens der Status von Jerusalem ungeklärt ist. Und weil die Golanhöhen, weil die syrische Regierung jetzt auch besonders unter Bashir Assad nicht zurückgegeben werden können, weil es zwischen diesen beiden keine diplomatischen Beziehungen gibt. Das ist der einzige Grund, warum nicht über die Golanhöhen gesprochen wird. Deswegen ist die Behauptung von dir, dass die Israelis sich ständig grundlos ausgedehnt haben, völlig falsch. Die haben sich ausgedehnt, nachdem die Araber sie angegriffen haben und haben die meisten Gebiete wieder zurückgegeben. Tatsächlich ist das so, wenn man zurückgeht auf die Landkarte, dann hatten wir immer ganz kleine Siedlungsgebiete. Was dazu geführt hat, dass die Kriege das Ganze befeuert haben, um noch mehr Land und noch mehr Territorium, um noch mehr Menschen zu vertreiben. Dass sie das nochmal in Kauf genommen haben, das unterstützt durch die Amerikaner und durch die Engländer. Das ist einfach verhältnismäßig. Das ist wieder eine Lüge. Moment, jetzt bin ich doch mal dran. Die Araber haben 1947 und 1967 den Krieg selbstständig mit dem Gefällig angefangen und nicht umgekehrt. Hab doch du den Anstand, auch mir zuzuhören. Du redest an dem Topic vorbei und das geht richtig aus den Nörfern. Ich bin nicht hier, um deinen Bauch zu kraulen. Also stumme dich und lass mich aussprechen. Wir kennen uns von anderen Geschichten von früher. Tatsächlich ist das so, dass das Territorium der Israelis, der europäischen Juden quasi immer gewachsen ist, was dazu geführt hat durch Kriege. Natürlich hat man auch Land abgekauft und anderweitig hat man natürlich auch illegal Siedlungen gebaut. Das kommt auch noch hinzu und so weiter und so fort. Tatsächlich verwalten sich diese kleinen Fleckchen dann irgendwie selbst, aber sind in allen möglichen Dingen von Israel abhängig. Und somit auch ist es nur eine Verwaltung im weitesten Sinne. Im Prinzip hat Netanyahu das Sagen und er macht hier Musik und es wird genau sonst hagelt es Bomben. Die hat es in den 90ern oder die hat es vor vielen Jahren unter ihm auch schon gehagelt. Ich weiß nicht ganz genau, wann er noch davor nochmal an der Regierung war. Er ist dafür bekannt, dass er der Schlechter vom Nahen Osten ist. Ich weiß gar nicht, wie viele, letztens ein paar Sachen über ihn noch gelesen und Prognosen, wie viele er ermordet hat. Naja, und ich kann jetzt anhand der Landkarte sehen, als einfacher Mensch, Einfaches Fleckchen in den 40er Jahren und jetzt haben wir eine Riesenregion, das sich Israel nennt. Eine Riesenregion, die sich Israel nennt. Genau, im Vergleich zu den 40er Jahren ist das wirklich gewachsen. Das kann doch jeder sehen. Wir müssen vom Jetzt-Zustand, wir vergessen mal die Vergangenheit, die ist jetzt, die können wir nicht rückgängig machen. Jetzt haben wir aber ein Problem, wir haben einen Gazastreifen. Blerim, ich muss dich unterbrechen und ich nehme mir jetzt das Recht raus, weil das mein Stream ist. Du siehst diese Karte und du siehst die islamischen Länder drumherum. Genau. In was für einer Welt lebst du, wo das ein riesiges Gebiet ist? Ja, im Vergleich zu den 40er Jahren, im Verhältnis habe ich gesagt. Hol doch mal eine Karte in den 40er Jahren, wie groß die Siedlungsgebiete der Israelis, der europäischen Juden waren und was jetzt, wie groß sie mittlerweile sind. Ja, also ich kann, ich kann, ich habe, okay, okay, okay. Und dann im Vergleich dazu ist das jetzt viel größer geworden, ja. Tatsächlich müsste man jetzt über den Jetzt-Zustand reden. Wir haben wirklich Menschen, die in Not sind, die waren vorher schon im Not-Gazastreifen, ist schon vorher richtig schrecklich gewesen. Okay, Blerim, dann kommt zum Punkt, wir haben tatsächlich noch Leute, die noch mit Kieran diskutieren wollen, also bitte mach deinen Standpunkt klar, alles gut. Mein Standpunkt ist, dass man unbedingt diese Bodenoffensive stoppen muss und das Morden von Menschen, die sich nicht wehren können, oder? Diese Unverhältnismäßigkeiten, also quasi, ja. 5.000 Raketen würde ich nicht sagen, heißt nicht sich wehren. Ja, also einfach ein Land, eine Region einnehmen mit Atomwaffen drumherum. Man hat die Araber ja auch nicht gefragt, dass man diese Europäer da haben will. Sag mal, Blerim, jetzt mal ganz ehrlich, ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht so irgendwie, aber da sind, ich sehe um Israel nur islamische Länder und ich sehe bestimmt 5 Länder, die Israel vernichten wollen, die Israel hat es jetzt auch. Welche von diesen Ländern hat denn Atomwaffen? Welches? Ja, Iran bastelt an Atomwaffen. Welches hat jetzt Atomwaffen? Nur, nur Israel. Darum geht es doch gar nicht. Ja, genau, genau, okay, Israel hat Atomwaffen. Und es gibt auf der Welt, Blerim, ganz kurz, Blerim, ich antworte dir doch, Atomwaffen, Atomwaffen sind Abschreckungswaffen. Russland hat 6.000, Amerika hat 6.000. So, wir reden hier nicht, wir reden in diesem Konflikt, Blerim, bitte, wir reden in diesem Konflikt nicht, wer hat die meisten Atomwaffen oder wer hat den längsten. Es geht darum, dass Israel bedroht wird von allen Seiten von muslimischen Ländern, die Israel hassen und Israel vernichten wollen. Du verdrehst die Tatsachen komplett. Nein, nein, Israel bedroht alle durch die Atomwaffen und alle fühlen sich bedroht. Israel hat das Land eingenommen. Es ist zwar, wenn man zurückgeht religiös, es war das Land der Juden, aber jetzt war es davor, war es das Land der Atomwaffen. Blerim, bitte, ich habe da keine Kraft für, Blerim, bitte. Ja, ich möchte eigentlich, also er versteht die Techniken eines Disputs nicht. Blerim hat keine Ahnung, wie man einen vernünftigen Disput führt. Er weicht weit aus und er versteht Zusammenhänge nicht. Und deswegen, danke Blerim, aber an meiner Stelle ist erstmal der Dialog mit dir unterbrochen. Okay, gut. Ja, das war totaler Quatsch. Also es gibt eine Map, die man sehen kann, wie sich die, was ist das hier? Hier, jemand, der dich verarschen müssen hat. Okay, wunderbar, Gereb, wunderbar, so raus, okay, okay. Genau. Ja, also ich habe hier eine Map, die kann ich dir gerne schicken. Mal sehen, ob ich sie dir schicken kann. Und dann können wir mal auf diese Map eingehen. Und da kannst du nämlich sehen, dass in etwa, ich schicke es dir mal per WhatsApp, vielleicht schaffst du es ja reinzusetzen. Ja, mache ich. Und jetzt an alle, die hier drin sind, ich möchte jetzt nur noch Leute hier haben, weil wir jetzt nicht bis 8 Uhr morgens machen. Ich möchte Leute hier haben, die nicht Kians Meinung sind. Ich möchte jetzt eine Gegenpartei haben, zu Kian, die eine pro-palästinensische Meinung einnehmen oder eine pro-islamische Meinung. Und die können jetzt bitte anfragen, wenn sie sich trauen, hochzukommen. So, Kian, warte, ich gucke mal kurz. Und ich kann mir das hier auch nur leisten, weil ich morgen frei habe. Ja, soll ich die Karte einblenden? Ja, bitte. Okay, ich blende mal einen Moment. Ja. So, hier sehen wir die Karte, so wie die Briten die Verwaltung Palästinas im Auge hatten und so wie sie die Teilung in einen arabischen und einen palästinensischen Staat betrachtet haben. Und wenn man jetzt sich anguckt, Sekunde, mal ganz kurz, Sekunde. Ja, Kian, ich habe tatsächlich noch mal jemanden drin, der vorhin sich mit dir fetzen wollte. Der Nidal wird noch mal reinkommen. Ja, bitte, soll Nidal noch reinkommen. Gut, also nach dieser Karte sieht man... Kian, Kian, ich habe eine Frage an dich. Bist du Zionist, oder? Ich bin Zionist. Ich bin ein Unterstützer der Idee, dass die Juden in diesem Land leben sollten. Okay, gut, kennst du die Doktrin, die in Palästina den Kindern, den israelischen Kindern eingetrichtert wird? Was willst du jetzt damit sagen? Ich stelle dir eine Frage, ich will gerne eine Antwort darauf haben, das war's. Kennst du die Doktrin, die Israelis ihren Kindern geben in der Schule? Ich verstehe deine Frage nicht, deswegen musst du... Aber was ist daran so schwer zu verstehen? Erwähne, sag einfach und dann reden wir darüber. Ich habe keine Ahnung, was man den Kindern in der Schule beibringen. Kennst du die Doktrin des Zionismus? Du bist doch Zionist, sagst du. Das Ziel des Zionismus ist, das oberste Ziel der zionistischen Bewegung, war die Rückführung der in aller Welt lebenden Juden ins Gebiet zwischen Mittelmeer und dem Norden. Okay, stopp, das stimmt aber so gar nicht. Warum leben noch heute Juden in Zerba zum Beispiel? Okay, warte noch mal kurz. Warte noch mal, okay, das stimmt aber nicht. Warum leben denn immer noch Juden, zum Beispiel in Tunesien, in einem arabischen, islamischen Staat, in Zerba zum Beispiel, in der Stadt Zerba? Warum leben die immer noch da? Weil sie sich als arabische Juden betrachten und sie keinen Grund haben zum Auswandern. Okay, gut, warum ist das in Äthiopien auch so? Aber abgesehen davon, abgesehen davon, schrumpft die jüdische Enklave in der arabischen Welt so dramatisch, dass es wahrscheinlich Juden in fünf oder in zehn Jahren nicht mehr in der islamischen Welt geben wird. Okay, und was ist mit Äthiopien und Eritrea, die Juden, die da leben? Es gibt Schwarze, die kommen nach Israel. Okay, gut, also ist das nicht das Ziel des Zionismus, dass sie alle Juden nach Israel bringen wollen? Ja, aber wenn jemand nicht kommen will, dann will er nicht kommen. Ja, okay, dann macht das Ziel also keinen Sinn. Da muss man doch nicht Palästinenser abschlachten, wenn keine Juden nach Palästina einreisen wollen. Also erst einmal waren damals, als die Briten das Mandatsgebiet übernommen haben, waren knapp 400.000 Juden dort auf diesem Land. Okay, und wir haben die da gelebt. Wir haben diese Juden da gelebt. Wir haben die da gelebt. Wir haben die dort richtig gut getan, okay? Wir haben die da gelebt, diese Juden, diese 400.000, von denen du erzählst, die in Palästina gelebt haben. Ja, die haben auf dem britischen Mandatsgebiet Palästina gelebt, aber die haben nicht im palästinensischen Palästina gelebt. Wie haben sie denn gelebt? Palästina gibt es nicht, das müssen wir erst mal... Es gibt es Milliardenprozentig, es gibt sehr, sehr viele Schriften, die ca. 100 Jahre alt sind, wo immer wieder Palästina erwähnt wird. Darüber will ich gar nicht hinaus. Es geht darum, dass du sagst, hör mir doch mal zu, hör mir doch mal zu. Es geht darum, dass du sagst, dass damals 400.000 Juden in Palästina gelebt haben. Jetzt, ob das britisches Mandatsgebiet war, bla bla bla, ich kenne die Geschichte. Die Frage ist, die ich dir stelle, wie haben diese Juden da gelebt? Wie? Die Frage, die du da mir jetzt stellst, wohin soll die Frage führen? Sie haben dort gelebt. Fertig. Die Frage... Sie haben dort mit den anderen Menschen... Aber wie haben sie gelebt? Wurden sie unterdrückt? Wurden sie unterdrückt? Von den Muslime? Nee, von den Chinesen. Normal von den Muslimen, von den Palästinenser, die dort gelebt haben. Vor wem denn sonst? Die Frage ist, wurden sie unterdrückt oder wurden sie mit ihren eigenen Gesetzen friedlich auf heiligem Boden akzeptiert? Ja, man merkt, Nidale, man merkt, dass du sehr fanatisch bist. Du bist ein bisschen aggressiv in deiner Stimme. Ich bin gar nicht aggressiv. Ich bin, schau mal, ich bekomme nur keine Antworten. Und das macht mich ein bisschen kirre. Die Frage ist, wie haben sie dort gelebt? Schau mal. Kann ich dir sagen. Kann ich dir sagen. Kann ich dir sagen. Ja, zum Beispiel 1929, das Hebron-Massaker. Ach, jetzt willst du auf Massaker? Okay, gut. Okay, kein Problem. Diese Schiene willst du fahren? Kein Problem. Von 1929. Du hast gefragt, ob die Juden dort gelebt haben. Und du möchtest von mir hören, dass die Juden dort gut gelebt haben. Tatsache ist, dass sie vielleicht im Osmanischen Reich etwas bequemer gelebt haben als zum Beispiel unter anderer arabischer Herrschaft. Wobei es im Grunde genommen keine arabische Herrschaft gegeben hat. Es hat nur die osmanische Herrschaft gegeben. Und dann irgendwann im 12. Jahrhundert tauchen Menschen, wahrscheinlich aus dem Mittelmeerraum. Okay, du schweißt wieder ab. Schau mal, Zionisten können sich nicht unterhalten. Zionisten können sich nicht unterhalten. Du sagst, es gab ein Massaker. Ich kenne das Massaker nicht. Wann 1929? Wo? In Hebron? Also, erst einmal gab es nicht nur ein Hebron-Massaker. Bleib bitte beim Punkt. Es gab verschiedene Massaker. Von 1920 abgesehen gab es sehr viele Massaker. bis 1948 als Israel gegründet worden ist. Okay, 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 alles klar. Nehmen wir mal an, es ist wahr. Okay, okay, hallo, ich sag ja, okay. Nehmen wir mal an, es ist wahr. Wie viele Massaker gab es an Muslimen, an Palästinenser von 1948 bis jetzt? Keine. Ey, Kian. Ja, und ich sage dir auch warum. Ich schwöre dir, bei demjenigen, der dich erschaffen hat, dass du lügst und das weißt du auch. Es gab mehr als 60 Massaker an Palästinensern seit 1948 bis jetzt. Und es geht noch weiter. Nein, nein, nein. Okay, 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 um was sollen wir wetten, dass das nicht stimmt? Im Zuge dieser kriegerischen Auseinandersetzung waren die Palästinenser... Kriegerische Auseinandersetzungen, Massaker sind kriegerische Auseinandersetzungen? Wenn ich jetzt zu dir komme und dich und deine Familie massakriere, ist das eine kriegerische Auseinandersetzung? Es gab mehr als 60 Massaker von 1948 bis jetzt und immer noch. Und du sagst, das stimmt nicht? Hallo? Ja, ich höre dir zu, bitte. Und du sagst, das stimmt nicht? Das ist einfach gelogen. Und die Leute haben es jetzt erfahren. Und wer jetzt einfach recherchiert, der wird das auch nachvollziehen können. Die Zionisten akzeptieren nicht die Wahrheit. Ein Zionist wie du... Du redest von der Nachtbar, richtig? Guck mal, ganz kurz, ich muss auch wieder raus. Guck mal. Nur eine Sache will ich dir noch sagen. Guck mal, nur eine Sache will ich dir noch sagen, Kieran. Eine Sache. Du redest von der jüdischen Irgun oder von der Haganah oder von der Stern von diesen... Ah, du kennst sogar die Namen von den Leuten, die diesen Massaker verursacht haben. Ja, sie haben, sie haben, ihre Massaker gegen, also ihre Attacken auf arabische Dörfer galten den... Ah, komm, wir verhaben uns das noch mal. Er sagt doch direkt streicheln. Ballert al-Sheikh, sagt dir das was? Schau mal, es gab mehr als 48 bis jetzt, seit 48 bis jetzt und immer noch, gibt es oder gab es mehr als 50 Massaker, mehr als 60 Massaker sogar, ja, wo Dörfer angegriffen wurden, die Leute angezündet wurden, Kinder vergewaltigt wurden, bis jetzt. So, meine Frage jetzt, die von ganz Anfang, die ich dir gestellt habe, die du nicht beantworten kannst, aber ich sag's dir. Ich beantworte dir die ganze Zeit. Schau mal, schau mal, das ist das Ding und die Leute, die gerade zugucken sollen, bitte einfach nur ihr Verstand ein bisschen und die Menschlichkeit, die sie in sich haben, wobei Menschlichkeit Stärke ist und nicht Schwäche. Die Idee des Humanismus hat nichts mit Menschlichkeit zu tun. Jedenfalls, die Kinder, die Israelis, also die im Ursprung Europäer sind, es gibt keine Israelis, es sind im Ursprung Europäer. So, wie die Doktrin, die in der Schule beigebracht wird, ist, man sagt ihnen, ihr seid Gottes Volk und ihr müsst die Palästinenser bekämpfen. Jetzt sag ich dir mal was, wir Araber sind Gottes Volk und ich sag dir auch warum, weil wir das aktuelle Testament besitzen und wir alle anderen Völker erhoben haben. Auch Deutschland, alle Wissenschaften in Deutschland sind islamischen Ursprungs, Chemie, Mathematik, Medizin. Was laberst du an, das ist ja so ein Quartal, ich habe lange gehört. Die Zionisten nicht akzeptieren wollen. Fantastisch. Und deswegen haben die Juden 360 Weltpreisflieger vorgebracht und die haben das aber nur acht. Fantastisch. Eure Pratze hat man jetzt gesehen. Und die ganze Welt hat keine Juden 360 Weltpreisflieger vorgebracht. hat Israel alleine das jüdische Volk hervorgebracht. Und acht kluge Köpfe in der gesamten islamischen Welt. Gratulation. Zwei Milliarden Muslime, acht Nobelpreisträger. 15 Millionen. Hör mal zu, wie man eine Gleichung löst, wissen wir seit dem 9. Jahrhundert. Oh yes. Oh yeah baby. Wenn wir eine Gleichung lösen, wissen wir seit dem 9. Jahrhundert. Ja, im Koran ist auch, dass Alkohen erfunden werden. Wissen wir, wissen wir, im Koran stand auch Atombombe, wissen wir. Das ist also deine Argumentation, wenn es um Palästina geht. Ihr seid der größte Abschaum der Menschheit. Nidal, ich lasse dir das. Ich lasse dir das. Ich gönne dir, schade, dass er gegangen ist. Lieber Nidal, komm wieder zurück. Ich gönne dir deine Atomphysiker und deine Astronauten und deine Biologen, die der Islam erschaffen hat. Kian, Kian, ganz ehrlich, ganz kurz. Er ist jetzt am Ende beleidigt geworden. Ich habe er jetzt tatsächlich rausgetan. Wir haben tatsächlich noch ein paar Muslime hier, die mit dir reden wollen. Okay, alles da. Ja, Musa Berlin einmal bitte. Ja, hi, grüß dich. Ja, hallo, mit Kian kannst du reden. Alles gut, er ist da. Kian? Ich bin da. Ich wollte nur sagen, dass du einen Huren holst, bis das war's. Also mehr wollte ich nicht sagen. Nein, meine Mutter hatte bis nie so einem Geschäft nachgegangen. Das ist schon mal eine Lüge. Eine Lüge? Das ist eine Lüge. Meine Mutter hat sich so einem Geschäft nachgegangen. Musa, ich wollte ganz kurz sagen, Musa, ich wollte kurz sagen, deine Eltern sind Geschwister. Wunderbar, ciao. Schade. Also da war wieder einer, Kian, man sieht das, es sind nur qualitative Leute heute Nacht unterwegs. Ich weiß gar nicht, gehen die alle nicht arbeiten oder warum? Was kommt denn da jetzt hoch? Na, vor allem, vor allem, schau mal, schau mal, Löwenherz. Das sind ja, das sind ja, das ist angeblich das wahre auserwählte Volk, das Niederl meint, ja? Diese ganzen klugen Köpfe, die alles erfunden haben. Und das sind die Nachkömmlinge dieser so klugen Menschen, ja? Einer schreibt Bürgergäste. Der nächste Astrophysiker hoch, der Mathematiker. Ja, und der nächste Astrophysiker für Kian. Also an alle Astrophysiker, die hier drin sind, die Kian eine Liebesbotschaft senden wollen. Ihr könnt hochkommen. Stellt eine Anfrage, wir sind bereit. Bitte. Außerdem, außerdem, noch einmal, außerdem, ich fühle mich in keinster Weise verletzt, wenn jemand sagt, deine Mutter ist eine H. Und ich sage euch auch das warum. Erstens, meine Mutter ist keine H, deswegen weiß ich, dass mich das nicht stört. Zweitens, diese Techniken werden verwendet, um mich aus der Reserve zu locken. Und das funktioniert nicht, ja? Und jedes Mal, wenn mir jemand sagt, deine Mutter ist eine H, dann wünsche ich jetzt diesem Libanesen alles Gute zu seiner Mutter. Ich glaube, dass seine Mama ihn nicht so erzogen hat. Und ich grüße seine Mutter, ja? Und ich wünsche seiner Mutter ein langes Leben, ein gesundes Leben. Achtung und Ehre für seine Mama. Und es tut mir leid, dass sie so eine Rotznase erzogen hat, der die Mütter von anderen Männern beleidigt, die überhaupt nicht zu dieser Diskussion hier, mit dieser Diskussion hier zu tun haben. Genau, richtig gut gesagt. Ja, grüß dich. Super. Grüß dich. Du sag mal, du kühlst dich ja ein bisschen aus. Ich will nicht irgendwas Negatives über diese Völker hier sagen. Aber ich persönlich denke, Palästinenser, Juden, das sind gute Menschen. Ich weiß nicht, warum sie sich bekriegen, aber ich glaube, das hängt mit dieser Politik da zusammen. Aber meine Frage, was glaubst du denn, wieso ist das so, 70 Jahre Krieg, kriegen sie sich, oder wie sagt man das, kriegen sie sich? Die Araber haben die Staatsgründung Israels nie akzeptiert. Und weil sie die Staatsgründung Israels nie akzeptiert haben, haben die Araber faktisch von 1947, 1948 an die Juden permanent in verschiedenen Kriegen bekämpft. Und deswegen gibt es keinen Frieden, weil sie diesen kleinen Staat in der Größe von Hessen, jetzt schaut euch mal an, wie viele Einwohner Hessen hat. So groß ist das Territorium. Und auf dem Leben... Nicht mehr? Bitte? Nicht mehr als Essen? Hessen, die Stadt Hessen in Deutschland. Ja, das kenne ich, ja. Also du meinst ganz Israel? Israel ist Essen? Groß wie die Stadt Hessen, richtig. Aha, okay. Ja, ungefähr so groß. Das Bundesland, Kian, Bundesland Hessen. Bundesland, verzeih. Ja, ja, weiß ich, weiß ich. Essen, ich hatte Essen im Kopf. Pardon. Nein, nein, Bundesland Hessen. Hessen ist ein Bundesland, eins der 16 Bundesländer, ganz genau. Hessen, so groß wie das Bundesland Hessen, so groß ist auch der Staat Israel. Und diesen kleinen Staat gönnen einem die Araber nicht. Aus einem reinen Pan-Arabismus, aus einem falschen arabischen Stolz. Das ist alles, warum Israel bekämpft wird. Aber guck mal, ich gucke hier auf TikTok ganz viele Clips und diese Videos, wie die kleinen Kinder umgebracht werden. Und das finde ich nicht okay, was die da machen. Weißt du, Israel ist ja sozusagen der Stärkere. Und sie hat alles, diese Technologien und diese Waffe. Nein, Hamas lässt, schau mal, Rambo, Hamas lässt die Menschen nicht aus der Kriegszone abziehen. Israel hat gesagt, verlass diese Kriegszone, damit wir dieses Gebiet von der Hamas reinigen können. Israel macht folgendes. Israel möchte erstmal durch den Gaza gehen. Dann möchte es die Hamas-Zentralen und ihre Köpfe dort ausschalten. Und dann können die Menschen wieder zurückkommen. Auch wenn es extrem zerbombt wird, keine Sorge. Die internationale Weltgemeinschaft steht schon parat, um wieder Milliarden und Milliarden von Euro und Dollars in den Gazastreifen zu pumpen. Das Ding ist lange aufgebaut. Da kommen überall Container hin. Ja, aber das ist eine Sache, wenn man Geld jetzt verschenkt und wieder aufbaut. Aber eine andere Sache ist, dass man da diese Pumpe wegschmeißt, weißt du, und deine Pumpe explodiert. Und dann fallen ganz viele. 5.000 Raketen auf Israel ist kein Spaß. 1.200 Tunde an einem Tag. Und für Israel ist kein Spaß. Das nennt man was. Und die Israelis haben jedes Recht, jedes verbriefte Recht der UN gegen so eine Aggression mit Aggression zu antworten. Und es ist nicht Israel schuld, dass so viele Palästinenser jetzt umgekommen sind, sondern es ist die Schuld der Hamas, die die Menschen daran gehindert hat, die Zonen zu verlassen. Und Israel hat die Menschen vorweg gewarnt, hat Flugblätter abgeworfen, hat über Radio den Leuten Bescheid gesagt, hat sogar SMS-Nachrichten auf die Telefone der Menschen in Gaza geschickt und hat gesagt, verschwindet aus dem Gebiet. Wir kommen bald und löschen diese Region aus. Denn wir wissen, dass in diesen Gebieten, wo ihr wohnt, verstecken sich Hamas-Milizen, haben sie ihre Headquartiere, ihre Kommandoposten und wir wollen die für immer auslöschen. Das Ziel von Israel ist, einen für alle mal auszulöschen. Ja, aber stell dir jetzt mal vor, beispielsweise palästinische Kinder, die wurden da geboren und aufgewachsen. Was haben die denn für Perspektive? Die haben keine Ausbildung, kein Geld. Das ist nicht das Problem von Israel. Wenn ihre Perspektive nur islamischer Dschihad ist und Kindern im Kindergarten beizubringen, mit dem Messer oder Kindern beizubringen, wie man mit einem Messer einen Juden tötet, dann ist es nicht Israel, die eine Perspektivlosigkeit im Gaza schafft, sondern die Ghazianer, so nenne ich sie mal, wie die Marsianer, die Ghazianer, haben sich selber entschlossen, indem sie nämlich zu 77 Prozent die Hamas gewählt haben, dass sie eine Regierungsform in den Autonomiegebieten haben, die die Menschen voll auf Islam und Dschihad trimmt. Wenn es eine Zivilregierung wäre, wie im Westjordanland, immerhin die Fatah-Bewegung hat verstanden, dass sie ihre Füße stillhalten soll, dann boomt auch die Wirtschaft. Und so ist das Westjordanland auch zu einer der stärksten Wirtschaften in der arabischen Welt geworden. Das ist ein großer Unterschied, auch wenn das Leben immer noch nicht perfekt dort ist, aber das Brutto-Sozialeinkommen in Westjordanland ist höher als irgendwo anders in der arabischen Welt. Und das sagt schon jede Menge darüber aus, wenn man mit Israel zusammenarbeitet und wenn man den Ball flach hält und wenn man eine gute Beziehung zu Israel aufbaut, dann kann es sein, dass man die Verwaltung von außen und von innen irgendwann auch von Israel bekommt. Aber was soll man mit diesen religiösen Barbaren machen? Der einzige Grund, warum Israel sich verschließt, den Palästinensern volle Autonomie zu geben, also ihnen einen eigenen Staat zu geben, ist, weil im Gazastreifen Zehntausende von Wilde leben, die es nur darauf abwarten, nach Israel zu gehen und möglichst viele Zivilisten zu ermorden. Deswegen habe ich gesagt, wenn Israel heute die Waffen niederlegt, existieren morgen keine Juden mehr in Israel. Und wenn die Palästinenser ihre Waffen niederlegen, gibt es morgen Frieden. Aber guck mal, stell dir jetzt mal vor, beispielsweise, du bist jetzt in Gazastreifen, du bist ein Palästinenser und du bist jetzt verletzt. Du hast keine Medizin, du hast kein Wasser, du hast keinen Strom. Wie willst du? Also es gibt viele Palästinenser, die jetzt wirklich Essen brauchen, Strom brauchen, Wasser brauchen. All diese Dinge, die man zum Leben braucht, die wurden ihnen genommen, weißt du? Das ist doch nicht normal, oder? Nicht normal ist, dass es eine Terrororganisation gibt, die Zehntausende Kämpfer hat und die sich in Wohngebiete versteckt und deswegen die Israel... Ja, ja, aber diese Vermastung, diese Militäranschläge, das ist eine andere Sache. Aber ich denke jetzt vor der Zivilbevölkerung, weißt du? Die tun mir wirklich leid. Weißt du, was ich meine? Die Zivilbevölkerung kommt in Schusslinie, weil Israel, wer sich einbildet, dass es so etwas wie eine präzise Kriegsführung gibt, ist wirklich ein Schwachkopf. Es ist Krieg, da kannst du nicht einfach sagen, oh, ich werde mal keinen Zivilisten töten. Wann hast du denn mal in der Geschichte der Kriege mal einen Krieg gesehen, wo die Zivilisten nicht Opfer eines kriegerischen Konflikts geworden sind? Dann macht Israel Volkermord. Was ist das? Dann macht die israelische Regierung Volkermord. Dann beginnt sie Volkermord. Nein, macht sie nicht. Israel versucht, möglichst die Kollateralschäden niedrig zu halten. Das Problem ist, dass Israel, und ich habe es auch vorhin schon mal gesagt, nicht gegen eine normale Armee kämpft. Sie kämpft gegen eine Terrororganisation, gegen Feiglinge, die sich hinter ihre Bürger verstecken, die ihre Abschussraketen auf Hochhäuser, wo Menschenleben aufbauen, hinter Krankenhäuser, hinter Supermärkte, hinter ihren Fabrikhallen und so weiter und so fort. Wie soll Israel verhindern, dass diese Raketen abgeschossen werden, wenn Israel nicht gebührend mit einer Rakete darauf antwortet? Ja, dabei sterben Zivilisten. Ja, willkommen in der Realität. Hast du dir, warte, warte, hast du dir die Bilder hier auf TikTok gesehen, wie die kleinen Kinder ermordet werden? Ach so, das ist erbärmlich, es ist traurig, es bricht mein Herz, weil diese Menschen nicht damit zu tun können. Aber wenn 77... Genau, das meine ich. Wenn 77% der Leute in Gaza die Hamas wählen, dann haben sie ihren Schlechter selber gewählt. Ich kann nichts dafür, dass die Gazianer so scharf auf Dschihad sind und auf Selbstmord und auf Schahid werden und sich in die Luft bomben, damit sie mit ihren 72 Jahre alten Jungfrauen Sex im Himmel haben können. Das ist schon echt krass, was da passiert. Aber was meinst du, wenn diese Bodenoffensive, wenn die wirklich in den Gazastreifen marschieren und alle abschlachten da? Wenn eine Bodenoffensive passiert, dann wird es die schlimmste Auseinandersetzung seitens des israelischen Staates sein. Und dann werden Tausende, wenn nicht sogar Zehntausende Juden... Scheiße, Mann. Das ist nicht gut. Das ist scheiße. Eine Bodenoffensive kostet Israel alle Kraft. Kian, ganz kurz. Aber das geht doch nicht. Rambo, warte mal kurz. Kian, hast du ihn reingenommen? Ja, ich habe Sharon reingenommen. Okay, gut. Alles gut. Ich wollte es wissen. Kian. Ja. Kian, wie findest du mein Profibild? Finde ich gut. Ja, super, ne? Finde ich gut, ja. Warum nicht? Ja, so muss das sein, Kian. Bin ich nicht dagegen. Ich war immer dafür, dass die Araber und Juden sich an einen Tisch setzen, weil sie beide ihre gleiche gemeinsame Wurzel haben. Sie kommen beide vom Stammvater Abraham. Die Araber sind die Sohn, sind sozusagen von der Ismail-Richtung und die Juden von der Isaac-Richtung. Und deswegen müssen die Juden und die Araber müssen sich hinsetzen. Aber das ist doch Schwachsinn, was sie da machen alle, oder? Es ist Schwachsinn in alle Richtungen. Aber es ist nicht Schwachsinn, wenn Israel um sein Überleben kämpft. Heute sagt die israelische Regierung, wir kämpfen um unser Überleben. 5000 Raketen sind kein Spaß. Ohne Iron Dome, ohne diese Abwehrraketen, die Israel stationiert hat, wären 5000 Raketen auf Israel niedergegangen. Was glaubst du, wie Israel ausgesehen hätte? Der einzige Grund, warum es nicht so viele Tote auf Israels Seite gibt, ist, weil sie dieses clevere Raketensystem aufgebaut haben. Warum muss ein Staat überhaupt ein Raketensystem mitten in Zivilorte aufbauen, um seine Bürger zu schützen? Da stimmt doch irgendetwas nicht in diesem Konflikt. Ja, das ist ein sehr schwieriges Thema und dieses Thema ist 80 Jahre alt und das hat sich nie vertragen. Und es ist sehr schwer und ich wünsche mir, dass du die Menschen zusammenbringst und nicht so Hitze machst. Auch mit dem Islam, was du immer jedes Mal erwähnt hast. Ich lehne den Vorwurf Hetze ab. Ich lehne den Vorwurf Hetze ab, mein Freund. Das heißt, es kommt mir so rüber, dass du so ein Islamhasser bist, so ein bisschen so irgendwie. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich bin Ex-Undesohn und ich hasse den Islam, ja. Okay. Ich finde den Islam abstoßen, ich finde den Islam primitiv und er macht aus guten Menschen schlechte Menschen. Da muss ein Hundesohn. Ein was? Ein Hundesohn bist du da. Ich habe zwei menschliche Eltern, meine Mutter und mein Vater sind Menschen. Du bist unmenschlich, also das heißt alles, was du jetzt sagst, du bist ein Hundesohn. Ich bin nicht von einem Hund geboren worden. Das geht auch biologisch gesehen nicht. Natürlich bist du, wie du dich verhältst. Das funktioniert nicht. Es gibt keine Paarung. Es ist gemütlich, ich sag's nicht. Du bist ein Islam, na Israel, okay, wir hören dir zu, okay, tamam, alles gut. Aber so? Gut. Du freust dich darüber, dass Menschen sterben. Sharon ist ein Meeresbiologe. Wo habe ich das gesagt? Sharon, wo habe ich das gesagt? Du bist ein Islamhasser? Ja, ich bin ein Islamhasser. Das heißt, du bist dich freund, dass Menschen sterben. Nein, Islam hat nicht mit den Konflikten in Israel und Palästina zu tun. Du bist ein unmenschlicher Mensch. Ein unmenschlicher Mensch. Er hätte es auch gereicht, wenn du gesagt hättest, es ist unmenschlich. Aber ich will dir nur damit sagen, den Islam nicht zu mögen, ist völlig okay. Es ist nur eine Idee. Sharon, du bist Katastrophe, ehrlich. Du bist Katastrophe. Magst du den Faschismus, Sharon? Bist du ein Anhänger der nationalsozialistischen Idee? Nein, ich bin ein Mensch. Gut, okay. Dann bist du sicherlich auch dafür, wenn ich sage, du könntest theoretisch auch den Faschismus hassen, weil er so unmenschlich ist gegenüber anderen Gruppen, wie zum Beispiel Zigeunern oder Juden oder und so weiter und so fort. Also, wenn ich glaube, dass der Islam eine unmenschliche Doktrin ist, ja, dann hasse ich diese Idee. Ja, dann hasse ich den Islam nicht, weil der Islam ist, sondern weil er so viele hässliche Ideen beinhaltet. Du hast den Islam nicht verstanden. Vielleicht hast du so ein kleines Gehirn, weißt du? Nein, mein Gehirn ist völlig in Ordnung. Gehen in Äbsel, weißt du? So kleine Gehirn, gehen in Äbsel. Na, was soll ich dazu sagen? Ja, das ist mein Gehirn kleines, aber ich bin... Ja, du bist verrückt, man. Ich lehne das ab, dass du das sagst. Mein Gehirn ist... Ich habe dir gesagt, hier, guck mal mein Profilbild an. So muss das sein. Und so habe ich gesagt, ich habe gesagt, wunderbar. Aber du widersprichst dich, du widersprichst dich, Junge. Was hat denn der Friede zwischen Juden und Palästinensern mit dem Islam zu tun? Kian, du bist ein Islamhasser. Ich bin ein Islamhasser, das gebe ich auch zu. Weißt du? Ich hasse schlechte Ideen. Und der Islam ist eine schlechte Idee. Eine schlechte Weltanschauung. Deswegen hasse ich den Islam. Ich mag gute Weltanschauungen. Weißt du warum? Weil du schwul bist. Deswegen vielleicht. Ich bin nicht schwul. Ich habe zwei Söhne. Irgendwas hast du. Ich wäre, hätte ich dich doch geoutet. Aber wenn ich... Du willst das ausgeben. Das ist doch kein Problem. Pass ausgeben. Ich bin nicht schwul. Du Idiot. Ich bin auch kein Idiot. Ich habe wirklich... Ich bin zur Schule gegangen. Ich habe eine höhere Bildung. Ich glaube auch nicht, dass ich besonders idiotisch bin. Ach Kian, was soll ich sagen, Alter? Ich weiß es nicht. Ich finde noch neue Ausdrücke. Du merkst, dass ich dir nicht einen einzigen Ausdruck entgegenbringe. Weil ich springe nicht auf diese arabische Masche an. Weißt du? Ich bin nicht so ein Hinterhofkanacke und haue solche Sachen. raus. Das bist du. Ich nicht. Du hast so einen Kanackenschläge bekommen, vielleicht. Habe ich noch nie. Noch nie. Ich habe noch nie von einem Kanackenschläge... Wir haben dein Pausenbrot weggenommen. Wir haben dich an der Wand gepackt und gesagt, geh mal dein Pausenbrot. Ich war sehr dominant in der Grundschule. Niemand hat mir ein Pausenbrot gebackenommen. Kian, Lüge. Ich wüsste, Alter. Das war mein Freund. Du hast so wirklich leid, dass du so eine schlechte Erfahrung gesammelt hast. Mir tut es auch leid, dass du denkst, dass mir... Ja. Gott sei Dank. Gehst du raus? Was mit ihm los ist? Typisch Moslem, 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 ja. Also, ich verstehe das gerade. Wenn Kian nicht mehr da ist, dann gehst du natürlich auch raus. Ich weiß nicht, was mit Kian tatsächlich jetzt los ist. Ob er gesperrt worden ist oder nicht. Was ich tatsächlich nicht verstehen kann, wenn er gesperrt worden wäre, weil er hat nichts gemacht. Naja. Schade. Ich war die ganze Zeit unterwegs. Ich wollte mir noch was fragen. Das wäre gut gewesen. Oh, schade. Okay, aber vielleicht kann er zuhören. Warte mal. Ich frage ihn mal kurz bei WhatsApp. Dann bitte, Nikola, bitte. Also, erst mal. Das ist mega amüsant, ihm zuzuhören, was für eine... Dass er für seine Sache Feuer und Flamme ist, aber halt gegen sowas halt einfach... Also, eine göttliche Immunität hat. Das ist sehr, sehr, sehr witzig, dem zuzuhören. Ich hätte ihn gerne gefragt. Also, hört er uns jetzt gerade? Er hört uns jetzt gerade. Du kannst es sagen, ja. Ich hätte ihn, also, gerade mit seiner Vergangenheit als Ex-Muslim und vor allem ja auch nicht einfach normaler Muslim, sondern wirklich in seiner Liga. Wenn du dir anguckst, du wirst das wissen, was in Schweden passiert ist, auch durch die Zuwanderung, was zum Beispiel mit der Gebotenrate passiert ist. Du weißt, der meistvergebenste Name dort ist Mohammed. Und es gab eine andere Zahl, die auch extrem, extrem spannend zu beobachten ist. Und das ist nämlich die Geburt von behinderten Kindern. Und den Zusammenhang dazu ist relativ klar. Ich würde mich... Ich frage mich, weil ich finde dazu gar nichts, ob das in der islamischen Welt eigentlich irgendwie thematisiert wird. Also, wird das als Problematik angesehen? Oder als irgendwie ist das... Weil auch das hat ja was mit dem Durchschnitts-IQ zu tun. Und manche Auswirkungen davon merkt man jetzt ja hier mit solchen Kommentaren so. Aber ich meine es wirklich ernst. Ist das irgendwie in irgendwelchen Kreisen überhaupt thematisiert? Mir ist es nicht... Ich kenne es nicht. Und ich finde dazu auch nichts. Aber... Ja, das wäre spannend gewesen. Weil wenn das jemand weiß, dann wahrscheinlich Kian. Also... So, also für die Leute hier drin. Ich habe jetzt gerade mit Kian über WhatsApp geschrieben. Er wurde gesperrt. Ich weiß tatsächlich nicht, warum. Ich kann es auch tatsächlich nicht nachvollziehen. Ich habe jetzt hier noch die Nikola drin. Wenn jetzt jemand kommen möchte, noch hochkommen möchte, dann machen wir jetzt noch ein paar Minuten. Wenn ich mal so eine Viertelstunde und dann gehen wir raus. Also Kian ist im Stream. Er kann, glaube ich, auch zuhören. Jetzt holen wir noch zwei, drei Leute rein. Und dann ist es gut für heute. So. Ja, bitte. Jo. Jo, also. Es geht ja hier... Also hier ist jetzt... Ist jetzt hier pro Israel oder pro Palästina? Ja, was würdest du denn sagen, wenn du das Hintergrundbild siehst? Ja, ich denke mal, da sind Menschen, die haben da irgendwo eine Meinung und Meinung muss akzeptiert werden, weil jeder hat das Recht auf seine eigene... Jeder Mensch hat das Recht auf seine eigene Meinung. Ja? Ja, ich bin auf der Seite... Ich bin durchaus mehr gefragt. Ich bin auf der Seite vom israelischen Volk. So, jetzt bist du dran. Ja, also ich bin auf der Seite vom jüdischen und vom muslimischen Volk. Ja? Und das Volk, was in Palästina lebt. Und in Israel natürlich. Ja? Also, wir haben Verwandte in Israel, haben Verwandte in Palästina. Ja? Das ist so ein Konflikt gerade. Ja? Normalerweise sollten die mal eine Konfliktlösung finden, dass die ganzen Palästinenser auch wieder mal nach Hause können. Weil die Palästinenser warten schon seit über 50 Jahren, dass sie wieder nach Hause gehen können. Da, wo ihre Urgroßväter gelebt haben. Ja? Und momentan ist das echt eine Katastrophe, dass auch mit den Medien, dass der eine schlecht gemacht wird und der andere... Im Endeffekt ist das doch scheißegal. Wir sind alles Menschen, egal ob Jude oder egal welche Herkunft. Normalerweise sind wir alles Brüder und Geschwister. Ja? Und wer das noch gar nicht kapiert hat, ja? Ich meine, äh... Guckt ihr mal die Welt an. Guckt ihr mal momentan an, was gerade passiert durch diese Sache. Juden und Muslime und Israelis, sie werden alle Freunde irgendwann am Ende. Ja. Also, es ist schon traurig. Traurig zu sehen, wie Menschen denken, anstatt genau in dieser Zeit irgendwo versuchen, zusammenzuhalten und nicht irgendwie irgendwas gegen zu machen. Weder gegen Israel, weder gegen Palästina. Irgendwo müssen die Menschen zusammenhalten gegen diesen ganzen Scheiß, gegen diese Politik, die uns versucht hier zu zerstören und sowas dazu bringt, dass ihr Menschen sowas postet hier. Weißt du? Anstatt da stehen würde, I love Israel and I love Palästina, Freedom for Palästina and Israel, ja, Brothers and Sisters, weißt du? Ne, ich verstehe das einfach nicht. Sollen wir John Lennon im Hintergrund laufen lassen? Vielleicht noch. Bitte, bitte, ich bin jetzt erstmal fertig. Hat jemand was zu sagen? Das Bild hängt hier meistens. Also du wirst hier keinen finden im Stream, außer ein paar Meeresbiologen und Raketenwissenschaftler, die meinen, dass Frieden nicht die beste Idee wäre. Aber wir sind halt nicht in dem John Lennon Song, sondern in der Realität. Und dafür musst du halt dann Probleme auch benennen können, damit du sie lösen kannst. Und wenn man immer nur von hätte, hätte Fahrradkette redet, dann wird da auch nichts zu kommen. Ja, aber momentan läuft doch gerade auf der Welt schon was. Ja, auf der ganzen Welt. Außer natürlich in Deutschland. Das ist das einzigste Land gerade, wo viele Sachen nicht erlaubt sind. Aber auf der ganzen Welt laufen gerade Sachen. Und ich glaube, die betreffen nicht nur... Antisemitismus ist hier nicht erlaubt, ja. Das ist auch gut so. Ja, wie gesagt, keiner ist gegen, also, niemand ist, niemand, kein Muslime, weder Jude, ist rassistisch. Ja? Es geht einfach nur um die Besatzer gerade momentan, die in der Politik sind. Ja? Ich meine, nicht nur Israel hat schlechte Politik, Deutschland natürlich auch, andere Länder auch. Es gibt überall auf der Welt schlechte Politik. Und momentan sind wir Menschen alle zusammen und müssen irgendwo zusammenhalten und der Welt zeigen, wie wir Menschen. sowohl die europäische Weltraumorganisationen bitte. Schönen Abend oder gute Nacht, wie mehr. Ja, irgendwie, irgendwie, irgendwie müssen wir den Menschen, die gar keine Ahnung haben, auch mal erklären, was, was, was der Sinn ist, Sinn des Lebens. Ist der Sinn des Lebens, andere zu hassen? Oder ist das, äh, ist das der Sinn des Lebens, anderen Menschen was Gutes zu zeigen? Also, ich hab mal kurz eine Frage. Du hast ja jetzt viel gesagt, aber irgendwie, weiß ich nicht, ich konnte da wenig so draus hören, was du gesagt hast. Same. Wer hasst hier wen? Haben wir hier irgendwo mal gesagt, dass wir andere Menschen hassen, dass wir irgendwen hassen? Also, hab ich nicht gehört tatsächlich. Und ich streame jetzt schon seit bestimmt 13 Stunden. Also, wo war hier Hass? Ja, ich hab jetzt nur vorhin so ein bisschen mitgekriegt, dass, äh, dass die sich so ein bisschen gegenseitig beleidigt haben, weil der eine irgendwie eine Meinung hat, die der eine da nicht vertreten kann. Ja, und, ähm, ähm, man kann auch anders miteinander kommunizieren. Ja? Ja, erstmal kann ich nicht dafür beleidigen. Nikola, du darfst sofort kommen. Gegenseitig beleidigt würde ja heißen, dass Kian auch beleidigt hat. Das ist ja genau so. Nikola, sofort, nur so was. Ich kann erstmal nicht für Kian sprechen. Kian spricht für sich selber. Und wenn Kian etwas sagt und eine Meinung hat, ist es Kians Meinung. Ich bin tatsächlich in den meisten Fällen auf Kians Seite und fast in allen Punkten auf Kians Seite. Aber du kannst natürlich uns nicht sagen, hier, ihr habt so eine Meinung und so. Jeder hat erstmal seine eigene Meinung. Aber erstmal ist man auf der Seite der Menschlichkeit. Und das bedeutet, man stellt gegen Terror und gegen Antisemitismus Punkt. Und da gibt es keine Toleranz. Und fertig. So, Nikola, bitte. Ich hol dir noch Leute hoch. Ja, richtig. Dann gibt es nichts zu hinzuzufügen. Okay. Jetzt haben wir noch jemanden. Oliver? Ja, hallo, ich grüße euch alle. Hallo. 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 Hallo, grüße euch. Aber redet ihr erstmal nicht, dass ich euch jetzt aus dem Konzept oder so bringe? Nein, alles gut. Du kannst ruhig reden. Ich mache jetzt tatsächlich nicht mehr so lange, also 13 Stunden irgendwann ist auch gut. Bist du schon 13 Stunden hier drin? Ja, immer mit so 5 Minuten Pause, weil zweimal abgewogen. Ich wollte noch mal fragen, weil das habe ich mir nicht mehr ganz behalten, auch wenn ich das schon wahrscheinlich öfter gehört habe. Wie war denn das noch mal? Also gab es Israel und Palästina vor 1948 beides nicht? Und das war einfach nur englisches Überseegebiet? Oder was war das? Nikola kann dir das ganz gut erklären, tatsächlich besser als ich. Okay. Also, das jüdische Volk gab es schon ganz, ganz, ganz lange. Palästinenser gibt es erst seit kurzem. Das ist ein Konzept, was es seit kurzem gibt. Guck mal, stopp, 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 kennst du Felister? nix, stopp. Jetzt lass ich ihn kurz ausreden. Hallo. So, Nikola weiter. So geht das nicht. Die Felister, ich weiß, wir kennen das alles, aber die Felister-Story ändert daran einfach, einfach nix. Du hast Münzen, wo Palästina draufsteht, du hast alle möglichen Sachen, wo das mal dann irgendwie mal erwähnt wird und so. Das ändert aber nix daran, dass es die Palästinenser, da muss man wirklich immer unterscheiden, erst seit kurzem gibt. Es gibt ein Areal, was mal so genannt wurde, aber ein richtiges Staatsgebiet war es in dem Sinne nie. Und deswegen, da werden auch immer ganz viele Sachen durcheinander geworfen. Inzwischen ist das Staatsgebiet und gibt es Palästinenser, das sind völlig verschiedene Dinge. Das, was jetzt als Palästinenser bezeichnet wird, sind eigentlich Transjordanier. Und das ist auch alles völlig in Ordnung, weil das ist immer so eine, ich nenne es ja immer Islamquartett oder Nahostquartett-Geschichte. Darüber kann man sich ewig streiten und so, aber das wird auch gemacht und man muss das auch erwähnen, weil der auch häufig mit der Historie begründet wird, warum Juden da bitte nicht sein sollten und Palästinenser angeblich dort sein sollten, obwohl es die ersten kurzen gibt. Deswegen muss man, muss man sich natürlich damit beschäftigen, aber ich, aus Mündern, die sowas sagen, dass wir waren zuerst da und tralala, kommt kein Vorschlag zur aktuellen Lösung, wie man das irgendwie in den Griff bekommt, wie man radikale Menschen, die den Islam als Motivation nehmen, irgendwelche anderen Leuten abzuschlachten, davon abhält, das zu tun. Und da ist das Problem. Dankeschön. Dankeschön. Und was ich noch fragen wollte ist, also wegen dieser Sache, oder was heißt Fragen, wovor ich Angst habe, ist, wenn sich jetzt halt eine andere große Nation vielleicht noch militärisch einmischen tut, weil dann habe ich wirklich Angst, dass es zu einem Dritten Weltkrieg kommt oder im schlimmsten Fall vielleicht irgendjemand auf den Knopf drückt. Also ich hoffe, dass das maximal ein interner Krieg zwischen denen bleibt, aber was ja auch schon schlimm genug ist, weil ich glaube, jeder unschuldig Tote ist zu bedauern, egal ob das israelische oder palästinensische sind. Oliver, darauf möchte ich dir antworten. Erstmal kann ich dich, glaube ich, in der Hinsicht beruhigen, dass niemand auf den Knopf drückt, auch wenn immer viele glauben, dass wir kurz davor waren. Tatsächlich gab es ja auch den Russland-Ukraine-Konflikt, da hat auch keiner auf den Knopf gerückt, weil alle genau wissen, diese Waffen, dienen ja zur Abschreckung. Und alle wissen ganz genau, wenn einer einen atomaren Erschlag macht, dann können wir uns alle begraben und dann hat sich das erledigt, weil dann wird alle auf alle so. Deswegen, das wird tatsächlich nicht passieren. Ich glaube auch tatsächlich, dass viele sehr große Atommächte schon sehr, sehr, sage ich mal, tausendmal überlegen, bevor sie einen atomaren Erschlag machen. einen Atomschlag meiner Meinung nach machst du ja nur, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst. Und wenn ein Krieg anfängt, ist es ja nicht direkt so, dass du mit dem Rücken zur Wand stehst. Das ist meine Meinung. Vielleicht kann Nicola was dazu sagen. Ja, also, ich meine, Risiko und Gefahr muss man ein bisschen auseinanderhalten. Es gibt immer das Risiko, von einem LKW überfahren zu werden. Die akute Gefahr gibt es erst, wenn der LKW anrollt. Und ich meine, jetzt auch die Amerikaner, die jetzt da vor Ort sind und so, die sind ja nicht dafür da, um Palästinenser klein zu halten. Das ist natürlich auch als zusätzliche Abschreckung. Ich glaube, da ist es mehr die Abschreckung für den Iran tatsächlich, glaube ich. So ist es. So ist es, genau. Ob er es gar nicht vor Ort beruhigen soll. Und insofern ich, ja, ich weiß nicht, ich hätte vor wahrscheinlich ein paar Jahren gesagt, ja, da wird schon nichts passieren. Ich bin etwas weniger ruhig als vielleicht früher, weil einfach in letzter Zeit auch ein paar Dinge passiert sind, wo wir auch gesagt haben, das wird schon nicht passieren. Aber ja, ich gehe aber nach wie vor davon aus, dass das im Rahmen des Irren, wie das da so alles stattfindet, trotzdem noch vergleichsweise also ruhig bleiben wird, im Sinne von, dass es nicht maximal eskaliert. Ja. So, und tatsächlich würde ich das jetzt ganz gerne in die Hände. Wir haben jetzt halb drei. Es sind zwar noch 259 Leute drin, aber Kian ist jetzt raus. Ich habe gerade auch eine Sprachnachricht von Kian bekommen, die ich mit gar keine anderen. Kian wird das wahrscheinlich hören. Ich werde mich mit Kian kurz schließen und dann werden wir gucken, dass wir die Tage auf jeden Fall nochmal zusammen nochmal live gehen, wenn er das möchte, wenn er Zeit hat. Und dann würde ich auf jeden Fall Nicola begrüßen und euch alle auch im Chat. Ich werde morgen wahrscheinlich wieder live gehen. Dann werden wir uns wieder was überlegen, morgen Nachmittag, vielleicht auch morgen Abend ein bisschen. Und ich danke euch alle, dass ihr hier wart, dass ihr mich unterstützt habt. Ich auch sehr. Also es hat mich sehr gefreut, auch, dass ich mit euch auch so reden konnte und auch mit dem Kian, auch wenn ich mich den islamischen Glauben zuschreibe, aber ich kann das nicht für gut heißen, was die Hamas machen. Also ich will nicht urteilen, aber wenn die das, aber wie gesagt, ich will nicht urteilen. Egal, wenn, dann will ich nur mich selber verurteilen, so gut wie es geht. Aber es hat mich sehr, sehr, sehr gefreut und bin immer dankbar, wenn ich hier oben sein darf und ich mit euch sprechen darf und meine Fragen stellen darf. Alles klar, Oliver. Wir hören uns. Ich danke euch. Und wie gesagt, gute Nacht euch im Besten, alle. Danke. Alle, die hier drin sind, vielleicht, was mir tatsächlich noch persönlich wichtig wäre, wenn unser Team etwas größer wird, wenn ihr alle das Teamherz wegnehmt, wenn ihr mir alle ein Teamherz schenken würdet, es kostet euch tatsächlich so gut wie gar nichts. Es ist quasi total unbedeutend, aber wir wären ein großes Team. Alle, die das gut finden, meine Streams gut finden, weil ich nehme da tatsächlich Zeit für. OS, Dankeschön. Und das motiviert mich natürlich, dass wir öfter so gute Streams machen können, gute Diskussionen und wenn ihr das weiter haben wollt oder dass wir das weiter ausbauen und öfters machen, dann würde ich mich über die ganzen Teamherzen freuen. Rocky und Petra, danke. OS, Dankeschön. Und wie gesagt, Nikola, bei dir bedanke ich mich natürlich auch nochmal, dass du die ganze Zeit so kräftig dabei warst, mich unterstützt hast. Und wir werden uns auf jeden Fall, denke ich mal, jetzt die Tage öfters hören. Ich gehe mal davon aus, dass du Lust hast. Öfters. Oh, danke für die ganzen Teamherzen. Da so danke. Leute, sehr gut. Freut mich wirklich sehr. Ja, Nikola, möchtest du noch was sagen zum Abschluss? Ähm, nee, oder wobei doch eine Sache noch hat, das kommt mir manchmal immer ein bisschen zu kurz, auch in unseren Debatten hier. Ich bin froh über jeden, der mit einer komplett konträren Meinung hier drin war, trotzdem sachlich geblieben ist. Davon hatten wir, also neben Meeresbiologen, hatten wir davon auch ein paar dabei. Ähm, das macht immer am meisten Spaß, ähm, und ist auch cool. Und, äh, ich hoffe, das geht genauso weiter wie alles andere auch. Jo, dann, äh, Jesus lebt. Danke dir für dein Teamherz. Alle anderen, es war sehr schön, dass ihr da wart. Ich wünsche euch eine gute Nacht und was heißt, wir sehen uns morgen, wir sehen uns wahrscheinlich später. Äh, Traum Creator, danke für deinen Donut. Okay, ich wünsche euch einen schönen Abend und, äh, Nicola, wir hören uns und, äh, bis bald, liebe Leute. Danke, Petra, danke, danke, danke. Jo, tschau. Jo, tschau. Bis zum nächsten Mal, bis dann, tschau. 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 Tschau.